Hans Dominik – Moderne Piraten Zuerst erschienen 1929 Gelesen von Harald Seeböck 1. Auf der Fahrt nach Ägypten Mit einer Stundengeschwindigkeit von 18 Knoten schraubte sich die Usakammer durch die Fluten des Mittelmeeres. Nur ein schwaches Zittern des gewaltigen Körpers verriet die Arbeit der 20.000 pferdigen Turbinen, die das Schiff vorwärts trieben. Vor zwei Tagen hatten die Reisenden in der Straße von Messina zum letzten Male Land gesehen, dann war der rauchende Kegel des Ätnas, das letzte Wahrzeichen Europas, allmählich im Westen hinter ihnen in der See versunken. Nur ruhiges, saphirblaues Meer zeigte sich jetzt nach allen Seiten hin, soweit das Auge reichte. Ein ebenso blauer Himmel darüber, von dem das Tagesgestirn mit südlicher Kraft herniederbrannte. Glänzend weiße Sonnensegel von den Schiffspumpen in kurzen Zeitabständen mit Seewasser benetzt, überspannten die Oberdecks und spendeten Schatten und Kühlung. Der Lunch im großen Speisesaal der Usakammer ging mit einer Tasse Kaffee zu Ende. Die letzten Klänge der Schiffskapelle verrauschten und lauter schlugen nun Gesprächsbrocken von den einzelnen Tischen her durch den Raum. Schon erhoben sich einzelne Gäste. Auch Dr. Gransfeld, der seinen Platz neben dem Schiffsarzt hatte, schob die leere Kaffeetasse zurück und machte Anstalt aufzustehen. Wie wär's mit einem Verdauungsmarsch über das Promenadendeck, Kollege? Dr. Lüders, der Schiffsarzt, lachte. Aha, die alte Regel. Nach der Mahlzeit sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Sie haben recht. Man setzt bei unserer Bordverpflegung sonst unweigerlich Speck an. Also auf zum Mittagsbummel. Die beiden Medizinmänner, auch Dr. Gransfeld war Arzt, stiegen die Mahagonitreppe zum Promenadendeck empor. Vor der Wanduhr im Treppenhaus, unter der auf einer Seekarte gerade das neue Mittagsbesteck eingetragen wurde, blieben sie stehen. Einen Augenblick, Herr Kollege. Wollen mal sehen, wo wir sind. 24 Grad, 10 Minuten östlicher Länge, 33 Grad, 45 Minuten nördlicher Breite. Alle Wetter. Sollte denn da im Norden nichts von Kreta zu sehen sein? Dr. Lüders schüttelte den Kopf. Ausgeschlossen. Unser Kurs steht 20 Meilen südlich von der Insel. Von Europa bekommen sie nichts mehr zu sehen. Erst in Port Said, wieder afrikanisches und asiatisches Land zur gleichen Zeit. Stellen wir unsere Uhren gleich auf die neue Schiffszeit, 30 Minuten vor. Eine halbe Stunde ist bei uns bei der Ostfahrt verloren gegangen. Ein Trost, dass wir sie auf der Rückreise wiederfinden. Auch Gransfeld zog seinen Chronometer und richtete ihn neu. So, Punkt 1 des Programms wäre erledigt. Jetzt mal nach vorn. Vielleicht gibt's Delfine. Meinetwegen, aber da sind keine Sonnensegel. Es wird ein bisschen warm werden. Sie schritten über Promenaden und Vorderdeck bis zur Spitze des Schiffes und schauten in die Flut. In der klaren See umschwärmte ein Rudel Delfine das Schiff und geraume Zeit betrachteten sie die munteren Fische. Dr. Lüders brach das Schweigen. Besser Delfine als Haie. Haie? Gibt's die hier auch? fragte Gansfeld. Leider, die Biester müssen durch den Suezkanal kommen. Im Hafen von Port Said wimmelt es manchmal davon. Ich möchte niemand empfehlen, dort über Bord zu fallen. Es sind wohl nur Katzenhaie und keine richtigen Menschenhaie? Ob Katzenhai oder Menschenhai, sollen mir gleich sein. Beißen tun alle beide. Doch jetzt haben wir hier genug geschmort. Gehen wir lieber nach hinten. In kühlere Gegenden. Sie wollen ihren Onkel in Syod besuchen? Setzte Dr. Lüders auf dem Rückwege die Unterhaltung fort. Ich habe inzwischen allerlei über ihn gehört. Das muss ja ein ganz bedeutender Herr sein. Chef Ingenieur der Egyptian Irrigation Company, Leiter sämtlicher Bewässerungsarbeiten im Abschnitt Syod, schon seit langem dort tätig, dabei unverheiratet. Nach meiner Schätzung muss der Mann ein Vermögen zurückgelegt haben. So einen Erbonkel könnte ich auch brauchen. Gransfeld machte eine abweisende Bewegung. Ich wünsche meinem Onkel ein langes Leben. Leider ist seine Gesundheit nicht die beste, seitdem er vor zwei Jahren einen Unfall auf einer Baustelle hatte. Ein Sturz, der an sich gar nicht so gefährlich war. Aber die Aufregung, die Nervenerschütterung. Obwohl ich Arzt bin, kann ich mir kein klares Bild machen. Jedenfalls muss der Unfall ein anderes Leiden, das innerlich schon vorhanden war, zum Vorschein gebracht haben. Das wäre nicht das erste Mal, warf Dr. Lüders ein. Jeder Europäer, der jahrzehntelang in subtropischem Klima lebt, hat mehr oder weniger einen Knacks weg. Wenn ihr Onkel noch etwas von seinem Leben haben will, sollte er die Irrigation Company sich selbst überlassen und schleunigst nach Deutschland zurückkehren. Das wird schwer halten, Kollege. Er hängt mit Leib und Seele an seinem Beruf. Aber ich will versuchen, in diesem Sinne auf ihn zu wirken. Sie waren in ihrer Umgebung bis zum Heck des Schiffes gekommen. Hier war ein Sonnensegel gespannt, in dessen Schatten ein Teil der dienstfreien Schiffsbesatzung Ruhe und Erfrischung suchte. Il dolce faniente, das süße Nichtstun, meinte Dr. Lüders. Hier lernen sie es alle. Nicht nur die Levantiner und Griechen, die wir unter der Besatzung haben. Auch unsere Hamburger geben sich dieser Beschäftigung mit lobenswerter Ausdauer hin. Sehen Sie mal unseren kleinen Stuart da, den Rudi. Ein Berliner Junge, übrigens ein fixes Kerlchen, macht schon seine achte Reise mit der USA-Kammer. Der hat sich da wie ein Igel hinter dem Rettungsboot zusammengerollt, geschickt, wie er sich den Platz gesucht hat. Liegt im Bootsschatten und hat das bisschen Seebrise aus erster Hand. Na, Rudi, mein Sohn, bald wird die Glocke schlagen, die dich zu neuen Taten ruft. Sein Chef Rassati, der Oberstuart, ist übrigens ein ziemlich brutaler Kerl. Lüders wandte sich wieder an Gransfeld. Der wird sackside grob, wenn seine Leute nicht pünktlich zum Dienst kommen. Er ist übrigens auch ein Levantiner, aber in Zug hält er seine Kolonne. Das muss der Neid ihm lassen. Sie waren an dem letzten Rettungsboot vorbei, bis an die Heckreling gekommen und blickten eine Weile auf das schaumige Schraubenwasser, das sich kilometerweit auf dem ruhigen blauen Seespiegel verfolgen ließ. Hier könnten wir Haie sehen, wenn welche da wären, meinte Dr. Lüders. Das Viehzeug ist gefräßig. Es bleibt immer hinter dem Schiff, um jeden Abfall zu erwischen, den der Koch über Bord wirft. Weiter, Kollege, unsere tausend Schritte sind noch nicht um. Gransfeld suchte zur Fortsetzung des Spazierganges zu ermuntern. Doch Lüders lehnte sich behaglich mit dem Rücken an den Stock der Heckflagge. Einen Augenblick noch. In zwei Minuten muss die Glocke die neue Wache schlagen. Ich möchte gern sehen, wie die Leutchen hier mobil werden. So blieben sie stehen. Außer Gransfeld befanden sich nur noch zwei Fahrgäste der ersten Klasse auf dem Achterdeck. In ein eifriges Gespräch vertieft, standen sie dicht neben dem letzten Backbordrettungsboot. Gransfeld warf einen Blick dorthin und fragte Lüders, Was sind das für Leute? Die sind mir schon aufgefallen. Fahrgäste wie sie und viele andere. Nur die Schiffsliste kennt Name und Art. Aus der kann ich's ihnen verraten. Der Lange mit der Schirmmütze ist ein Schotte. Ein Mr. Morton aus Edinburgh. Der andere, kleinere, namens Van Holsten, stammt irgendwoher aus dem Lande der Münheers. Engländer, Holländer, Levantiner und so weiter. Wir führen alles an Bord, was sie wünschen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich die beiden schon einmal auf einer früheren Fahrt an Bord der Wadoni gesehen. Merkwürdig, warf Gransfeld ein. Durchaus nicht, Kollege. Gewisse Leute werden sie immer wieder auf bestimmten Schiffsstrecken treffen. Das hängt wohl mit ihren Geschäften zusammen. In diesem Augenblick schrillte die elektrische Glocke. Sofort sprang Rudi, der junge Stuart, der unmittelbar neben den beiden Fahrgästen gelegen hatte, auf und wollte zum Dienst eilen. Erst jetzt, wie erschreckt, bemerkten diese seine Anwesenheit. Der Holländer packte ihn am Rockärmel und fuhr ihn grob an. Während der Gefragte noch mit der Antwort zögerte, mischte sich der lange Schotte dazwischen und wiederholte die Frage. What did you do here? Rudi antwortete englisch. Ich habe hier geschlafen und höre eben das Signal, dass ich zum Dienst kommen muss. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich verstand nicht, was der andere Herr auf Französisch sagte, entschuldigte sich Rudi und wollte weitergehen. Wütend sprang der Schotte ihm nach und versetzte ihm einen Schlag, der ihn fast zu Fall brachte. Schreck und Entrüstung erpressten dem Getroffenen einen lauten Schrei. Augenblicklich hatte Rudi sich umgedreht, die Fäuste geballt, die Arme angezogen, bereit, jedem weiteren Angriff auf Boxerweise zu begegnen. Morten zog es vor, sich zurückzuziehen, während er laut schimpfte. Ich will dich lehren, hinter den Fahrgästen herzuspionieren und fremde Gespräche zu belauschen. Gransfeld und Lüders waren inzwischen hinzugekommen, um der Szene ein Ende zu machen. Auf einen Wink des Schiffsarztes ging der Stuart ruhig fort. Mr. Morten, warnte sich Dr. Lüders in gutem Englisch an den Schotten. Es ist nicht erlaubt, Leute der Besatzung zu schlagen. Wenn sie glauben, Grund zu einer Beschwerde zu haben, wollen sie diese gefälligst an der zuständigen Stelle, das heißt beim Kapitän, vorbringen. Den Herrn Morten und Van Holsten war das Dazwischentreten des Schiffsarztes offenbar peinlich. Peinlicher vielleicht noch der scharfe, durchdringende Blick, mit dem Gransfeld sie während der ganzen Zeit musterte. Verlegen wandten sie sich ab, während Lüders und Gransfeld nach dem Promenadendeck gingen. Die beiden Herren haben mir von allem Anfang an nicht gefallen, sagte Gransfeld. Weiß der Kuckuck, woran das liegt. Ich fühle eine unwillkürliche Abneigung. Dabei sind es eigentlich ganz gewöhnliche Durchschnittsgesichter. Aber die Rohheit gegen den Jungen, warum, weshalb? Viel Scharfsinn gehört nicht dazu, Kollege, um das zu erraten. Der Mister und der Münherr haben sich wohl über Dinge unterhalten, die kein Dritter hören soll. Wer weiß, was für dunkle Geschäfte die betreiben. Ihr schlechtes Gewissen hat unserem Freunde Rudi unverdientermaßen zu einem blauen Fleck verholfen. Na, das kann bei der Seefahrt schon mal vorkommen. Wie ein Purpurball war die Sonne versunken. Nur noch kurze Zeit leuchtete das Meer im Westen in roten und goldenen Tönen. Schnell kam die volle Dunkelheit der Nacht. In stillem Glanz schimmerte das Firmament, während eine leichte Westbrise Kühlung brachte. Die Abendmahlzeit war vorüber. Auf dem Promenadendeck hatte Granzfeld es sich bequem gemacht und sich ein Bier bestellt. Es war Rudi, der es ihm brachte. Granzfeld sprach ihn an. Sie hatten heute ein unangenehmes Zusammentreffen mit dem langen Engländer. Ist alles wieder in Ordnung oder haben Sie sich etwa über ihn beschwert? Der Junge zuckte die Achseln. Es kommt nichts dabei heraus, Herr. Am liebsten hätte ich dem Menschen sofort einen soliden Kinnhaken verpasst. Aber meine Stellung an Bord, ich darf mir so etwas nicht erlauben. Gott sei Dank hat unser Doktor ihm wenigstens die Meinung gesagt. Es waren nur wenige Fahrgäste auf Deck und die Dienste des Jungen wurden kaum beansprucht. So konnte sich Granzfeld ungestört mit ihm unterhalten und erfuhr im Verlauf einer halben Stunde seine ganze Lebensgeschichte. Er hieß Rudi Wagner und war ein gebürtiger Berliner, 18 Jahre alt. Schulbildung? Hier wurden die Angaben Rudis lückenhaft. Nur das Wort Obertertier war gefallen. Dann kam eine Leerzeit in einem Berliner Hotel. Vor Jahresfrist waren beide Eltern schnell hintereinander gestorben. Da hielt ihn nichts mehr in Berlin. Durch die Vermittlung eines Verwandten in Hamburg hatte er die Stellung als Steward auf der USA-Kammer bekommen. Warum soll ich in Berlin kleben, Herr Doktor? Man ist jung und will die Welt kennenlernen. Außerdem habe ich hier Gelegenheit, mich in Sprachen zu vervollkommenen, die für bessere Hotelstellungen nötig sind. Zwei Reisen mache ich noch mit der USA-Kammer. Dann will ich auf einen der großen afrikanischen Dampfer unserer Linie anmustern. Als Rudi ihn verließ, um andere Gäste zu bedienen, ging Dr. Granzfeld das gehörte noch geraume Zeit durch den Kopf. Ein netter, anstelliger Junge. dachte er, der wird mal seinen Weg machen. Andere Leute an Bord dachten anders über Rudi. Mr. Morton und der Oberstuart Rasati standen in einem Winkel im Mitteldeck. Rudi, der Erfrischungen auf das Promenadendeck brachte, kam an ihnen vorbei. Rasati, versteht der Lümmel da Französisch? Selbstverständlich, spricht nicht gerade fließend, aber doch einigermaßen. Würde er es verstehen, wenn ich ihn fragte, was machen Sie hier? Natürlich, Morton, das muss er verstehen. Hat ja lange genug französische Gäste bei Tisch bedient. So, der Bursche versteht Französisch. Danach gab es im Flüsterton ein langes, vertrauliches Gespräch zwischen Rasati und Morton, dessen Gegenstand Rudi bildete. Geräuschlos glitten die nackten Sohlen des indischen Boys über die Veranda des Bungalows. Schweigend setzte er eine mit Eiswasser gefüllte Karaffe vor seinen Herrn hin und blieb abwartend stehen. Es ist gut, Himati, du kannst gehen. Der Boy verschwand. George Gransfield blieb allein zurück. Mühsam, als ob er Schmerzen dabei empfände, richtete er sich von seinem Lager empor, schenkte ein Glas voll und stürzte den kühlen Trunk hinab. Dann ließ er sich in das Kissen zurückfallen, während seine Blicke die helle Landschaft vor ihm umfassten. Breit und wuchtig strömten die grünen Wassermassen des Nils zu Thale. Von den Strahlen der Abendsonne beleuchtet, zogen sich jenseits des Flusses die rötlichen Berge bis zum Osthorizont. Grellweiß, wie ein gewaltiger, von Titanenhand dorthin gestellter Würfel, reckte sich am Flussufer das große Kraftwerk von Siut. 30.000 Pferdestärken waren in ihm Tag und Nacht an der Arbeit, das Nilwasser zu heben, weithin in das Land zu treiben und Fruchtbarkeit zu verbreiten. Lange blieb der Blick des Liegenden an dem weißen Bau hängen, glitt dann weiter an Dämmen und Wellen entlang, zwischen denen das von den Pumpen gehobene Wasserland einwärts bis hin zu den rosig schimmernden Ostbergen strömte. Saftig grün war alles Land um die Kanäle herum, das er vor 25 Jahren als trostlose Sandwüste vorgefunden hatte. Sein Werk war das alles. Das Werk Georg Gransfeld, aus dem nun schon seit Jahrzehnten ein George Gransfield geworden war, das Werk eines Deutschen, der einst in die Fremde gezogen war, um in englischen Diensten sein Können und Wissen als Ingenieur zu verwerten. Ein Menschenalter erfolgreicher Arbeit war ihm beschieden, bis vor zwei Jahren ein Sturz ihm die Gesundheit nahm. Ein neuer Anfall ließ die Gestalt des Liegenden zusammenzucken. Mit schwacher Hand schwang er eine Glocke. Ein Tablett in den Händen huschte der Boy herein. Der Sahib hat befohlen, Himati, gib mir die Schachtel da. Während der Boy das Gewünschte herbeiholte, fragte Gransfield, Was bringst du da? Eine Depesche, Sahib. Dieser riss das Telegramm auf und überflog es. Es war eine Funkdepesche von Bord der Usakama. Er schob das Papier zur Seite und griff nach der Schachtel, der er zwei weiße Tabletten entnahm. Mit einem Schluck Wasser nahm er sie und blieb eine Weile regungslos liegen. Dann schien die Arznei ihm die ersehnte Linderung zu bringen. Der gespannte Ausdruck wich aus seinen Zügen. Mit neu gewonnener Frische richtete er sich auf. Wir bekommen Besuch, Himati. In 20 Stunden wird die Usakama Port Said anlaufen. Übermorgen werde ich meinen Neffen hier haben. Sorge dafür, dass die Fremdenzimmer imstande sind. Der Boy verneigte sich nach indischer Weise. Es wird alles besorgt, Sahib. Gransfield hatte, während er sprach, einen Schlüssel aus der Tasche gezogen, den er dem Inder hinhielt. Die Statuette, Himati, stelle sie mir hierhin. Kurz darauf kehrte der Boy aus dem Nebenraum zurück. In seinen Armen trug er eine etwa zwei Fuß hohe Statuette aus grünlich geedertem Nefritstein. Behutsam stellte er das Bildwerk auf das Tischchen vor seinem Herrn hin und verließ die Veranda. Lange ruhten Gransfields Blicke auf der Statuette. Einem Bildnis des Setos, den die Griechen Sesostris nannten. Die Meisterhand eines Künstlers hatte vor mehr als 3000 Jahren die Züge des gewaltigen Herrschers aus dem harten Stein gebildet. Noch jetzt schienen diese Minen zu leben, schien dieser befehlsgewohnte Mund zu sprechen. Gransfield gedachte des Tages, an dem ein Händler aus dem Sudan ihm das Kleinod brachte. Fast Wort für Wort kam ihm die Verhandlung wieder ins Gedächtnis, die er damals mit dem 10 Araber zu führen hatte. Erst nach vielem hin und her war es ihm geglückt, das Bildnis für eine Summe zu erwerben, die auch für das Einkommen des hochbesoldeten Chefingenieurs der Egyptian Irrigation Company recht fühlbar war. Manche Werke altägyptischer Kunst hatte er während seines langjährigen Aufenthaltes im Pharaonenland erstehen können. Diese Statue hier war die schönste und kostbarste von allen, das Schmuckstück seiner Sammlung. Während er sie noch betrachtete, kehrten die Schmerzen zurück. Mühsam richtete er sich auf, griff nach der Schachtel mit den Tabletten und nahm aufs Neue von der lindernden Arznei. Arznei? War es nicht eigentlich Gift, nach dem er immer wieder greifen musste, wenn die quälenden Anfälle kamen? Ein Gift, das ihn das Unerträgliche ertragen ließ, ihm Milderung und erlösenden Schlummer brachte? Damals, als er nach jenem Unfall in Kairo im Hospital lag, als die Schmerzen Tage und Nächte hindurch nicht weichen wollten, hatte er die befreiende Wirkung dieses Mittels zuerst schätzen gelernt. Und dann? Wie war es später gewesen? Die zweite Dosis des Mittels begann zu wirken. Verschwunden waren die Schmerzen und traumhaft wurden Grantsfields Gedanken. Als er wieder in sein Haus hier in Siud zurückgekehrt war, als die Schmerzen in längeren oder kürzeren Pausen immer wieder auftraten, war es nicht Megastopoulos gewesen, der ihm die Wege wies, wie man das unentbehrliche Mittel auch ohne Hilfe der Ärzte erhalten könne? Megastopoulos, der damals mit ihm zusammen im Hospital gelegen hatte? Noch während er an den Namen dachte, trat der Boy auf die Veranda. Erst als er sich durch ein stärkeres Geräusch bemerkbar machte, gewahrte ihn Grantsfield. Was gibt's Himati? Ein Besuch, Sahib. Der griechische Herr, der öfter hier war. Er reichte seinem Herrn die Besuchskarte. Dieser überflog sie. Megastopoulos? Hatte er nicht eben erst an den Mann gedacht? Wie eigenartig, dass er im gleichen Augenblick hierher kam. Auf seinen Wink führte der Boy den Besucher auf die Veranda. Es war eine mittelgroße Gestalt mit blau-schwarzem Haar und dunkelgelber Gesichtsfarbe. Der Typus des asiatischen Griechen, in dessen Adern das Blut vieler Völkerschaften sich mengt. Er trug einen grauen Sakkoanzug nach modernstem Londoner Schnitt, Lackstiefel und Gamaschen an den Füßen. Die Brillantringe an den Fingern waren etwas zu protzig, das schmale Gesicht war von einem schwarzen Spitzbart umrahmt. Willkommen, Herr Megastopoulos. Wollen Sie dem Boy klingeln, dass er Ihnen eine Erfrischung bringt? Der Grieche ließ sich geschmeidig auf einem Sessel nieder, während seine brennenden Augen schnell durch den Raum glitten und kurze Zeit an der Statuette des Setos hafteten. Ich komme von Asoan, sagte er in ziemlich fließendem Deutsch, und wollte nicht durch Siut fahren, ohne Ihnen meine Aufwartung zu machen. Von Ihrem Boy hörte ich, dass es Ihnen gar nicht recht nach Wunsch geht, mein lieber Freund. Ein leiser Zug der Abwehr glitt bei den Worten des Griechen über Grantsfields Züge. Die Betonung einer Freundschaft ging ihm gegen den Strich. Das ganze Gebaren, katzenfreundlich, nannte er es bei sich, war nicht nach seinem Geschmack. Aber leider, er brauchte den Mann, um in den Besitz des Mittels zu kommen, das ihm über seinen Leiden hinweg half. Er griff nach der Glocke und befahl dem Boy, Soda und Whisky für seinen Gast zu bringen. Der Grieche zündete sich eine Zigarette an. Während er den Rauch durch die Lippen stieß, sprudelte er eine Fülle von Worten heraus, fragte nach dem Fortgang der Bewässerungsarbeiten und erkundigte sich, ob Grantsfield in letzter Zeit die Baustellen besucht habe. Dabei hüllte er sich in dichten Zigarettenqualm. Grantsfield konnte seine Blicke nicht sehen, die in unverhohlener Gier an der Statuette des Setos hingen. Langsam und zusammenhängend beantwortete der Chefingenieur die Fragen seines Gastes. So wohlig, so müde fühlte er sich. Schlafen. Lange Traum und schmerzlos schlafen. Wie dumm, dass der Besuch ihn daran hinderte. Kaum wusste er noch, was er auf dessen Rede erwiderte. Mühsam suchte er die Worte zu irgendeiner Antwort zusammen, während seine Gedanken ganz woanders wanderten. Megastopoulos, der griechische Kunsthändler, hatte der ihm nicht immer die Statuette abkaufen wollen. Das Kunstwerk, das ihm um keinen Preis feil war. Die Statuette des Setos, ich verkaufe sie niemals. Mein Neffe soll sie einmal. Stieß er unvermittelt hervor. Mein lieber Freund, ich bitte Sie, niemand will sie Ihnen nehmen. Wie durch einen Schleier, hörte Gransfield die Worte des Griechen. Ich verkaufe sie nicht, wiederholte Gransfield automatisch. Mein lieber Freund, Sie sind sehr angegriffen. Gestatten Sie, dass ich Ihnen etwas Soda mit Whisky mische. Das wird Sie erfrischen. Mit geschickter Hand mischte Megastopoulos die Flüssigkeiten. Einen Augenblick glitt seine Rechte in die Tasche, als er sie wieder über das Glas hielt, fiel weißes Pulver hinein. Mit einem Teelöffel verrührte er den Trank und trat mit dem Glase zu Gransfield. Er brachte das Glas an Gransfields Lippen und zwang ihn mit sanfter Gewalt, es bis auf die Neige zu leeren. Mit einem tiefen Seufzer streckte sich der Ingenieur auf sein Lager. Noch einmal umfasste sein Auge die Fluren und Berge, die von der Abendsonne tiefrot überstrahlt waren. Dann wurde das Schlafbedürfnis übermächtig. Die Lieder sanken ihm herab. Leise ging Megastopoulos in das Haus, warf sich seinen weiten Raglan über und griff nach Hut und Stock. Dein Herr schläft Himati, ich will ihn nicht länger stören, er ist wohl kränker als ich dachte, vielleicht komme ich morgen Vormittag noch einmal her. Von dem Bäu bis an die Umzäunung geleitet, verließ Megastopoulos das Haus Gransfields. Aus Morgen und Abend war ein zweiter Tag geworden. Schon war der Lote an Bord gekommen. Von Südosten her blinkten die ägyptischen Leuchtfeuer. Nur wenige Stunden noch und die Usakama würde im Hafen von Port Said festmachen. In allen Kabinen waren die Reisenden beim Räumen und Packen. Jene allgemeine Unruhe, die stets kurz vor der Landung auszubrechen pflegt, hatte sich an Bord eingestellt. Vergeblich redete Lüders auf Gransfield ein. Keine Unterstützung, Kollege. Es dauert noch Stunden, bis wir im Hafen sind. Sie werden noch alle hier an Bord zu Abend essen. Gransfield war nervös. Das Ausbleiben der Antwort auf seine Funk-Depesche nach Siud beunruhigte ihn mehr, als er sich äußerlich merken ließ. War seine Depesche nicht angekommen? War sein Ohrheim schon auf dem Wege nach Port Said, als sie ankam? Oder war er etwa kränker geworden, so krank, dass er sie nicht beantworten konnte? Alle Möglichkeiten gingen ihm durch den Kopf, während er ruhelos über das Deck lief. Rudi hatte in diesen letzten Stunden vor der Ankunft kaum etwas zu tun. Vergeblich bot er seine Sandwiches und Erfrischungen an. Die wenigsten dachten daran, ihm etwas abzunehmen. So setzte er sein Tablett ab, ließ sich in einem geschützten Winkel nieder und hing allerlei Gedanken nach. Er dachte daran, dass morgen Sonntag war. Endlich einmal ein freier Tag für ihn nach langem Dienst. Den wollte er ausnutzen zu einer Fahrt nach Kairo oder einem Besuch der Pyramiden von Gizeh. Während er derart Luftschlösser baute, ruhten seine Augen nicht. Stand da drüben bei dem Ventilatorschacht nicht sein Chef mit den beiden Fahrgästen zusammen, mit denen er gestern den Auftritt gehabt hatte? Natürlich waren sie es, der lange Engländer und der andere aus Holland. Jetzt ging Morten fort. Er wird seine Rechnung mit dem Chef klargemacht haben, dachte Rudi. Van Holsten blieb zurück und sprach weiter eindringlich mit dem Levantiner. Die Neugier wurde in Rudi wach. Was hatten die beiden so lange zusammen zu tuscheln? Jetzt schienen sie einig geworden zu sein und verschwanden in einem Kabinengang. Schnell sprang Rudi auf und lief bis zu dem Gang hin. Dort hinten die letzte Tür, das war die Kabine Rasatis. In diese traten sie ein. Nach einigen Minuten öffnete sich die Tür wieder. Schnell huschte Rudi an seinen alten Platz zurück. Die beiden kamen aus dem Gang heraus, erst der Levantiner ein gutes Stück hinter ihm von Holsten. Die Aktentasche, die dieser in der rechten trug, war sie nicht vorher viel dicker gewesen als jetzt. Nun schien sie vollkommen leer. Vor kurzem noch deutlich erinnerte Rudi sich dessen, hatten seine Augen sie prall und voll gesehen. Übermächtig wurde die Neugier in ihm. Mancherlei hatte er auf seinen früheren Fahrten gehört. Sachen, von denen die Zollbehörde nichts wissen sollte, vertrauten Schmuggler ihren Helfershelfern unter der Schiffsbesatzung an. Diese brachten sie dann später unauffällig durch die Sperre an Land und lieferten sie am verabredeten Orte ab. Rudi überzeugte sich, dass Rasati außer Sicht war, lief zu der Kabine hin, trat ein und drückte die Tür hinter sich ins Schloss. Prüfend glitten seine Blicke über die Einrichtung. Wo konnte hier etwas versteckt sein? Im Waschtisch? Mit ein paar Griffen überzeugte er sich, dass da nichts war. In den Schubläden unter der Koje? Er zog auf, da waren nur Wäschestücke. Wo zum Kuckuck, wo nur? Versteckt musste hier etwas sein. Davon war er überzeugt. In der Koje? Rudi hob die Steppdecke auf. Da! Der Junge erblickte eine Reihe von Säckchen aus weißer Leinwand unter der Decke. Er betastete sie. So glatt fühlte sich das von außen an, als ob in den Leinenbeutel noch Gummisäckchen steckten und diese mussten irgendein Pulver oder sonst einen nachgiebigen Stoff enthalten. Jetzt hörte er Schritte auf dem Gang. Schnell zog er die Decke wieder über die Koje und machte sich am Waschtisch zu schaffen. Schon flog die Tür auf. Rasati trat herein und herrschte ihn grob an. Was machen Sie hier? Ich bringe Ihre Kabine in Ordnung, Herr Rasati. Dazu ist jetzt keine Zeit. Scheren Sie sich auf Deck und bedienen Sie gefälligst die Fahrgäste. Rudi verschwand, zufrieden, so glimpflich davonzukommen. Rasati blieb zurück und schob den Riegel vor. Misstrauisch blickte er sich um. Lange haftete sein Blick an der Bettdecke. War die nicht verschoben? War sie vorher nicht mit den Kanten unter die Matratze geschlagen, während sie jetzt frei hing? Endlich hob er sie auf und stellte mit einem Gefühl der Erleichterung fest, dass die Beutel vollzählig vorhanden waren. Sorgfältig verbarg er sie unter seiner Wäsche in der Lade und warf sich dann in einen Stuhl. Kein Zweifel, eine fremde Hand hatte sich an der Decke zu schaffen gemacht. Wer anders als der Stuart Wagner konnte das gewesen sein? Hatte er sie aufgehoben und das, was darunter steckte, gesehen? Gleich viel, ob ja oder nein, der Mensch hatte sich verdächtig gemacht. Wütend ballte Rasati die Faust. Wer konnte wissen, wie viel Rudi in seinem Schlupfwinkel von dem französisch geführten Gespräch aufgeschnappt hatte? Tat, als ob er kein Französisch verstünde. Verdächtig. Und jetzt? Was hatte der gerade jetzt in der Kabine zu suchen? Mehr als verdächtig. Ein Spion war das, der hinter ihm her schnüffelte. Rasati sprang auf und presste die Zähne knirschend zusammen. In rasender Wut verzerrten sich seine Züge. Wie ein Raubtier, das sich zum Sprung anschickt, stand er in der engen Kabine. Verwünschungen ohne Maß und Zahl kamen über seine Lippen. Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Minutenlang dauerte dieser Ausbruch wildester Wut. Dann sank Rasati wie erschöpft auf den Stuhl zurück. Das Spiel seiner Züge veränderte sich. Eine harte, zu allem fähige Entschlossenheit sprach aus ihnen. Scharf starrten seine Augen in die Ferne. Dumpf und heiser heulte die Schiffssirene auf. Es war das Signal, dass die Usakama im Begriff stand, an den Pier zu gehen. Der dröhnende Schall riss Rasati in die Wirklichkeit zurück. Mit Gewalt zwang er sich zur Ruhe. Als er die Kabine verließ, waren seine Züge unbewegt und gleichmütig. Auch ein scharfer Beobachter hätte nur Dienstbeflissenheit für die Fahrgäste des Schiffes aus ihnen lesen können. Der letzte Zug nach Kairo war schon fort, als die Usakama ihre Fahrgäste in Port Said an Land gab. Für heute ließ sich nichts mehr unternehmen. Dr. Gransfeld nahm ein Zimmer im Splendid Hotel und gab ein dringendes Telegramm mit bezahlter Rückantwort an seinen Onkel auf. Mochte die ägyptische Postverwaltung beschaffen sein, wie sie wollte. Auf diese Weise hoffte er doch wenigstens bis zum nächsten Morgen eine Antwort aus Siut zu bekommen. Dann unternahm er noch einen kurzen Spaziergang durch die Stadt, bis zum Denkmal von Ferdinand Lesseps, der hier einst mit kühner Hand zwei Erdteile durch eine künstliche Wasserstraße getrennt hatte. Mit dem Vorsatz, sich sofort zur Ruhe zu begeben, kehrte Dr. Gransfeld schließlich zum Hotel zurück. Als er schon vor dem Lift stand, drang vom Gesellschaftssaal her Musik an sein Ohr. Eine europäische Kapelle war es und wie es schien sogar eine recht gute. Er änderte seine ursprüngliche Absicht und beschloss dort noch ein paar Stunden zu verbringen. Vielleicht, dass inzwischen noch die telegrafische Antwort kam. In einer Nische zwischen springenden Wassern und Pflanzengruppen fand er einen zusagenden Platz. Leicht gedämpft drangen die Klänge des Orchesters hierhin und während er selbst halb versteckt saß, konnte er den größten Teil des Saales bequem überblicken. Reichlich international war die Gesellschaft, die sich hier aus drei Weltteilen zusammengefunden hatte. Neben englischen Beamten, die ihr Dienst nach Ägypten rief, neben Franzosen und Holländern, die auf dem Wege nach den hinterindischen Kolonien waren, sah man auch allerlei dunkelhäutige Gestalten, die aus dem Inneren Arabiens und des Sudans stammten. Auch solche Gesichter erblickte er, die er von der Usakama her kannte. Der Herr am vierten Tisch dort, war das von Holsten oder war er's nicht? Eben noch glaubte Gransfeld seiner Sache sicher zu sein, aber im nächsten Augenblick begann er schon wieder zu zweifeln. Er kniff die Augen zusammen, um schärfer zu sehen. Unbedingt, er war's, musste es sein. Dennoch, wie merkwürdig verändert sah der Mann aus. Viel jünger als auf der Usakama. Auch hatte er eine ganz andere Haartracht. Sogar die Farbe des Haares kam Gransfeld verändert vor. Hätte er sich den Holländer damals bei dem Auftritt mit dem kleinen Stuart nicht so genau angesehen, er würde ihn trotz seiner guten Augen nicht wiedererkannt haben. Eigenartig war diese Veränderung des Äußeren und so geschickt ausgeführt, dass Gransfeld nicht einmal sagen konnte, was eigentlich echt war, jenes ältere Aussehen an Bord oder diese verjüngte Erscheinung hier. Zweifellos war der Holländer in den wenigen seit der Landung des Schiffes verflossenen Stunden auch beträchtlich dünner geworden. Als einen etwas beleibten Herrn in mittleren Jahren hatte Gransfeld ihn von der Usakama her in Erinnerung. Als ein jüngerer, schlanker Mann tauchte er hier auf. Bemerkenswert war auch der andere, mit dem er zusammensaß. Ein schwarzer Spitzbart umrahmte das dunkelgelbe, schmale Gesicht. Darin saß eine gebogene Adlernase und darüber ein paar brennende Augen. Fast blau-schwarz war das Haar. Ein eifriges Gespräch war zwischen den beiden im Gange. Mitternacht war bereits vorüber, als sie sich erhoben und in die Empfangshalle gingen. In kurzer Entfernung folgte ihnen Gransfeld und sah, wie der Pförtner ihnen ihre Zimmerschlüssel aushändigte. Während sie zum Lift gingen, blieb Gransfeld vor der schwarzen Tafel stehen, auf der die Namen der Hotelgäste angeschrieben standen. Er schaute auf leere Haken, von denen der Pförtner eben die Schlüssel abgenommen hatte, und auf die Namen daneben. Konstantinos Megastopoulos, Smyrna, las er an der einen Stelle. Aha, ein Grieche aus Kleinasien, von der Meeren Rotterdam, stand an der anderen. Gransfeld krauste die Stirn und pfiff durch die Zähne. Oho, mein Junge, du veränderst also nicht nur dein Aussehen, du wechselst auch deinen Namen. Nein, auch da weiß man nicht, was echt und unecht ist. Vielleicht ist alles beides falsch. Er trat an das Pult, um sich seinen Schlüssel zu holen. Der Pförtner überreichte ihm außerdem noch ein beschriebenes Blatt, eine telefonische Mitteilung vom Hauptpostamt in Port Said. Seine Depesche nach Siut sei unbestellbar. Der Adressat verstorben. Als die Sonne des nächsten Tages aufging, saß Dr. Gransfeld schon seit einer Stunde im Schnellzug, der ihn nach Süden hin nilaufwärts führte. Als sie tief im Westen stand, verließ er die Eisenbahn in Siut. Ein freier Platz lag vor dem Bahnhof. Vergeblich suchten verstaubte Tamarisken-Boskette den Anschein von Parkanlagen vorzutäuschen. Dazwischen hielten ein paar Mietautos, die früher in Europa bessere Tage gesehen hatten. »Syut wird Weltstadt«, murmelte Gransfeld vor sich hin, obwohl ihm nicht zum Scherzen zumute war. Durch gewundene Straßen und über gestreckte Alleen brachte der Kraftwagen ihn zum Hause seines Ohrheims. Das untere Stockwerk war erleuchtet. Nach einigem Klopfen und Klingeln öffnete sich das Tor und Himati kam an die Gartentür. Elend und kummervoll sah der Boy aus. Während Gransfeld dem Inder in das Haus folgte, holte er die Einzelheiten über das traurige Ereignis brockenweise aus ihm heraus. Am vorgestrigen Abend war der gute Sahib eingeschlafen. Vor zwei Stunden war Mr. McKenna, der Arzt der Irrigation Company, von Aswan gekommen. Er war noch bei dem Toten, um die letzten Förmlichkeiten zu erledigen. Gransfeld traf den Arzt im Schlafgemach. Ergriffen stand er vor dem Toten, der schon in den Sarg gebettet war. Noch ein letzter Blick auf die bleichen Züge. Dann wurde der Deckel aufgelegt und verschraubt. George Gransfield sollte im Park des Krafthauses beigesetzt werden. Dort, wo einst unter seiner Leitung die riesigen Werke entstanden waren, so hatte er es verfügt, wollte er zum letzten Schlummer gebettet sein. Gransfeld ging mit dem englischen Arzt in das Wohnzimmer. Ein trauriger Fall, Mr. Gransfeld, der plötzliche Tod ihres Urheims. Gransfeld nickte. In der Tat, Sir, ich hatte nicht erwartet, an ein Totenbett zu kommen, obwohl schwer leidend war mein Onkel seit Jahren. Er war es, aber er brauchte noch nicht zu sterben. Den schlimmen Ausgang hat er durch den regelmäßigen Gebrauch von Betäubungsmitteln selbst beschleunigt. Gransfeld blickte erstaunt auf. Ich verstehe nicht. Wie meinen Sie das? Well, Mr. Gransfeld, zu Ihnen als Arzt kann ich offen sprechen. Der Tod Ihres Onkels ist durch die übergroße Dosis eines Betäubungsmittels eingetreten. Nur die Rücksicht auf seine Stellung bei der Irrigation Company hat mich davon abgehalten, eine Vergiftung als Todesursache in die Sterbeurkunde zu schreiben. Sie begreifen, der Rumpf der Company, das unliebsame Aufsehen, das ein solcher Fall hervorrufen würde. Ich habe es vorgezogen, einfach eine akute Herzlähmung als Todesursache anzugeben. Ihnen aber als dem nächsten Verwandten möchte ich doch auf alle Fälle reinen Wein einschenken. Gransfeld fuhr auf. Wie ist das möglich, Kollege? Sollte mein Ohrheim absichtlich? Der Engländer zuckte die Achseln. Ich weiß nicht, niemand kann es wissen. Vielleicht ist in der Benommenheit ein Versehen geschehen. Vielleicht liegt aber auch Absicht vor. Tatsache ist, dass Ihr Ohrheim zur Linderung seiner Schmerzen seit Jahren Betäubungsmittel benutzte. Dies hier, er reichte Gransfeld eine größere Pappschachtel, fand ich neben seinem Lager. Es enthält, wenn ich mich nicht täusche, Heroin, und zwar ein Mehrfaches der tödlichen Dosis. Es ist mir unbegreiflich, wie Ihr Ohrheim derartige Mengen überhaupt in seinem Besitz haben konnte. Gransfeld schüttelte den Kopf. Unverständlich in der Tat. Wenn das wirklich Heroin ist, kein gewissenhafter Arzt würde seinem Patienten eine solche Menge auf einmal verschreiben. Trotzdem, mein Onkel erwartete mich, hatte mich wiederholt eingeladen. Gewiss, er schrieb, dass sein Leiden ihm starke Beschwerden mache, aber keine Spur von Todesahnung oder gar Todesabsichten ist in seinen Briefen zu finden. Wäre es denkbar, Herr Kollege, dass das Gift von dritter Hand... McKenna schüttelte den Kopf. Ich halte das für ausgeschlossen. Zumindest für unwahrscheinlich. Wer sollte an solchem Mord, offenkundiger Mord wäre das ja, ein Interesse haben? Am nächsten Morgen folgte die Beisetzung George Gransfield so, wie er sie gewünscht hatte. Ein Gefolge von Ingenieuren und Angestellten der Bewässerungswerke gab ihm das letzte Geleit. Nachdenklich kehrte Gransfield in das verwaiste Haus zurück und ging daran, den Nachlass des Verstorbenen zu ordnen. Wenn Dr. Lüders behauptet hatte, dass der Chefingenieur der Irrigation Company ein Vermögen zurückgelegt haben müsse, so hatte er damit nicht zu viel gesagt. Gransfield fand Belege und Abrechnungen über Bankdepots in Deutschland und Ägypten, die seine Erwartungen übertrafen. Hier war zweifellos alles in Ordnung. Ein Dritter konnte an diese Gelder nicht herankommen. Der Verdacht, den er gestern einen Augenblick gehegt hatte, begann zu schwinden. Blieb noch die Kunstsammlung des Verstorbenen. Vieles davon befand sich nach den vorliegenden Aufzeichnungen in Bankdepots in Deutschland. Nur weniges musste hier im Hause sein, darunter das bei weitem schönste und wertvollste Stück. Die Statuette des Setos. Gransfield ließ Himati kommen und fragte ihn danach. Dieser, immer noch niedergeschlagen, verwirrt und verstört, zuckte die Achseln. Das kleine Standbild, ich weiß. Der Sahib verwahrte es in dem eisernen Schrank. Am letzten Tage noch befahl er mir, es zu holen. Auf den Tisch neben ihm musste ich es hinstellen. Der Sahib liebte das Bild. Lange Zeit hatte er es oft angeschaut. Gransfield wurde ungeduldig. Schon gut, Himati. Wo ist die Statuette geblieben? Im Tresor ist sie nicht. Hier irgendwo draußen auch nicht. Wo hast du sie gelassen? Himati wurde noch verwirrter und stotterte, als er weitersprach. Das Steinbild, Sahib, ja, das Steinbild. Der griechische Herr war bei meinem guten Sahib. Hierauf ging er fort. Dann, als ich meinen Herrn in das Haus bringen wollte, ein Schluchzen erschütterte die Gestalt des Inders. Da fand ich ihn tot. An das Steinbild habe ich nicht weiter gedacht. Gransfield fasste den Boy scharf ins Auge. Du bist aber dafür verantwortlich, Himati. Die Statuette hat einen großen Wert. Man wird sagen, Himati, dass du sie genommen habest. Der Inder zuckte zusammen. Einen Augenblick spielte seine braune Gesichtsfarbe in ein blasses Grau über. Dann strömte ihm das Blut wieder in die Wangen. Sahib, ich meinen guten Herrn bestehlen. Wer das sagt, der kennt Himati nicht. Dreißig Jahre habe ich ihm treu gedient. Schon in Indien bin ich bei ihm gewesen. Gute Tage habe ich bei ihm gehabt. Geld habe ich sparen können. Ich meinen Herrn bestehlen? Niemals, Sahib. Niemals. Schluchzend sank der Boy zu Boden. Gransfield fühlte, dass er zu weit gegangen war. Ich sage nicht, Himati, dass du die Statuette genommen hast. Aber die anderen werden es sagen, wenn wir sie nicht finden. Wer war außer dir noch hier im Hause? Der griechische Herr, Sahib. Nur der griechische Herr. So ist niemand. Der griechische Herr? Herr, wer ist das? Herr Megastopoulos, Sahib. Er besuchte meinen Herrn oft. Bei der Nennung dieses Namens kam Gransfeld eine Erinnerung. Megastopoulos. Hatte er den Namen nicht vor zwei Tagen im Hotel in Port Said gelesen? Megastopoulos. Ist das ein mittelgroßer Herr mit schwarzem Haar und Spitzbart? Meinst du diesen Himati? Ja, Sahib. Das ist er. So sieht er aus. So, so. Der war hier? Saßst du ihn fortgehen? Ja, er kam zu mir, Himati. Dein Herr schläft, sprach er und sagte, dass er morgen wiederkommen wolle. Er ist aber nicht wiedergekommen. Nein, Sahib. Er ist nicht wiedergekommen. Wie war er gekleidet, als er dich verließ? Wie immer, Sahib. Er trug einen grauen Anzug, darüber einen weiten Raglan. Eine Weile stand Gransfeld nachdenkend. Einen weiten Raglan, sagst du, Himati? Konnte er da wohl die Stadt heute darunter verbergen, ohne dass du etwas davon merktest? Schnell kam die Antwort des Boys. Ja, Sahib, das wäre möglich gewesen. Geräume Zeit schwiegen beide, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Dann sprach Gransfeld, das Haus wird nun zugeschlossen, Himati, bis ein neuer Herr von der Company hierher kommt. Wo wirst du hingehen? Sahib, ich habe mir im Dienste meines alten Herren Geld gespart. Ich werde nach Alexandria gehen und am Hafen eine Garküche aufmachen. Du wirst also zu finden sein, wenn man dich sucht. Ja, Sahib. Als Gransfeld nach Erledigung der letzten Angelegenheiten das Haus verließ, um nach Port Said zurückzukehren, enthielt sein Notizbuch die neue Adresse, unter der er Himati in Alexandria erreichen konnte. Tag und Nacht hatten die Krane im Hafen von Port Said gearbeitet, um die Ladung der Usakama zu löschen und neue Lasten in ihren Leib zu senken. Mit Hochdruck waren die Kabinen und Gesellschaftsräume gesäubert und für die Aufnahme neuer Fahrgäste bereit gemacht worden. Fahrplanmäßig ging das Schiff am Abend des fünften Tages nach seiner Ankunft wieder aus dem Hafen. Langsam schob sich der gewaltige Rumpf zwischen den massigen Molen von Port Said nach Westen. Jetzt fuhr es an den letzten Leuchtfeuern vorbei. Ein leises Schwanken des Schiffes verriet, dass die offene See erreicht war. Stärker wurde das Spiel der Schrauben und schneller die Fahrt. Das Achterdeck war leer. Am hintersten Teil neben dem Flackenstock lehnte sich Rudi über die Reling und blickte auf das Schraubenwasser. Der schaumige Wasserstreifen war durchsetzt von unzähligen Lichtflecken. Seequalen waren es, die die Schrauben bei jeder Umdrehung zu hunderten emporwirbelten und zum Leuchten reizten. Rudi vergaß Zeit und Raum über diesem Schauspiel. Da traf unversehens ein schwerer Schlag seine Schläfen. Die Sinne schwanden ihm. Ein Gefühl der Kühle war die erste Empfindung, die er wieder hatte. Wasser war um ihn. Unwillkürlich machte er Schwimmbewegungen. Wo war er? Weit vor ihm waren der Rumpf und die Rauchfahne der Usakama zu erkennen. Weites Meer um ihn herum, das sich in langer Dünung hob und senkte. Hinter ihm die Molenlichter von Port Said. Dies war wenigstens ein Richtpunkt in der Wasserwüste. Eine Möglichkeit der Rettung, wenn es ihm gelang, die Mole zu erreichen. Doch eine lange Strecke war es bis dorthin. Würden seine Kräfte reichen? Gab es etwa Haifische? Im Hafen von Port Said hatte er welche gesehen? Waren sie auch hier im offenen Meer dann? Rudi war ein tüchtiger Schwimmer. Geschickt entledigte er sich der Kleidung, soweit sie ihm hinderlich war und begann in langen kraftsparenden Stößen auf das Molenlicht zuzuschwimmen. Stunden verrannen darüber. Nur noch matt und mechanisch führte sein Körper die Bewegungen aus, während sein Geist abzuirren begann. Schon zeigte sich im Osten der schwache Schein kommender Dämmerung. Noch war er dem Molenfeuer nicht näher gekommen. Es schien ihm sogar ferner denn je zu sein. Zu heftig war die Meereströmung, die ihn abtrieb. Dunkel und traumhaft wurden Rudis Gedanken. Kaum fühlte er noch, wie seine Kräfte nachließen. Ein paar Schwimmstöße, eine Spanne wohliger Müdigkeit, jetzt sich wegsacken lassen, den Seemannstod sterben. Die Flut ging bereits über seinen Kopf hinweg. Noch einmal riss er sich in einem letzten Aufflackern des Selbsterhaltungstriebes zur Oberfläche des Wassers empor. Dann schwanden ihm die Sinne. Um 8 Uhr morgens meldete Rasati dem ersten Offizier der USAKAMA, dass der Stuart Rudi Wagner vermisst werde. 2. Zurück nach Hamburg In Port Said suchte Gransfeld den deutschen Konsul auf und besprach mit ihm die Vorfälle in Syrd, das Fehlen der wertvollen Statuette, der Besuch des rätselhaften Griechen, die Todesursache seines Ohrheims, die Möglichkeit einer Vergiftung, Der Konsul schüttelte den Kopf. Das Gesindel der ganzen Welt ebenso wie die beste Gesellschaft der ganzen Welt kommen hierher. Sie wundern sich darüber, dass ihr Ohrheim derartige Mengen von Rauschgift in seinem Besitz haben konnte? Verehrt ist der Herr Doktor, wenn Sie wüssten, wie dieser verbotene Handel hier blüht. In Alexandria und Kairo können Sie das Zeug beinahe offen von Europa ein, dann gibt es jedes Mal einen Höhepunkt in diesem unsauberen Geschäft. Trotz allen Anstrengungen ist die ägyptische Polizei machtlos dagegen. Ich halte es auch für unmöglich, Herr Doktor, in Ihren Angelegenheiten mit Hilfe der Polizei etwas zu ermitteln. Wenn Sie irgendwelche Schritte unternehmen wollen, stehe ich Ihnen natürlich pflichtgemäß zur Verfügung. Doch wie gesagt, nach meinen Erfahrungen im Orient wird dies zwecklos sein. Nach längerem Überlegen antwortete Kranzfeld. Ich muss mich Ihrer größeren Erfahrung fügen, Herr Konsul, obwohl mir der Entschluss nicht leicht fällt. Wenn Sie der bestimmten Meinung sind, dass ich hier nichts mehr für die Aufklärung dieser Vorfälle unternehmen kann, will ich lieber mit dem nächsten Dampfer wieder nach Deutschland zurückkehren. Der Konsul warf einen Blick auf die Tagen geht die Varana von Port Said ab, ein 8000-Tonner, der gut besetzt werden dürfte. Ich empfehle Ihnen, sich bei der Agentur sofort ihre Überfahrt zu sichern. Kranzfeld verabschiedete sich. Er stand im Begriff, über einen breiten Gang zur Treppe zu gehen, als sein Blick durch eine geöffnete Tür in einen Wirtschaftsraum fiel. Da drinnen machte sich jemand an Töpfen und Schüsseln zu schaffen. Viel zu weit war der weißleinene Anzug, der um die Glieder der Gestalt schlotterte. Aber das Gesicht, das hatte Kranzfeld schon irgendwo gesehen. Das kannte er doch. Wie aber war das möglich? Die Usakama musste doch jetzt schon in Genua sein. Kranzfeld trat näher. Hallo Rudi, sind sie's oder nicht? Der Angerufene zuckte zusammen und wandte das Gesicht voll der Tür zu. Kein Zweifel mehr, es war Rudi. Menschenskind, was haben sie hier unter den Töpfen unseres Konsuls zu schaffen, während ihr Schiff schon wer weiß wo steckt? Erst jetzt erkannte der Junge den Doktor und ein heller Freudenschein flog über sein Gesicht. Ja, Herr Doktor, ich bin's. Ich bin bei der Ausfahrt über Bord gefallen und wurde, als ich am Wecksacken war, von einem Lotsenkutter aufgefischt und hierher zu unserem Konsul gebracht. Der scheint mir das freilich nicht recht glauben zu wollen. Er denkt wohl, ich hätte dumme Streiche gemacht und sei absichtlich über Bord gesprungen, um von der Usakama wegzukommen, als ob ein Mensch, der seine fünf Sinne zusammen hat, freiwillig in das Haifischwasser springen würde. Mit wachsendem Interesse hörte Gransfeld die Erzählung des Jungen an, der dabei immer mehr aus sich herausging. Unklar blieb die Ursache des Sturzes. Einen Schlag gegen die Schläfen, der ihn betäubte und über Bord warf, wollte Rudi bekommen haben. Ganz plötzlich und unvermutet, obwohl doch außer ihm niemand auf dem Achterdeck war. Gransfeld krauste die Stirn. Er dachte an all das, was er an Bord der Usakama und im Splendid Hotel gesehen, was er in Syod erlebt hatte. Und jetzt dieser Fall hier. Alter Verdacht wurde von Neuem in ihm rege. Rudis Stimme drang an sein Ohr. Unser Konsul will mich auf dem nächsten Dampfer nach Deutschland anmustern lassen. Wer weiß, ob ich da wieder als Stewart ankomme, vielleicht bloß als Kohlentrimmer. Die können sie an Bord immer brauchen. Das wäre scheußlich. Gransfeld war zu einem Entschluss gekommen. Warte hier auf mich, Rudi. Ich werde bald zurück sein. Der Konsul wunderte sich, als Gransfeld sich wieder bei ihm melden ließ. Ah, Sie, Herr Doktor, was verschafft mir die Ehre Ihres nochmaligen Besuches? Wollen Sie trotz meinem Abraten doch noch etwas unternehmen? Nein, Herr Konsul, eine andere Sache führt mich zu Ihnen. Durch Zufall treffe ich da draußen den kleinen Stewart von der Usakama. Er hat mir seine Geschichte erzählt. Was halten Sie davon? Der Konsul zuckte die Achseln. Die Geschichte kann wahr sein, Herr Doktor. Sie kann aber auch nicht wahr sein. Wir sind hier dicht bei Arabien, dem Lande der Märchenerzähler. Da darf man nicht alles glauben. Herr Konsul, was sollte der Junge für einen Grund zum Schwindeln haben? Weiß ich nicht, Herr Doktor. Offen gesagt, es interessiert mich auch nicht. Wenn Sie hier einmal ein Jahr lang auf meinem Stuhl gesessen hätten, wären Sie auch ein Skeptiker. Jeden Monat kommen Seeleute zu mir, die irgendwie ihr Schiff verpasst oder sonst wie verloren haben und beanspruchen meine Hilfe. Nach Gerade kennt man die Sache und wird abgebrüht. Was wollen Sie mit dem Jungen machen? Ihn mit dem nächsten Dampfer nach Hause schicken. Weil er noch minderjährig ist, habe ich ihn bei mir in die Küche gesteckt. Da kann er sich nützlich machen. Armer Rudi, man scheint hier nicht viel Wert auf deine Anwesenheit zu legen, dachte Gransfeld bei sich. Laut fuhr er fort. Ich wäre nicht abgeneigt, Herr Konsul, den Jungen in meine Dienste zu nehmen und würde ihn dann auch nach Deutschland bringen. Bereitwillig ging der Konsul auf diesen Vorschlag ein. Noch viel erfreuter aber war Rudi, als Gransfeld ihn ins Zimmer rief und ihm seinen Entschluss mitteilte. Hinaus aus der engen heißen Küche, in der er sich seit Tagen so lang weilte, als Diener bei dem Doktor, der ihn von Anfang an so anständig behandelt hatte. Nur mit Mühe unterdrückte er in dem Amtszimmer einen Freudensprung, umso ausgelassener waren seine Bewegungen nachher auf der Treppe. Bis zur Haustür ließ Gransfeld Ordnung. Sei vernünftig, Rudi, jetzt ist's genug, jetzt gehen wir erst einmal in den Laden, dass du wieder passende Kleider auf den Leib bekommst. In der Kluft, da kann ich mich mit dir im Splendid Hotel nicht sehen lassen. Als Gransfeld eine Stunde später ins Hotel kam, befand sich in seiner Begleitung ein gut angezogener junger Mann, der sich dem Range des Hotels angemessen ruhig, sitzam und unauffällig benahm. Die Plätze auf der Varana hatte Gransfeld belegt. Für die drei Tage, die sie bis zum Abgang des Schiffes noch in Port Said bleiben mussten, brachte er Rudi im obersten Stock des Hotels unter, in dem sich die Dienerzimmer befanden. Als Dr. Gransfeld allein in seinem Zimmer saß, fragte er sich selbst, wie er zu dem plötzlichen Entschluss gekommen war, Rudi in seine Dienste zu nehmen. Irgendeine äußere Notwendigkeit lag nicht vor, kaum, dass er ihm einigermaßen Beschäftigung geben konnte, indem er ihm die Sorge für seine Kleidung und das Gepäck übertrug und ihn hier und da Gänge in die Stadt machen ließ. Dennoch hatte er dies plötzlich wie eine Notwendigkeit empfunden. Damals in der Küche des Konsuls war's, wo Rudi ihm seine Geschichte erzählte, seinen Sturz in die See, als er von dem heimtückischen Schlag sprach und dabei Rasati den Levantiner erwähnte, da war es Kranzfeld einen Augenblick lang gewesen, als ob er mit Hilfe des Jungen den Vorhang heben, die Gestalten, die dahinter ein dunkles Spiel trieben, entlarven könne. Von einer Verbindung zwischen dem Levantiner und jenem Holländer, der Namen und Gestalt wechselte, hatte Rudi gesprochen. Den Holländer hatte er selbst mit dem Griechen zusammengesehen. Der Grieche war der letzte gewesen, der seinen Onkel lebend gesprochen hatte. Das war eine ganze Reihe von verdächtigen Personen und geheimnisvollen Zusammenhängen. Einen Augenblick glaubte er sie zu übersehen, im nächsten war alles wieder unklar und verschwommen. Dennoch schien es nicht wie eine Kette, die sich von Geheimnis zu Geheimnis spannte. Eine Kette, von der er nur wenige Glieder undeutlich geschaut hatte, deren Enden sich im Nebel verloren. Gransfeld strich sich über die Stirn, als wolle er die drückenden Gedanken verscheuchen. Am Ende waren es nur Hirngespinste, leere Vermutungen, mit denen er sich grundlos plagte. Ah, bah, weg damit, schließlich blieb's immer noch ein gutes Werk, wenn er den Jungen mit in die Heimat nahm. War ihm nicht eben erst unvermutet eine reiche Erbschaft zugefallen, die es ihm erlaubte, unbedenklich solche Werke zu tun? Während Gransfeld diesen Gedanken nachhing, unterhielt sich Rudi auf seine Weise. Ein herrliches Leben war das mit 18 Jahren und wenig Dienst in einer schönen fremden Stadt. Schnell hatte er sich mit den anderen Bewohnern seines Stockwerks angefreundet und ganz besonders mit Bele Tarantula, dem Dolmetscher des Hotels. Das war auch ein Levantiner, aber von angenehmerer Art als Rudis verflossener Chef. So oft er Gäste des Hotels durch Port Said zu führen hatte, nahm er Rudi mit, das Sprachgeschick seines neuen Freundes zu bewundern. In einem Dutzend verschiedener Mundarten, je nach Nationalität der Reisenden, erklärte Tarantula die Sehenswürdigkeiten der Stadt und schon ab dem zweiten Tage glaubte Rudi sie in und auswendig zu kennen. Mit einer Mischung von Staunen und Ehrfurcht aber betrachtete er die Trinkgelder, die diese Führertätigkeit dem sprachkundigen Levantiner Eintrug Nach der Arbeit des Tages liebte Tarantula ein munteres Spielchen. Auch heute am Abend des zweiten Tages saß er in seinem Zimmer mit drei Genossen bei Wein und Karten. Rudi kiebitzte dabei, Könige und Asse flogen auf den Tisch, Geldstücke rollten hin und her, die Gläser wurden leer und ebenso oft wieder frisch gefüllt, bis der Stoff knapp wurde. Suchend sah sich Tarantula, der gerade ein neues Spiel in der Hand hielt, im Zimmer um. Hey Rudi, geh mal an meinen Schrank, da drin müssen noch ein paar Flaschen Samus stehen, bring sie her. Rudi tat wie ihm befohlen, der alte, geräumige Schrank war mit allerlei Kleidern dicht vollgehängt, bis zur Schulter musste der Junge mit dem Arm zwischen die Kleidungsstücke fahren, um irgendwo im Hintergrund die gewünschten Flaschen zu erfassen. Jetzt füllte er eine und zog sie heraus. Er steckte den Arm wieder zwischen die Kleider, um die anderen zu suchen, da spürten seine Finger etwas anderes. Leinwand, weich, nachgiebig, so eigenartig, als ob noch Gummistoff unter der Leinwand wäre. Augenblicklich kam ihm seine Entdeckung in der Kabine Rasatis in Erinnerung. Die Beutel damals unter der Kojendecke hatten sich auch so angefühlt. Er fuhr mit der linken in den Schrank und brachte eine Flasche nach der anderen zum Vorschein, während er mit der rechten weitertastete. Kein Zweifel, da hielt er ebenso einen Beutel wie damals in der Kabine Rasatis. Jetzt fühlte er noch eine ganze Reihe gleichartiger Säckchen daneben. Go on, boy, depêche vous, s'il vous plaît, avante, mia caro, ein bisschen fix, Rudi, wir verdursten hier, traf ihn die Stimme Tarantulas. Schnell holte er auch mit der rechten noch eine Flasche heraus, schloss den Schrank und machte sich daran, die neue Batterie aufzubauen und zu entkorken. Spiel und Trunk nahmen ihren Fortgang. Rudi hielt es für zweckmäßig, weiter in der Gesellschaft zu bleiben. Ein plötzlicher Aufbruch jetzt, sagte er sich, könnte möglicherweise irgendeinen Verdacht erwecken. Aber seine Gedanken waren nicht mehr bei dem Spiel, seine Neugier war erregt. Die Beutel da in dem Schrank gingen ihm nicht aus dem Sinn. Irgendwie, das stand fest bei ihm, musste er hinter dieses Geheimnis kommen. Noch als er sein Lager aufsuchte, verfolgte ihn dieser Gedanke. Am folgenden Vormittag nahm Dr. Gransfeld Rudis Dienste stark in Anspruch. Die Koffer mussten fertig gepackt werden, denn schon gleich nach Tisch sollte sie das Hotel Auto an Bord der Varana bringen. Mit Eifer war Rudi beim Packen und zeigte, was er auf diesem Gebiet gelernt hatte. Geschwind und geschickt legten seine Finger die Kleidungsstücke in die richtigen Falten und brachten sie in einem Mindestmaß von Raum unter. Bald konnte er die letzten Riemen zuschnallen und seinem Herrn die Kofferschlüssel übergeben. Dann fuhr er im Lift nach oben, um seine eigenen Habseligkeiten Reise fertig zu machen. Während er durch den Gang zu seinem Zimmerschritt kamen ihm die Beutel in Tarantulas Schrank wieder in den Sinn. Die Gelegenheit war günstig. Der Dolmetscher war jetzt mit einer größeren Gesellschaft in der Stadt und würde kaum vor der Essenszeit zurückkommen. Fraglich war es nur, ob sein Zimmer offen oder verschlossen war. Rudi ging den Flur weiter bis zu der Tür. Sie stand halb offen und er schlüpfte in das Zimmer. Ein wenig einladendes Bild bot sich ihm hier. Auf dem Tisch sah man noch die Spuren des gestrigen Gelages, benutzte Gläser, Weinflecke und Reste von Tabakasche. Vor dem Bett stand ein Eimer. Ein nasser Lappen lag daneben, ein Schrupper lehnte gegen das Bett. Rudi übersah die Lage. Das Zimmermädchen mit der Säuberung des Zimmers beschäftigt, war offenbar irgendwie abgerufen worden und konnte jeden Augenblick zurückkommen. Eile tat Not. Schnell sprang er zu dem Schrank, öffnete die Tür und beugte sich tief hinein, um nach einem Beutel zu greifen. Da hörte er Schritte auf dem Gang. Nur der eine Gedanke hatte in ihm Raum, sich hier nicht finden lassen. Der geräumige Schrank bot Platz. Er huschte hinein, zog die Tür hinter sich zu und zwängte sich in eine Ecke hinter die Kleidungsstücke. Kaum war die Schrank. dies geschehen, als ihm das verkehrte seiner Handlungsweise klar wurde. Kam jetzt das Zimmermädchen zurück, dann konnte er hier mindestens eine halbe Stunde stecken, bis sie mit dem Aufräumen fertig war und wenn sie nachher die Stubentür abschloss, saß er erst recht in der Falle. Doch schon war es zu spät. Er hörte die Zimmertür aufgehen und vernahm Schritte auf der Diele. Schritte, die für ein Zimmermädchen viel zu schwer waren. Wer kam da? Das Herz schlug Rudi bis in den Hals. War es etwa Tarantula? Kam dieser doch schon früher zurück? Rudi begann sein Abenteuer zu verwünschen. So eng wie möglich schmiegte er sich an die Hinterwand des Schrankes und zog die vor ihm hängenden Kleider zusammen. Immer näher kam das Knarren der Dielen. Er hörte, wie jemand nach dem Schrankschlüssel griff, hörte, das Blut drohte ihm zu stocken, die Stimme Tarantulas, der vor sich hin schimpfte, weil der Schrank nicht verschlossen war. Ein schwacher Lichtschein drang in Rudis Augen. Durch eine schmale Lücke zwischen den Kleidungsstücken konnte er beobachten, wie Tarantula sich bückte, in den Schrank griff und einen jener Beutel herausnahm. Ohne die Schranktür wieder zu schließen, ging er zurück und nahm aus der Tischschublade ein dutzend kleiner Pappschachteln. Nun öffnete er den Beutel, füllte die Schachteln daraus mit einem weißen Pulver und ließ sie in seinen Taschen verschwinden. Sorgfältig schnürte er danach den Beutel wieder zu und stellte ihn in den Schrank zurück. Die Tür knarrte. Um Rudi wurde es wieder dunkel. Er hörte, wie der Schrankschlüssel im Schloss umgedreht wurde. Die Schritte entfernten sich und verklangen auf dem Flur. Gefangen, im Schrank eingeschlossen, eine abscheuliche Geschichte. Langsam wurde Rudi seiner Aufregung Herr. Allmählich begann sein Herz wieder ruhiger zu schlagen. Gefangen? Ah, bah, er war nicht der Mann danach, sich in einem alten, wackeligen Schrank fangen zu lassen. Seine Rechte griff in die Hosentasche und holte ein kräftiges Messer heraus. Er schob sich durch die Kleidungsstücke nach vorn und öffnete die Klinge. Ein feiner Lichtstreif verriet in die Türspalte. Dicht unter dem Schlossriegel schob er die Klinge in den Spalt. Ein kurzer Ruck, krachend ging die Tür auf. Mit einem Satz sprang Rudi aus dem Schrank und warf die Tür zu. Tief aufatmend stand er einen Augenblick im Zimmer und blickte sich nach allen Seiten um. Mechanisch klappte er das Messer wieder zu und ließ es in der Tasche verschwinden. Dann warf er einen Blick in den Flurgang. Weit und breit war niemand zu sehen. Sollte er jetzt unverrichteter Dinge abziehen, das Abenteuer aufgeben, nachdem das Schlimmste vorbei war? Nein, nun gerade nicht. Der Sicherheit halber drückte er die Zimmertür ins Schloss. Dann machte er den Schrank wieder auf und griff sich einen Beutel heraus. Nun tat er genau das, was er eben bei Tarantula gesehen hatte. Er holte sich auch eine Pappschachtel aus dem Tischkasten, füllte sie mit dem weißen Pulver und steckte sie in die Tasche. Dann band er den Beutel zu, stellte ihn zurück und schloss den Schrank. Als er in sein Zimmer zurückkehrte, sah er am anderen Ende des Flures das Stubenmädchen herankommen. Keine Minute zu früh, dachte er, als er das eben erbeutete Schächtelchen zusammen mit anderen Dingen in seinen Koffer packte. Seit drei Tagen war die Varana in See. Drei Tage zählen am Bord eines Schiffes so viel wie drei Monate auf dem Lande. Reisebekanntschaften waren geschlossen worden und schon begannen die Fahrgäste sich wie eine große Familie zu fühlen. Gransfeld hatte in Dr. Krone, dem Arzt der Varana, einen Studienfreund aus seiner Tübinger Zeit getroffen und die alte Bekanntschaft wurde wieder aufgefrischt. Am Nachmittag schlug das Wetter um. Eine eisige Bohrer peitschte das Meer und machte den Aufenthalt auf Deck ungemütlich. Ein Teil der Fahrgäste verschwand mit spitzen Nasen und grünen Gesichtern in ihren Kabinen. Weißt du, Gransfeld, meinte Dr. Krone, das wird ein richtiges Grockwetter. Komm mit in meine Kabine. Dein Boy kann für das nötige heiße Wasser sorgen. Einen erstklassigen Rum und auch Zucker habe ich auf Lager. Da können wir gemütlich plaudern. Gransfeld nahm dankend an und bald saßen die beiden im Gespräch hinter dampfenden Gläsern. Alle Wetter, Krone, du wohnst ja fürstlich. Außer deiner Kabine hast du noch den großen Raum hier mit der ganzen Einrichtung, einen Operationstisch und eine vollständige Bordapotheke. Mancher Kollege auf dem Lande könnte dich darum beneiden. Was hast du denn da noch? Das sieht ja ganz nach Laboratorium aus. Krone nickte. Richtig geraten, alter Schwede. Das ist so ein kleiner Sport von mir. Manche Leute behaupten, dass ein Schiffsdoktor sich bloß auf Knochenbrüche zu verstehen brauche. Aber ich sage dir, gerade die Schiffspraxis zwischen drei Weltteilen bringt hochinteressante Fälle. Doch muss man natürlich mit den neuesten Errungenschaften vertraut sein, wenn man Gewinn daraus ziehen will. So muss man bei ansteckenden Krankheiten zum Beispiel Bakterienkulturen anlegen und mikroskopieren können. Sieh mal das neue Zeiss-Mikroskop. Das ist mein besonderer Stolz. Na, die Reederei weiß auch, was sie an mir hat. Ungeklärte Fälle und überflüssige Quarantänen gibt's bei mir nicht. Was vorkommt, wird richtig diagnostiziert und nach Möglichkeit geheilt. Gransfeld lachte. Du bist doch immer noch der Alte. Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommt man ohne ihr. War ja schon in Tübingen dein Lieblingswort. Aber sage mal, der Glasschrank da an Backbord sieht so nach Chemie aus. Was hast du denn da drin? Alles, mein Lieber, was ein moderner Schiffsarzt braucht, um die an Bord nötig werdenden Analysen selber vornehmen zu können. Gransfeld schwieg und rührte nachdenklich in seinem Grog herum. Warum bist du so schweigsam, Gransfeld? Denkst du, ich übertreibe? Durchaus nicht, Krone. Mir fällt nur ein, du könntest mir mit diesen Hilfsmitteln einen Gefallen erweisen. Aber gern, Gransfeld, wenn es in meinen Kräften steht. Hm, ich erzählte dir von meinem Onkel in Süd. Ein Betäubungsmittel soll bei seinem Tode eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben. Er drückte auf den Klingelknopf. Rudi kam in den Raum. Rudi, in meinem kleinen Kabinenkoffer unten links liegt eine blaue Pappschachtel. Bring mir die einmal her. Rudi ging und kam mit dem Gewünschten zurück. Siehst du, Krone, diese Schachtel fand sich im Schlafzimmer meines Onkels. Von dem Zeug soll er zu viel genommen haben. Kannst du herausfinden, was das ist? Dr. Krone öffnete die Schachtel. Ihr Inhalt bestand aus kleinen weißen Tabletten. Er roch und leckte daran. Hm, sieht weiß aus, schmeckt bitter, ist fast geruchlos. Das ist irgendetwas aus der Hexenküche der Theachemie. Hast du eine Vermutung, was es sein könnte? Ich weiß nur, dass es ein schmerzlinderndes und in größerer Menge tödlich wirkendes Mittel sein soll. Dr. Krone schüttelte den Kopf. Sehr erschöpfend ist deine Auskunft gerade nicht. Da bleibt uns die ganze ungeheure Menge der verschiedenen Ine, Ide und Xyle, die von der chemischen Industrie erzeugt werden. Wir müssen halt probieren. Er ging mit der Schachtel zum Chemieschrank. Gransfeld folgte ihm und sagte dabei, mir ist so, als ob der englische Kollege in Syrth von Heroin gesprochen habe. Krone pfiff durch die Zähne. Warum sagst du das nicht gleich? Das kann die Sache ganz wesentlich vereinfachen. Er nahm ein Reagenzglas, füllte es aus einer der Flaschen, schabte von einer der Tabletten ein wenig Pulver hinein und rührte mit einem Glasstab um. In wenigen Sekunden färbte sich die Flüssigkeit rot. Sieh da, sieh da, Timotheus. Ist Heroin verdächtig. Noch eine zweite Probe und wir werden es sicher wissen. Aus mehreren Flaschen stellte Dr. Krone mit Hilfe von Mensurgläsern eine neue Flüssigkeit zusammen und rührte sie gut durcheinander. Sei so gut, Gransfeld, und halte das Glas und nun gib acht. Er griff nach der Tablette und dem Messer. Wenn die Geschichte sich jetzt olivgrün färbt, dann ist mit Sicherheit Heroin. Mit dem Messer begann er an der Tablette zu schaben, während Gransfeld mit dem Glasstäbchen umrührte. Fast augenblicklich färbte sich die Lösung grün. Prüfend hielt Krone sie gegen das Licht. Jeder Zweifel ist ausgeschlossen, Gransfeld. Es ist bestimmt Heroin. Nebenbei bemerkt, reicht die Menge hier aus, um ein Dutzend Menschen ins Jenseits zu bringen. Irgendwelche vorschriftsmäßige Rezeptur oder Fabrikmarke ist auch nicht auf der Schachtel. Wie ist dein Ohrheim zu diesem Zeug gekommen? Gransfeld zuckte die Achseln. Das möchte ich auch gerne wissen. Krone spülte seine Reagenzgläser aus und setzte sich wieder an den Tisch. Rudi wurde hereingerufen und musste dann die Gläser noch einmal füllen. Jetzt mimst du den Schweigsamen, sagte Gransfeld. Worüber denkst du denn nach? Krone nahm einen Schluck aus seinem Glas und begann dann zu sprechen. Manchmal kommen mir Zweifel, Gransfeld, ob wir Ärzte noch ein Recht haben, uns Wohltäter der Menschheit zu nennen. Alle diese modernen Narkotika, Morphium, Kokain, Heroin und so weiter. In unseren Händen sind sie ein linderndes Mittel, die den Kranken unendliche Leiden ersparen. In den Händen von gewissenlosen Menschen, sagen wir ruhig von Verbrechern, drohen sie eine Geißel für die Menschheit zu werden. Was helfen die strengsten Vorschriften über den Verkehr mit diesen Mitteln, wenn habgierige Banden sich darüber hinwegsetzen und das Gift skrupellos unter die Leute bringen? Gransfeld unterbrach seinen Kollegen. Du urteilst wohl zu schroff, ich habe auch manches über den geheimen Rauschgifthandel gehört, aber du kannst uns Ärzte doch nicht dafür verantwortlich machen. Vielleicht doch, Gransfeld, nur allzu leicht gewöhnen sich die Patienten, denen wir damit Linderung verschaffen an diese Mittel. Sind sie nachher unserer Obhut entzogen, dann können sie dem verderblichen Drange nicht widerstehen und fallen den Rauschgifthändlern in die Hände. Damit aber ist ihr Schicksal besiegelt, unaufhaltsamer, körperlicher und geistiger Verfall ihr los. Es klingt vielleicht hart, wenn ich es sage, aber dein Onkel hat nach meiner Meinung noch Glück gehabt, dass er solchem Ende durch einen plötzlichen Tod entgangen ist. Du magst recht haben, Krone, aber auch hier muss der alte Satz gelten, dass der Missbrauch den Gebrauch nicht ausschließt. Willst du etwa auf alle diese Mittel verzichten und deine Patienten unnötige Schmerzen erdulden lassen, nur weil gewissenlose Menschen mit diesen Mitteln Missbrauch treiben? Das nicht, aber... Krone stockte einen Augenblick und fuhr sich nachdenklich über die Stirn. Wir müssten die Patienten doch während der Behandlung so gründlich von diesen Mitteln entwöhnen, dass sie später gar nicht mehr in Versuchung kommen können. Ich habe da gewisse Pläne, Kranzfeld. Die Serumtherapie könnte uns, glaube ich, eine Möglichkeit geben, die Patienten gegen alle späteren Versuchungen gefeit zu machen. Der gegenwärtige Zustand ist jedenfalls unhaltbar. Weit mehr als die Hälfte alles erzeugten Morphiums wird nicht von der ordentlichen Heilkunde, sondern von Leuten verbraucht, die dem Gift verfallen sind. Noch schlimmer sieht es mit dem Kokain, dem Heroin und anderen Mitteln aus. Die Dämmerung sank langsam herab, während die beiden Ärzte im Gespräch über diese für die Volksgesundheit so wichtige Frage zusammensaßen. Interessiert betrachtete Kranzfeld das Zahlenmaterial, das Krone zur Unterstützung seiner Behauptungen herbeibrachte. Erstaunt hörte er an, was ihm dieser von dem internationalen Händlertum zu erzählen wusste. Gut organisierte, mit reichen Geldmitteln ausgestattete Banden sollten es sein, die sich die Gifte durch Bestechung, Diebstahl und andere ungesetzliche Mittel in großen Mengen verschafften, um sie mit ungeheurem Gewinn an die unglücklichen Opfer zu verschachern. Erst als der Gong zum Diener rief, fand die Unterhaltung ein Ende. Öfter als einmal war Rudi während des Nachmittags in die Kabine von Dr. Krone gerufen worden und hatte auch die interessanten Experimente mit der roten und grünen Flüssigkeit mit angesehen. Was er dabei aufschnappte, war geeignet, seine niemals schlummernde Neugier mächtig zu erregen. Was hatten sich die beiden da drinnen erzählt? Es gab also Leute, die auf solche Tabletten und Pölverchen so versessen waren, wie ein anderer Mensch etwa auf Schokolade oder ein gutes Glas Wein? Das war ja eine ganz merkwürdige Sache. Noch während er das dachte, war Rudi aus der Koje geklettert und an seinen Koffer gegangen. Jetzt hielt er die Schachtel, die er damals dem Dragoman weggenommen hatte, offen in der Hand. Sollte er? Sollte er nicht? Ach was, probieren geht über studieren. Ein Löffel war nicht bei der Hand. Kurz entschlossen schüttete er sich aus der Schachtel eine Portion von dem Pulver auf die Zunge und begann darauf zu kauen und zu schlucken. Pui Teufel, wie ekelhaft schmeckte das Zeug. Galle bitter und sauer durcheinander. Schweißperlen traten ihm auf die Stirn. Er spuckte Griff nach der Karaffe und stürzte ein Glas Wasser hinunter. Immer noch blieb der niederträchtige Geschmack im Munde. Erst ein zweites Glas, das er in kleinen Schlucken trank, befreite ihn davon. Er schüttelte sich. Alle Wetter war das ein Reinfall. Die Leute, die daran Geschmack fanden, konnten ihm leid tun. Ein ordentliches Stück Schokolade war da doch eine viel bessere Sache. Groch in die Koje und fiel fast augenblicklich in einen tiefen traumlosen Schlaf. Die Vormittagssonne schien bereits durch das Bullauge, als die Stimme Granzfelds den Jungen in die Wirklichkeit zurückrief. Rudi, was ist mit dir los? So die Zeit zu verschlafen, sonst lässt du doch das Frühstück nicht aus. Er sah Rudi, der sich schlaftrunken aufzurichten versuchte, schärfer an. Grün-Gelb sah dieser im Gesicht aus. Junge, bist du seekrank? Granzfeld warf einen Blick durch das Bullauge. Unsinn, die See ist der Spiegel glatt. Menschens Kind, sprich endlich, bist du krank? Mühsam kam Rudi mit dem Oberkörper in die Höhe. Ein wütender Kopfschmerz hämmerte in seinem Schädel. Jedes einzelne Haar tat ihm weh. Die ganze Welt schien sich um ihn zu drehen. Dazu verspürte er eine scheußliche Übelkeit. Er griff nach der Karaffe und nahm einen Schluck Wasser. Inzwischen griff Granzfeld nach Rudis Puls. Er ging matt und unregelmäßig. Lamentatio felium gigantea, stellte Granzfeld bei sich fest und fuhr den Jungen dann an. Bengel, du hast einen überlebensgroßen Kater. Du musst gestern Abend schandbar getrunken haben. Mit wem hast du dich denn noch herum getrieben? Bei den Vorwürfen Granzfelds sagte Rudi wieder wie ein Häuflein Elend in die Koje zurück und presste die Hände gegen die schmerzenden Schläfen. Ein heulendes Elend überwältigte ihn. Stoßweise von Schlucken und Schluchzen unterbrochen kamen die Worte aus seinem Munde. Doktor, ich habe nichts getrunken, ich habe von dem Pulver gekostet. Pulver? Von welchem Pulver? Von dem Rauschpulver, Herr Doktor. Einen Augenblick dachte Granzfeld an seine Schachtel, doch die befand sich ja unter sicherem Verschluss. Rauschpulver? Rauschpulver, Junge, ich verstehe dich nicht, wie kommst du an das Rauschpulver? Im Splendid Hotel, der Dragoman hatte welches, da habe ich mir heimlich was, heimlich etwas genommen. Stück für Stück holte Granzfeld aus dem Jungen die Geschichte heraus und nahm das Schächtelchen an sich. Bleibe vorläufig in deiner Koje, Rudi, ich werde dir nachher ein Mittel gegen deinen Kater geben, bis dahin bereue deine Sünden und versprich mir nie wieder an solchem Teufelszeug zu lecken. Niemals wieder, Herr Doktor, ganz gewiss, niemals wieder, rief Rudi stöhnend, als saß dieser wieder mit Krone zusammen. Auch dieses Pulver hatte sich bei der Analyse als Heroin erwiesen. Du siehst, Granzfeld, wie die ganze Welt von den Rauschgiftpiraten verseucht wird. Der Dragoman eines großen Hotels, der im Laufe eines Jahres mit vielen wohlhabenden Gästen zu tun hat, einen besseren Mittelsmann für ihr unsauberes Geschäft, können die Kerle nicht finden. Der sieht es jedem schon an der Nasenspitze an, ob er als Kunde in Betracht kommt und verkauft es ihm zu sündhaften Preisen. Man müsste dem Burschen das Handwerk legen, fuhr Kranzfeld auf. Krone zuckte die Achseln. Hat wenig Zweck, Kranzfeld, wenn man nicht die ganze Organisation fassen und vor allen Dingen die Quellen verstopfen kann, aus denen die Bande ihre Ware bezieht, dann nutzt das wenig. Er ging zu dem Apothekenschrank und kam mit einer Arznei zurück. Hier, dieses Mittelchen gib erst mal dem Jungen, damit ihm besser wird. Wir können später noch über die Sache sprechen. Als Rudi am Nachmittag wieder erwachte, hatte das Mittel Krones seine Schuldigkeit getan. Er war im Stande aufzustehen und auf Deck zu kommen. Kranzfeld nahm ihn beiseite. Lass dir das eine Lehre sein, Rudi. Gewissensbisse darüber, dass du dem Tarantula das Pulver weggenommen hast, brauchst du dir nicht zu machen. Der Kerl ist sicher ein großer Halunke. Für die Zukunft aber Vorsicht Rudi und Verschwiegenheit. Nicht nur in der See gibt's Haifische, auch anderswo. Zweibeinige Haifische, mein Junge. Eine Probe davon, wie gefährlich sie sind, hast du auf der Usakama bekommen. Halte die Augen offen. Wenn du etwas Verdächtiges entdeckst, vertraue es mir an, aber mir allein, zu allen anderen schweige darüber. Rudi versprach, was Gransfeld von ihm forderte. Nach dem Lunch machte es sich Gransfeld in einem der Liegestühle auf Deck bequem, aber jene behagliche Ausspannung, die sich sonst im Verlaufe einer mehrtägigen Seereise einzustellen pflegt, blieb im Fern. Allzu sehr gingen ihm die Erlebnisse der letzten Woche durch den Kopf. Immer wieder musste er an den Holländer und an den Griechen im Splendid Hotel denken, nicht ausgeschlossen, dass sie die Lieferanten des Dragomans waren, höchst wahrscheinlich auch, dass der Ehrenmann Rassati mit ihnen unter einer Decke steckte, Morten der Lange Schotte gehörte sicher zu der Bande. Eine erbauliche Reihe von Zeitgenossen war das ja. Außer Zweifel stand für Gransfeld auch, dass der Grieche seinem Onkel das verhängnisvolle Narkotikum geliefert hatte. Doch wer hatte die Statuette des Setos gestohlen? Der Grieche? So oft ihm der Gedanke kam, verwarf ihn Gransfeld wieder. Zu wertvoll war dieses Kunstwerk. Wenn es irgendwo auf dem Markte auftauchte, musste es Aufsehen erregen und Nachfragen nach der Person des Verkäufers veranlassen. Würde ein Mitglied der Bande etwas derartiges wagen? Ein Mensch, der das größte Interesse daran haben musste, im Verborgenen zu bleiben? Das war unwahrscheinlich. Doch wer anders als Megastopolus konnte die Statuette genommen haben? Nur der Grieche war bei seinem Onkel gewesen. Gransfeld griff sich an die Stirn. Blitzartig kam ihm ein Gedanke. Die Dummheit, die große Dummheit, die jeder Verbrecher einmal macht. War es das? Hatte der Grieche gestohlen, trotzdem er dadurch die Gefahr einer Entdeckung herauf beschwor? Die Stimme Rudis riss ihn aus seinen Gedanken. Was bringst du, Junge? Rudi beugte sich dicht zu ihm und sprach flüsternd. Ich war mit dem Bootsmann im Laderaum. Die Koffer von Morten und dem Holländer auf der Usakama sind wieder hier an Bord. Ich habe sie unten gesehen. Gransfeld schüttelte den Kopf. Einbildung Rudi. Ein moderner Koffer sieht aus wie der andere. Von solchen Koffern gibt's Tausende. Die werden nicht gerade für Morten und von Holsten eigens gemacht. Er hielt inne. Unwillkürlich kam ihm bei den Worten eigens gemacht ein neuer Verdacht. Eigens gemacht? Las man nicht oft genug in den Zeitungen, dass diese Händler sich Koffer mit doppelten Wänden und Böden anfertigen ließen, durch triebene Machwerke, in denen sie die Rauschgifte von Land zu Land schmuggelten? Rudi versicherte, dass er sich bestimmt nicht täusche. Er erzählte, dass ihm gerade diese Koffer schon auf früheren Fahrten aufgefallen seien. Manchmal im Gepäck von Leuten, die nach Port Said fuhren, dann wieder im Gepäck von anderen, die von Port Said zurück kamen. Als der Junge geendet, fragte Gransfeld, weißt du denn überhaupt, zu wem die Koffer jetzt gehören? Nein, Herr Doktor, sie liegen ganz unten zwischen dem Hamburger Gepäck. Ich konnte die Schilder nicht sehen. Hamburger Gepäck? Gransfeld sprang von seinem Stuhl auf. Bist du ganz sicher, dass die Koffer nach Hamburg gehen? Bestimmt, Herr Doktor, das Gepäck ist im Laderaum nach den Häfen geordnet. Das für Genua liegt zu Oberst, das für Hamburg ganz unten. Hm, Rudi, wir gehen in Genua nicht an Land. Wir fahren bis Hamburg weiter. Die Leute, zu denen die Koffer jetzt gehören, müssen an Bord sein. Sperre deine Augen auf, aber halte deinen Mund. Gransfeld begab sich zum Zahlmeister, um seine Fahrkarten bis Hamburg verlängern zu lassen. Durch Mittelmeer, Atlantik und Nordsee ging die Fahrt. In mancherlei afrikanischen und europäischen Häfen legte die Varana an. Als sie Rotterdam den letzten Hafen vor Hamburg verließ, lagerten die verdächtigen Koffer noch an ihrem Platze. Aber trotz allen Anstrengungen war es Rudi nicht gelungen, etwas über ihre Eigentümer in Erfahrung zu bringen. Gransfeld vertröstete ihn, während der Zollabfertigung in Hamburg müssen die Besitzer notgedrungen bei ihren Koffern sein, da pass scharf auf, da können sie uns nicht entgehen. Im Morgengrauen passierte die Varana Cux Hafen und fuhr elbaufwärts. Am frühen Nachmittag lief sie mit halber Maschinenkraft in den Hamburger Hafen ein. Der Tender kam längsseit und übernahm die Reisenden und ihr Gepäck. Ein buntes Durcheinander herrschte auf dem kleinen Schiff. In dem Gewimmel vermisste Gransfeld plötzlich seinen Begleiter. Vergebens blickte er suchend nach allen Seiten. Schon schob sich der Tender an den Zollkai heran. Wenige Minuten noch, dann würde die Landungsbrücke fallen. Da spürte Gransfeld ein Zupfen am Ärmel. Als er sich umdrehte, stand Rudi hinter ihm. Ich hab's, flüsterte er. Eine Rumänin, Frau Helena Dimitriscu reist mit den Koffern. Die große schlanke Dame da vorn an Backbord neben den beiden Matrosen. Bravo, Junge, wie hast du das so schnell herausbekommen? War ein glücklicher Zufall, Herr Doktor. Ich hatte mich an die Koffer gemacht und eben den Namen gelesen. Da kam eine Dame heran, gab einem der Matrosen ein Trinkgeld und zeigte dabei auf die beiden Koffer. Na, da war's ja sonnenklar. Gut, Rudi, bist du auch vorsichtig gewesen und nicht etwa irgendwie aufgefallen. Keine Spur, Herr Doktor, nahe dabei lagen unsere Koffer. Die habe ich einem anderen Matrosen gezeigt und ihm ein Trinkgeld gegeben. So war die Sache doch ganz unauffällig. Hoffen wir, mein Junge, sagte Gransfeld. Der Tender machte am Kai fest. Laufbrücken wurden auf das Deck geschoben, Reisende und Gepäck kamen in die große Zollhalle. In alphabetischer Reihenfolge nach den Namensschildern wurden die Gepäckstücke von den Trägern auf den langen Tischen ausgelegt. D ist von G nicht weit im Alphabet entfernt. So blieb Gransfeld in der Nähe der Dimitrisco, während Rudi draußen schon eine Autodroschke mit Beschlag belegte. Diese Vorsicht erwies sich als nützlich, denn die Rumänin wurde von einem Privatauto erwartet und fuhr unmittelbar nach der Zolldurchsicht ab. Folgen sie dem Wagen vor uns, befahl Gransfeld dem Lenker, wir wollen in dasselbe Hotel. Das war verkehrt, wenn sie etwa gar nicht zu einem Hotel fährt, fuhr es ihm im gleichen Augenblick durch den Sinn. Die Fahrt ging nach dem Viertel an der Binnenalster, vor dem Columbia Hotel hielt das Privatauto. Auch Gransfeld mit seinem Begleiter nahm dort Wohnung. Der Jagdeifer war in ihm erwacht. Unwillkürlich fühlte er, dass der Tipp mit den Koffern ihn auf der einmal aufgenommenen Spur weiterbringen müsse. Weiter, immer weiter, bis sich an ihrem letzten Ende vielleicht die Statuette des Setos wiederfand. Die Augen auf Rudi, mahnte er den Jungen, pass auf wie ein Schießhund, aber sei vorsichtig. Der Zufall könnte es wollen, dass irgendwer da ist, der dich von früher her kennt. Gransfeld war noch dabei, sich für das Abendessen umzukleiden, als Rudi zu ihm ins Zimmer zurückkam. Herr Doktor, ich glaube, unten im Empfangszimmer den Holländer von der Usakama gesehen zu haben. Gransfeld pfiff durch die Zähne, dann fragte er, den Holländer? Van Holsten? Meinst du etwa den? Ja, ich glaube, er ist es, entgegnete Rudi. Du glaubst? Na Rudi, den Menschen musst du doch genau kennen, von damals auf der Usakama, du weißt doch. Ja, Herr Doktor, gerade darum. Ich denke, ich kenne ihn genau, aber der hier sieht ihm zwar ähnlich und ist doch wieder verändert. Gransfeld schlug ihm lachend auf die Schulter. Wenn er anders aussieht, dann ist er's bestimmt. Rudi starrte seinen Herrn verständnislos an. Der sagte immer noch lachend, das habe ich nämlich schon in Port Said herausbekommen, dass der Holländer Namen und Aussehen nach Belieben wechselt, aber mein Junge, er kennt dich sehr genau und hat dich bestimmt in keiner guten Erinnerung. Verschwinde auf dein Zimmer und lass dir da etwas zu essen geben. Vorläufig Rudi untertauchen, unsichtbar bleiben. Gransfeld selbst ging zum Abendessen in den Speisesaal. Seine Augen brauchten nicht lange zu suchen. Da saß die Rumänin und am selben Tisch mit ihr, gewiss, das war Van Holsten oder Van der Meeren oder wie er sonst heißen mochte. Er war's, wenn er Gransfeld heute auch wieder anders vorkam als bei den früheren Begegnungen. Er hatte eine andere Haartracht, andere Haarfarbe, veränderte Gestalt. Mühen hier haben seit Port Said wieder etwas zugenommen, stellte Gransfeld fest. Nach dem Abendessen saß der Doktor in der Vorhalle. Während er dem Rauch seiner Zigarette nachblickte, wanderten seine Gedanken. Was hatte die ägyptische Reise aus ihm gemacht? Anstatt auf kürzestem Wege zu seiner ärztlichen Praxis zurückzukehren, war er um halb Europa herum gegondelt. Warum? Um ein paar Koffern zu folgen, die ihn im Grunde nichts angingen. Und jetzt saß er hier wie ein Berufsdetektiv, um etwas über die Besitzer dieser Koffer zu ergründen. War es nicht Unsinn, dass er sich auf das Abenteuer eingelassen hatte? Ein Hotelboy trat zu Gransfeld. Herr Doktor, Sie werden am Haustelefon verlangt. Gransfeld ging zum Apparat und hörte die Stimme Rudis. Herr Doktor, die beiden Koffer gehen eben mit dem Fahrstuhl nach unten. Wahrscheinlich werden sie weggebracht. Es ist gut, Rudi, bleibe auf deinem Zimmer, ich werde das selbst besorgen. Er ließ sich von einem Pagen Hut und Mantel holen. Der Pförtner musste ihm eine Autodroschke heranpfeifen, die vorläufig auf ihn warten sollte. Wenige Minuten später brachte der Hausdiener die beiden Koffer durch die Halle zu einem Privatauto. Unmittelbar darauf stieg der Holländer mit der Dame in den Wagen. Folgen, dem Wagen davor uns folgen, bis er irgendwo hält, befahl Gransfeld seinem Chauffeur. Jawohl, Herr Kommissar, antwortete der Mann. Er glaubte, einen Beamten der Hamburger Kriminalpolizei vor sich zu haben. Der Wagen rückte an und kam in Fahrt. An der nächsten Straßenecke sprang eine Gestalt auf das Trittbrett, öffnete die Tür und schlüpfte zu Gransfeld in den Wagen. Rudi, verflixt der Bengel, was fällt dir denn ein? Du sollst doch auf deinem Zimmer bleiben. Ach, Herr Doktor, jetzt ist sehr dunkel. Niemand hat mich gesehen. Ich konnte es auf dem Zimmer nicht mehr während Gransfeld noch brummte, spähte Rudi mit seinen scharfen Augen nach dem voranfahrenden Wagen, zog sein Notizbuch und warf einen Blick hinein. Dieselbe Nummer, es ist derselbe Wagen, Herr Doktor, der die Koffer vom Hafen ins Hotel brachte. Du hast dir die Nummer aufgeschrieben? Sehr verständig, Rudi, für alle Fälle, man kann nicht wissen. Der Fall, den Gransfeld dabei im Sinn hatte, trat schneller ein, als er dachte. In dem Augenblick, als sie den Dammtorwall erreichten, wechselte das Licht der Verkehrsampel. Der fremde Wagen kam noch durch, der Gransfeld musste halten. Es war nur ein Aufenthalt von einer Minute, aber genug, um die Spur zu verlieren. Als die Menge der gestauten Autos wieder in Bewegung kam, war der Privatwagen verschwunden. Vergeblich blieben alle Versuche, ihn wieder zu entdecken. Nach einer Viertelstunde gaben sie das Unternehmen als zwecklos auf. Pech, Rudi, Künstlerpech. Der ist uns durch die Lappen gegangen, da hilft nichts mehr. Aber wir haben doch die Nummer, Herr Doktor. Die Nummer, Junge, ja, du hast recht. Gransfeld ließ den Chauffeur zur Polizeidirektion fahren. Die Auskunft, die er dort erhielt, war amtlich und nüchtern. Der Wagen gehörte einem Herrn Rasmussen in Harveste Hude. Mehr als Namen und Adresse mitzuteilen, hielt der Beamte sich weder für verpflichtet noch für berechtigt. Gransfeld fuhr ins Hotel zurück und ließ sich das Adressbuch geben. Auch dort fand er nur spärliche Auskunft. C.F. Rasmussen Ein- und Ausfuhr Rauch, Waren und Chemikalien. Chemikalien? Nachdenklich stellte Gransfeld das Buch wieder ins Fach zurück. In seinem Arbeitszimmer saß C.F. Rasmussen mit zwei Gästen zusammen. Münherr von Holsten von der einen, Helena Dimitriscu von der anderen Seite sprachen auf den Hausherrn ein, der den Eindruck eines müden und kränkelnden Mannes machte. Nonsens Rasmussen Hochbetrieb das Geschäft blüht unsere Kunden verlangen die Ware sie müssen liefern. Der Hamburger griff nach der linken Brustseite als ob er dort Schmerzen verspüre. Warum zögern Sie mit der Lieferung Herr Rasmussen unterstützte die Rumänin ihren Begleiter wir haben Nachricht dass frische Ware in Gorla verfügbar ist Sie dürfen uns nicht im Stich lassen Rasmussen nahm einen Schluck Wasser und ließ sich in den Sessel zurückfallen Ich bin leidend Frau Dimitrisco Die unaufhörlichen Aufregungen verschlechtern meinen Zustand Ich bin es mir und meinem Kind schuldig auf meine Gesundheit Rücksicht zu nehmen Warum quälen sie mich Quälen rief der Holländer Ein höhnischer Zug spielte um seine Lippen Früher ist es ihnen keine Qual gewesen das Geschäft mit uns zu machen Sie haben gut dabei verdient vielleicht am besten von uns allen Jetzt wo sie ein gemachter Mann sind wollen sie nicht mehr mit tun und uns einfach sitzen lassen Das gibt es nicht Rasmussen Wir haben unser Schäfchen noch nicht im Trockenen und sie müssen Er warf einen Blick auf das Gesicht des Hausherrn und bekam Unangenehm sehr unangenehm wenn der am Ende doch plötzlich zusammenbrach Der Holländer lenkte ein Nehmen Sie Vernunft an Rasmussen Es ist Ihr eigener Vorteil Von uns allen wagen sie am wenigsten dabei Diesmal müssen sie noch mitmachen Unsere Kunden warten Wenn sie wirklich krank sind wird man später ein anderes Abkommen treffen können Mit einem Seufzer erhob sich Rasmussen und ging zu einem Bücherschrank Dort stand unter anderen Klassikern eine vielbändige Goethe-Ausgabe ergriff einen Band heraus und kam damit an den Tisch zurück Das Buch war eine Attrappe In seinem Hohlraum lagen verschiedene Schriftstücke Mit einer matten Bewegung schob er seinen Besuchern einen Brief hin Die Rumänin beugte sich darüber Ihre Augen blitzten während sie langsam wie buchstabierend Zeile für Zeile zu lesen begann Jetzt stockte sie griff nach ihrer Handtasche und brachte ein winziges Notizbuch zum Vorschein Es enthielt den Schlüssel für die Chiffre in der der Brief geschrieben war Während ihr rechter Zeigefinger langsam von Wort zu Wort über den Brief glitt blickte sie hin und wieder in das Buch Sehr gut Sie schob den Brief beiseite und barg das Büchlein wieder in der Tasche Vorzüglicher Rasmussen XC17 schreibt dass große Mengen greifbar sind Sie blickte auf die kraftlose Gestalt des Hamburgers und flüsterte Van Holsten etwas ins Ohr Dieser nickte und wandte sich zu Rasmussen Ich glaube dass sie nicht im Stande sind die Reise zu machen geben sie uns die Einführung an XC17 dann wollen wir es übernehmen Eine Weile zögerte Rasmussen Dann holte er vom Schreibtisch ein Blatt weißes Papier Sein Füllfederhalter raschelte darüber hin Einzelne Buchstabengruppen entstanden auf der weißen Fläche Kein Sprachkundiger hätte ihren Sinn und Inhalt zu deuten vermocht Demjenigen der die Chiffre kannte kündeten sie einen klaren Befehl Rasmussen löschte das Blatt und gab es von Holsten Dieser ließ es in seiner Brieftasche verschwinden Ein kurzer Abschied und Rasmussen war allein in seinem Zimmer Er warf sich in seinen Sessel zurück und presste die Hände an die Stirn Über Jahre flogen seine Gedanken zurück Wie war er in dies Netz verstrickt worden aus dem er sich seit langem befreien wollte und doch nicht zu befreien vermochte Damals in der großen Deflationskrise war es als die angesehensten Häuser wankten kein Kapital war im Lande kein Kunde wollte mehr kaufen Auch er stand vor dem Ruin als die Versucher an ihn herantraten zu raunen und zu locken begannen jetzt ehrliche Geschäfte betreiben unmöglich Rauschgifte ausführen das ist noch ein Geschäft das 1000% Nutzen bringt Für so etwas ist die ganze Welt ein guter Kunde Er hatte gezögert der Versuchung widerstanden aber unaufhaltsam rückte der Tag näher an dem auch sein Haus stürzen musste Da begann er auf die Einflüsterungen zu hören Rauschgifte ausführen Woher sollte man die Ware bekommen Wie einfach war das wenn man sich als Glied in die geheime Organisation einfügte wenn man gehorsam die Weisungen der oberen Stellen ausführte Weisungen die scheinbar ganz harmlos waren wenigstens nichts Ungesetzliches enthielten Wie merkwürdig war die erste Anordnung jener geheimen Zentrale als er schließlich der Versuchung erlegen war An einen Direktor der Gorla Werke den er von früher her kannte hatte er einen Brief zu schreiben dessen Text ihm fertig vorgelegt wurde es war eine einfache Empfehlung für einen Mann namens Henke der durch die schlechte Arbeitslage brotlos geworden war und neue Stellung suchte er hatte den Brief geschrieben und nach kurzer Zeit die Mitteilung bekommen dass seine Empfehlung erfolgreich war seitdem ja seitdem saß Henke in den Gorla Werken und hatte Ware greifbar was in Gorla geschah was dieser Henke dort im Dienste der Organisation trieb das wusste Rasmussen nicht und wollte es auch nicht wissen die ungesetzliche Ausfuhr hatte ihm in den folgenden Jahren reichen Gewinn gebracht und ihm aus allen geltlichen Schwierigkeiten geholfen Chemikalienhandel ein 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 chemikalienhandel war es schon aber ganz anders als er sich das bei der Gründung seines Handels als ehrbarer Kaufmann gedacht hatte ein Ausfuhrhandel der Siegtum und Tod zu vielen Tausenden brachte ein Handel den das Gesetz mit den strengsten Strafen belegte Rasmussen sprang auf er musste sich endlich freimachen von dieser Kette er wollte er musste es sein altes Herzleiden meldete sich immer wieder griff seine Rechte an die Brust er wollte den Rest seines Lebens in Ruhe verbringen mochten die anderen treiben was sie wollten verraten wollte er sie nicht aber freikommen aus dem gefährlichen Getriebe den ersten Schritt dazu hatte er heute mit der Erteilung der Vollmacht getan hoffentlich würde es ihm bald ganz gelingen Gransfeld saß im Lesezimmer des Hotels und blätterte zerstreut in den Zeitungen seine Stimmung war nicht die beste ihn bedrückte der Misserfolg von gestern zwar der Holländer und die Rumänin waren zurückgekommen und wohnten weiter hier aber die verdächtigen Koffer waren verschwunden jagte er nicht am Ende nur einem Trugbild nach er griff nach einer anderen Zeitung und fasste zufällig das Journal de Genève immer noch halb abwesend ließ er seine Augen über die Spalten gleiten da was stand da Genève Musée des Arts wertvolles Angebot was war das eine ägyptische Statuette aus dem dritten Jahrtausend vor Christus war durch einen griechischen Kunsthändler angeboten worden Gransfeld packte die Zeitung mit beiden Händen und brachte sie dicht vor die Augen Wort für Wort las er die Notiz noch einmal Dem Direktor des Museums war die Statuette von einem namhaften seit Jahren auf dem internationalen Markt bekannten griechischen Altertumshändler zum Kaufe angeboten worden Nach allem was Gransfeld von Herrn Megastopoulos wusste und ahnte konnte er ihn sich schwer als einen angesehenen Kunsthändler vorstellen Vielleicht war es die so oft erwähnte Duplizität der Ereignisse die ihm hier eine Möglichkeit vorgaukelte Schließlich gab es ja noch mehr ägyptische Statuetten aus dem dritten Jahrtausend Doch immerhin es war eine Möglichkeit Da stand am Schluss der Notiz noch eine Bemerkung dass der Händler sein Angebot auf 14 Tage aufrecht erhalte 14 Tage Kranzfeld überlegte zwei Wochen eine lange Zeit Bis dahin mussten die Dinge hier jedenfalls irgendwie zu einem Ende kommen Er beschloss die Museumsangelegenheit im Auge zu behalten und nötigenfalls selbst nach Genf zu fahren Auf seinem Zimmer erwartete ihn Rudi Etwas Neues Herr Doktor Die Rumänin will fort Sie ist heute Vormittag auf dem Reisebüro gewesen Woher weißt du das Rudi Weil ich auch auf dem Büro war Ich bin ihr vorsichtig nachgegangen und stand im Gedränge dicht hinter ihr als sie sich eine Fahrkarte nach Gorla besorgte Mit dem D-Zug morgen früh um 9 Uhr 30 will sie fahren Gorla Kranz 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 warf warf sich in einen Klubsessel und schloss sekundenlang die Augen Gorla die Gorla Werke das war einer der großen Konzerne in dem sich Tag ein Tag aus die Wunder der modernen Chemie abspielten aus den Destillationserzeugnissen des unansehnlichen übel riechenden Steinkohleteers entstanden dort die leuchtenden Anilinfarben und die kostbaren Duftstoffe aber auch alle Arzneimittel der Neuzeit ließ die chemische Industrie dort aus dem Steinkohleteer entstehen Arzneimittel mit geschlossenen Augen glaubte Kranzfeld die Spur zu erblicken undeutlich begann sie in Siut führte über Port Said immer klarer werdend nach Hamburg und zog sich wie ein leuchtendes Band nach Gorla weiter sollte er ihr folgen kein Zweifel mehr das Richtige war es er sprang auf seine Gestalt reckte sich sein Entschluss war gefasst verwundert hörte Rudi den sonst so gesetzten Doktor laut vor sich hin pfeifen die Stelle aus Carmen war es auf in den Kampf Torero je brach er ab los Rudi hier hast du Geld geh zum Büro und besorge zwei Plätze wir fahren morgen mit demselben Zug nach Gorla am anderen morgen um 9.30 Uhr verließ der D-Zug mit Gransfeld und Rudi den Hamburger Hauptbahnhof bei der Abfahrt hatten sie die Rumänen nicht zu Gesicht bekommen aber nach den bestimmten Erkundigungen Rudis war es ja sicher dass sie irgendwo in dem Zuge sein musste eigentlich war es ganz gut so wenn sie ihr vorläufig nicht vor die Augen kamen und jede Möglichkeit eines Verdachtes vermieden wurde 3. Die Organisation Kurz nach Tisch empfing Rasmussen den Besuch der Dimitris Kuh Ich bin überrascht sie noch hier zu sehen Ich vermutete sie schon seit Stunden auf der Bahn Er schwieg als er ihre ernste Miene sah und lud sie mit einer Handbewegung ein Platz zu nehmen Aufgeregt aufgeregt zog sie die Handtasche von den Fingern und knüllte sie nervös zusammen Ein Zwischenfall Herr Rasmussen Oh es ist allerlei geschehen Gespannt fragte Rasmussen hoffentlich nichts Ernstes Frau Dimitrisko aber doch es muss ernsthaft sein denn sonst hätten sie ihre Reise nach Gorla nicht verschoben Es ist so ernsthaft Herr Rasmussen dass der Chef deswegen aus England gekommen ist Sitzung findet heute Abend um zehn Uhr am bekannten Orte statt Sie müssen selbstverständlich kommen Während die Dimitrisko sprach schien ihre Nervosität auch auf Rasmussen überzugehen Wissen sie etwas Näheres Frau Dimitrisko können sie mir sagen um was es sich handelt Sie zuckte die Achseln Nichts Bestimmtes mehrere Sendungen sollen entdeckt und angehalten worden sein Rasmussen wurde ruhiger Sendungen angehalten du lieber Himmel das ist schon öfter geschehen deshalb braucht doch der Chef nicht selber herzukommen Es ist nicht nur das Herr Rasmussen Die Schweigsamkeit der Polizei ist beunruhigend Sonst posaunen die Leute jeden kleinen Erfolg aus Diesmal aber es heißt dass die gleichzeitigen Beschlagnahmungen in Port Said Bombay und Shanghai ziemlich bedeutend gewesen sein sollen Diesmal ist kein Wörtchen darüber in den Zeitungen zu lesen Hm Hm Rasmussen schüttelte nachdenklich den Kopf Das allerdings das ist eine merkwürdige Sache Die Dimitrisku fuhr fort Die Geschichte kommt dem Chef nicht geheuer vor Er fürchtet glaube ich dass die Polizei einen großen Schlag vorbereitet und ist hierher gekommen um neue Verhaltungsmaßregeln zu geben Sie wissen dass in solchen Fällen unsere alte Taktik Näher rückten die beiden jetzt zusammen und sprachen nur noch mit gedämpfter Stimme Erst nach einer Stunde verabschiedete sich die Dimitrisku Als Rasmussen sie in den Vorraum geleitete trat ihm seine 20-jährige Tochter Susanne in den Weg Väterchen wir wollen doch einen Ausflug mit dem Wagen machen Hast du jetzt Zeit? Sie stockte als sie die Fremde in der Gesellschaft ihres Vaters erblickte Verzeihung ich hatte nicht gesehen Rasmussen half ihr über die Verlegenheitspause ja gewiss mein Kind ja wir wollen eine Fahrt ins Freie machen wollen sie vielleicht mitfahren gnädige Frau warnte er sich an die Dimitris Kuh Danke nein Herr Rasmussen sehr liebenswürdig von Ihnen ich habe noch Besorgungen in der Stadt zu erledigen auf Wiedersehen Sie verließ die Wohnung Susanne zog ihren Vater in das Wohnzimmer zurück sage Väterchen was ist das für eine unsympathische Person die Fremde die eben fortging mein Kind die Dame ist die Witwe eines alten Geschäftsfreundes aus Konstantinopel ich bin ihr bei ihrer Vermögensverwaltung behilflich du kannst dir wohl denken wie es bei solch einem Todesfall und noch dazu da unten auf dem Balkan zugeht ohne meinen Beistand wäre sie kaum durchgekommen aber warum kommt sie so oft in unser Haus ja sie wohnt jetzt in Deutschland so deswegen vielleicht tue ich ihr Unrecht aber ich kann sie nun einmal nicht leiden auch der Holländer der gestern mit ihr hier war nimm's mir nicht übel ich finde das ist ein widerlicher Mensch Rasmussen zwang sich zu einem Lächeln mein liebes Kind du redest wie du es verstehst im Leben kann man sich seine Leute nicht nach ihren Gesichtern aussuchen da heißt es zuallererst Geschäft ist Geschäft Susanne schlang ihre Arme um Rasmussens Hals du bist so klug Väterchen und hast gewiss recht aber ich bin doch heilfroh dass die Dame nicht mitkommen konnte jetzt sind wir unter uns und wollen unseren Ausflug machen kurze Zeit später rollte ihr Kraftwagen durch Wälder und Anlagen elb abwärts auf Blankenese zu nach dem Abendessen verließ Rasmussen sein Haus zu Fuß und ging in der Richtung nach Elmsbüttel zu ein weites dunkles Cape und eine englische Schirmmütze machten ihn in den wenig beleuchteten Vorstadtstraßen nahezu unkenntlich ein einfacher Vorstadt Gasthof an der Grenze nach Langfelde zu war sein Ziel als die Uhr einer nahen Kirche anhob zehn Schläge zu tun trat er in die Gaststube und weiter durch den Flur an der letzten Tür hing ein einfaches Pappschild mit Blaustift stand darauf Lotterieferein Concordia er trat ein an verschiedenen Tischen saßen bereits kleinere Gruppen alles in allem etwa ein Dutzend Personen im Laufe der nächsten zehn Minuten kamen noch andere hinzu merkwürdig international war dieser Lotterieferein da saßen ein Kaufmann aus Lodz bei Rasmussen die Dame aus Rumänien am nächsten Tische saßen mehrere Engländer Franzosen und Italiener mit gedämpfter Stimme Stimme bald in dieser bald in jener Sprache wurde die Unterhaltung geführt und sprang sofort auf harmlose Gegenstände über wenn die Bedienung ins Zimmer gerufen wurde um viertel elf kam als letzter McAndrew der Chef der Organisation schweigend ließ er sich an dem großen Mitteltisch nieder von allen Seiten rückten die anderen hinzu der Bund der Wissenden war beisammen und hielt seine Sitzung McAndrew leitete die Versammlung und gab Bericht böse Nachrichten kamen aus drei Weltteilen in aller Stille hatten die Zollbehörden ein neues Röntgenverfahren in Gebrauch genommen und ganz unerwartet in verschiedenen Häfen benutzt ein geistvolles aber für die geschäftete Organisation äußerst gefährliches Verfahren Schon früher hatte man verdächtige Sendungen mit Röntgenstrahlen durchleuchtet und etwa vorhandene Metallteile Brillanten und dergleichen schnell entdeckt Jetzt aber war die Härte der Strahlen so genau dosiert dass sich auch geringe Dichtigkeitsunterschiede im Inhalt der Sendungen auf dem Leuchtschirm abzeichneten Je weiter der Chef in seinem Bericht fortfuhr umso verdrossener wurden die Minen seiner Zuhörer Vorbei war es also mit dem bequemen Verfahren Beutelchen mit der Ware einfach in andere Chemikalien zu packen Man Man konnte keine Büchsen mehr verschicken die eine gehörige Menge der Ware etwa in kohlensaurem Natron oder ähnlichen harmlosen Chemikalien verborgen enthielten Vorbei my ladies and gentlemen bestätigte der Chef Man hat uns in drei Häfen beträchtliche Sendungen beschlagnahmt Was wir noch irgendwie aufhalten konnten haben wir sofort funktelegraphisch aufgehalten Leider war es unmöglich alle Sendungen abzustoppen Der Weg ist uns verbaut Suchen sie etwas Neues ausfindig zu machen Die Teilnehmer der Gesellschaft steckten die Köpfe zusammen Eine schlecht unterdrückte Verwünschung wurde hier und da hörbar Der Mann aus Lodge begann halblaut auf die Zöllner und die Röntgenstrahlen zu schimpfen Vor Jahren hatten sie ihm schon seinen Möbeltrick damit verdorben Wie schön war es damals noch als man in präparierten Möbeln Klaviere waren besonders bevorzugt Dutzende von Kilogrammen des verbotenen Stoffes unterbringen und unauffällig über die Grenze paschen konnte Warum nehmen sie nicht Automobile fiel ihm ein Agent aus Chicago ins Wort Damit geht's auch heute noch Was sie in die stehlenden Rohre stecken können die Röntgenstrahlen nicht finden Ein feiner Job war das neulich habe aus USA 50 Ford Wagen nach Brasilien geschafft Jeden einzelnen geladen mit Ware Jeder Hohlraum war bis zum Platzen vollgepfropft Großartiges Geschäft Gentleman Unser Unser brasilianischer Mann ist die Ware natürlich gleich losgeworden Dann aber Er lachte laut auf Smarter Junge der Bursche Geht hin Verkauft auch die Wagen mit gutem Nutzen und verlangt von der Gesellschaft den ganzen Gewinn als seinen Anteil Bin neugierig wie die Sache ausgehen wird Der Chef unterbrach ihn Die Angelegenheit mit Antonio Perriere ist geregelt Er hat den Gewinn an die Gesellschaft abgeführt Ich muss ihre Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Punkt lenken Gentleman Ich ersuche um die größte Vorsicht und Sorgfalt bei der Anwerbung neuer Leute Der Vorfall in Rom hätte sich vermeiden lassen Gespannt horchten die Versammelten auf Was war in Rom geschehen? Der Chef fuhr fort Der Händler Giuseppe Moltani bei den Termen des Caracalla hat den bedenklichen Einfall gehabt seine Lieferanten an die Polizei zu verraten Zwei unserer Leute sind verhaftet worden Das Stimmengewirr im Zimmer schwoll an Ausdrücke des Abscheus Rufe nach Rache wurden laut Mit einer Handbewegung beschwichtigte McAndrew die Versammlung My Ladies and Gentlemen Die Gesellschaft hat den Verhafteten die besten und teuersten Verteidiger besorgt Aber der Verräter der Hund Der Schuft klang es aus der Runde Ist erledigt fuhr McAndrew fort Er wurde mit einem Messer zwischen den Rippen aus dem Tiber gefischt Die Besprechung ging weiter Der Chef gab neue Richtlinien für den Vertrieb der Ware Spezialkoffer sollten angefertigt werden Auch eine stärkere Zuhilfenahme von Schiffspersonal für das Anland bringen wurde erwogen Man würde große Bestechungssummen aufwenden müssen Doch dafür hatte man dann auch eine größere Sicherheit und die Kundschaft zahlte ja jeden Preis Mitternacht hatte längst geschlagen als der Lotterieverein Concordia seine Sitzung schloss Sie war nicht dabei Herr Doktor meldete Rudi als die letzten Reisenden des Hamburger D-Zugs den Bahnhof in Gorla verlassen hatten Gransfeld biss sich verärgert auf die Lippen Dumme Geschichte Rudi Du hast aber doch ganz deutlich gesehen dass sie eine Fahrkarte nach Gorla kaufte Nun dann wahrscheinlich ist sie aufgehalten worden und kommt mit einem späteren Zug Von einem Wandfahrplan schrieb er sich die Ankunftszeiten der Hamburger Züge ab und gab das Blatt dem Jungen Hier ist deine nächste Aufgabe Rudi Du wirst dir die Leute die mit diesen Zügen kommen genau ansehen jetzt zum Gasthof Am nächsten Morgen ging Rudi zum Bahnhof um auftragsgemäß die ankommenden Reisenden zu beobachten Gegen 2 Uhr Mittags sollte er seinen Herrn vor dem Hauptportal der Gorlawerke erwarten Kranzfeld selbst hatte sich etwas anderes vorgenommen Erich Rübesam ein alter Freund aus seiner Studienzeit war als Chemiker in den Werken tätig diesen wollte er aufsuchen wie weit er ihm etwa seine bisherigen Entdeckungen mitteilen sollte musste sich im Verlauf der Unterhaltung ergeben Die Herren sind bei der Direktion sagte der Pförtner als Kranzfeld sich im Werk melden ließ Sie werden etwas warten müssen Es dauerte auch eine halbe Stunde bevor Kranzfeld Rübesam in dessen Zimmer gegenüber saß Nett von dir alter Freund dass du den Weg zu mir gefunden hast begrüßte ihn der Chemiker Entschuldige dass ich dich so lange warten ließ Kranzfeld wehrte ab keine Ursache der Dienst geht vor ich hörte dass ihr bei der Direktion wart Direktion beim Geheimrat Schäffer unserem Generaldirektor waren wir der alte hat mächtig gewettert und uns allen eins auf den Hut gegeben der Chemiker steckte sich eine Zigarre an und tat ein paar lange Züge daraus nach so einer unverdienten Standpauke tut eine solche Anregung gut ich will nicht neugierig sein rübesam darf man wissen was ihr versiebt habt wir gar nichts unter dem siegel der verschwiegenheit will ich es dir erzählen der deutsche konsul in port said hat an seine behörde einen bericht geschickt er hegt den verdacht dass rauschgifte deutscher herkunft auf deutschen dampfern nach ägypten eingeschmuggelt werden na noch mit einigen randbemerkungen versehen kam der bericht vom ministerium des inneren an unseren alten und der hat ihn uns dann zu kosten gegeben natürlich nicht ohne ihn noch mit einigen zutaten auszuschmücken er ließ ausdrücke fallen wie verantwortlichkeit der deutschen industrie deutsches pflichtgefühl und deutsche organisation die halbe stunde da oben war einfach scheußlich schön als ob wir dafür können wenn internationale banden sich irgendwo die gifte verschaffen und unter die leute bringen schärfer als die überwachung bei uns ist kann sie überhaupt nicht sein rübesam warf sich in seinen stuhl zurück und gab seinem ärger durch dicke rauchwolken ausdruck nach einer kurzen pause fuhr er fort es ist geradezu eine fixe idee von unserem alten wenn irgendwo in der welt rauschgifte unbekannter herkunft auftauchen sollen sie aus unserem werk stammen vor einem jahre hatte er einen privat detektiv im werk untergebracht über zwei monate hindurch hat der mann hier herum geschnüffelt aber nicht das geringste entdeckt vielleicht kann dir versichern, dass Herr Konsul Peerbrand bestimmt sehr triftige Gründe für seinen Bericht hat. Peerbrand? Der Chemiker blickte Gransfeld verwundert an. Woher weißt du denn, dass der Mann Peerbrand heißt? Weil ich noch vor vier Wochen in Port Said mit ihm zusammengesessen bin. Du kommst von daher, Gransfeld? Du meinst das? Ich meine, Rübesam, dass der Konsul und euer Generaldirektor bestimmt Recht haben. Nach meinen Beobachtungen wird dieser Handel von gut organisierten Banden betrieben, denen man alles zutrauen kann. Nach deinen Beobachtungen, Gransfeld? Du machst mich neugierig. Sprich bitte weiter. Gransfeld zögerte kurze Zeit. Dann sagte er, es wird am besten sein, wenn ich dir reinen Wein einschenke. Es ist kein Zufall, dass ich in Gorla bin. Auf der Spur einer solchen Bande bin ich hierher gekommen. Der Chemiker sprang auf. Alle Wetter, Gransfeld, jetzt wird's dramatisch. Du verfolgst eine Spur und die hat dich nach Gorla geführt? Bis nach Gorla, Rübesam. Von Siut nach Port Said geradewegs bis nach Gorla. Der Chemiker setzte sich wieder und Gransfeld begann zu sprechen. Schritt für Schritt erzählte er, was er erlebt hatte. Das Schicksal seines Onkels in Siut, die Entdeckungen Rudis, die Mitteilung Peerbrands. Er berichtete von den Mitgliedern der Bande, die er bisher entdeckt zu haben meinte. Mit gespannter Aufmerksamkeit folgte Rübesam seiner Erzählung, Das, das allerdings, Gransfeld, wenn mir ein anderer dies erzählt hätte, würde ich es für ein Märchen halten. Dir will ich es, muss ich es glauben, aber was nun weiter? Vor allen Dingen möchte ich dich bitten, verliere kein Wort über unsere Unterhaltung zu irgendeinem Menschen. Weder draußen noch hier im Werk. Ein einziges unbedachtes Wort könnte alles verderben. Gewiss, aber irgendetwas muss doch geschehen. Darüber sprechen wir später. Vorerst würde ich gern einmal durch euren Betrieb gehen, soweit er für die Herstellung der bewussten Stoffe in Betracht kommt. Könntest du mir das ermöglichen? Der Chemiker nickte. Ich gehöre selbst zu dieser Abteilung. In meiner Begleitung kannst du sie besichtigen. Er warf einen Blick auf die Uhr. Es ist eben erst eins. Die Frühschicht arbeitet noch eine Stunde. Wenn es dir recht ist, gehen wir gleich. In Begleitung Rübesams verließ Gransfeld das Verwaltungsgebäude. Sie gingen über ausgedehnte Werkhöfe und überschritten Dutzende von Eisenbahngleisen. An Tanks und Bergen von Korbflaschen vorbei führte ihr Weg zu einem vielstöckigen Fabrikgebäude. Sie durchquerten große, lichtdurchflutete Räume. Ein Gewirr von Rohrleitungen, Kesseln, Pressen und Pumpen aller Art sahen sie darin, aber nur sehr wenige Leute bei den Maschinen und Apparaten. Die Lehre des modernen Schlachtfeldes, erklärte der Chemiker. Zu 90 vom 100 geht der ganze Betrieb automatisch. Die Arbeiter haben in der Hauptsache nur Instrumente zu beobachten und danach Temperaturen, Drücke, Zuflüsse und so weiter in den verschiedenen Retorten und Kesseln zu regulieren. Ich glaube nicht, dass du viel daran sehen kannst. Hier noch nicht, Rübesam. Mich interessieren besonders die letzten Stationen, in denen die Fabrikate fertig werden und zur Verpackung kommen. Der Chemiker lachte. Du scheinst immer noch zu glauben, dass aus unseren Werken etwas abhanden kommen könnte, ohne dass wir es merken. Wir wollen gleich einmal hier in den Heroin-Saal gehen. Da kannst du dich selber überzeugen, wie unmöglich das ist. Sie traten in einen anderen Saal. Auch hier fanden sie eine Anzahl von stehlenden Kesseln und Tanks, in denen die chemischen Prozesse sich abspielten. Vor einem übermannshohen zylindrischen Kessel blieb der Chemiker stehen. Hier ist die letzte Etappe, Gransfeld. Durch Chloranlagerung entsteht hier das Diacetylmorphinchlorid, in der Rezeptur kurzweg Heroin genannt, und wird getrocknet. Gransfeld betrachtete alles genau, ging um den Apparat herum und fragte, was geschieht nun weiter? Der Chemiker deutete auf ein armstarkes Rohr, das von dem Kessel horizontal abging. Ein Schneckenwerk, das in den Kessel eingebaut ist, schafft den fertigen Stoff durch dies Rohr zur Tabletiermaschine. Er führte Gransfeld zu einer Maschine, deren blinkende Glieder sich in schnellem Spiel bewegten, und öffnete eine eiserne Klappe daran. Gransfeld sah in einen durch eine starke Glasscheibe abgeschlossenen Raum, in dem stehlerne Stempel in sinnverwirrender Schnelligkeit eine zu fließende weiße Masse in Tablettenform pressten. In stetem Strom fielen die fertigen Tabletten in ein schräges Stahlrohr, das zur nächsten Maschine führte. Rübesam deutete dorthin, das da drüben ist die Packmaschine, hier in der ersten Maschine wird der Stoff zu Tabletten gepresst, und die Tabletten werden gezählt. Er wies auf das plombierte Zählwerk, dessen Ziffernräder in schneller Bewegung waren. Im geschlossenen Stahlrohr rollen die Tabletten zur Packmaschine, dort werden sie automatisch zu je 20 Stück in Glastuben gepackt, die Tuben werden verschlossen, und jede fertige Tube wird ebenfalls von einem plombierten Werk gezählt. Doppelte Kontrolle also, Gransfeld. Der Stand des Zählwerkes an der Tablettiermaschine durch 20 geteilt, muss immer den zugehörigen Stand des Zählwerkes an der Packmaschine ergeben. Du musst zugeben, dass hier nichts wegkommen kann. Gransfeld besaß sich die Einrichtung sehr gründlich. Hier schien in der Tat jeder Unterschleif mit den besten Mitteln modernster Technik unmöglich gemacht zu sein. Na, Gransfeld, ungläubiger Thomas, bist du endlich überzeugt? Der Doktor ging noch einmal von den Maschinen bis zum letzten Kessel zurück. Jede Einzelheit der Anlage, jede Schraube, jedes Krümmerstück schien er mit den Augen verschlingen zu wollen. Dann blickte er sich in dem Raum um. Bloß zwei Leute in dem ganzen Saal rübesahm. Das ist wenig für die große Anlage. Weil es automatisiert ist, Gransfeld, wir brauchen in der Tat für jede Schicht nur zwei Mann, natürlich erprobte und zuverlässige Leute, die wir sorgfältig ausgesucht haben. Gransfeld zog seine Uhr. Ich danke dir für die Führung und deine Erklärungen, lieber Rübesahm. Jetzt muss ich gehen. Willst du so gut sein, mir auch deine Privatadresse zu geben? Rübesahm lachte. Meine Privatadresse und meine Geschäftsadresse sind ein und dieselbe. Ich wohne auch hier. Die Direktion hat mir ein nettes Häuschen mit einem hübschen Garten mitten im Werk zur Verfügung gestellt. Wenn du mich da besuchen willst, brauchst du nur beim Pferdner am Hauptportal nach mir zu fragen. Rudi hatte sich den Vormittag über auf dem Bahnhof vergeblich die Augen ausgeguckt. Unter den vielen, die den Wagen entquollen, war die Dimitrisco nicht gewesen. Etwas enttäuscht verließ er zur verabredeten Zeit seinen Posten und ging zum Werk. Schon von Weitem hörte er die Sirenen heulen, die den Schichtwechsel verkündeten. Als er vor dem Hauptportal anlangte, strömten die Arbeitermassen der abgelösten Schicht ins Freie. Er geriet in die Menge und wurde ein Stück von ihr mitgerissen. An der nächsten Straßenecke stand ein Bananenhändler mit seinem Wagen. Hier gelang es Rudi, aus dem Strom herauszukommen. Er trat an den Wagen und kaufte sich ein paar Bananen, in der Absicht, im Schutze des Wagens das Gedränge abflauen zu lassen und danach zum Portal zurückzugehen. Gemächlich schälte er sich eine der Früchte und war gerade im Begriff hineinzubeißen. Da, der Bissen blieb ihm im Munde stecken, den Mann da, der kaum 30 Schritt von ihm entfernt an der Bordschwelle stand, den kannte er doch. Unwillkürlich trat er ganz hinter den Wagen und beobachtete durch die Leinwandplane gedeckt weiter. Der Mann an der Bordschwelle war wie die übrigen Fabrikarbeiter einfach und unauffällig gekleidet. Aber trotzdem, auf seine Augen konnte Rudi sich verlassen. Damals als Fahrgast der ersten Klasse im feinen Abendanzug, hier in Gorla im einfachen Kleide des Werkmannes, trotz alledem, es konnte niemand anders sein als Mr. Morten von der Usakama. Jetzt mischte sich der Beobachtete unter die Menge auf dem Bürgersteig und gesellte sich zu einem anderen, dem er leicht zunickte. Nebeneinander gingen die beiden weiter und kamen dicht an dem Bananenwagen vorüber. Von seinem Platz aus sah Rudi, wie der Werkarbeiter in seine Rocktasche griff. Er schien die Absicht zu haben, Morten etwas zu geben, auf einen Wink des Engländers schob er es jedoch wieder zurück. Dann waren die beiden vorbei, tauchten in der Menge unter und kamen Rudi aus den Augen. Einen Augenblick lang überlegte der Junge, sollte er ihnen vorsichtig folgen und feststellen, wohin sie gingen? Da sah er Gransfeld aus dem Werkportal kommen und nach allen Seiten Ausschau halten. Schnell ging er ihm entgegen und erzählte, was er soeben gesehen hatte. Verwundert schüttelte der Doktor den Kopf. Komische Geschichte, Rudi. Da haben wir anstelle der Rumänien plötzlich den Engländer hier. Die Herrschaften scheinen ein bisschen verwechselt das Bäumelein zu spielen. Sollte mich nicht wundern, wenn wir noch mehr alte Bekannte hier. Er hielt plötzlich inne. Während des Gesprächs waren sie wieder bis zu dem Bananenwagen gekommen. Noch mehr alte Bekannte hier treffen, wollte Gransfeld sagen, als Rudi ihn beim Ärmel fasste. Herr Doktor, sehen Sie da in der Querstraße den Mann vor dem Schaufenster stehen, der ist's mit dem Morten eben zusammen war? Alle Wetter, Rudi. Ich habe doch auch gute Augen, aber auf diese Entfernung? Täuscht du dich nicht? Bestimmt nicht, Herr Doktor. Ich habe mir den Mann hier vom Wagen her aus nächster Nähe angesehen. Hm, weißt du was, Rudi? Bleibe du hier. Kaufe dir meinetwegen noch einmal Bananen. Ich will mir den Mann auch einmal ansehen. Während Rudi tat, wie ihm geheißen, ging Gransfeld allein weiter. Aber der Mann vor dem Schaufenster schien jetzt mit der Betrachtung der Auslagen zu Ende zu sein. Er setzte sich ebenfalls in Bewegung und schlug dabei ein Tempo an, das ihm Gransfeld ohne aufzufallen nicht näher kommen konnte. Nach 100 Meter gab er die Verfolgung als zwecklos auf. In einem Betrieb von der Größe der Gorla-Werke laufen hunderte von Menschen nebeneinander her, ohne dass einer den anderen näher kennt oder sich viel um ihn kümmert. Was ging zum Beispiel die anderen, die an Kesseln, Retorten und Pressen ihre Arbeit verrichteten, der junge Elektromonteur im blauen Kittel an, der sich einen Korb mit Glühlampen am rechten Arm, eine Leiter unter dem anderen, auf einem Flurgang vor dem Heroin-Saal zu schaffen machte. Jetzt stellte er seine Leiter auf und stieg darauf empor. Gemächlich drehte er eine der alten, verschmutzten Lampen aus der Fassung und ersetzte sie durch eine neue. Zweifellos war es irgendeiner der vielen Hilfsmonteure, den die Hausverwaltung hierhin geschickt hatte, um die Beleuchtungsanlage zu überholen. Übereilend tat sich der junge Mann bei seiner Arbeit nicht. Nach einem Blick auf seine Uhr kletterte er die Leiter sehr gemütlich wieder hinab und schob sie ein Stück weiter bis dicht an die Saaltür. In diesem Augenblick kündete die Werkglocke den Schichtwechsel an. Türen wurden aufgerissen, schwere Schritte polterten über den Zementboden, die alte Schicht zog ab. Auch der Monteur schien Feierabend machen zu wollen. Er klappte seine Leiter zusammen und legte sie an die Flurwand, stellte den Lampenkorb daneben und stand einen Augenblick wie zaudernd. Dann kam plötzlich Leben in die Gestalt. Schnell schlüpfte er in den Saal und lief an Tanks und Pressen vorbei auf einen großen Kessel in der Saalecke zu. Das geöffnete Mannloch verriet, dass der Kessel außer Betrieb war. Der losgeschraubte Deckel lag daneben am Boden. Gewand schwang der Eindringling sich auf den Kessel, tauchte durch das Loch unter und war gerade verschwunden, als die beiden Leute der Frühschicht den Saal betraten. Eine drückende Luft von den Ausdünstungen der Kesselrückstände durchsetzt, umfing ihn in seinem Verlies. Auf das Äußerste war der Raum im Kessel durch die zahlreichen in der Länge nach durchziehenden Heizrohre beschränkt. Nur mit Mühe fand Rudi schließlich eine Lage, in der er das Ohr dicht gegen die Kesselwand gepresst ausharren konnte. Dabei wirkte der eiserne Behälter wie ein Schallfänger. Greifbar nahe vernahm er die Schläge einer arbeitenden Pumpe, die die anderen Kessel im Saal speiste. Deutlich klangen Schritte und Worte aus dem Saal an sein Ohr. Nur zu sehen vermochte er nicht, was sie dort taten und trieben. Die beiden Leute der Frühschicht, Henke und Altmüller, hatten inzwischen ihre Arbeitskleidung übergezogen und begannen die Apparate und Maschinen zu überprüfen. Am Trockner trafen sie auf ihrem Rundgang wieder zusammen. Rudi im Kessel hörte ihre Stimmen. Hör mal, Henke, die Sache gefällt mir nicht mehr. Was gefällt dir nicht mehr? Na die Sache, du weißt schon, was ich meine. Nanu, warum denn auf einmal? Was ist denn mit dir los? Weil, ja, weil einmal muss die Geschichte ja doch herauskommen und dann fliegen wir alle ins Loch. Henke lachte kurz auf. Herauskommen? Wie soll denn das herauskommen? Bis jetzt klappt das Geschäft. Unsere Freunde geben einen blauen Lappen für jedes Pfund. So leicht kannst du anderswo das Geld nicht verdienen. Ja, aber wenn's herauskommt, wiederholte Altmüller. Der andere begann sich über diese Hartnäckigkeit zu ärgern. Menschenskind, was ist denn mit dir los? Hast du vergessen, wie dreckig es dir früher gegangen ist? Deine Frau war krank, überall hattest du Schulden. Kein Kaufmann wollte euch mehr borgen. Betteln könntest du gehen, Altmüller, wenn ich dich nicht an unserem Geschäft beteiligt hätte. Altmüller stieß einen Seufzer aus. Ich hab's nicht vergessen, Henke. Ich war in Not und du hast mir mit deinen Ersparnissen geholfen. Geholfen, bis auch die verbraucht waren. Nur das Geschäft hat uns beide wieder rausgerissen. Jetzt aber willst du dich zurückziehen? Gibt's nicht, Altmüller. Du musst mitmachen oder die Organisation wird dir... Du bist verrückt, knurrte Henke. Lass dich krank schreiben oder in den Ruhestand versetzen. Ist ja lächerlich. Wie sollte einer auf unseren Dreh kommen? Mensch, kneif mich nicht sonst. Gewaltsam umpresste Altmüller den Arm von Henke und zog ihn auf den Gang hinaus. Leise sprach er dort weiter. Als die Tür ging und es danach still im Saal wurde, zog der Monteur im Kessel seinen Körper behutsam durch das Gewirr der Heizrohre und kroch nach dem Mannloch hin. Vorsichtig streckte er den Kopf heraus und blickte sich um. Augenblicklich war niemand im Saal. Schnell huschte er zu der Tür an der anderen Saalwand, zog sie leise hinter sich ins Schloss und verschwand durch den Flur. Gransfeld saß mit Rübesam in dessen Wohnung. Eine mächtig gewagte Geschichte, Gransfeld. Der verdächtige Engländer in Gorla zusammen mit einem von unseren Werkleuten, wenn die Bande nur halb so gefährlich ist, wie du sie mir geschildert hast, dann je mehr ich über die Sache nachdenke, desto schwerer werden meine Bedenken. Ich weiß nicht, ob wir das Richtige getan haben. Am liebsten möchte ich die Sache rückgängig machen. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn dem Jungen etwas zustößt? Ich möchte sie nicht tragen. Rübesam, deine Besorgnisse! Ein Klopfen an der Tür unterbrach Gransfeld. In einem blauen Monteurkittel, der mit Schlammflecken reichlich besät war, trat Rudi in das Zimmer. Da ist er ja! Mit einem Gefühl der Erleichterung stieß der Chemiker diese Worte hervor. Gransfeld lächelte. Du siehst lieblich aus, Rudi. In welchem Schlammloch bist du denn gesteckt? In einem leeren Kessel im Heroin-Saal, Herr Doktor. Sehen konnte ich nichts, aber allerlei hören. Das wollte ich Ihnen melden. Nachher, Rudi, nachher. Erst mach dich einmal einigermaßen menschlich, damit man dich ohne Gefahr für die Möbel auf einen Stuhl setzen kann. Von Rübesam geführt verschwand Rudi im Waschraum, wo er sich gründlich säuberte. So, mein Junge, sagte Gransfeld, als Rudi zurückkam, jetzt siehst du besser aus. Setz dich und schieß los. Was weißt du Neues? Beinahe wortgetreu berichtete Rudi, was er in seinem Versteck erlauscht hatte, während seine beiden Zuhörer sich vielsagende Blicke zuwarfen. Als er zu Ende war, schlug Rübesar mit der Faust auf den Tisch. Das genügt, Gransfeld. Das genügt, denke ich, um die beiden Männer sofort verhaften zu lassen. Gransfeld schüttelte den Kopf. Zu gar nichts genügt das Rübesam. Was ist denn geschehen? Unser Junge hat ein, wie ich zugeben will, reichlich verdächtiges Gespräch belauscht. Als Zeuge dafür kommt er nur selber in Betracht. Ein jugendlicher Zeuge, nebenbei bemerkt, dem die Unschuldsbeteuerungen der beiden anderen entgegenstehen würden. Ehe wir zufassen können, müssen wir zumindest wissen, auf welche Weise sich die beiden den Stoff verschaffen. Selbst dann würde ich es noch vorziehen zu warten. Auch dann noch warten? Ja, worauf denn? Wie lange denn Gransfeld? So lange, bis wir einen wirksamen Schlag gegen die ganze Bande führen können. Wenn wir nur das eine oder andere Mitglied hinter Schloss und Riegel setzen, ist die ganze Gesellschaft gewarnt. Falls ich das wollte, hätte ich schon in Port Said damit anfangen können. Die Herren Rasati und Tarantula waren im juristischen Sinne für eine Verhaftung reif. Rübesam machte ein bedenkliches Gesicht. Die Sache ist mir aber zu gefährlich für den jungen Gransfeld. Ein vergnügtes Schmunzeln lief über Rudis Gesicht. Es ist gar nicht gefährlich, Herr Rübesam. Im Gegenteil, die Sache macht mir mächtigen Spaß. Es war ein feiner Gedanke von Ihnen, mich als Hilfsmonteur im Werk unterzubringen. Da kann ich überall ganz unauffällig beobachten und hören. Aber bitte nicht wieder aus dem Kessel heraus, mein Jungchen, unterbrach ihn Rübesam. Wenn die Männer Unrat wittern und das Mannloch zuschrauben, musst du elendiglich ersticken. Aber das ist der schönste Beobachtungsposten, Herr Rübesam. In einem leeren Kessel vermutet einen niemand und man kann jedes Wort verstehen, das im Saal gesprochen wird. Ich bitte dich, Rudi, die Weisungen meines Freundes ebenso zu befolgen, als ob sie von mir kämen, sagte Gransfeld in bestimmten Tone. Ich selbst muss morgen nach Genf reisen. Herr Rübesam hat mir versprochen, dich während dieser Zeit in seine Obhut zu nehmen. Rudi zog ein schiefes Gesicht. Ach, Herr Doktor, Sie wollen weg und mich nicht mitnehmen? Nur für kurze Zeit, Rudi. Du kannst dir denken, weshalb. Wegen der Statuette? Gransfeld nickte. Deswegen, mein Junge. Vielleicht ist die ganze Sache in ein paar Tagen erledigt. Auf jeden Fall lasse ich dir meine Genfer Adresse hier. Du bist mir hier nützlicher als in Genf. Während meiner Abwesenheit musst du dich in allen Sachen an Herrn Rübesam wenden und seine Weisungen unbedingt befolgen. Das musst du mir versprechen, Rudi, damit ich beruhigt abreisen kann. Deine Hand drauf, Junge. Rudi schlug in die dargebotene Rechte. Eine vornehme Wohnung in der Piccadilly Street in London. Von dem Inhaber dieser Wohnung, dem ehrenwerten Mr. C.B. Morton, hatte der Besitzer des Hauses die beste Meinung. Auch wenn Mr. Morton auf Reisen war und er reiste viel, wurde die Miete von seiner Bank auf die Minute pünktlich überwiesen. Im Hause wusste man nur, dass der Gentleman bedeutende Geschäfte mit dem Ausland machte, durch die sich seine häufige Abwesenheit zwanglos erklärte. Erst vor wenigen Tagen war er nach England zurückgekehrt. Heute Abend empfing Mr. Morton Gäste. In dem hell erleuchteten Parlor-Room waren bereits mehrere Herren bei Soda und Whisky zusammen. Gegen 8 Uhr meldete der Butler seinem Herrn noch einen Gast. Einen Augenblick von Holsten entschuldigte sich Morton bei seinem Nachbar und ging auf den Flur, um den Ankömmling zu empfangen. In der Begleitung McAndrews kehrte er in den Raum zurück. Der Chef war da. Die Besprechung konnte beginnen. McAndrew schien sein Programm nach dem Grundsatz der Steigerung aufgestellt zu haben. Er begann mit verhältnismäßig harmlosen Mitteilungen und kam allmählich zu ernsteren Dingen. Gentlemen, unser Kommanditist Jefferson droht eine Gefahr für die Gesellschaft zu werden. Ich darf die bedauerliche Tatsache nicht verschweigen, dass Jefferson dem Kokain verfallen ist. McAndrew hielt inne und drückendes Schweigen herrschte im Raum. Ein unheimliches Gefühl war bei den Worten des Chefs über die Zuhörer gekommen. Einer der ihrigen, der den gefährlichen Stoff unter die Leute brachte, selbst dem Gift verfallen. War dies eine vergeltende Gerechtigkeit? War es eine Mahnung des Schicksals? Beklommen blickten sie vor sich hin. McAndrew sprach weiter. Zur Entschuldigung Jeffersons lässt sich nur sagen, dass er durch ein schmerzhaftes Gallenleiden dazugekommen ist. Trotzdem, so darf es nicht weitergehen. Vor acht Tagen wurde er im Kokainrausch von der Polizei auf der Straße aufgegriffen. Nur ein glücklicher Zufall hat Schlimmes verhütet. Unser Mitglied Simpson war in der Nähe und griff sofort mit großer Geistesgegenwart ein. Er stellte Bürgschaft für den Verhafteten und brachte ihn im Auto fort, bevor er auf der Polizeistation in seinem Rausch plaudern konnte. Die Zuhörer steckten die Köpfe zusammen. Bemerkungen wurden ausgetauscht. Kaum auszudenken, ein Wissender im Kokainrausch auf der Polizeiwache. Nie wieder gut zu machendes Unheil hättet er anrichten können. Gentlemen, nach ihren Bemerkungen glaube ich ihrer Zustimmung von der von mir getroffenen Maßregel sicher zu sein. Ich habe Jefferson in Duncan Castle internieren lassen. Dort muss er unter scharfer Beaufsichtigung eine Entziehungskur durchmachen. Es ist ihm bedeutet worden, dass jeder Versuch der Auflehnung oder Flucht nach den Gesetzen der Gesellschaft bestraft wird. Rufe der Zustimmung wurden laut. Duncan Castle? Sehr gut. Sie wussten, dass das alte Tudor-Schloss, einem ihrer Mitglieder gehörig, in einer fast menschenleeren Gegend lag. Da sollte es Jefferson schwer fallen, unter die Leute zu kommen und zu plaudern. Außerdem hinderte ihn die angedrohte Strafe. Die Gesellschaft strafte rücksichtslos, wo es ihr notwendig schien. Das Schicksal des Verräters Giuseppe Moltani war noch in aller Erinnerung. Das war keine leere Drohung. So oder so würde Jefferson unschädlich gemacht. Entweder wurde er geheilt oder beseitigt. McAndrew fuhr fort. Ich bekam ihren Bericht aus Gorla, Morten. Sie schrieben, dass sie den früheren Stuart Wagner von der Usakama vor dem Werkportal gesehen haben. Stuart Wagner ist bei den Haifischen, unterbrach ihn der Holländer. Leider nicht, Sir, wies McAndrew den Zwischenruf ab. Sie schrieben weiter, Morten, dass der Stuart Wagner sich in Gesellschaft eines Mannes namens Gransfeld befindet, den er auf der Usakama kennengelernt hat. Dieser Mensch ist unserem Mitglied Henke bei einem Besuch im Werke aufgefallen. Henke hat bestätigt, dass die beiden dauernd zusammenstecken. Auf ihren Brief hin haben wir uns in Ägypten erkundigt und folgendes festgestellt. Jener Gransfeld war nach Stuart gereist, wo er seinen Onkel tot vorfand. Wichtige Mitteilungen erhielten unsere Agenten von dem indischen Besitzer einer Garküche in Alexandria. Demnach hat Gransfeld den Verdacht ausgesprochen, dass es beim Tod seines Ohrheims nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Auch hatte er Stücke aus dessen Nachlass unter anderem eine ägyptische Statuette vermisst. Megastopoulos natürlich, die alte Geschichte wieder. Der kann's nun einmal nicht lassen, brauste van Holsten auf. Der Chef wies ihn mit einer Handbewegung zur Ruhe. Über Megastopoulos werden wir später beschließen. Unsere Erkundung besagt weiter, Gransfeld ist von Syod nach Port Said zurückgekehrt. Dort hat er beim deutschen Konsul den genannten Wagner getroffen. der unserer Gesellschaft schon seit längerer Zeit verdächtig ist. Auf der Varana sind die beiden zusammen nach Hamburg und weiter nach Gorla gefahren. Beide sind dort wiederholt im Werk gesehen worden. Gentlemen, wenn das alles Zufall ist, dann ist es ein merkwürdiger Zufall. Stimmengewirr erhob sich als McAndrew geendet. Zufall? Ausgeschlossen. Hier hört jeder Zufall auf. Gemeine Spione sind's. Von allen Seiten kam die gleiche Meinung. Der Holländer nahm das Wort. Gentlemen, der Stuart Wagner ist nicht verdächtig, sondern überführt. Unbegreiflich, dass er von Port Said heil davongekommen ist. An unserem Agenten Rassati hat's bestimmt nicht gelegen. Dass auch der andere hinter uns herschnüffelt, haben wir nur dem Griechen zu verdanken. Megastopoulos hat uns durch seine Privatgeschäfte schon öfter Scherereien gemacht. Er hat von der Gesellschaft den Auftrag in der Öffentlichkeit als Altertumshändler aufzutreten. Als Altertumshändler, Gentleman, nicht als Dieb von Altertümern. Aber der Bursche kann's nicht lassen. Ich war erschrocken, als er mir in Port Said eine Stadt heute des Setos zeigte, die er in Syrth gestohlen hat, ein Kunstwerk im Werte von Tausenden. Den Verdacht Gransfelds hat er dadurch schon erregt. Wenn er versucht, die Stadt heute zu verkaufen, ist der Teufel los. Unter allen Umständen muss das verhindert werden. McAndrew hatte ein Buch ergriffen und blätterte darin. Jetzt hatte er die Adresse gefunden. Megastopoulos ist augenblicklich in Genf, Hotel Bellevue. Schicken Sie eine Depesche an ihn von Holsten. Er darf die Stadt heute unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit bringen. Während der Holländer die Depesche schrieb, fuhr McAndrew fort. Es besteht der Verdacht, dass Gransfeld und Wagner versuchen werden, in Gorla weiter zu spionieren. Ich habe unserem Agenten Henke, der die beiden von Aussehen kennt, Weisung gegeben, sie zu überwachen und mit allen Mitteln unschädlich zu machen. Ich fürchte, dass Henke den Auftrag allein nicht erledigen kann. Gleichzeitig sprangen Morten und von Holsten auf. Schicken Sie uns, McAndrew. Es ist ein Vergnügen für uns, den beiden den Hals umzudrehen. Der Chef schüttelte den Kopf. Unmöglich, Gentlemen, Sie vergessen, dass Sie den beiden genau bekannt sind. Morten sank auf seinen Stuhl zurück. Van Holsten dagegen blieb stehen. Bekannt? Den möchte ich doch sehen, der mich wiedererkennt, wenn ich's nicht will. McAndrew überlegte. Ich wollte eigentlich eines unserer deutschen Mitglieder nach Gorla schicken, aber Sie haben den Vorteil von Holsten, dass Sie die beiden genau kennen. Reisen Sie sofort und erledigen Sie die Angelegenheit im Sinne der Gesellschaft. Van Holsten warf einen Blick auf die Uhr. Brauchen Sie mich noch hier, McAndrew? Dieser schüttelte den Kopf. No, Sir. Well, das nächste Flugzeug nach Deutschland startet in einer Stunde. Es ist also höchste Zeit. Auf Wiedersehen. Er verließ das Zimmer. Nur noch eine kurze Viertelstunde blieben die anderen. Bald lagen die Räume Mr. Mortens in der Piccadilly Street im Dunkeln. Viertens Von Gorla nach Genf Ein ansehnliches Paket mit belegten Brotschnitten an der einen, die Kaffeeflasche an der anderen Seite stand Rudi zum Abmarsch bereit. Auf Wiedersehen Mutter Feddersen. Adieu auch Herr Wagner. Machen Sie es gut und grüßen Sie mir auch den Herrn Rübesam recht schäne, wenn Sie ihn sehen und kommen Sie pünktlich Häme. Heute gibt's Thüringer Klöße und Schweine Braten zum Mittag. Fein Mutter Feddersen, da bin ich pünktlich. Rudi wollte gehen, aber die biedere Alte, die Witwe eines Werkarbeiters, bei der Rübesam Rudi eingemietet hatte, war mit ihrem Erguss noch nicht zu Ende. Seien Sie auch recht vorsichtig, Herr Wagner, dass Ihnen nichts zustößt. Man hört alle Augenblicke, dass wieder einer im Werk zu Tode gekommen ist. Es muss doch recht gefährlich für sie sein, immer an die elektrischen Leitungen rumzuwürgen und in die Frühschicht hat man sie auch noch gesteckt, in der soll gerade das meiste vorkommen und bei Nacht und Nebel müssen sie schon aus den Federn. Lachend unterbrach Rudi den Wortschwall der Alten, ist ja alles nur halb so schlimm Mutter Feddersen, heben sie mir bloß ein ordentliches Stück Schweinebraten auf. Auf Wiedersehen, ich muss machen, damit ich nicht zu spät komme. Er schritt in den nebligen Märzmorgen hinaus und ging die Landstraße entlang, über der in weiten Zwischenräumen die elektrischen Lampen schimmerten. Es war eben erst halb sechs, noch lag volle Dunkelheit über der Landschaft. Kaum waren die kahlen Kronen der mächtigen Kastanien, die die Landstraße säumten, zu erkennen. Je weiter er vorankam, umso belebter wurde die Straße. Aus all den vielen Häuschen, die zu beiden Seiten lagen, kamen Leute der Frühschicht heraus und eilten ihrer Arbeitsstelle zu. In geschlossenem Strom floss die Menschenmenge schließlich durch das große Portal. Mit Argus-Augen musterten die Pförtner jeden einzelnen der vielen Hunderte. Ein allgemeines Drängen und Staun herrschte an den Kontrolluhren, wo jeder seine Arbeitskarte mit dem Zeitstempel versehen musste. Dann verliefen sich die Massen in die verschiedenen Werkbauten. Während Rudi sich den blauen Monteurkittel überstreifte, überlegte er, wie er mit seiner Beobachtung weiterkommen könnte. Auf die beiden Leute im Heroin-Saal hatte er es besonders abgesehen. Er war überzeugt, dass es mit denen nicht stimmte. Aber wie sollte er ihnen auf die Schliche kommen? Das Versteck im Kessel, schade, dass Rübersam ihm dieses verboten hatte. Was er seitdem von anderen Beobachtungsstellen aus erspäht hatte, war nicht allzu viel. Mehrfach war eine der Lampen im Heroin-Saal erloschen, sodass die Saalecke mit der Tablet Tier- und Packmaschine im Dunkeln lag. Das erste Mal hatte Rudi es für eine zufällige Störung gehalten. Als sich dies jedoch auch an den folgenden Tagen wiederholte, hatte er es rübesam gemeldet. Dieser schien jedoch keinen besonderen Wert darauf zu legen. Das kann hundertlei Gründe haben, Rudi. Vielleicht ist es ein wackeliger Schalter oder ein schlechter Kontakt. Ich kann die Schalter und Fassungen in dem Saal ja einmal überholen, Herr rübesam. Ach so, mein Junge, damit die beiden Leuchten dich da auf deiner Leiter recht gründlich betrachten können? Nein, mein Lieber, das lass gefälligst bleiben. Deine Aufgabe ist es so unsichtbar wie möglich zu bleiben. Deine Erkundigungen musst du so machen, dass du dabei nicht gesehen wirst. Die Leitung werde ich durch jemand anders nachsehen lassen. Im Stillen musste Rudi sich eingestehen, dass rübesam recht hatte, aber es wurmte ihn, dass er dabei nicht recht weiter kam. Beobachten ohne selbst gesehen zu werden, das war leicht gesagt, doch schwer getan. Die verschiedensten Möglichkeiten gingen ihm durch den Kopf. Immer wieder kam er auf den Kessel zurück. Angenehm war der Aufenthalt in dem Schlammloch ja nicht, aber man konnte in diesem Versteck wenigstens mit großer Deutlichkeit jedes Wort und jedes Geräusch hören, das im Saal aufkam. Ein Fehler nur, dass er dabei nichts sehen konnte. Wenn es das gäbe, einen Platz, an dem er beides könnte, das wäre noch etwas Neues suchen müssen. Wenn sich nichts Besseres fand, blieb immer noch der Kessel. Rübesams Verbot aber, wenn es doch durchaus nicht anders zu machen war. Rudis Logik begann sich auf krummlinigen Bahnen zu bewegen. Verbote sind dazu da, um übertreten zu werden. Der Zweck heiligt die Mittel, Hauptsache, dass er mit seinen Beobachtungen vorankam. Allerdings, der Chemiker konnte so unbequem aber Dr. Gransfeld, der würde sich freuen, wenn er nun bald zurückkam und Rudi ihm dann Neues und Wichtiges erzählen konnte. Gransfeld würde nicht viel danach fragen, wie er es erkundet habe, nur eine gute Gelegenheit abgepasst und dann auf zur Tat. Im Heroin-Saal waren Henke und Altmüller bei ihrer Arbeit. Henke ging zur Tür. Wohin willst du Henke? Nachsehen, ob was heißen? Soll heißen, dass die da eben es diesmal andersrum angestellt haben. Voriges Jahr haben sie einen ausgewachsenen Detektiv ins Werk gesteckt, diesmal haben sie sich einen Säugling rangeholt. Wen? Was? Wie? stotterte Altmüller. Mensch, sei doch nicht so schwerfällig. Die Sache ist einfach die, sie haben einen verdächtigen Bengel als Elektromonteur rausgeputzt und auf diese Art in das Werk gebracht. Der soll nun rauskriegen, was dem Detektiv aus Berlin Der Lümmel ist uns von London sofort gemeldet worden. Wir werden ihm sein Fett schon besorgen. Henke verschwand auf den Flur und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Nach einer Weile kam er zurück. So, Altmüller, der Grünschnabel treibt sich anderswo rum, die Luft ist rein, ran anders Geschäft. Altmüller war totenblass geworden. Um Himmels Willen, Henke, du wirst doch nicht ein Detektiv im Werk, man wird uns kappen, meine arme Frau, meine Kinder. Quatsch, unterbrach Henke seinen schlotternden Kumpan grob und zog ihn am Ärmel mit sich. Altes Tränentier, los jetzt! Vor dem Stahlrohr, das zur Tablettiermaschine führte, kniete Henke nieder und drückte Altmüller einen Leinenbeutel in die Hand. Er selbst fuhr mit einem Steckschlüssel an der unteren Seite des Rohres entlang, bekam eine verborgene Schraube damit zu fassen und begann sie herauszudrehen. Schnell, den Beutel drunter, zischte er. Mit zittrigen Fingern hielt Altmüller den Beutel, während Henke mit einer letzten Drehung die Schraube entfernte. Das Heroinpulver fiel in den Beutel, anstatt weiter der Tablettiermaschine zuzufließen. Zusehends füllte sich der Beutel, wurde dick und straff. Genug Altmüller. Mit treffsicherem Griff hatte Henke die Schraube wieder in das Gewinde gebracht und drehte sie mit dem Steckschlüssel fest hinein. Altmüller, den vollen Beutel in der Hand, blieb bei ihm stehen. Henke sah es, während er dabei war, den Fußboden von geringen Spuren des daneben gefallenen Pulvers zu säubern. Bist du verrückt, Mensch? Bleibst wie ein Ölgötze mit dem Beutel in voller Beleuchtung stehen, dumm genug, dass wir das Licht nicht ausdrehen können. Seitdem sie die Leitung nachgesehen haben, können wir es nicht mehr wagen. Marsch schnell, scher dich, du weißt schon wohin. Unter dem Zwange von Henkes Worten band Altmüller den Beutel zu und ging damit in die andere Saalecke hinter den leeren Kessel. Dort hatten sie unter einer lockeren Bodenfliese ihr Versteck für den entwendeten Stoff. Sorgfältig überputzte Henke mit einem Öllappen noch einmal die Umgebung der geheimen Zapfstelle. Dann ging er in die andere Saalecke zu Altmüller. Da lag die Fliese herausgenommen auf dem Boden, der Heroinbeutel lässig hineingeworfen daneben. Eine ungeheure Wut packte Henke, seine Fäuste ballten sich. Wollte der Schuft ihn verraten? War das eine abgekartete Sache, sich auf ihn zu stürzen und ihn niederzuschlagen? Das war sein erster Gedanke. Da traf sein Blick Altmüller. Zitternd vor Aufregung kniete dieser dicht neben dem leeren Kessel, das Ohr gegen die Kesselwand gepresst. Henke stutzte. Im Augenblick hatte er sich wieder in der Gewalt. Schnell brachte er den Beutel in das Versteck und legte die Fliese darüber. Dann wandte er sich zu Altmüller. Dieser presste die Finger der einen Hand auf die Lippen und winkte mit der anderen näher heranzukommen. Jetzt, was war das? Man vernahm ein Geräusch in dem Kessel. Im nächsten Augenblick lag auch sein Ohr an der Kesselwand. Mit verhaltenem Atem lauschten beide. Ein scharrendes Geräusch ertönte darin, als ob sich jemand zwischen der Kesselwand und dem Rohrsystem im Kessel Inneren bewegte. Jetzt erklang ein metallisches Dröhnen, wie wenn der Körper stärker gegen die Röhre angestoßen hätte. Nun verzog sich das Geräusch mehr nach der anderen Kessel Seite hin. Henke biss sich auf die Lippen bis sie bluteten. Die andere Seite, dort war das Mannloch. Mit einem Sprung war er auf den Füßen und lief um den Kessel herum. Lautlos hob er den schweren Mannloch Deckel auf und schob ihn über die Befestigungsbolzen am Mannloch Rand. Die Schraubenmuttern lagen in Griffweite. 16 Muttern für die 16 Bolzen. So schnell wie jetzt hatte Henke in seinem ganzen Leben noch nicht gearbeitet. Erst zwei Muttern auf zwei gegenüberstehende Bolzen. So, die saßen. Raus konnte das, was drin war, nicht mehr. Und nun zwei andere Muttern auf einen anderen Loch durchmesser rechtwinklig zu dem ersten. Dann noch zwei und nochmal zwei und nun saßen alle 16. Er griff nach einem Schraubenschlüssel und zog sie fest an. Klirrend ließ er den Schlüssel auf die Fliesen fallen und lief wieder zur anderen Kesselseite hin. Dort war ein Rohr mit einem Ventil daran. Beim Klang des eben fallenden Schlüssels war Altmüller zusammengefahren. Er richtete sich auf, als die Ventilspindel unter Henkes Fäusten sich zu drehen begann, als Wasser rauschend in den Kessel fiel. Henke, was tust du? Um Himmels Willen! Er versuchte Henke in den Arm zu fallen. Mit jem Stoß schleuderte der ihn zurück, dass er taumelte. Pack dich sonst! Er griff nach einer Brechstange. Drohend schwang er sie empor, bereit, den anderen niederzuschlagen. Dieser wich zurück, entsetzt vor dem Gesichtsausdruck Henkes. Wie versteinert waren dessen Züge. Alles Menschliche schien aus ihnen gewichen. Ein finsterer zu allem entschlossener Fanatismus sprach aus diesen Augen. Augen, die die Augen eines Mörders waren. Das Wasser stieg. Schon hatte es im Wasserstandsglas die rote Marke erreicht. Mechanisch wie ein Automat drehte Henke das Ventil mit der linken zu, während er die Brechstange in der rechten Altmüller nicht aus den Augen ließ. Das Rauschen des strömenden Wassers ließ nach. An Henkes Ohr, der dicht bei dem Kessel stand, drang ein anderes Geräusch, ein Plätschern, ein Kratzen und Scharren, als ob da drinnen sich jemand vor dem Wasser nach oben retten wollte. Henke horchte. Er schien zu zögern, dann verzerrten sich seine Züge zur Grimasse. Ein schneller Sprung zu einem anderen Ventil und Dampf strömte in den Kessel. Ein Pfeifen, Gurgeln und Rauschen, wo Heißdampf und kaltes Wasser sich trafen. Schon begann das Kesselmanometer steigenden Druck zu zeigen. Da hatte es nicht wie ein Schrei aus dem Kessel geklungen, wie der Schrei eines lebenden Wesens in höchster Todesnot. Einen Augenblick schien Henke zu wanken, sich an dem Ventil festhalten zu müssen. Dann stand er wieder aufrecht und regungslos wie eine Statue. Nur die Augen in dem bleichen starren Gesicht folgten dem Manometer Zeiger, der schnell und immer schneller stieg. Acht Atmosphären, zehn Atmosphären, seine Hand ließ den Ventilgriff fahren, immer noch die schwere Stange in der rechten ging er auf Altmüller zu, der ihn wie geistes abwesend anstarrte, Schritt für Schritt vor ihm zurück wich, weiter, immer weiter, bis die Saalwand ihn zum Halten zwang. Lass mich Henke, lass mich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Narr, verdammter Narr, du, was weichst du mir aus? Der Kessel Henke, mit bebenden Fingern wies Altmüller dorthin, der Kessel, bist du denn ganz toll geworden, was ist los mit dem Kessel? Der Kessel, du hast, drohend schwebte die Brechstange über Altmüllers Kopf, was habe ich, nichts habe ich, oder? Wie zum Schlage hob sich die Stange, abwährend streckte Altmüller die Hände aus, nicht schlagen Henke, nicht schlagen, hast du etwas gesehen? Altmüller flimmerte es vor den Augen, in tausend Spiegelungen brach sich das Licht der Lampen an den scharfen Kanten der stielenden Brechstange, nein Henke, ich habe nichts gesehen, die Stange senkte sich, stieß hart auf die tönenden Fliesen, ein weiseres Lachen kam aus Henkes Kehle, nichts gesehen, Altmüller, recht so alter Junge, das ist vernünftig von dir, ist nicht gesund, wenn man hier zu viel sehen will oder hören. Henke ging an einen Schrank und kam mit einer Flasche zurück, er riss den Pfropfen heraus und tat einen kräftigen Zug, nimm auch mal einen ordentlichen Altmüller, damit du auf vernünftige Gedanken kommst, er drückte dem Widerstrebenden die Flasche an die Lippen, nimm Mensch, wirst du schlucken. Erst nachdem der andere kräftig getrunken hatte, ließ Henke von ihm ab. Der scharfe Brandwein machte Altmüllers Augen Tränen und trieb ihm das Blut in die Wangen. So Altmüller, nun gefällst du mir besser, jetzt bist du wieder ein ganz anderer Mensch. Erst nach mehrfachem Räuspern und Husten konnte Altmüller wieder reden. Aber Henke, was denn Altmüller, Henke, wenn man den Kessel demnächst wieder aufmacht, dann wird Schafskopf. Vor drei Wochen wird er nicht wieder geöffnet. Aber dann Henke, in drei Wochen, dann wird man dämlicher Schafskopf. Wände kann man mit dir einrennen. Hier, trink erst nochmal. So, lass dir erzählen. Bei Blom und Voss in Hamburg, da hat mal ein Monteur seine Tasche mit Werkzeug und Frühstück im Kessel liegen stillgesetzt und der Mann konnte nach seiner Tasche suchen. Das eiserne Werkzeug hat er auf dem Kesselboden auch gefunden. Aber die schwere rindlederne Tasche Altmüller und das Frühstück einschließlich der Karbonade Knochen Altmüller davon war nicht mehr so viel. Er schnippte mit Daumen und Zeigefinger. Nicht mehr so viel vorhanden. Dampf und Heißwasser von zehn Atmosphären 14 Tage lang das reicht Junge da bleibt nichts übrig. Henke stellte die Flasche in den Schrank zurück und regulierte an dem Teil der Anlage für den er verantwortlich war. Altmüller fühlte sich unter dem Einfluss des starken Alkohols angenehm duselig und gleichgültig. Was ging's ihn an was Henke machte oder gemacht hatte? Er versuchte sich um seine Maschinen zu kümmern. Ein Glück, dass die auch ohne seine Hilfe liefen. Bei Beendigung der Frühschicht musste Henke den Schnarchenden erst wecken. Als Henke gegen Abend am Konsumverein vorbeikam, lief ihm die alte Feddersen über den Weg. Na Mutter Feddersen, immer noch rüstig zu Wege, wie geht's denn? Schlecht, Herr Henke, ach, so schlecht. Die Alte sah vergrämt aus. Na nun, Henke, der junge Wagner, der bei mir wohnte, so ein netter Mensch, immer so fidel, der ist nun wohl auch zu Schaden gekommen. Henke schüttelte den Kopf. Zu Schaden gekommen? Glaube ich nicht, Mutter Feddersen, sonst hätte man doch im Werk irgendetwas gehört. Wer weiß, wo der Bengel sich rumtreibt. Nee, nee, Herr Henke, die Alte fuhr sich mit einem Taschentuch über die Augen. Das war ein solider junger Mensch und gerade heute, wo es Schweinebraten bei mir gab und Thüringer Klöße, Herr Henke, nee, nee, da wäre er bestimmt nach Hause gekommen. Henke überlegte ein Weilchen. Habt ihr euch denn schon im Werk erkundigt, Mutter Feddersen? Ja, freilich, Herr Henke, beim Herrn Rübesam bin ich gewesen. So, bei Rübesam, was hat er denn gesagt? Der hat immer bloß den Kopf geschüttelt und hat ihn sehr ernst das Gesicht gemacht und den hat er gemeint, man müsse abwarten. Na also, Mutter Feddersen, da sehen Sie es ja, der Bengel treibt sich irgendwo rum, wenn ihm was zugestoßen wäre, müsste es Rübesam wissen, warten Sie nur ab, wer an Schweinebraten gewöhnt ist, kommt wieder. Die alte seufzte. Ich glaub's nicht mehr, Henke. Bis heute Abend um 8. hab ich's ja auch noch geglobt, aber da ist der Herr Rübesam selber noch mal zu mir gekommen und hat in dem Rudi seinen Sachen gekramt und als er dann weg gegangen ist, da hat er gesagt, Mutter Feddersen, hat er gesagt, es kann vielleicht eine Zeit dauern, bis der Junge wiederkommt. Nun glaub ich's nicht mehr, Herr Henke, es muss wohl doch was vorgekommen sein, adieu es auch, Herr Henke. Die Alte ging die Straße weiter, Henke pfiff nachdenklich durch die Zähne. Hatte das was zu bedeuten? Möglicherweise war das Fehlen Wagners schon um zwei Uhr beim Schichtwechsel an der Kontrolluhr aufgefallen. Auf jeden Fall hatte Rübesam durch die Erkundigung der alten Feddersen davon dass Wagner nicht aus dem Werk gegangen war. Bis dahin war alles klar, aber warum war Rübesam jetzt noch einmal gekommen und hatte Wagner Sachen durchsucht? Vielleicht hatte das eine ganz harmlose Ursache, aber Henke vermochte sie nicht zu finden. In Gedanken verloren ging er weiter. Plötzlich blieb er stehen und schlug sich vor die Stirn. Warum war er nicht gleich darauf gekommen? Das war doch das einfachste und nächstliegende. Natürlich musste Rübesam annehmen, dass die Gegenseite etwas gegen den Spion unternommen hatte. Selbstverständlich musste Rübesam damit rechnen, dass die Gegenseite versuchen könnte, die Sachen Wagners auf irgendwelche Aufzeichnungen hin zu durchsuchen. Dem war Rübesam eben einfach zuvor gekommen und hatte selbst in den Sachen gekramt, wie die alte Feddersen sich ausdrückte. Erleichtert ging Henke weiter. Überflüssige Mühe, Herr Rübesam. Die Gegenseite hat an den Lumpen dieses Bengels kein Interesse mehr. Monsieur Dupri, der Direktor des Musée des Arts in Genf, kam mit einem ansehnlichen Folianten an den Tisch zurück. Ich sehe mit Vergnügen, Herr Doktor, dass ich in Ihnen einen hervorragenden Kenner der altegyptischen Kunst vor mir habe. Es ist mir eine Ehre, Ihnen dieses Album vorzulegen. Hier haben wir die Fotos aller Stücke aus unserem Besitz. Er schob das aufgeschlagene Buch zu Kranzfeld hin. Dieser ließ die Seiten durch die Finger gleiten und blätterte, als suche er etwas. Vorzüglich, Herr Direktor, manches größere Museum kann Ihr Institut um diesen Besitz beneiden. Indes ich vermisse Suche vergeblich, ich las vor längerer Zeit in Deutschland von ihrer neuesten Erwerbung. Wenn ich mich recht erinnere, sollte es eine Statuette des Setos sein. Das eilt den Tatsachen voraus, Herr Doktor, unterbrach ihn der Direktor. Eine solche Statuette wurde uns in der Tat angeboten, aber der Preis, der ungewöhnlich hohe Preis, die Mittel unseres Institutes sind nicht unbeschränkt. Wir konnten nicht sofort handelseinig werden und haben uns Bedenkzeit ausgebeten. Schade, Herr Direktor, gerade die Statuette, so viel ich darüber weiß, muss sie ein hervorragendes Kunstwerk sein. Gerade diese Statuette hätte ich gern gesehen. Der Direktor erhob sich. Einen Augenblick, mein Herr, wenigstens im Bild kann ich sie Ihnen zeigen. Wir haben sie während der ersten Verhandlungen fotografiert. Er kehrte mit einigen Fotos zurück, die er vor Gransfeld ausbreitete. Aufmerksam betrachtete der Doktor die Bilder. Dann sprach er, während er langsam den Kopf wiegte. In der Tat, das ist die Statuette. Wie meinen Sie, Herr Doktor, Sie kennen das Kunstwerk? Gransfeld zog seine Brieftasche, aus der er zwei kleinere Fotos entnahm und vor den Direktor hinlegte. Nach einem Blick darauf sprang Monsieur Dupri mit der Lebhaftigkeit des Franzosen auf. Rätselhaft, Herr Doktor, unerklärlich. Sie besitzen ebenfalls Fotografien? Gar kein Zweifel, das ist dieselbe Stadt heute wie auf unseren Fotos. Wie der Händler versicherte, hatte er die Statuette geradeswegs aus Ägypten gebracht. Man kann auch in Ägypten fotografieren, Herr Direktor, unterbrach ihn Gransfeld. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass meine beiden Fotos in Syod in Ägypten aufgenommen worden sind. In Syod, Herr Doktor, merkwürdig. Der Händler, eine ernstzunehmende Persönlichkeit, erzählte, dass er sie in Assuan erworben und auf schnellstem Wege nach Europa gebracht habe. Ganz so schnell dürfte es nicht gegangen sein, Monsieur Dupree, denn die Bilder in Syod wurden bereits vor längerer Zeit gemacht. Doch lassen wir das. Für mich ist es besonders wichtig, dass auch Sie die Bilder für identisch halten. Für identisch? Es sind doch verschiedene Aufnahmen der Statuette. Sie missverstehen mich. Ich meine, dass alle diese Bilder ein und dasselbe Kunstwerk zeigen. Oder würden Sie es für möglich halten, dass zwei Statuetten der gleichen Art von solcher Ähnlichkeit, um nicht zu sagen Gleichheit, vorhanden sein können? Der Direktor schüttelte den Kopf. Das halte ich für ausgeschlossen. Es müsste denn geradezu sein, dass ihre Fotos nach einer Kopie oder sagen wir deutlicher einer Fälschung aufgenommen sind, denn die Statuette, die uns hier gezeigt wurde, war zweifellos echt. Onkel Georg hat sicherlich keine Fälschungen gekauft, dachte Kranzfeld bei sich. Laut fuhr er fort. Ich glaube gute Gründe zu haben, dass auch meine Bilder ein echtes Kunstwerk darstellen. Darüber würde ich mich gern mit Monsieur Megastopolus unterhalten, wenn er wieder hierher kommt. Megastopolus? Ah, Herr Doktor, Sie kennen den Herrn. Doch woher wissen Sie, dass er es war, der uns die Statuette anbot? Er legte Wert darauf, dass sein Name in den Pressenachrichten über diesen Handel nicht genannt würde. Ich kenne ihn von Ägypten her, Herr Direktor. Meine Vermutung, dass er Ihnen das Angebot machte, trifft also zu. Darf ich fragen, wann Sie ihn wieder erwarten? Dupri blätterte in einem Kalender. Heute haben wir Donnerstag. Er zählte an den Fingern. Sonntag, Montag. Er müsste nach der Verabredung am hoffentlich hat er sich die Sache inzwischen überlegt und lässt vom Preise etwas ab. Seine Forderung ist für unser Institut unerschwinglich. Gransfeld schrieb seine Hoteladresse auf und gab sie Dupri. Ich wäre Ihnen für eine Benachrichtigung dankbar, Herr Direktor, wenn Monsieur Megastopoulos wieder hier ist. Als Gransfeld ein leichtes Zögern bei dem anderen bemerkte, fügte er hinzu, Sie brauchen in mir keinen Nebenbuhler zu wittern, Herr Direktor, der Ihnen das Kunstwerk abspenstig machen will. Lediglich der Wunsch, Herrn Megastopoulos wiederzusehen, veranlasst mich zu der Bitte. Ein kurzer Abschied noch und der Doktor kehrte in seinen Gasthof zurück. Wie vor kurzem Monsieur Dupri zählte er jetzt an den Fingern. Vier lange Tage waren es noch bis zur Rückkehr dieses verdächtigen Griechen. Er hatte wenig Lust, diese Zeit über untätig in Genf zu sitzen. Von allen Seiten her winkten und lockten ja die schneigen Gipfel der Alpenwelt. In Rudeln zogen die Touristen mit ihren Skiern in die Berge. Warum sollte er es nicht ebenso machen? Der Plan für einen dreitägigen Ausflug war schnell zusammengestellt. Mit dem Dampfboot wollte er von Genf nach Nyon und von dort eine Wanderung über die Berge unternehmen. In zwei Tagen konnte er das neue Almhotel am Hange des Montandre bequem erreichen. Am dritten Tag dann zu Tal bis nach Oshim marschieren und von da mit dem Dampfboot nach Genf zurückkehren. Kurz entschlossen besorgte er sich Skier. Schon mit dem ersten Boot, das am Freitag Nachmittag zog er auf den Schneehängen des Montandre in nordwestlicher Richtung dahin. Auf die winterliche Landschaft brannte die Sonne mit fast tropischer Kraft vom stahlblauen Himmel herab. Ein blendendes Flimmern und Schimmern herrschte auf der weiten weißen Fläche, das nur die dunkle Schneebrille erträglich machte. Gransfeld wurde es warm, während er Kilometer um Kilometer auf den langen Brettern über die glatte Bahn dahin glitt. Bei diesem flotten Tempo war es höchstens noch eine Stunde bis zum Hotel de Montagne, überreichlich Zeit also. Er beschloss eine Rast zu machen und sah sich nach einem passenden Ruhepunkt um. Schräg vor ihm lag eine mächtige Schneewächte, darunter, soweit er erkennen konnte, ein größerer schneefreier Fleck. Das war ein idealer windgeschützter Platz, um sich zu strecken und zu sonnen. Er steuerte darauf zu. Je näher er kam, desto deutlicher traten die Einzelheiten hervor. Kleine Steine wuchsen zu großen Blöcken und dort er schob die Schneebrille auf die Stirn und schloss einen Augenblick von der Helligkeit geblendet die Augen. Dann schaute er schärfer hin. Saß da nicht schon jemand, irgendein anderer Tourist, der schon vor ihm die vorzüglichen Eigenschaften des Ortes als Raststelle erkannt hatte? Nun, der Platz war groß genug, um mehreren Raum zu bieten. Jetzt hatte er die Schneegrenze erreicht und löste die Skier von den Füßen. Langsam trat er näher. Ein junges Mädchen, etwa 20 jährig, saß dort allein. Ihr Gesicht war bleich und nur schwach, erwiderte sie seinen Gruß. Ihre Skier lagen neben ihr, der eine davon war zerbrochen. Gransfeld sah, dass das Mädchen Schmerzen litt. In kurzen Worten stellte er sich als Arzt vor und erfuhr, was geschehen war. Die junge Dame, Susanne Rasmussen aus Hamburg, hatte mit einer Pensionsfreundin eine Skitour auf dem Mont Tendre unternommen. Plötzlich war sie auf ein unsichtbares Hindernis gestoßen, einen unter dem Schnee verborgenen Stein. Der Ski zerbrach daran. Sie selbst war gestürzt. Vor zwei Stunden war dies geschehen. Mit Mühe hatte die Freundin sie bis hierher gebracht und war dann nach dem Hotel de Montagne geeilt, um Hilfe zu holen. Gransfeld bot Susanne Rasmussen einen ärztlichen Beistand an. Mit größter Vorsicht entfernte er den Stiefel von dem verletzten Fuß und fand den Knöchel stark geschwollen. Als er ihn abtastete und ein paar Mal kräftig bewegte, konnte sie einen Schrei nicht unterdrücken. Mutgnediges Fräulein tröstete er. Ich musste ihnen bei der Untersuchung wehtun. Dafür wissen wir jetzt, dass nichts gebrochen ist. Es ist nur eine Muskelzerrung. Sie brauchen vollkommene Schonung und in acht Tagen kann alles wieder gut sein, aber kühlen wollen wir sofort. Er ging und brachte seine Mütze mit Schnee gefüllt zurück. Mit einigen Tüchern, die er seinem Rucksack entnahm, legte er einen Schneeverband um das verletzte Glied. Keine unnützen Sorgen, gnädiges Fräulein, suchte Granzfeld, seine Patientin zu beruhigen, die immer noch recht schwach schien. Ich werde selbstverständlich bei ihnen bleiben, bis die Träger kommen. Wohltuend spürte Susanne die Kälte des schmelzenden Schnees, die den Schmerz allmählich betäubte. Ein Stärkungsmittel, das Granzfeld aus seinem Rucksack hervorholte, tat das Übrige. Das Blut kehrte in ihre Wangen zurück, die Schwäche wich und bald war ein angeregtes Gespräch zwischen beiden im Gang. Von ihrer früheren Pensionszeit in Lausanne erzählte sie, dass sie von Hamburg hierher gekommen sei, um an der Hochzeit einer Freundin teilzunehmen. Dann sprang die Unterhaltung auf Hamburg über, wo ihr Vater ein großes Ausfuhrgeschäft hatte, wie im Fluge verstrich die Zeit darüber. Ehe beide es sich versahen, kam die Freundin mit den Trägern vom Hotel zurück. Granzfeld griff kräftig mit zu, er half die Patientin auf die Bahrebetten und erneuerte den kühlenden Schneeverband. Dann brachen sie auf. Viel langsamer ging es als auf den Skiern und erst bei einfallender Dämmerung erreichten sie das Hotel. Hier sorgte Granzfeld für eine zweckmäßige Lagerung seiner Patientin und gab Vorschriften für die Behandlung, bevor er sich auf sein Zimmer zurückzog. Mancherlei Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als er allein war. Rasmussen? Ausfuhrgeschäft Hamburg? In Susannes Gegenwart hatte er nicht daran gedacht. Erst jetzt kam ihm die Erinnerung, dass der Name Rasmussen in Hamburg schon einmal sein Interesse erregt hatte. Sein Interesse? Nein, seinen Verdacht Rasmussen? Ein Name, der an der Wasserkante hundertmal vorkam. Es war nicht sicher, ja nicht einmal wahrscheinlich, dass jener Rasmussen in Hamburg der Vater seiner Patientin war. Susanne, die Tochter eines Mannes, der vielleicht zu dieser internationalen Bande gehörte, das war doch ganz unmöglich. Als unsinnig verwarf er den Gedanken. Ein Brief mit dem Poststempel Gorla kam in der Piccadilly Street in London an. Er war in einer Chiffre geschrieben, nur die Wissenden der Organisation, die den Schlüssel dazu besaßen, konnten ihn lesen. XC 17, neben dieser Chiffre stand der Name Henke im Schlüssel, meldete in diesem Brief, der Fall des früheren Stuarts Wagner ist erledigt, Dr. Gransfeld ist nach Genf gefahren und wohnt im Hotel Dülac. Ein anderer Brief in der gleichen Chiffre ging von der Piccadilly Street nach Haveste Hude in Hamburg. Er enthielt einen Befehl des Chefs an Rasmussen. Fahren Sie sofort unauffällig unter dem Vorwand, Ihre Tochter zu besuchen nach Genf. Steigen Sie im Hotel Dülac ab, behalten Sie den dort wohnenden Dr. Gransfeld im Auge, warten Sie neue Weisungen ab. Als CF Rasmussen den Brief gelesen hatte, setzte er sich unverzüglich auf die Bahn. Am Montag Mittag telefonierte Gransfeld Dupree an, ob Monsieur Megastopoulos sich bereits angesagt habe. Die Antwort des Direktors enttäuschte ihn. Von Monsieur Megastopoulos war ein Brief aus Paris gekommen, in dem er sich mit ziemlich nichtssagenden Gründen und auf ungewisse Zeit entschuldigte. Das einzige Ergebnis dieser Telefonunterhaltung war die Pariser Adresse des Griechen, die Gransfeld sich in sein Notizbuch schrieb. Verstimmt ging er in den Speisesaal. Während die Suppe vor ihm stand, begann er zu überlegen. Sollte er hier bleiben? Das war zwecklos. Sollte er nach Paris fahren und den Griechen dort zu fassen versuchen? Das war ein Weg, der vielleicht zum Erfolg führen konnte. Oder sollte er nach Gorla zurückkehren und dort zusammen mit Rübesam von der Bande fassen, was zu fassen war? Auch dies wäre eine Möglichkeit gewesen, doch die Frucht schien ihm noch nicht reif zum pflücken. Pflücken. Als das Essen mit Kaffee zu Ende ging, hatte er immer noch keinen Entschluss gefasst. Monsieur le Dr. Gransfeld, der Ruf riss ihn aus seinem Sinnen. Ein Hotelpage legte ein Telegramm vor ihn hin. Gransfeld öffnete es. Es war von Rübesam aus Gorla. Gransfeld las, schüttelte den Kopf, las zum zweiten, zum dritten Male und steckte das Telegramm endlich kopfschüttelnd in die Tasche. Um drei Uhr ging Gransfeld zum Bahnhof. Seine Unruhe hatte ihn viel zu früh auf den Weg getrieben. Eine gute halbe Stunde blieb noch bis zur Ankunft des Schaffenhausener Zuges. Ungeduldig lief er auf dem Bahnsteig hin und her. Unendlich langsam schien ihm der Minutenzeiger der Bahnuhr über das Ziffernblatt zu schleichen. Schon zum zehnten Male besah er sich die Auslagen am Zeitungsständer um die Zeit tot zu schlagen. Lärm von dem übernächsten Bahnsteig her rief ihn aus dieser Beschäftigung. Dort fuhr soeben der Pariser Schnellzug ein. Bremsen knirschten, Türen wurden aufgerissen, Rufe nach Gepäckträgern erfüllten die Halle. Im Augenblick war der Bahnsteig schwarz von Menschen. Ohne besonderes Interesse schaute Gransfeld auf das Gewimmel. Doch plötzlich wurden seine Augen weit. In der Menge dort sah er eine Dame, die ihm bekannt vorkam. War das nicht die verdächtige Rumänin aus Hamburg? Diese Madame Dimitriscu? Jetzt war sie schon wieder in der Menge untergetaucht. Umsonst blieb Gransfelds Bemühen, sie wieder zu entdecken. Doch er glaubte seiner Sache ganz sicher zu sein. Die Dimitriscu in Genf? Der Grieche war hier gewesen, würde vielleicht bald wiederkommen. War's Zufall, war's Verabredung? Unsinn, du siehst Gespenster am lichten Tage, suchte er sich selbst zu widerlegen. Und Rasmussen fuhr es ihm im gleichen Augenblick durch den Kopf. Unsinn, was hat das Mädchen mit den anderen zu tun? Nichts. In halblautem Selbstgespräch waren ihm die Worte über die Lippen gekommen. Die Reisenden des Pariser Zuges hatten sich allmählich verlaufen und die Zeit war darüber verstrichen. Noch fünf Minuten Gransfeld verglich seine Taschenuhr mit der Bahnuhr und besah sich zum elften Male die Ansichtspostkarten am Zeitungsstand. Endlich, der deutsche Zug rollte in die Halle. Gransfeld stellte sich am Ausgang auf und schaute nach rechts und nach links. Vergebens. Er konnte in der vorbeiwogenden Menge nicht entdecken, was er suchte. Da hörte er plötzlich eine bekannte Stimme dicht neben sich. Herr Doktor, Herr Doktor, da bin ich. Gransfeld schüttelte dem Sprecher beide Hände. Rudi, Junge, warum kommst du nach Genf? Was ist denn los? Aus Rübesams Telegramm bin ich nicht klug geworden. Herr Rudi schlug sich auf die Brusttasche, in der es knisterte. Nicht hier, Rudi. Komm erst mit zum Hotel. Da musst du mir alles erzählen und ich werde den Brief lesen. Doch wehst das Herz voll ist, das geht der Mund über. Schon während sie den Bahnhof verließen, begann Rudi zu erzählen. Ja, so war's, Herr Doktor. Ich hatte mir in dem Flur nebenan, wo ich die Isolatoren für die neue Leitung in die Wand zu setzen hatte, habe ich den einen Isolator ein bisschen tief hineingeschraubt und das hat dann ein Loch gegeben. Ich merkte es erst, als ich ihn wieder herausschraubte. Leider war's nur klein. Ich konnte bloß einen geringen Teil des Heroin-Sahles übersehen, aber ich konnte doch wenigstens etwas sehen und außerdem hören. Weiter Rudi, was ist dann weiter geschehen? Etwas ganz Merkwürdiges, Herr Doktor. Ich konnte durch das Loch nur die Saalecke mit dem leeren Kessel beobachten, in dem ich damals gesteckt hatte. Da kommt plötzlich Altmüller, kniet vor dem Kessel hin, horcht daran und fängt an, sich wie ein Verrückter zu benehmen. Dann kam Henke nach und der trieb es noch viel in den Kessel. Gransfeld war blass geworden. Rudi, Junge, die haben dich in dem Kessel vermutet. Wenn du da drin gesteckt wärst, nichts wäre von dir übrig geblieben. So etwas ähnliches habe ich mir ja auch schon gedacht, Herr Doktor, und Herr Rübeser meinte es ebenfalls. Aber Rudi versuchte zu lachen, die haben sich eben geirrt und ich weiß auch, was es gewesen ist. Was es gewesen ist, Rudi? Mensch, sprich doch, du kannst einen mit deiner Art zu erzählen auf die Folter spannen. Herr Doktor, jetzt lachte Rudi wirklich laut und herzlich. Eine Ratte muss es gewesen sein, die sich da in den Kessel verirrt hat. Von den Viechern gibt's mehr als genug in den Werken, obwohl überall Fallen gestellt sind. Eine ganz gemeine Ratte muss es gewesen sein, die da in den Kessel geraten ist und Lärm gemacht hat. Weiter Rudi, weiter, drängte Gransfeld. Was hast du dann gemacht? Ja, Herr Doktor, ich konnte ja nicht bloß sehen, sondern auch hören und da hatte ich schon gleich zu Anfang gehört, dass die beiden in dem Saal genau über mich Bescheid wussten. Also doch wieder verpfiffen, rief Gransfeld. Verpfiffen, Herr Doktor, die Leute wussten genau über mich Bescheid und über den Berliner Detektiv vom vorigen Jahr auch. Da bin ich dann gleich in die Wohnung von Herrn Rübesam gegangen und habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Und was hat Herr Rübesam getan? Herr Rübesam hat den Kopf geschüttelt und mich gar nicht mehr aus dem Zimmer gelassen. Ich musste in seiner Wohnung bleiben. haben wir zusammen Abendbrot gegessen. Weiter, weiter, das Abendbrot interessiert mich nicht. Als es dann Nacht geworden war, ist Herr Rübesam mit mir durch das Werk bis zum Nordtor gegangen. Das ist das Tor, durch das die Gleise vom Bahnhof her ins Werk laufen. Herr Rübesam hatte die Schlüssel dazu. Er hat aufgeschlossen und ist mit mir immer an den Gleisen entlang bis Reisegeld und den Bericht für sie mitgegeben. Dann kam der Zug schon. Er rief mir noch nach, er werde an sie telegrafieren. Ja, das ist alles. Und da bin ich nun eben hier, Herr Doktor. Sie hatten während der letzten Worte das Hotel erreicht und waren auf Granzfelds Zimmer gegangen. Der Doktor klingelte und ließ für Rudi erst einmal Abendbrot bringen, über das sich Lars Granzfeld den Brief Rübesams. Er enthielt die Bestätigung alles dessen, was Rudi ihm soeben erzählt hatte. Es konnte danach keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Bande über jeden gegen sie geplanten Schritt genau unterrichtet war und dass ihre Mitglieder offenbar vor keinem Mittel zurückschreckten. Nachdenklich faltete Granzfeld den Brief wieder zusammen. Am nächsten Tage wurde Granzfeld ans Telefon gerufen. Hallo, hier Dupree. Monsieur Megastopoulos hat heute geschrieben, dass ich ihn im Laufe der nächsten Woche bestimmt erwarten darf. Granzfeld bedankte sich für die Mitteilung und hängte den Hörer wieder an. Zu derselben Zeit saß der Grieche keine 100 Meter von Granzfeld entfernt im Hotel des Cetrochers einem bescheidenen Hause dritten Ranges und mit ihm zusammen saßen Mr. Morten, Herr CF Rasmussen und Frau Dimitriscu. Vier Mitglieder der Organisation waren beisammen, um Entschlüsse zu fassen. Dass der Doktor hinter uns her spioniert, steht außer Zweifel, begann der Grieche. Er ist auch bei Dupree gewesen. Mein Mittelsmann, einer der Museumsbeamten, hat mich darüber genau unterrichtet. Dr. Granzfeld hat bei dieser Unterredung ein auffälliges Interesse für meine Person an den Tag gelegt. Das haben sie sich selber zu schreiben, rief Morten knurrend dazwischen. Die ganze Geschichte haben wir ihrer Vorliebe für überflüssige Privatgeschäfte zu verdanken. Ihre Vorwürfe haben keinen Zweck, Mr. Morten, warf die Dimitriscu ein. Immerhin, mein lieber Morten, verteidigte sich der Grieche, sind wir durch dieses Privatgeschäft in der Lage, Granzfeld hier festzuhalten. Auf meinen zweiten Brief an Dupree hat er seinen Entschluss, Genf zu verlassen, vorläufig aufgegeben. Für wenigstens acht Tage haben wir ihn hier sicher. Es wird unsere Aufgabe sein, diese Zeit zu nutzen. All right, stimmte Morten bei. Der Mann muss weg. Der Genfer See ist groß, ein solider Messerstich und dann ins Wasser mit ihm. Der Teufel soll später sagen, wer es gewesen ist. Rasmussen schüttelte abweisend den Kopf. Es handelt sich aber um zwei, warf die Dimitrisco ein. Der Doktor steckt ja mit dem Wagner zusammen. Sie sind im Irrtum, Madame, widersprach Morten. Wagner ist in Gorla und soll dort erledigt werden. Hoffentlich ist es schon geschehen. Der Irrtum ist auf ihrer Seite Morten, erwiderte die Rumänin. Der Junge ist hier. Ich habe ihn gestern Abend mit dem Doktor zusammen gesehen. Undenkbar, murmelte Morten. Nach unseren Londoner Nachrichten haben sie sich getrennt. Van Holsten ist eigens deswegen nach Gorla gefahren und soll da mit Henke zusammen alles Nötige veranlassen. Der Bengel kann nicht hier sein. Die Rumänin machte eine schnippische Bewegung. Ich kann mich auf meine Augen verlassen, Mr. Morten. Der Junge ist hier. Morten die beiden hier erledigen, fragt sich nur wie und wo. Nach meinen Nachrichten, sagte Megastopolus, ist Gransfeld ein Freund von Bergtouren, ein gefährlicher und bisweilen recht ungesunder Sport, mein Herrn. Man kann dabei in Gletscherspalten fallen, mit einer Schneewächte abbrechen oder von einem Grat abstürzen. Es braucht nur der richtige Mann im rechten Augenblick dabei zu sein. Zum ersten Male die Beratung. Das nicht, meine Herren, das mache ich nicht mit. Überlegen sie irgendeinen anderen Weg, die beiden unschädlich zu machen, aber unternehmen sie keinen Mord. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Er erblasste plötzlich und sank zusammen. Sein Herzleiden hatte ihn wieder überfallen. Es bedurfte geraumer Zeit, bis er den Anfall mit kaltem Wasser und Digitalistropfen einigermaßen überwunden hatte. Hinfällig lag er in seinem Stuhl, Minuten verstrichen, bevor er widersprechen konnte. Abgebrochen und stoßweise kamen die Worte von seinen Lippen. Ich kann nicht mehr. Sie müssen mich entschuldigen. Er erhob sich und ging mit schwankenden Schritten zur Tür. Beraten sie ohne mich aber keinen Mord mehr. Die Tür fiel hinter ihm entschloss. Morden brach zuerst das Schweigen. Well, der Mann ist krank. Fürchte, er macht's nicht mehr lange. Müssen versuchen, ohne ihn zu einem Entschluss zu kommen. Ihr Plan wäre gut, fuhr er zu Megastoplos gewendet fort, wenn wir es nur mit einem einzigen zu tun hätten. Dass der Junge dabei ist, erschwert den Fall. Das Gelingen wird dadurch infrage gestellt. Ich glaube, wir werden auf das Wasser zurückkommen müssen. Das ist besser. Die weite Fläche des Lac Le Mans, da kann auch ein Boot mit Zweien unauffällig verschwinden. Man müsste sie dahin bringen, eine Bootspartie zu unternehmen. Haben wir sie erst einmal auf dem Wasser, dann erledigt sich alles andere von selbst. Besondere Bemühungen wird es dazu kaum bedürfen, warf die Dimitrisco ein. Ich hörte nämlich, Gransfeld sich bei dem Pförtner des Hotel du Lac nach Segelbooten erkundigt hat. Es scheint, als ob er eine Bootstour vorhabe. Nach Segelbooten? Glänzend. Morten sprang auf. Dann haben wir sie. Segelboot Abendflaute. Abends wird es auf dem See immer etwas neblig. Ein ungeschicktes Motorboot rammt ihnen den Kahn und die Sache ist erledigt. Der Grieche schüttelte den Kopf. Ihr Plan ist nicht sicher Morten. Es gibt zu viel andere Boote auf dem See. Man könnte den Unfall doch bemerken und zu Hilfe kommen. Dann wäre alles umsonst gewesen. Wir hätten mehr Schaden als Nutzen von der Sache. Er kniff die Lippen zusammen und dachte nach. Dann sprach er weiter. Ich habe einen ganz anderen Gedanken, einen besseren Plan, der ... mirigen Lächeln, der außerdem den Wünschen unseres Freundes Rasmussen Rechnung trägt. Während die anderen gespannt auf ihn blickten, drehte er sich gelassen eine Zigarette und weidete sich an ihrer Erwartung. Schießen sie endlich los, brummte Morten. Eh bien, meine verehrten Herrschaften, sie wissen alle, wie scharf die französische Polizei und Justiz hinter den Geschäftsleuten her sind, die mit der Ware handeln. Kalt und abweisend wurden die Gesichter um ihn herum. Man liebte es nicht, an die Gefahren des dunklen Gewerbes erinnert zu werden. Megastopolus tat als merke er's nicht und fuhr ruhig fort. Stellen sie sich vor, zwei deutsche Händler versuchen es, die verbotene Ware über den See in die geheiligten Gefilde Frankreichs einzuführen, natürlich ohne die Zollwache unnötig zu bemühen, aber die Zollbeamten haben durch gute Freunde Wind von der Sache bekommen. Man nimmt sie am Ufer in Empfang, das Boot und ihr Gepäck werden durchsucht und man findet, man findet Ware massenhaft bei ihnen. Jahre können vergehen, ehe diese beiden wieder aus der Maison d'Arry kommen, das französische Zuchthaus meine Herrschaften. Megastopolus pfiff leise vor sich hin, erschien auf diesem Gebiete persönliche Erfahrungen zu besitzen. Zuchthaus, wenn wir es richtig machen, kommen die beiden nach Cayenne, dann sind wir sie für immer los. Morten nahm das Wort. Der Plan sieht ganz verlockend aus, wie wollen sie es aber anstellen, Megastopolus? Ziemlich einfach, Morten, einer unserer Genfer Freunde, Monsieur Bouton, besitzt ein Segelboot, das für diese Zwecke besonders geeignet ist. Er knifft das linke Auge zu und guckte Morten an. Dieser wusste im Augenblick Bescheid. Das Boot war also für den Schmuggel mit der Ware eingerichtet und besaß verborgene Hohlräume. Megastopolus fuhr fort. Monsieur Bouton wird die Rolle eines Bootsverleihers zu spielen haben. Billigste Bootsmiete, außergewöhnlich günstiges Angebot. Seine Aufgabe ist es, den Doktor zum Mieten seines Bootes zu bewegen. Das übrige Wir werden leider nicht umhin können, eine reichliche Menge unserer Ware zu opfern, denn das Boot und das ist besonders wichtig, auch das Gepäck der beiden müssen gehörig gesalzen werden. Die Sache mit den Zollbeamten würde ich selbst durch meine Freunde auf der französischen Seite besorgen lassen. Und und dann viel Vergnügen im Zuchthause, Herr Dr. Gransfeld. Er stieß ein paar Rauchwolken aus und sah sich triumphierend um. Sie sind ein Satan, Megastopolus, rief die Dimitrisco. Well, der Plan ist gut, unterbrach Morten sie. Ich denke, wir nehmen ihn an. In längerer Sitzung wurden alle Einzelheiten des Anschlages genau besprochen und die Rollen verteilt. Dann trennten sie sich. Rasmussen war unmittelbar nach seiner Ankunft in Genf zu der Beratung der Wissenden gegangen und hatte danach eine schlechte Nacht verbracht. Erst am nächsten Morgen kam er dazu, sich nach Susanne, die bei einer befreundeten Familie abgestiegen war, zu erkundigen. Die Auskunft, die er am Telefon erhielt, erschreckte ihn. Susanne verletzt im Hotel de Montagne auf dem Krankenlager Der nächste Zug brachte ihn nach Lausanne. Die wundervolle Bahnfahrt am Ufer entlang der blinkende See, die Alpenriesen ringsherum, er sah kaum etwas von alledem. Seine Gedanken waren bei seinem Kind. Viel zu groß war seine Sehnsucht, um in Lausanne die Abfahrt des Autobus abzuwarten. Schon wenige Minuten nach der Ankunft des Zuges trug ihn ein schneller Kraftwagen über die Serpentinen der Bergstraße zum Hotel de Montagne. Als der Wagen an der Südseite des Hauses vorbeifuhr, erblickte er Susanne. Sie saß dort im vollen Sonnenschein auf der Terrasse. Zeitungen und eine Erfrischung vor sich. Erleichtert sprang er aus dem Wagen und begab sich nach oben. Susanne, mein Kind, du warst krank? Hast du dich verletzt? Ist wieder alles gut? Susanne ließ die Zeitungen sinken, Väterchen, du hier? Ist's möglich? Ja, du bist es wirklich. Keine Ahnung hatte ich, dass du nach Genf fahren wolltest. Was hat dich denn hierher geführt? Ein Schatten flog über Rasmussens Züge. Geschäftekind, die ewigen Geschäfte. Ach, wenn ich doch endlich einmal ausspannen könnte. Aber sprich von dir. War der Unfall schlimm? Susanne schüttelte den Kopf. Nicht so schlimm, Väterchen. Sie bewegte den Fuß, war. Der Knöchel ist schon wieder ganz heil. Nur noch etwas schonen soll ich den Fuß. Gewiss bist du unnötig erschrocken, als du davon hörtest. Das ist aber wirklich eine überflüssige Sorge, Väterchen. Morgen oder übermorgen wäre ich unter allen Umständen nach Genf zurückgekommen. Rasmussen hatte sich inzwischen an dem Tisch niedergelassen. Aber erzähle doch, Kind, wie konnte das geschehen? Du lieber dagegen und lag im nächsten Augenblick im Schnee. Dabei hatte ich mir den Fuß vertreten. Herr Dr. Gransfeld sagte nachher, es sei eine Muskelzerrung. Gransfeld? Dr. Gransfeld? Rasmussen stieß den Namen erregt hervor. Ist das der Arzt im Hotel de Montagne? Nein, Väterchen, das muss ich dir ausführlich erzählen. Alice hat mich mit Mühe und Not bis unter die Schneewächte geschafft und war dann zum Hotel geeilt, um Hilfe zu holen. Da lag ich nun allein und der Knöchel tat sehr weh. Mir war recht übel zumute, aber da kam ein Tourist auf Skiern heran und das war eben Herr Dr. Gransfeld. Er kühlte den Knöchel mit Schnee, dann hat er mir auch eine Arznei gegeben, nach der mir gleich viel besser wurde. Das wieder halb gesund, wenn er einen nur ansieht. Während Susanne erzählte, arbeitete Rasmussens Gehirn wie im Fieber. Gransfeld, ein deutscher Arzt, Dr. Gransfeld, hier am Gemfer See, es konnte nur derselbe sein, um dessen Willen er selber hier war. Der war mit Susanne bekannt geworden und hatte ihr Hilfe geleistet. Ein böser Zufall, der Rasmussen das Schwere, zu dem die Susanne erzählte weiter. Dann kam Alice mit den Trägern zurück. Herr Dr. Gransfeld half mich auf die Bahre legen und ging mit zum Hotel. Da hat er mir auch noch Hilfe geleistet und genaue Vorschriften gegeben, ehe er am nächsten Tage nach Genf. Väterchen, was ist mit dir? Oh Gott, wieder ein Anfall. Schon während der Erzählung Susannes hatte Rasmussen gefühlt, wie die Erregung ihm ans Herz griff, wie es wilder und immer wilder zu pochen begann, um dann plötzlich auszusetzen. Schwer atmend lag er im Stuhl. Hasse Susanne, meine Tropfen! Sie nahm das Digitalis Fläschchen aus seiner Tasche, schenkte frisches Wasser ein und gab ihm die Tropfen. Das Digitalin, das Alkaloid des Fingerhutes, ein tödliches Gift in der Hand des Unkundigen, ein heilkräftiges Mittel in der des Arztes, tat seine Wirkung. Allmählich wurde Rasmussens Herzschlag stärker und regelmäßiger. Langsam erholte er sich. Sorgenvoll blickte Susanne ihn an. Liebes Väterchen, willst du mir einen Gefallen tun, einen ganz großen Gefallen? Rasmussen nickte. Gern, mein liebes Kind, wenn dein Wunsch erfüllbar ist. Er ist erfüllbar, Väterchen. Du sollst mit mir nach Paris fahren. Rasmussen blickte sie erstaunt an. Nach Paris, Susanne? Was willst du in Paris? Ich? Gar nichts, Väterchen. Aber du, du sollst da zu Professor Morell gehen. Er ist Facharzt für Herzleiden und besitzt Weltruf. Tausenden hat er geholfen. Schon lange hatte ich mir vorgenommen, dich darum zu bitten. Aber nach Paris, Kind, wir haben doch in Hamburg auch gute Ärzte. Mag sein, Väterchen, doch bis jetzt haben sie dir nicht helfen können und offen herausgesagt, ich habe das Vertrauen zu ihnen verloren. Tu mir den Gefallen. Versprich mir, dass du mit mir nach Paris fährst. Von hier ist's gar nicht so weit und denke doch, Väterchen, wie schön das wäre, wenn Professor Morell dir helfen könnte, wenn du wieder ganz gesund würdest. Als Rasmussen sich an diesem Abend im Hotel de Montagne zur Ruhe begab, hatte Susanne ihm das Versprechen abgerungen. Er hatte eingewilligt, mit ihr nach Paris zu fahren, sobald seine Genfer Geschäfte erledigt seien. Fünftens auf dem Genfer See Kranzfeld saß im Hotel du Lac beim Frühstück. Schneeweißes lockeres Brot, dazu die gute Schweizer Butter. Hier lässt sich's wirklich leben, dachte er eben, als Rudi hereinkam. Morgen Rudi, du siehst ja mächtig unternehmungslustig aus, was hast du denn ausgeheckt? Rudi schmunzelte über das ganze Gesicht. Herr Doktor, sie sagten doch neulich, dass wir eine Segeltour machen wollten. Stimmt Rudi, aber die auch zu unverschämt. Für die Miete, die sie forderten, hätte man das ganze Boot ja beinahe kaufen können. Ja, Herr Doktor, aber jetzt habe ich einen entdeckt, der ist billig. So, was verlangt er denn für den Tag? Bloß 25 Franken, Herr Doktor. 25 Franken? Na, höre mal, Rudi, das wird wohl ein ziemlich trauriger Kahn sein. Nein, Herr Doktor, eben nicht, Rudi, wenn das alles stimmt, dann könnte man ja der Sache näher treten. Wer ist denn der Besitzer? Ein gewisser Monsieur Bouton, kein Bootsverleiher von Beruf. Er hat einen kleinen Laden in der Rue de Marie. Ich glaube, er macht das Geschäft auch nur ausnahmsweise, um einmal etwas nebenbei zu verdienen. Hast du ihm schon gesagt, dass wir gern allein segeln möchten. Ich habe keine große Lust, den ganzen Tag über einen fremden Menschen mit dem Boot zu haben. Jawohl, Herr Doktor, das habe ich ihm gesagt. Und was meinte er? Zuerst schien er nicht ganz einverstanden damit zu sein. Er hatte wohl Besorgnis, dass sein Boot in ungeschickte Hände kommen könnte. Aber dann habe ich ihm erzählt, dass Sie, Herr Doktor, ein vollendeter Segler sind. Lächelnd unterbrach ihn Granzfeld. Rudi, du sollst nicht schwindeln. Wieso, Herr Doktor, Sie können doch gut segeln. Und dann habe ich ihm noch gesagt, dass ich selbst ein alter Seemann bin. Jetzt musste Granzfeld laut lachen. Rudi, Rudi, auf der Usakammer ein Beefsteak auftragen oder mit dem Klüver und Schot umgehen sind sehr verschiedene Dinge. Naja, Herr Doktor, ich musste den Mann doch überzeugen, dass sein Boot bei uns in den allerbesten Händen ist. Das hatte dann auch glücklich eingesehen. Wir können das Boot sofort haben. Heute schon. Granzfeld warf einen Blick auf die Uhr. Es ist erst halb neun, das würde noch gehen. Fein, Herr Doktor. Rudi vollführte einen kleinen Freudensprung. Einen Segelwind haben wir heute, einen steifen Nordost, Wenn du ein alter Segler wärst, würdest du anders über den Fall denken, Rudi. Bei Nordost müssen wir auf dem Hinweg kreuzen. Wenn wir aber zurück mit glattem Wind nach Hause fahren wollen, bricht die übliche Flaute aus. Doch meinetwegen Il faut prendre le tom comme il vieux, sagen sie hier in Genf, besser Gegenwind als gar keinen Wind. Geh zu diesem Monsieur und mach die Rudi hatte nicht zu viel versprochen. Das Boot, das sich am Ronquay auf den Wellen wiegte, Celeste de Genève stand in goldenen Buchstaben am Bug, machte in der Tat einen guten Eindruck. Monsieur Bouton, klein, schwarz und beweglich, der Typ des Südfranzosen, war bereit, es Monsieur Le Docteur für eine Tagestour nach Ivoire ins Französische zu dem verabredeten Preis zu überlassen. Mit einem wasserfallartigen Wortschwall empfahl er größte Sorgfalt und Schonung, gab gute Tipps für die Verpflegung in Ivoire und half schließlich noch das Großsegelhissen. Gransfeld zog die Schot an, der Wind griff in die Leinwand und dem Drucke des Steuers gehorchend, fuhr die Celeste aus der Rohnmündung auf die weite Seefläche hinaus. Klatschend zerschnitt ihr Bug, die von Nordost heranrollenden Wogen. Sobald sie aus dem Schutz der Keh-Anlagen heraus waren, begann der rassige Rumpf auf- und abzutanzen. Aufpassen, rief Gransfeld Rudi zu, der auf dem Schwertkasten saß. Gleich werden wir über den Stark gehen. Wenn ich rufe, Baum kommt, musst du dich ducken. Dein Schädel mag ziemlich hart sein, aber der Segelbaum ist noch härter. Die Celeste war inzwischen an der Stadt vorbei, bis dicht an das Ostufer des Sees gekommen. Achtung Rudi, Baum kommt! Rudi machte eine tiefe Verbeugung. Gransfeld legte das Steuer um und holte das Großsegel nach Backbord herüber. Das Boot legte sich schräg und schoss im Nordkurs durch die Wellen. So, setz dich nach Steuerbord hinüber, Rudi! Gransfeld holte die Schot etwas an und beobachtete das Westufer. Ist das Schwert ganz herunter? Rudi prüfte die Schwertleine. Jawohl, Herr Doktor! Dichter kriege ich sie nicht an den Wind. Wir werden mit dem ersten Schlag bis Chantot kommen, dann wieder über stark ans Ostufer. Der dritte Schlag kann uns bis Selenie bringen. Mit dem vierten erreichen wir dann sicher Ivoire. Immerhin! Er blickte auf die Uhr. Jetzt ist's beinahe zehn. Vor zwei Uhr mittags können wir kaum in Ivoire sein. Rudi klatschte vergnügt in die Hände. Feindoktor! Vier Stunden segeln! Knorke! Knorkissimo! Edel Knorke! Gransfeld hielt sich die Hände an die Ohren, als ob sie ihn schmerzten. Rudi, tu mir den Gefallen und verschone mich mit deinen Berliner Redensarten. Übrigens, mein Jungchen, vier Stunden sind eine gehörige Zeit. Ich kenne einen jungen Mann, ich will keinen ansehen oder nennen, der sich durch einen gesegneten Appetit auszeichnet. Dem wird der Magen dabei wohl allmählich bis in die Kniekehlen hängen. Rudi lachte und deutete auf zwei straff gefüllte Rucksäcke. Keine Furcht, Herr Doktor, ich habe ordentlich für Mundvorrat gesorgt. Brot, Butter, Wurst und Käse. Meinetwegen brauchen wir überhaupt nicht an Land zu gehen, sondern können gleich bis ans andere Ende von dem Wässerchen fahren. Nettes Wässerchen, Rudi. Der Lac Le Mans ist rund 100 Kilometer lang, da dürften die Lebensmittel doch knapp werden, aber schön ist's auf dem Wasser. Bist doch ein Mordsbengel, dass du das gute billige Boot entdeckt hast. Gransfeld machte die Schot, die er bisher in der Hand gehalten hatte, fest und setzte sich ebenfalls nach Steuerbord hinüber. So Rudi, er holte eine Zigarre heraus. Wenn's jetzt noch gelingt, ein Streichholz anzuzünden, dann bin ich restlos zufrieden. Schmunzelnd steckte der Küster von Ivoire das reiche Trinkgeld in die Tasche, das ihm der englische Tourist gegeben hatte. Eh bien, ein wenig splinig, eh peu fou, waren sie ja alle, diese ausländischen Reisenden. Das war auch solch ein sonderbarer Gedanke, dass der lange Engländer und der andere kleinere Herr ausgerechnet aus der Glockenstube seines Turmes die Aussicht auf den See bewundern wollten. Wenn sie ein paar Kilometer landeinwärts in die Berge kletterten, hatten sie doch eine viel bessere Aussicht. Eh bien, c'est un défaut. Er schlug sich auf die Tasche, in der die silbernen Fünf-Frank-Stücker klemperten und ging vergnügt zu seinem Häuschen. In der Glockenstube des Kirchturms von Ivoire drehte der Engländer indessen eine Schraube in den Fensterbalken und befestigte ein gutes Fernrohr an der Schelle, die mit dieser Schraube verbunden war. Er drehte und richtete das Rohr auf das andere Ufer, bis die Häuser von Selenier im Gesichtsfeld erschienen. Dann richtete er weiter, bis sein Blick ein weißes Segel und einen schnittigen Bootsrumpf erfasste. Da kommen sie, Megastopolus. Er ließ den Griechen an das Rohr treten. Dieser schaute lange hindurch. Die Celeste scheint es zu sein, Morten. Zwei Leute sehe ich auch im Boot. Ob es die richtigen sind, lässt sich noch nicht erkennen. Morten schob ihn zur Seite, blickte durch das Rohr und sagte dabei, unnötige Sorge, Megastopolus. Wer anders sollte in dem Boot sein? Bouton hat selber hierher telefoniert, dass der Doktor und der Junge mit der Celeste losgefahren sind. Nur die können es sein. Ein halbes Stündchen noch und wir werden den Empfang sehen, den man ihnen hier bereitet. Oh, ein warmer Empfang wird das werden, unterbrach ihn Megastopolus. Meine Freunde haben gut vorgesorgt. Ich bin sicher, dass die Zollbeamten da unten die Celeste ebenso sehnsüchtig erwarten wie wir. Es wird ein großer Schlag und es gibt eine hohe Belohnung für sie. Die verhungerten Teufel können es gebrauchen. Sie werden vom Vaterstaat schlecht genug bezahlt. Morten trat von dem Fernglas zurück. Man kann jetzt schon sehen, dass ein Mann und ein Junge in dem Boot sind. In fünf Minuten werden wir sie genau erkennen. Recht geschickt übrigens, wie Bouton den Bengel auf den Leim gelockt hat. Wenn die beiden ahnten, mit was für einer feinen Fracht sie auf die Tour geschickt worden sind. Jetzt müsste man auch ihre Gesichter erkennen können. Schade, der Junge sitzt hinter dem Segel, aber der da am Steuer, wollen sie selbst mal sehen. Der Grieche drückte sein Auge an das Okular. Gransfeld, er ist's Morten. Jetzt haben wir den Burschen. Und den anderen auch, Megastopolus. Gransfeld ließ die Schot aus. Der Winddruck im Segel schwand und die Fahrt der Celeste verlangsamte sich. Achtung, Rudi, Schwert hoch! Rudi holte das Schwert in den Kasten ein und ging am Mast vorbei bis zur Bootspitze. Gransfeld warf das Steuer herum, das Boot schwenkte zum Landungssteg und glitt neben ihm entlang. Die Bugleine in der rechten sprang Rudi auf den Steg, zog es noch ein Stück näher an das Ufer und machte es fest. Auf einen Wink des Doktors kam er wieder in das Boot zurück und gemeinsam ließen sie das Segel nieder. So, mein Junge, da wären wir auf französischem Boden. Jetzt wollen wir uns mal die Sehenswürdigkeiten in Ivoire beschauen. Rudi war Gransfeld beim Übertreten aus dem Boot auf den Steg behilflich und beugte sich dann zu den Rucksäcken. Die wollen wir doch mit an Land nehmen, Herr Doktor. Gransfeld nickte. Meinetwegen, ja, wir können sie mitnehmen. Er wandte sich dem Boot zu, nahm die Säcke, die Rudi ihm herausreichte, in Empfang und stellte sie neben sich auf den Steg. Eben half er Rudi beim Heraustreten, als er hinter sich Stimmen hörte. Er wandte sich um. Zwei Zollbeamte waren auf den Steg gekommen und standen unmittelbar vor ihm. Die Herren kommen von Genf? Jawohl, meine Herren, haben sie in ihrem Gepäck etwas zu verzollen? Gransfeld schüttelte den Kopf. Nicht, dass ich wüsste, nur unseren Mundvorrat, außerdem einige schon gebrauchte Kleidungsstücke. Keinen Tabak, keinen Alkohol, nichts Zollpflichtiges? Gransfeld griff in die Brusttasche und holte seine Zigarettentasche hervor. Vier Zigarren und sechs Zigaretten, das ist unser Tabakvorrat, der dürfte wohl zollfrei sein. Ist zollfrei, bestätigte einer der Beamten und Gransfeld steckte die Tasche wieder ein. Der andere Zöllner war inzwischen neben die Rucksäcke getreten. Wollen die Herren ihr Gepäck öffnen? Rudi kniete nieder, knotete die Schnüre auf und öffnete die beiden Säcke. Soweit es sich überblicken ließ, enthielten sie nur ein paar Mäntel und Decken und mehrere Pakete, in denen Rudi seine Essvorräte verpackt hatte. Tag ein Tag aus kamen Boote vom schweizerischen zum französischen Ufer des Sees. Im Allgemeinen wurde die Zollkontrolle der Touristen nur als Formsache behandelt und möglichst schnell abgetan. Auch jetzt war zu erwarten, dass die Zollbeamten sich mit einem kurzen Au-Bien zufrieden geben und abziehen würden. Doch es kam anders. Packen Sie die Säcke aus. Rudi warf Gransfeld einen verstohlenen Blick zu und begann kopfschüttelnd den Inhalt der beiden Rucksäcke auf den Planken des Bootsteges auszubreiten. Pakete mit Wurst, Pakete mit Brot, mit Butter, mit Käse, Tüten mit Apfelsinen und Päckchen mit Schokolade, zum Schluss die Decken und Mäntel, die auf dem Grund der Säcke gelegen waren, kamen zum Vorschein. Mit Argus-Augen verfolgten die Zollbeamten jede Bewegung Rudis, bis die letzten Decken herauskamen und die Säcke leer waren. Einer der beiden Zollbeamten nahm sie Rudi aus der Hand und kehrte sie um, als suche er etwas, wodurch offensichtlich nichts zu finden war. Mit einem leichten Kopfschütteln gab er sie dem Jungen zurück und begann die Mäntel und Decken auseinander zu falten. Auch hier eine peinlich genaue Untersuchung. Jede Tasche wurde umgedreht, jedes Kleidungsstück befüllt, als ob irgendwo etwas eingenäht sein könnte. Auch hier war das Ergebnis der Untersuchung nicht zu beanstanden. Gemächlich packte Rudi die Kleidungsstücke wieder in die Rucksäcke. Als er die Hand nach den Lebensmittelpaketen ausstreckte, um mit ihnen das gleiche zu tun, geboten die Zollbeamten Halt. Öffnen sie diese Pakete, jedes einzeln. Rudi tat, wie ihm geheißen wurde. Jetzt reichte er das Brot hin. Einer der Zollbeamten zog ein Messer und zerschnitt es kreuz und quer in vier Teile. Das geht reichlich weit, meine Herren, legte sich Gransfeld ins Mittel. Der Beamte zuckte die Achseln. Bedauere sehr, mein Herr. Dienstvorschrift. Wir tun nur unsere Pflicht. Verärgert hielt ihm Gransfeld die Butter und den Käse hin. Bitte bedienen sie sich, schneiden sie weiter, wenn ihre Pflicht es verlangt. Das entschlossene Auftreten des Doktors schien zu wirken. Nicht mehr notwendig, Monsieur. Sie können diese Sachen wieder zusammenpacken. Während Rudi das tat, fragte der Beamte weiter. Haben sie sonst noch etwas Verzollbares im Boot? Gransfeld schüttelte den Kopf. Nein, wir haben überhaupt nichts mehr im Boot. Es ist leer. Wollen sie sich bitte selbst überzeugen? Die Beamten schienen unschlüssig. Sie steckten die Köpfe zusammen und flüsterten eine Weile miteinander. Endlich sprach der eine. Ich bedauere außerordentlich, mein Herr, doch unsere Pflicht, Sie verstehen, wir müssen auch das Boot untersuchen. Bitte, meine Herren, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Die Beamten sprangen in das Boot und fingen an, es Zoll für Zoll zu untersuchen. Sie krochen in das Kabelgatt im Vorderteil und steckten ihre Nasen in die Behälter unter den Segelbänken. Jede Planke, jedes Spand klopften sie ab, als ob es da verborgene Hohlräume geben könnte. Jetzt glaubten sie, am Schwertkasten etwas entdeckt zu haben. Verdächtig hohl klang die Mahagoni-Verkleidung beim Klopfen. Wieder flüsterten sie zusammen und berieten sich. Dann setzte der eine Zollbeamte sein Messer in eine kaum sichtbare Fuge und drückte es mit Gewalt hinein. Sie beschädigen das Boot, fuhr Kranzfeld auf. Wir haben es nur gemietet und müssen dem Eigentum für alle Beschädigungen haften. Der Zollbeamte hörte nicht auf ihn. Mit Gewalt drehte er das Messer. Der Spalt verbreiterte sich. Eine größere Holzfläche begann sich, um ein Scharnier zu drehen. Ah, ein Versteck, da haben wir's. Der Beamte griff mit der anderen Hand zu und öffnete die Geheimtür vollständig. Ein Hohlraum wurde sichtbar, aber er war vollkommen leer. Enttäuscht blickten die Zöllner sich an, während ein spöttisches Lächeln über Granzfelds Züge huschte. Bitte, meine Herren, fahren Sie mit Ihren interessanten Forschungsarbeiten fort. Es ist ungemein anregend, Ihnen dabei zuzuschauen. Vermutlich dürfte die Verkleidung auf der anderen Seite des Schwertkastens ebenso konstruiert sein. Da können Sie das Experiment wiederholen. Wie zwei Stoßvögel stürzten sich die Zollbeamten auf die angegebene Stelle. In der Tat fand sich hier die gleiche Geheimtür wie auf der anderen Seite. Doch das Ergebnis dieser Untersuchung war dasselbe. Ein vollkommen leerer Raum lag dahinter. Granzfeld hatte sich eine Zigarre angezündet und sah dem Treiben der Beamten belustigt zu. Wollen Sie es mich wissen lassen, meine Herren, wenn Sie mit ihren Nachforschungen zu Ende sind. Ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass ich nach gerade etwas Hunger verspüre. Das Restaurant des Hotels Bellevue wurde mir vom Eigentümer dieses Bootes als erstklassig empfohlen. Mit roten Köpfen krochen die Zollbeamten aus dem Boot. Bien, Monsieur, mit einem Stück Kreide malte der eine Zöllner einen Schnörkel auf jeden Rucksack. Sie können gehen, wohin es ihnen beliebt. Also gehen wir, Rudi. Auf Wiedersehen, meine Herren. Au revoir, Monsieur, au revoir. Während Kranzfeld und Rudi das Ufer betraten, guckten sich die Zollbeamten mit Gesichtern an, die alles andere als geistvoll waren. In der Glockenstube packte Morten den Griechen am Arm, dass dieser aufschrie. Was ist das, Megastopolus? Die Zollbeamten stehen wie Hammel auf dem Steg. Die beiden anderen gehen frei an Land. Was hat das zu bedeuten? Wir müssen hin und erkundigen, wie das möglich ist. Kommen Sie schnell! Der Grieche kochte vor Wut. Unbegreiflich heillose Wirtschaft! Kommen Sie, Morten, wir wollen Monsieur Thibaut aufsuchen! Der Grieche führte seinen Begleiter durch gewundene Seitenstraßen zu einem ziemlich ärmlichen und baufälligen Anwesen und sprach eindringlich mit dessen Besitzer. Dieser gestikulierte und schüttelte den Kopf. Unmöglich, Monsieur! Die Beamten sind unbedingt zuverlässig! Ganz ausgeschlossen, was sie denken! Ich will mich gleich erkundigen! Wollen Sie die Güte haben, hier zu warten? Der Franzose ging fort. Megastopolus ließ sich auf einer Bank vor dem Hause nieder. Morten rannte wie ein gereizter Stier auf und ab und antwortete auf jeden Zuspruch seines Gefährten mit Nach einer halben Stunde war Monsieur Thibaut wieder da. Verwirrung, Bedrücktheit, Ratlosigkeit waren aus seinen Minen zu lesen. Megastopolus fragte erregt, was hat's gegeben? Oh la la Monsieur, das ist eine böse Sache, eine sehr gefährliche Sache. Die Beamten sind wütend, très furieux Monsieur, weil wir ihnen falsche Nachrichten gegeben haben. Nichts war im Gepäck, auch nichts im Boot, gar nichts haben sie gefunden, obwohl sie alles mit größter Sorgfalt untersucht haben. Die Zollbeamten halten sich für gefoppt, Monsieur. Eine Anzeige wollen sie gegen diejenigen erstatten, die ihnen die Nachricht gegeben haben, wegen absichtlicher Irreführung der Zoll der Zollbehörde. Oh Monsieur, eine ganz böse Sache wird das, wenn die Justiz uns auf den Hals kommt. Monsieur Thibaut war vollkommen aus dem Häuschen. Er erging sich in einer wahren Flut von Unschulds Beteuerungen und Klagen. Morten zog den Griechen mit einem Ruck von der Bank auf. Kommen Sie Megastopolus, mit dem Narren ist nichts anzufangen, aber er ballte die Fäuste, als ob er einen unsichtbaren Gegner zerreißen wollte, ich werde die Sache auf eine andere Art zu Ende bringen. Megastopolus sah, dass sein Gefährte vor Wut außer sich war und versuchte beschwichtigend auf ihn einzureden. Ich bitte Sie, lieber Freund, keine Unüberlegtheiten. Der Teufel ist Ihr lieber Freund, knirschte Morten Grimmig. Einen sauberen Plan haben sie ausgeheckt. Scheint griechische Manier zu sein, durch andere die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen, ist ja auch bequemer als die eigene Haut zu Markte zu tragen. Megastopolus fuhr auf. Sie werden beleidigend morden, mäßigen sie ihre Sprache, wir haben bei unserer letzten Beratung alles genau überlegt und meinen Plan als den besten angenommen. Weil sie uns beschwatzt haben, jetzt habe ich satt, jetzt wird's auf meine Weise gemacht. Mit langen Schritten ging er nach dem Seeufer hin, so dass Megastopolus ihm kaum zu folgen vermochte. Am Nachmittag gegen 5 Uhr kamen Gransfeld und Rudi zum Bootsteg zurück. Prüfend blickte der Doktor nach dem Wetter. Wollen hoffen, Rudi, dass der Wind sich hält. Mit Hilfe des Jungen hisste er das Segel und brachte die Celeste vom Steg ab. Ist er ein großartiger Segelwind, Herr Doktor, meinte Rudi, als die Leinwand sich bauschte und das Boot unter starkem Druck auf das offene Wasser hinaus lief. Vorläufig ja, Rudi, aber bis Genf sind's gut und gern 30 Kilometer. Auch im besten Falle kommen wir erst bei voller Dunkelheit ans Ziel, immer vorausgesetzt, dass uns die Abendflaute keinen Strich durch die Rechnung macht. Dann haben wir doch noch den Hilfsmotor, Herr Doktor. Naja, Rudi, aber wenn wir nur auf den angewiesen sind, dann kann's noch viel später werden. Die Wolken da drüben nach Lausanne hin gefallen mir nicht. Hoffen wir das Beste. Die Celeste war inzwischen um das Kap von Ivoire herumgekommen und lief mit vollem Segeldruck nach Südwesten in der Richtung auf Genf über das Wasser. Gransfeld winkte Rudi zu sich heran. Höre mal, du alter seebefahrener Mann, jetzt muss ich dir fünf Minuten Schot und Steuerpinne anvertrauen, schmeiße mir bitte den Kahn nicht um, während ich den Klüver setze. Gransfeld ging nach vorn und hisste das dreieckige Klüversegel. Unter dem verstärkten Druck vergrößerte die Celeste alsbald ihre Fahrt. Befriedigt nahm er das Steuer wieder in die Hand. Das Boot läuft gut, Junge, so macht das Segeln Spaß. Er warf einen Blick auf Rudi, der sich an einem der Rucksäcke zu schaffen machte. Menschens Kind, hast du schon wieder Hunger? Na, ich gönne dir's. Wo wären wir jetzt vielleicht ohne deinen gesegneten Appetit? Rudi lachte über das ganze Gesicht. Die beiden Zöllner in Ivoa heute Mittag. Ich habe mir beinahe die Zunge abgebissen, um nicht laut heraus zu platzen. Gransfeld schüttelte den Kopf. Du hast gut lachen, Rudi. Die Sache war mächtig ernst. Ich bekam keinen schlechten Schreck, als du heute Vormittag auf der Hinfahrt das Beutelchen aus dem Rucksack herausfischtest. Während Gransfeld dies sagte, flogen seine Gedanken zu den Ereignissen des Vormittags zurück. Verdankten sie es nicht einem glücklichen Zufall, dass sie hier frei über die Seefläche dahin segelten? Wie anders wäre die Sache verlaufen, wenn Rudi sich nicht zwischen Chantan und Hermans über den Proviant hergemacht hätte. Hast wohl ein Loch im Magen, Junge, das du jetzt schon wieder futtern musst? hatte ihn Gransfeld gefragt. Aber Rudi hatte sich dadurch nicht stören lassen, sondern seine Schätze auf dem Schwertkasten ausgepackt, Pakete, Tüten, Päckchen und dabei plötzlich ein Leinenbeutelchen in der Hand gehalten. Na nu, jetzt schlägt's aber 13. Was hast du, Rudi, machst dir ein Gesicht wie die Katze wenn's donnert? Ja, sehen Sie bloß, Herr Doktor, der Beutel hier, den habe ich nicht in den Sack getan. Das ist ja beinahe so ein Ding wie bei Tarantula in Port Said. Zeig mal her, Rudi. Gransfeld hielt den Beutel in der Hand. Du hast ihn nicht in den Sack getan? Ausgeschlossen, Herr Doktor. Ich weiß doch, was ich eingepackt habe. Ich habe unsere Rucksäcke auf die Celeste gebracht, dann bin ich ins Hotel zurückgekommen, um sie abzuholen. Jemand anders muss uns das in der Zwischenzeit hineingesteckt haben. Bei Rudis letzten Worten ließ Gransfeld die Schot fahren. Während das Boot ohne Segeldruck auf dem Wasser schaukelte, untersuchte er den Inhalt des Beutels. Er enthielt ein weißes bitteres Pulver. In weitem Bogen schleuderte Gransfeld das Ganze in den See. Jetzt Rudi müssen wir erstmal die beiden Rucksäcke auf das genaueste untersuchen, ob sich da etwa noch mehr von der Sorte vorfindet. Bis auf den Grund hatten sie die beiden Säcke geleert, jede Decke, jedes Kleidungsstück ausgeschüttelt und dabei waren noch drei andere Beutel über Bord geflogen. Während Rudi die Rucksäcke wieder Boot dicht am Wind, dass es kaum noch Fahrt machte. Er zweifelte keinen Augenblick, dass er es hier mit einem Anschlag der Bande zu tun hatte. Alle Achtung, an Gerissenheit ließ das Plänchen nichts zu wünschen übrig. Man hatte ihm Rauschgift ins Gepäck geschmuggelt und ihn auf diese Weise den französischen Behörden in die Hände spielen wollen. Nur durch einen glücklichen Zufall hatte er das entdeckt. Hätte die Bande ihm das Zeug nicht gerade in sein Gepäck, sondern irgendwo im Boot versteckt, so ein neuer Verdacht kam ihm. Rudi, schrie er den Jungen an, der eben mit dem Packen der Rucksäcke fertig geworden war. Rudi, wahrscheinlich ist noch mehr von dem Zeug im Boot versteckt. Wir müssen es sogleich ganz genau untersuchen. Dann hatten sie es durchsucht, mit einer Gründlichkeit, die derjenigen der Zollbeamten in Ivoire in nichts nachstand, waren sie in jeden Kasten und in jeden Winkel gekrochen. Während Rudi die Celeste dicht am Wind auf der Stelle halten musste, hatte Kranzfeld selbst jeden Quadratfuß abgeklopft und dabei auch die Geheimräume am Schwertkasten entdeckt. Einige 20 Pfund der verschiedensten Narkotika waren dabei zum Vorschein gekommen und kurzerhand in den See geflogen. Die Herrn Morten und Kompanie hatten sich ihren Anschlag etwas kosten lassen. Eine gute Stunde hatte die Suche gedauert, während die Celeste fast auf der Stelle trieb. Dann hatte sich Kranzfeld wieder an das Steuer gesetzt. Schwere Zweifel quälten ihn. Sollte er lieber sofort an das schweizerische Ufer zurückkehren oder sollte er die Tour so durchführen, wie sie geplant war. Einen zwingenden Grund für die Umkehr gab es eigentlich kaum noch. Von der gefährlichen Schmuggelware hatten sie die Celestia gründlich gereinigt. Kranzfeld versuchte sich ganz in den Plan der Gegner hinein zu denken. Schmuggelware nur in den Hohlräumen des Bootes. Die Insassen hätten behaupten können, dass sie nichts davon wüssten, das Boot so wie es hier war, gemietet hätten. Auch ihr Gepäck musste also gesalzen werden. Das war die Stärke und gleichzeitig auch die schwache Seite des Planes. Fanden die Zollbeamten Schmuggelware in den Rucksäcken, dann ging auch alles andere zu Kranzfelds und Rudis Lasten und sie waren hoffnungslos verloren. Aber die Möglichkeit bestand immerhin, dass sie diese Kuckuckseier entdeckten und so weit war es nun in der Tat dank Rudis gutem Appetit auch gekommen. Die Gefahr war restlos beseitigt. Aus dem Benehmen der Zollbeamten in Ivoire würde er ersehen können, ob seine Vermutungen stimmten. So hatte sich Kranzfeld entschlossen, doch nach Ivoire zu fahren und so hatte sich dort jene Szene abgespielt, die Morden zur Raserei brachte. Kranzfelds Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück. Sonnenbestrahlt lag der See vor ihm und mit westlichen Kurs. Für den Augenblick glaubte er kaum etwas von der Bande fürchten zu müssen und bald so hoffte er würde er zugreifen und wenigstens einem Teil der üblen Gesellschaft das Handwerk legen können. Kam der Grieche jetzt endlich nach Genf, hatte er wirklich die gestohlene Statuette bei sich, dann würde er diesen als den ersten hinter Schloss und Riegel setzen lassen und danach weitergreifend Glied für Glied der langen Kette fassen bis hin zu jenen des Mordversuches Verdächtigen im Gorlawerk. Die Celeste befand sich auf der Höhe von Coupé als ein Wetterumschlag einsetzte. Der Wind ließ nach. Das Gewölk über Lausanne war heraufgekommen und verdeckte die Sonne. Die Wellen, die eben noch Schaumkronen zeigten, rollten flach und träge. Dumme Geschichte, jetzt kommen wir doch noch in die Flaute, Rudi. Während Gransfeld dies sagte, sah er sich prüfend nach allen Seiten um. Wenn es so weitergeht, können wir in einer halben Stunde Nebel und Regen haben. Er bemühte sich, durch Auslassen der Schot so viel wie möglich von der schwachen Brise im Segel zu fangen. Aber bald wollte auch das nichts mehr helfen. Der Wind schlief vollständig ein, die Ufer verschwammen in diesigem Dunst und die ersten Tropfen begannen zu fallen. Da haben wir den Salat, die Regenmäntel her, Rudi, schnell, oder wir werden auch noch nass bis auf die Haut. Er zog sich den Mantel über. So jetzt ist der Motor unsere letzte Rettung. Wir wollen versuchen ihn in Gang zu bringen. Rudi war schon dabei. Er arbeitete an der Kurbel bis ihm der Schweiß von der Stirn lief. Das Biest will nicht anspringen, Herr Doktor. Auch noch dieser Schmerz. Kranzfeld überließ Schot und Steuerpinne sich selbst und kniete neben Rudi bei dem Motor nieder. Kompression ist da, Doktor und Betriebsstoff auch. Sehen Sie, der Vergaser tropft. Dumme Geschichte, Rudi. Da kann es nur an der Zündung liegen. Wir müssen uns die einmal vornehmen. Hast du einen Schlüssel für die Kerzen? Kranzfeld untersuchte noch einmal den Vergaser, während Rudi unter den Schraubenschlüsseln im Werkzeugkasten wühlte. Ein Geräusch von draußen ließ ihn aufhorchen. Ich glaube, ein Motorboot ist in der Nähe, Herr Doktor. Das könnte uns vielleicht in Schlepp nehmen. Ich will mal sehen. Er griff nach dem Waschbord und richtete sich halb auf. Sah, wollte schreien, da ein ohrenbetäubendes Krachen und Splittern. In dem dichten Nebel hatte ein Motorboot in voller Fahrt die Celeste Mitschiffs gerammt. Ein starkes Stahlboot musste es sein, denn wie sprödes Glas brach der leichte Mahagonirumpf der Celeste durch den Anprall in zwei Teile. In schwerem Schwall stürzten die Wasser über Rudi und Kranzfeld zusammen. Die Celeste war zerschmettert, ihre Insassen waren in den Fluten begraben. Das Boot, das den Unfall verschuldet hatte, war schon wieder im Nebel verschwunden, wie ausgelöscht von der Seefläche. Nur Rudi gelang es, sich zur Oberfläche empor zu arbeiten. Vergeblich schaute er sich nach Kranzfeld um. War dieser durch den Zusammenprall verletzt oder betäubt untergegangen. Sie hatten beide im Hinterschiff bei dem Motor gekniet, als der verhängnisvolle Stoß die Celeste im vorderen Teil an der Stelle des Mastes zerschnitt. Wenige Schritte von Rudi entfernt trieb das Hinterschiff Kiel oben auf dem Wasser. Mit kräftigen Stößen schwamm er darauf zu. Mit beiden Händen packte er die Kielleiste und versuchte das Hinterschiff mit seinem ganzen Körpergewicht herumzuwerfen. Zweimal, dreimal misslang es. Beim vierten Male glückte es ihm, das Wrackstück auf die Seite zu legen. Luft, die sich darin gefangen hatte, sprudelte heraus. Nicht mehr von ihr getragen, sackte das durch den schweren motorbelastete Wrackstück weg und verschwand in die Tiefe. Allerlei rissen die mit Gewalt aus dem Trümmerstück entweichenden Luftmassen mit nach oben. Einen Rucksack sah Rudi auf der Seefläche auftauchen, eine Mütze und dann etwas langes Dunkles. Mit wenigen Stößen war er daneben. Seine Hände fühlten den Körper Kranzfeld. War er tot, war er nur ohnmächtig. Rudi wusste es nicht. Der Mast, der Celeste, durch den Stoß aus dem Rumpf gebrochen, trieb dicht neben ihm. Dorthin zog er den regungslosen Körper und band ihn mit der Schot so auf das Holz, dass der Kopf über den Wellen war. Er versuchte dann, sich selber auf den Mast zu schwingen und rittlings darauf zu sitzen, doch das Holz vermochte die doppelte Last nicht zu tragen. Kranzfelds Kopf kam dabei unter Wasser. Rudi blieb nichts anderes übrig, als sich neben dem Mast treiben zu lassen und sich nur leicht an ihm festzuhalten. Seine Gedanken wanderten rückwärts. Hatte er nicht schon einmal im Wasser gelegen, im offenen Meer vor Port Said, in einem Wasser, in dem es Haifische gab, wo die tückische Strömung ihn auf die hohe See zu treiben drohte, und war er nicht doch glücklich davon gekommen? Diese Erinnerung gab ihm Hoffnung und Mut zurück. Nur wer sich selbst aufgibt, der ist verloren. Das alte Sprichwort ging ihm durch den Sinn. Einmal musste ja schließlich der Nebel weichen und dann es war beinahe Vollmond, dann musste Rettung möglich sein. Wenn er nur wüsste, wie es mit Dr. Kranzfeld stünde. Er versuchte dessen Puls zu fassen, konnte aber keinen Pulsschlag fühlen. Die Nacht kam herauf. Noch immer war der Himmel bezogen, nur hin und wieder brach der Vollmond durch das Gewölk und übergoss den See und die Berge mit seinem Licht. Der Brust eines Schlafenden vergleichbar hob und senkte sich die weite Seefläche in einer leichten Dünung. Um 10.30 Uhr verließ das letzte Dampfboot der Linie Lausanne Genf die Brücke von Copé. Mit Südkurs stieß es ab, um auf kürzestem Weg Genf zu erreichen. Tout vapeur ging das Kommando von der Brücke in den Maschinenraum. Mit voller Kraft schlug die Schraube das Wasser. Vorn am Bug stand ein Bootsmann und hielt Ausguck. Plötzlich horchte er auf. Wie ein Ruf war's von fern an sein Ohr gedrungen. Amor Amor Er späte in die Richtung aus der der Ruf zu kommen schien und lauschte. Amor Amor klang es da wieder und nun der Mond kam eben wieder durch die Wolken glaubte er Backbord voraus etwas dunkles treiben zu sehen. Jetzt schien es in dem trügerischen Licht zu verschwinden. Jetzt war es wieder da. Der Bootsmann lief auf die Brücke. Er wies mit der Hand die Richtung. Der Schiffspatron blickte dorthin. Jetzt wieder Auch der Patron glaubte etwas auf der Wasserfläche zu sehen. Das Ruderrad in seiner Hand drehte sich. Das Boot nahm leichten Linkskurs. Immer näher kam es der Stelle und bald war kein Zweifel mehr möglich. Ein gebrochener Mast trieb auf dem Wasser, zwei Gestalten klebten daran. Die eine hob den Arm, winkte, schwenkte etwas in der Hand und schrie Amor 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 Stopp ging das Kommando von der Brücke in die Maschine und die Schraube stellte ihr wirbelndes Spiel ein. Langsam glitt das Dampfschiff bis dicht an die Unfallstelle heran und setzte ein Boot aus. Amor noch einmal stieß Rudi den Hilferuf aus. Dann, während kräftige Matrosenfäuste ihn ergriffen und ins Boot zogen, schwanden auch ihm die Sinne. Bewusstlos war auch der andere, den sie zuerst vom Mast losbinden mussten. Bis zum Äußersten erschöpft und verklammt waren alle beide durch den stundenlangen Aufenthalt im kalten Wasser. Man brachte die Schiffbrüchigen in eine Kabine und zog ihnen die triefenden Kleider vom Leibe. Während das Dampfboot seine Fahrt fortsetzte, wurden sie in wollene Decken gehüllt, gerieben und frottiert, bis die Erstarrung wich, bis ihr Blut wieder kräftig durch die Adern zu rollen begann und die Lebensgeister zurückkehrten. Um zwölf Uhr nachts machte das Dampfboot am Rohnkeh fest. Außer anderen Fahrgästen verließen zwei etwas abenteuerliche Gestalten das Schiff. Ihre groben Matrosenanzüge waren bestimmt nicht nach Maß gemacht. Ein nasses Bündel, das der Jüngere über dem Arm trug, zeugte vom überstandenen Schiffbruch. Es ging schon stark auf Mittag, als Gransfeld am nächsten Tage aus dem Bett sprang. Ein langer wohltuender Schlaf hatte seiner kräftigen Natur geholfen, die üblen Folgen des nassen Abenteuers zu überwinden. Er dehnte die Glieder, reckte und streckte sich. Alles heil. Bei dem Zusammenprall war er mit der Schläfe gegen den Motor der Celeste geschleudert worden und hatte durch den schweren Stoß die Besinnung verloren. Aber Gott sei Dank, er betastete sich von allen Seiten, bis auf ein paar blaue Flecke und Beulen war er gut davongekommen. Was war's mit jenem Unfall? In schwerem Nebel hatte sie ein Motorboot gerammt. Es konnte ein unglücklicher Zufall sein. Doch warum hatte das andere Boot nicht sofort abgestoppt? Warum hatte es nichts zu ihrer Rettung unternommen? War es bei dem Zusammenstoß ebenfalls stark beschädigt worden? War es vielleicht manövrierunfähig, womöglich sogar gesunken? Oder hatte es nach ihnen gesucht und sie im Nebel nicht finden können? Das alles war möglich, aber es wurde Gransfeld schwer, an diese Möglichkeiten zu glauben. War es dies aber nicht, dann konnte es nur ein neuer Streich der Bande sein, die sich seiner um jeden Preis zu entledigen versuchte. Dann war es am Ende nicht gut, noch länger in Genf zu bleiben. Während Gransfeld sich zog, klopfte es und Rudi einen Matrosenanzug unter dem Arm kam herein. Ihm war von dem kalten Bad überhaupt nichts mehr anzumerken und munter schwatzte er darauf los. Ich möchte zum Kai gehen, Herr Doktor, und die geliehenen Sachen zurückbringen. Das Dampfschiff geht um ein Uhr mittags wieder ab. Gransfeld warf einen Blick auf die Uhr. Da hast du noch anderthalb Stunden Zeit, Rudi. Das eilt doch nicht. Erzähle mir lieber, was du von der gestrigen Sache hältst. Du gucktest doch gerade über den Bordrand, als der Zusammenstoß erfolgte. Hast du nichts von den Leuten in dem anderen Boot gesehen? Es ging alles so schnell, Herr Doktor. Als ich den Kopf hochbrachte, war das Motorboot schon heran und rammte im nächsten Augenblick die Celeste. Ich glaube zwar etwas gesehen zu haben, aber behaupten kann ich es nicht. Es ist auch nicht nötig. Sage mir nur genau, was du gesehen hast oder gesehen zu haben glaubst. Konntest du zum Beispiel erkennen, wer das Boot steuerte? Nein, Herr Doktor, das nicht. Der Mann am Steuer war nicht zu erkennen. Aber neben ihm habe ich im letzten Er hatte ein schmales gelbes Gesicht mit einem dunklen Spitzbart und schwarzen Augen. Herr Doktor, es waren eklige Augen, schwarz und brennend, die habe ich ganz bestimmt gesehen und die werde ich auch so leicht nicht wieder vergessen können. Gransfeld fühlte sein Herz einen Augenblick schneller schlagen. Ein schmales gelbes Gesicht, dunkle Augen und ein dunkler Spitzbart. Die Beschreibung konnte auf den Griechen passen, aber ebenso gut auch auf viele andere. Die Leute hier waren fast ausnahmslos brünett. Angehörige einer dunkelhaarigen romanischen Rasse. Auch der spitze Kinnbart wurde noch von vielen getragen. Einen sicheren Anhalt vermochte ihm das, was Rudi gesehen haben wollte nicht zu geben, aber es war geeignet, einen schon vorhandenen Verdacht zu nähern. Es ist gut, Rudi, wir wollen später noch einmal darüber sprechen. Wenn du schon gefrühstückt hast, kannst du die Kleider auf das Schiff zurück bringen. Er nahm einen Matrosenanzug, der aus grobem blauen Loden gefertigt war vom Stuhl und gab ihn Rudi. Einen feinen Eindruck müssen wir in der Kluft gemacht haben, Junge. Wundert mich, dass uns der Pförtner damit ins Hotel gelassen hat. Na, wir wollen nicht undankbar sein. Das Zeug Nachdem Rudi verschwunden war, vollendete Gransfeld seine Toilette und ging in den Frühstückssaal. Um diese späte Stunde war er der einzige Gast. Mit gutem Appetit machte er sich über eine Portion Spiegeleier auf Schinken her, als eine junge Dame in den Saal kam und an einem der Tische Platz nahm. Gransfeld blickte auf. Er erkannte sie und merkte, dass auch sie ihn wiedererkannte. So trat an ihren Tisch, um sie zu begrüßen. Gnädiges Fräulein, ich freue mich, sie wohl und gesund wiederzusehen. Ist alles glücklich überstanden? Susanne Rasmussen reichte ihm die Hand. Ja, Herr Doktor, ich bin wieder wohlauf. Alles alright, wie wir in Hamburg sagen. Ich konnte schon vor einigen Tagen aufstehen. Gestern Morgen haben wir das Hotel der Montagne verlassen und sind hierher gekommen. Aber ich störe sie offenbar bei ihrem Frühstück, wie ich sehe. Oh, bitte sehr, durchaus nicht gnädiges Fräulein. Doch, Herr Doktor, Spiegeleier auf Schinken wollen warm gegessen werden. Wenn es ihnen recht ist, nehme ich bei ihnen Platz. Ich muss meinem Retter in der Not doch noch meinen Dank aussprechen. Auch mein Vater wird sich freuen, sie kennenzulernen. Während gestern ein feuchtes Abenteuer, das um ein Haar schief abgelaufen wäre. Oh, Herr Doktor, was ist das gewesen? Aber dort kommt mein Vater. Gestatten Sie, sie eilte zu Rasmussen und brachte ihn an den Tisch. Erlaube, Väterchen, dass ich dich mit Herrn Dr. Gransfeld bekannt mache. Er ist der Herr, der mir bei dem Skiunfall so liebenswürdig Hilfe leistete. Während Rasmussen Platz nahm, fühlte er, wie ihm die Kehle trocken wurde. Da saß er am gleichen Tisch zusammen mit dem Mann, auf dessen Spur die Organisation ihn gehetzt hatte, dessen Unschädlich Machung um jeden Preis ihm befohlen war. Wie aus weiter Ferne hörte er die Stimme Susannes. Wir sind dem Herrn Doktor zu großem Dank verpflichtet, liebes Väterchen. Wer weiß, wie das mit meinem Fuß ausgegangen wäre, Verlegen versuchte Gransfeld die Dankes Worte abzuwehren. Ich bitte sie gnädiges Fräulein, das war doch nur Menschenpflicht. In diesem Falle auch noch meine Pflicht als Arzt. Ich bin glücklich, dass meine Hilfe erfolgreich war. Rasmussen riss sich zusammen. Er sprach Worte, die seinen Dank ausdrücken sollten, ohne zu wissen, was er sagte. Er drückte Gransfelds Rechte, während anderswo weilten. Susanne nahm die Unterhaltung wieder auf. Sie sprachen von einem Abenteuer, als mein Vater kam. Was war das, Herr Doktor? Oh, eine reichlich unangenehme feuchte Sache, Fräulein Rasmussen. Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass man nicht nur in den Bergen, sondern auch auf dem Wasser zu Schaden kommen kann. Auf dem Wasser, wiederholte Rasmussen mechanisch. Hatte etwas versucht worden und misslungen? Gransfeld erzählte, wie sie im Nebel von einem Motorboot gerammt worden waren, wie sie stundenlang im Wasser trieben, bis ein Dampfboot sie zufällig entdeckte und aufnahm. Immer ernster war er geworden, während er sprach, wir sind zwar glücklich davon gekommen, aber es ist doch dicht am Tode vorbeigegangen. Wenn uns das Dampfboot nicht in letzter Stunde gefunden hätte, wäre es aus mit uns gewesen. Unbegreiflich bleibt es mir, dass sich das Boot, das den Unfall verschuldete, so gar nicht um uns gekümmert hat. Susanne war seinen Worten in steigender Erregung gefolgt. In der Tat, Herr Doktor, das ist unbegreiflich. Es wäre doch das Mindeste gewesen, was die Schuldigen tun mussten. Haben sie den Vorfall schon zur Anzeige gebracht? Ich halte es für zwecklos, Fräulein Rasmussen. Wir haben ja nicht die geringsten Anhaltspunkte. Das Unglück war geschehen und wir lagen im Wasser, bevor wir überhaupt etwas gesehen hatten. Ein Page kam in den Raum und trat zu Gransfeld. Herr Doktor, es ist ein Herr draußen, ein Herr Bouton, der Sie wegen seines Bootes zu sprechen wünscht. Der Herr scheint sehr aufgeregt zu sein. Bitten Sie Monsieur Bouton einen Augenblick zu warten. Ich werde gleich kommen. Er wandte sich an Susanne. Jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, gnädiges Fräulein. La dolorose, wie man hierzulande die Rechnung nennt. Ich fürchte, der Besitzer des Bootes wird uns eine ziemlich beträchtliche Rechnung aufmachen und schließlich kann man es ihm nicht einmal verdenken. Ich bitte die Herrschaften mich zu entschuldigen. Er verabschiedete sich von Rasmussen, der zu der ganzen Unterhaltung kaum ein paar Worte beigesteuert hatte, und von Susanne, die der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen Ausdruck gab. Ein merkwürdig zugeknöpfter Herr dieser Rasmussen aus Hamburg, dachte Gransfeld, während er nach dem Schreibsaal ging, um mit Monsieur Bouton zu verhandeln. Warst du schon lange mit dem Doktor zusammen, als ich kam? fragte Rasmussen seine Tochter, sobald Gransfeld aus dem Saal war. Nur eine Viertelstunde Väterchen, er war ganz allein hier im Frühstückssaal, da ging es kaum anders, als dass ich mich zu ihm setzte. Wir sind ihm doch für seine Hilfe auch wirklich zu großem Dank verpflichtet. Rasmussens Miene wurde abweisend. Gewiss Verständlichkeit abtat. Worüber habt ihr euch denn unterhalten? Susanne lachte. Über tausender Leihväterchen. Der Doktor ist viel in der Welt herumgekommen und kann sehr interessant erzählen. Wir sprachen von seiner Seereise, dann kam die Rede auf Hamburg, das er genau kennt. Ich habe ihn gebeten, uns zu besuchen, wenn ihn sein Weg einmal dorthin führt. Rasmussen zerknüllte nervös den Rand des Tischtuches. Wie konntest du das tun, Susanne? Man lädt doch einen fremden Menschen nicht so ohne weiteres zu sich ins Haus. Aber Väterchen, Dr. Gransfeld ist doch für uns kein fremder Mensch. Du weißt doch, wie er mir geholfen hat. Rasmussen schüttelte den Kopf. Hilfe hin, Hilfe her, das geht zu weit, mein Kind. Hoffentlich sieht der Mann das selber ein und verschont uns mit seinem Besuch. Umgangsformen und Takt scheint er ja zu besitzen. Das habe ich aus der Art und Weise gesehen, wie er deinen etwas allzu überschwänglichen Dank ablehnte. Susanne war rot geworden. Aber Väterchen, ich verstehe dich wirklich nicht. Er hat uns doch... Rasmussen fiel ihr unwillig ins Wort. Was hat er denn schon Großes getan? Aus einem ziemlich harmlosen Unfall machst du eine romantische Geschichte, in der dieser Granzfeld schließlich die dankbare Rolle des Lebensretters spielt. Tu mir den Gefallen und ziehe endlich einen Strich darunter. Verstimmt ließ er Susanne zurück und ging auf sein Zimmer. Schon während er die Treppen hinaufstieg, taten ihm seine heftigen Worte leid und mit neuer Gewalt kamen die quälenden Gedanken über ihn. Ruhelos wanderte er im Zimmer hin und her. Was für eine Art von Mensch war dieser Arzt? Nach den Berichten der Organisation eine verdächtige, gefährliche Persönlichkeit, die mit allen Mitteln unschädlich zu machen war, so hatte auch er ihn sich vorgestellt, bis er ihn jetzt persönlich kennenlernte. Nun fand er einen liebenswürdigen jungen Mann, gebildet, taktvoll, hilfsbereit, so erschien er ihm jetzt und so er hielt in seiner Wanderung inne und stützte sich mit beiden Händen auf eine Stuhllehne, ebenso erschien er auch unzweifelhaft seiner Tochter. Rasmussen ließ den Stuhl los und strich sich mit den Händen über die Stirn. Unter anderen Verhältnissen, wie natürlich, wie selbstverständlich wäre es da gewesen, dass der junge Arzt zu ihm ins Haus kam, dass vielleicht er presste die Hände vor die Augen. Sollten die dunklen Bindungen, von denen er nicht freikommen konnte, schließlich auch dem Glück seines Kindes im Wege stehen? Nein, das durfte nicht geschehen. So oder so, jede Rücksicht musste jetzt aufhören. Um jeden Preis wollte er sich jetzt freimachen. Rasmussen Rasmussen setzte sich und begann an McAndrew in Glasgow einen Brief zu schreiben, dass sein Gesundheitszustand ihn zwinge, sofort nach Paris zu fahren, um einen Facharzt zu befragen, dass er die Aufgabe hier in Genf deshalb anderen überlassen müsse, dass sein Rücktritt vom Geschäft eine beschlossene Sache sei. Im Hotel d'Étranché klopfte der Kellner an eine Zimmertür. Come in! Der Kellner trat ein. Es ist ein Herr da namens Bouton, der die Herrschaften dringend zu sprechen wünscht. Der Herr scheint etwas aufgeregt zu sein. Ah, Monsieur Bouton! Megastopoulos sagte es und warf Morten einen fragenden Blick zu. Dieser knurrte wie eine gereizte Dogge. Der Grieche wandte sich zu dem Kellner. Führen Sie den Herrn hierher. Monsieur Bouton kam ins Zimmer und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Megastopoulos bot ihm einen Stuhl an, aber der kleine quecksilbrige Franzose schien zum Stillsitzen zu aufgeregt zu sein. In endlosem Wortschwall begann er sofort über den Verlust seines schönen Bootes zu jammern. Oh, ein schönes Boot, Monsieur, ein prachtvolles Boot. 4000 Franken ist es zum mindesten wert. Parole den Neur, Monsieur, Geschenkt ist es dafür. Er hielt einen Augenblick inne und schaute die beiden fragend an. Der Grieche zuckte die Achseln. Morten ließ ein dumpfes, gefährliches Knurren hören. Als Monsieur Bouton ohne Antwort blieb, ging er unmittelbar auf sein Ziel los. Die Herren hätten ihm sein schönes Boot zerstört. Detrie totalement, die Herren müssten es ihm ersetzen. 4000 Franken koste es nur, das sei äußerst billig, aber weil man sich kenne, weil man seit langem gut Freund sei, Megastopoulos unterbrach ihn. Wir sollen ihr Boot zerstört haben, Monsieur Bouton, wie kommen sie zu dieser unerhörten Beschuldigung? Die kühle Ablehnung des Griechen brachte Monsieur Bouton erst recht in Harnisch. Gewiss haben sie es zerstört, natürlich haben sie es zerstört, oh, ich weiß, was ich weiß, mit dem Diomed, dem schweren Motorboot haben sie meine schöne Celeste zerbrochen, wenn sie mich nicht sofort genügend entschädigen und zwar voll entschädigen Monsieur, werde ich hingehen und sie verklagen. Mit einem Sprung war Morten auf den Beinen, als das Wort verklagen fiel. Mit einem zweiten Sprung hatte er den Franzosen bei den Rockaufschlägen gepackt und schüttelte ihn hin und her wie verklagen willst du uns du da da ein paar kräftige Boxerhiebe trafen Monsieur Bouton und schleuderten ihn auf den Teppich. Vergebens bemühte sich der Grieche seinen Kumpan zu beruhigen. Mit Gewalt brach bei diesem die Wut aus. Alles was in den letzten 24 Stunden an ihm genagt und gefressen hatte der erste misslungene Plan der zweite ebenfalls erfolglose Versuch alles das schafft sich jetzt Luft. Mit ein paar Fußtritten brachte er den vor ihm liegenden wieder auf die Beine. Ich schlage dich tot wenn du noch einmal. Wieder ein paar kräftige Fußtritte dazwischen. Hey du willst du uns noch verklagen? Der unglückliche Bouton versuchte sich hinter Megastopolus zu flüchten. Er wollte sich rechtfertigen aber da hat er in Morten schon wieder gepackt und außer sich vor Wut schüttelte er ihn dass der Rock in allen Nähten krachte Lumpenhund willst du? Als Monsieur Bouton die blutunterlaufenen Augen und das verzerrte Gesicht Mortens so dicht und drohend vor sich sah fließen ihn die letzten Reste seines Mutes Non Monsieur Minot Mit einem Ruck schleuderte ihn Morten auf den Divan Dein Glück dass du Vernunft annimmst Er dehnte und reckte beide Arme bis zur Zimmerdecke Der körperliche Ausbruch hatte ihm Erleichterung verschafft Etwas ruhiger wandte er sich an Megastopolus Kommt der Kerl hierher will sein Boot von uns noch einmal bezahlt haben nachdem er dem anderen da drüben im Hotel du Lac heute Mittag schon 6000 Franken dafür abgepresst hat Hüte dich du Er wandte sich wieder an Bouton Mit dir mache ich kurzen Prozess Pack dich lass dich hier nicht wieder sehen Monsieur Bouton war es inzwischen gelungen die Tür zu erreichen Erst am anderen Ende des Flurganges blieb er stehen um Kleidung und Frisur in Ordnung zu bringen einen bitterbösen Blick warf er zurück als er die Treppe hinab ging Scham Wut Rachsucht waren darin zu lesen im Zimmer stand inzwischen Megastopolus vor dem langen Schotten es war unklug Morten den Mann so zu misshandeln bei nächster Gelegenheit wird er uns sicherlich dafür einen Streich spielen Morten besah sich befriedigt seine beiden Fäuste falls er es versucht Megastopolus Morten sprach spiegelten sich die verschiedensten Empfindungen auf dem Gesicht des Griechen wieder Interesse Erstaunen Neid Bewunderung Jetzt unterbrach er Morten Ein Genie ist der Mann Ein Finanzgenie Morten Sein Kumpan sah ihn verständnislos an Wieso ist er das Megastopolus Genial ist das Morten sich ein und dieselbe Sache dreimal bezahlen zu lassen Dreimal Morten schüttelte verständnislos den Kopf Ja dreimal wollte er das Boot bezahlt haben Morten Es ist Eigentum der Organisation die ihm natürlich ein neues stellen wird Das zweite Mal hat er es dann von Gransfeld bezahlt bekommen und das dritte Mal wollte er es hier Morten knurrte dazwischen Ich zweifle ob die Bezahlung hier so ganz nach seinem Geschmack gewesen ist Die Dimitrisco war es gewesen die Monsieur Bouton mit dem Auftrage zu Gransfeld geschickt hatte Ersatz für sein zerstörtes Boot zu verlangen Wenn nämlich Bouton das tat wenn er bei der Verhandlung recht deutlich und eindringlich auf die Verantwortlichkeit Gransfelds hinwies und womöglich mit Polizei und Gericht drohte dann musste natürlich jeder Verdacht zerstreut werden den der Doktor unter Umständen haben konnte Von Gransfeld unbeobachtet hatte sie von einem gedeckten Platz aus die ganze Verhandlung im Schreibzimmer mit angehört und den Erfolg Morten brühwarm berichtet Sie konnte nicht voraussehen dass Bouton dabei Geschmack an dem Geschäft gewinnen und es an anderer Stelle noch einmal versuchen würde Boutons persönliches Pech war es dass er dabei an den schon bis zum explodieren geladenen Morten geriet und statt der erhofften tausend frankenscheine unliebsame Boxerhiebe und Fußtritte in Kauf nehmen musste die die Rumänin war erst am morgen nach dem Bootsunfall in das Hotel du Lac übergesiedelt Gransfeld hatte sie während seiner Verhandlung mit Monsieur Pouton nicht bemerkt Rudi aber hatte sie bereits am Vormittag in der Vorhalle des Hotels gesehen da Gransfeld durch Rasmussen und danach durch Monsieur Pouton in Anspruch genommen war hatte Rudi ihm seine Entdeckung noch nicht mitteilen können doch wie ein Jagdhund hatte er sich sofort auf die Spur der Rumänin gesetzt und beobachtet wie sie vor kurzem aus dem Hotel des Etranchers zurückgekehrt und in ihr Zimmer gegangen war jetzt trieb er sich auf dem Flur davor umher begierig weiteres über ihr Tun und Treiben in Erfahrung zu bringen ein Glockenzeichen ließ ihn plötzlich aufmerken er eilte sofort zu der Klingeltafel die sich am entgegengesetzten Ende des Ganges befand eine Nummernscheibe war gefallen es war die Zimmernummer der Dimitriscu Rudi stellte sich an einen Blumentisch während er mit angelegentlichem Interesse die verstaubten Blattpflanzen betrachtete kam ein Hotelpage die Treppe herauf und verschwand in dem Zimmer der Dimitriscu kurz darauf kam er wieder heraus ein Brett mit benutztem Geschirr in den Händen Rudi zuckte die Achseln die Entdeckung dass die Rumänin den Tee auf ihrem Zimmer genommen hatte war die aufgewandte Mühe nicht wert die Hände in die Hosentaschen versenkt schlenderte er missmutig hinter dem Pagen her da öffnete sich eine andere Tür ein Gast kam heraus und sprach mit dem Boy dieser zauderte und sah sich wie hilfesuchend um inzwischen war Rudi hinzugekommen jetzt in nächster Nähe sah er dass auch einige Briefe auf dem Tablett lagen und hörte gleichzeitig wie der Hotelgast Englisch auf den Boy einredete offensichtlich war dieser des Englischen nicht mächtig gestatten sie mein Herr dass ich dem Boy ihren Wunsch verständlich mache wandte Rudi sich auf Englisch an den Gast und sprach dann französisch zu dem Pagen weiter der Herr wünscht etwas heißes Wasser zum rasieren unschlüssig blickte der Boy bald auf das Brett in seinen Händen bald auf Rudi ich soll diese Briefe gleich zur Post bringen was soll ich da machen Rudi griff nach dem Brett sie dürfen den Herrn nicht warten lassen ich werde das Brett so lange halten holen sie schnell das Wasser danach können sie die Briefe zur Post bringen der Boy sprang davon um das gewünschte zu besorgen Rudi blieb zurück starr blickte er auf die Adressen der fünf Briefe gleichmäßig bewegten sich seine Lippen als ob er eine Schulaufgabe auswendig zu lernen hätte tief in Gedanken versunken saß Gransfeld in seinem Zimmer dieser zweite Besuch ohne Anmeldung war Monsieur Bouton zu ihm ins Zimmer gestürmt verstört wie außer sich er hatte in höchster Erregung Dinge heraus gesprudelt Gransfeld griff sich zweifelnd an den Kopf wenn er daran dachte war auch nur die Hälfte davon war dann war die Bande viel viel gefährlicher als er jemals gedacht und geahnt hatte die Tür wurde aufgerissen Rudi kam herein lief ohne von der Anwesenheit des Doktors Notiz zu Heistift und Papier Gransfeld wollte auffahren was sollte dieses formlose benehmen etwas derartiges war er von Rudi bisher nicht gewohnt da sah er wie der Junge zu schreiben begann und gleichzeitig laut vor sich hinsprach Mr. McAndrew Glasgow Victoria Street Mr. X London Piccadilly Street Mr. Y Paris Senior Z Rom X C 17 Post Lagernd Gorla Bei dem Worte Gorla war Gransfeld aufgesprungen So Rudi warf den Bleistift hin Das sind sie Was soll das heißen Rudi Entschuldigen Sie Herr Doktor dass ich so ohne weiteres hereinkam Ich musste die Adressen gleich aufschreiben sonst hätte ich sie vergessen Was sind das für Adressen Woher hast du sie Was soll das Ganze überhaupt bedeuten Adressen von Briefen Herr Doktor Die Dimitrisco hat sie auf ihrem Zimmer geschrieben und lässt sie eben zur Post bringen Die Dimitrisco Ist denn alles verdreht Junge Die soll hier im Hotel sein Ein Stockwerk über uns Herr Doktor Ich sah sie schon heute Morgen konnte es ihnen leider bis jetzt nur nicht mitteilen Gransfelds Blicke wanderten auf das Papier und blieben an der letzten Zeile haften X C17 Postlagernd Gorla Die Briefe gehen eben zur Post Er warf einen Blick auf die Uhr Es ist gleich neun Uhr Der Brief nach Gorla kommt mit dem Abendzug nicht mehr mit Fix Rudi packen Sofort packen Wir werden nach Halt Nein Er warf sich in einen Sessel und schloss die Augen Abwartend stand Rudi am Tisch In halblautem Selbstgespräch bewegten sich Gransfelds Lippen Zu gefährlich die Bande Jeder Schritt den wir tun wird überwacht Verraten Unmöglich so doch so ja so vielleicht Er öffnete die Augen Ja Rudi mach unser Gepäck noch heute reisefertig Es ging bereits stark auf zehn als Frau Elena Dimitrisco durch eine laute Unterhaltung vor ihrem Zimmer gestört wurde Schon wollte sie auf den Flur treten um Ruhe zu verlangen als sie stockte Sie glaubte Wagners Stimme zu erkennen Worüber hatte der verdächtige Bengel sich da draußen mit einem Hotelboy zu unterhalten Sie legte das Ohr an die Tür lauschte und hörte wie Rudi seinen neuen Freund den Hotelpagen sehr gründlich über alle Einzelheiten einer Tour nach Chamonix und dem Arwegletscher Haus fragte Schon um fünf Uhr morgens sollte es am nächsten Tage losgehen In vier Tagen wollten sie wieder zurück sein In Frage und Antwort ging das Gespräch weiter Der Hotelboy war aus der Gegend von Chamonix und konnte gute Auskunft geben Trotzdem dauerte es geraume Zeit bis Rudis Wissensdurst gestillt war Eine halbe Stunde später war die Dimitrisco bei Megastopolos und Morten im Hotel de Etrochee Der Grieche rieb sich die Hände Ausgezeichnet das Meer des Glacés ist eine hervorragend geeignete Gegend Da sind Gletscherspalten in die man Lassen Sie Ihre Finger davon unterbrach in Morten Alles was Sie anfassen missglückt Der Grieche versuchte zu widersprechen doch der Schotte strich mit den Fäusten über den Tisch als wollte er alle Einwände beiseite schieben Nonsens Megastopolos Sie werden hier bleiben Diesmal mache ich's allein Ich will mich hängen lassen wenn ich die Burschen nicht zur Strecke bringe Sie würden mir mehr hinderlich sein als nützlich Basta Er schlug mit der Faust auf den Tisch Der Grieche musste sich dem überlegenen Willen seines Genossen beugen Seinen Minen konnte man es nicht ansehen ob er es gern oder ungern tat In der öden langen Halle des Genfer Bahnhofs kämpften die elektrischen Lampen noch mit dem allmählich stärker werdenden Morgenlicht als sich die ersten Reisenden für den Frühzug nach Cluset einfanden Es waren nicht allzu viele die in so frühe Stunde auf die Reise gingen Von einer Nische her beobachtete Morten die Ankommenden In der Hauptsache waren es Einheimische und nur wenige Touristen darunter Es blieben bloß noch fünf Minuten bis zum Abgang des Zuges Ungeduldig trat Morten von einem Fuß auf den anderen Seine Faust umklammerte den schweren Bergstock War das Ganze etwa eine bewusste Täuschung Hatte dieser Doktor der mit dem Satan im Bunde zu sein schien sie wieder einmal zum Nahen gehalten wenn die jetzt nicht kamen wenn er unverrichteter Dinge zurückkehren musste fast greifbar glaubte er das niederträchtige Grinsen zu sehen mit dem Megastopolus ihn empfangen würde doch da kamen sie ja der Doktor und der Junge beide mit Rucksäcken Seilen und Bergstöcken ausgerüstet gut vorbereitet für eine größere Tour Morten sah wie sie in ein Abteil zweiter Klasse stiegen schon schickte sich der Stationsvorsteher an das Abfahrtzeichen zu geben als Morten schnell in ein anderes einige Wagen davon entferntes Abteil sprang ein Pfiff ein Signalzeichen der Zug verließ die Halle und rollte durch das Arvetal es war ein Personenzug der keine der vielen Stationen und Haltestellen ausließ auf jeder von ihnen gab es ein Drängen und Hasten Reisende verließen den Zug andere vielfach mit Kiepen und Körben beladen stiegen dafür ein rasselnd setzte er sich wieder in Bewegung Gransfeld und Rudi hatten in dem nur schwach besetzten Zug ein Abteil für sich allein erwischt während der Doktor sein Gepäck ablegte presste Rudi die Nase gegen das Fenster als der Zug eben anfuhr um den Genfer Bahnhof zu verlassen drehte er sich je um das war er Herr Doktor wer wo was Gransfeld sprang zum Fenster ist nicht mehr zu sehen er ist zwei Wagen vor uns eingestiegen wer denn in Teufels Namen Junge Mr. Morten Herr Doktor ich habe ihn ganz deutlich gesehen im letzten Augenblick kam er hinter einer Säule hervor und sprang in den Zug Morten allein ich habe niemand anders bemerkt aber wir sind ja selbst erst in der letzten Minute gekommen vielleicht sind die anderen schon früher eingestiegen Rudi das könnte sein es wäre immerhin möglich dass mehrere Mitglieder der Bande im Zuge verteilt sind jedenfalls müssen wir so handeln als ob sie da wären Gransfeld stand auf und schnallte sich den Rucksack wieder an er bedeutete Rudi das gleiche zu tun jetzt verlangsamte der Zug seine Fahrt die Bremsen knirschten erhielt Karusch riefen die Schaffner die Station aus Gransfeld öffnete die dem Bahnsteig abgewandte Wagentür da stand unmittelbar neben ihnen auf dem Nachbargleis ein Güterzug ein Wagen mit offener Schiebetür gerade vor ihrem Abteil rüber Junge schnell mit einem mächtigen Satz war Rudi in dem Güterwagen auf dem Trittbrett stehend schlug Gransfeld die Abteiltür zu und sprang ihm nach er fasste ihn und zog ihn schleunigst von der Schiebetür fort in eine dunkle Wagenecke so Rudi das hat geklappt ich glaube nicht dass uns einer von der Bande dabei gesehen hat das haben sie fein gemacht Herr Doktor stimmte Rudi vergnügt bei da pfeift es schon gleich wird Mr. Morton allein weiterreisen bon voyage Monsieur Morton bon plaisir acclusés Nanou wir fahren ja selbst der Pfiff den Rudi gehört hatte war von der Lokomotive des Güterzuges gekommen langsam setzte der schwere Zug sich in Bewegung und rollte in der Richtung nach Genf weiter großartig Rudi da haben wir ja die beste Verbindung die wir uns denken können so erreichen wir sogar noch den Frühzug nach Deutschland zur gleichen Zeit fuhr auch der Zug nach Clusé wieder an und dann weiter das Arvetal hinauf bei jedem Halt späte Morton von seinem Fensterplatz aus in das Getümmel obwohl bei jeder Station sagte er sich's von Neuem obwohl es eigentlich eine unnötige Mühe war die Dimitrisco hatte ja selbst die Fahrkarten bis Clusé gesehen die Granzfeld sich gestern Abend noch besorgen ließ es war doch nicht so einfach munter zu bleiben wenn man bis 12 Uhr nachts bei Whisky und Soda gesessen hatte und um 4 Uhr morgens schon wieder aus den Federn gekrochen war Morton fühlte wie ihm die Lieder schwer wurden das Knirschen der Bremsen ließ ihn empor fahren Clusés hörte er rufen der Zug hatte seine Endstation erreicht eine reichliche Stunde hatte Morton in seiner Wagen Ecke fest und traumlos geschlafen er raffte seine Sachen zusammen und mischte sich in das Gedränge Vergebens suchte er die beiden um derentwegen er die Reise unternommen hatte weder am Bahnhof noch bei der Kraftpost die bald nach dem Eintreffen des Zuges die Arwe aufwärts weiter nach Chamonix fuhr waren sie zu finden zu finden Morton hatte die Spur von Gransfeld und Rudi verloren 6. Wieder in Gorla Zu früher Morgenstunde kam Gransfeld in das Postamt von Gorla Dort gab es eine größere Anzahl von Schaltern mit verschiedenen Schildern An dem einen konnte man Briefmarken in kleinen am anderen in größeren Mengen kaufen Hier waren Versicherungsmarken zu haben und dort wurden Telegramme angenommen Jetzt fand Gransfeld was er suchte Postlagernde Briefe versprach das Schild über einem fünften Schalter An diesen trat er heran Das Glasfenster war heruntergelassen Ein anderes Schild stand dahinter Für kurze Zeit geschlossen Ungeduldig stampfte Gransfeld auf den Boden Verwünscht wenn man so eilig hatte wie er und die Herren Postbeamten gingen frühstücken oder waren sonst wie unabkömmlich Jede Minute war kostbar Es konnte kritisch werden wenn die Person die hinter der Chiffre XC17 steckte ihm zuvor kam oder gar mit ihm am Schalter zusammentraf Er sah sich im Raum um Dort war ein Mann der gerade ein Telegramm aufgab da ein Kind das von dem Schalter Briefmarken in größeren Mengen an den anderen Briefmarken in kleinen Mengen verwiesen wurde 4-5 Pfennig Marken verlangte und auch erhielt Neben ihm vor dem geschlossenen Schalter stand ein jüngeres weibliches Wesen mit einem Marktkorb eine Hausangestellte konnte es sein die ebenso ungeduldig wartete wie er selbst verstohlen musterte er sie von den postlagernden Briefen abgesehen war alles andere auch an den anderen Schaltern zu haben kaum ein Zweifel dass diese Anna oder Minna gleichfalls Interessentin für postlagernde Briefe war nur die Frage blieb noch unentschieden ob sie wohl für eigene Rechnung oder etwa im Auftrage eines Dritten kam dumm wenn XC17 jener Dritte war ungeschickter noch wenn XC17 etwa selber kam was doch schließlich jeden Augenblick geschehen konnte mit wachsender Unruhe behielt Gransfeld die Eingangstür zum Postamt im Auge ein Geräusch hinter ihm veranlasste Gransfeld sich umzudrehen das verhängnisvolle Schild wurde weggezogen das Schalterfenster ging in die Höhe schneller als er war das Mädchen mit dem Korb am Fenster setzte zum Sprechen an stotterte wurde rot und verlegen versuchte es nochmals und verhaspelte sich dabei erst recht der Beamte versuchte ihr zu helfen na na Fräuleinchen mal erst ganz ruhig mir können sie alles sagen sie wollen wohl einen postlagernden Brief abholen von ihrem Bräutigam natürlich Fräuleinchen was soll's denn sein ach ja Herr Sekretär ich ich wollte sollte mal fragen ob nicht unter Röschen was da ist der Beamte griff in ein Fach hinter sich zog einen Stapel von Briefen heraus und blätterte sie mit berufsmäßiger Geschwindigkeit durch hier Fräuleinchen da haben wir's ja ein Brief für Röschen die Post sorgt für alle ihre Kunden das Mädchen nahm den Brief in Empfang und zog vergnügt ab Gransfeld trat an den Schalter ich erwarte postlagernde Briefe unter Schiffre XC17 gewohnheitsmäßig begann der Beamte den Stapel zu durchblättern XC17 während er die Schiffre halblaut wiederholte hielt er plötzlich mit den Blättern inne irgendein Bedenken schien ihm zu kommen prüfend musterte er Gransfeld und fragte dann ich habe doch recht verstanden XC17 sagten sie Gransfeld hatte das Zögern bemerkt blitzschnell arbeitete sein Gehirn nur eine Erklärung gab es für das merkwürdige Verhalten des Beamten es mussten schon öfter Briefe unter dieser Schiffre hier gelagert haben wahrscheinlich so oft dass der Mann hinter dem Schalter auch die Person die sie abzuholen pflegte im Gedächtnis behalten hatte Gransfeld fühlte dass er etwas tun müsse um den aufkommenden Argwohn zu zerstören ganz recht XC17 unter anderem erwarte ich einen Brief aus Genf sagte er mit erzwungener Ruhe aus Genf einen Augenblick der Beamte begann abermals in dem Stapel zu blättern und zog einen Brief heraus jetzt griff er zum zweiten Male einen Umschlag nickte vor sich hin und ließ mechanisch noch den Rest des Stapels durch die Finger gleiten XC17 aus Genf Stimmt mein Herr bitte hier ist ein Brief und hier noch ein zweiter Ich danke Gransfeld nahm die Briefe an sich und verließ das Postamt Kopfschüttelnd schob der Beamte den Pack postlagernder Briefe wieder in das Fach Die alte bekannte Schiffre der sie abholte ein Unbekannter Er bedauerte dass seine Dienstvorschrift ihm nicht gestattete einen Ausweis von ihm so völlig fremden Menschen zu fordern Es herrschte bereits Dunkelheit als zwei Wanderer von der Landstraße auf einen schmalen Feldweg abbogen Hier musst du führen Rudi Den Weg bist du ja schon einmal gegangen sagte Dr. Kranzfeld Jawohl Herr Doktor ich kenne die Gegend wieder Der Weg bringt uns unmittelbar an den Bahndamm und dann geht's links weiter bis wir zum Nordtor kommen Schweigend verfolgten sie den schmalen Pfad durch die Wiesen und gingen am Bahndamm weiter Eine Gestalt tauchte aus dem Dunkel vor ihnen auf Hallo Kranzfeld Bist du's Rübesam Hier Rübesam Man kann in der Finsternis nicht die Hand vor Augen sehen Seid ihr endlich glücklich ran Er schüttelte Kranzfeld die Hand Unter der Führung Rübesams gingen sie weiter bis von einigen Laternen schwach beleuchtet ein mächtiges eisernes Tor auftauchte Der Chemiker ließ sie durch eine kleine Seitenpforte die er sogleich wieder verschloss in das Werk und führte und führte zu seiner Wohnung So da sind wir macht's euch bequem und nun schieß los Kranzfeld am Telefon warst du fast noch wortkarger als in deinen Briefen ich bin gespannt wie wie na sagen wir mal wie ein Flitzbogen Du wirst die Gründe verstehen Rübesam Ein Telefongespräch kann zufällig von einem Dritten gehört werden Briefe können in Hände geraten für die sie nicht bestimmt sind Ich habe erst heute früh ein Beispiel davon erlebt Nun begann Kranzfeld ausführlich sein Abenteuer zu berichten In steigender Erregung folgte der Chemiker seiner Erzählung Und den Brief Kranzfeld hast du ihn Kranzfeld griff in die Tasche Einen Brief Nein Gleich zwei Doppelter Segen Er legte die Briefe vor sich hin Das Schreiben unserer Freundin aus Rumänien hilft uns leider nicht weiter Er schob Rübesam den einen Brief hin Dieser betrachtete ihn und schüttelte den Kopf Schiffriert Da soll doch der Teufel daraus klug werden Die Bande benutzt bestimmt eine Geheimschrift die kein Mensch ohne den Schlüssel entziffern kann Gransfeld nahm den Brief wieder an sich Schadet nichts Rübesam Eines Tages werden wir auch den Schlüssel haben und diese Hieroglyphen lesen Der Dame Dimitrisco soll nichts geschenkt werden Aber was sagst du dazu Der zweite Brief ist unschiffriert Offenbar hat der edle Megastopolus den Inhalt nicht für wichtig genug gehalten um sich die Mühe zu machen Wenn er eine Ahnung gehabt hätte dass gerade ich den Brief in die Finger bekommen sollte dann wäre er vielleicht anderer Meinung gewesen Der Chemiker hatte nach dem zweiten Brief gegriffen In dem äußeren Umschlag steckte noch ein kleinerer mit der Aufschrift Anfang Holsten weiterzugeben In diesem Umschlag lag ein kurzes Schreiben das Rübesam durchflog Für den Eingeweihten ist alles vollkommen klar Gransfeld In zwei Tagen treffen sie sich in Paris im Ritz Carlton Münher von Holsten soll einen amerikanischen Nebob mit dem er irgendwie persönlich bekannt ist wissen lassen dass dein Freund Megastopolus ihm ein seltenes und wertvolles Kunstwerk vorführen will Er soll ihn ordentlich scharf auf die Sache machen Gewinnbeteiligung ein Viertel des erzielten Preises eine gewisse Großzügigkeit kann man Herrn Megastopolus bei seinen Geschäften nicht absprechen Ja mein lieber Freund wenn du da rechtzeitig zur Stelle bist und richtig zufasst dann hast du einige Aussicht deine Statuette wiederzubekommen Die Statuette und den Mann rübesam Der Chemiker zuckte die Achseln Ob du den kriegen wirst ist mir ziemlich zweifelhaft Überlege doch bitte einmal Der Diebstahl ist von einem Manne aus Kleinasien an einem Deutschen in Ägypten begangen worden und in Frankreich soll der Dieb verhaftet werden Wird schwer zu machen sein Sei zufrieden wenn du die Statuette zurückbekommst Gransfeld schlug auf den Tisch Das werden wir sehen Jedenfalls will ich sofort nach Paris und den Burschen stellen Ich muss heute noch mit dem Nachtzug abreisen und jetzt komme ich mit einer Bitte Rübesam nickte Ist im Voraus gewährt Gransfeld wenn sich's irgendwie machen lässt Ja also ich möchte Rudi für die Zeit meiner Abwesenheit deiner Obhut übergeben Ach Herr Doktor ich soll möchte ich auch gern kennen lernen Still Rudi nicht aufgemuckt unterbrach Rübesam den Jungen Das ist übrigens ein guter Gedanke Gransfeld Hier im Werk bei mir in meiner Wohnung wird die Bande den Jungen zuallerletzt vermuten Ich glaube hier ist er so sicher wie in Abrahams Schoß Hauptsache ist nur dass er in der Wohnung bleibt und sich nirgends außerhalb des Hauses sehen lässt Rudi machte ein missmutiges Gesicht Die Aussicht dass er hier sozusagen in Stuben Arrest in der Bude hocken sollte während Dr. Gransfeld nach Paris fuhr gefiel ihm durchaus nicht Halb ärgerlich halblachend suchte Rübesam ihm die Sache schmackhaft zu machen Sei zufrieden Junge dass du dich hier einmal ein paar Tage in Ruhe erholen kannst Solltest doch von der Bande nach gerade genug haben Sieh mal hier Er wies auf die Bücherregale an der Wand Da ist genug Lesefutter das deinem Schnabel munden dürfte Das wird dir die Langeweile vertreiben Interessiert musterte Rudi die Büchereien Seine Minen Hälten sich wieder einigermaßen auf als er einige seiner Lieblings Schmöker entdeckte Aber sie werden auch nicht so lange fortbleiben Herr Doktor Höchstens eine Woche Rudi Versprich mir so lange vernünftig zu sein und Herrn Rübesam zu folgen Die ganze Sache wird zwecklos wenn dich irgendeiner von der Bande hier zu Gesicht bekommt Nach dem Abendessen brachte bis zum Bahnhof während Rudi sich in die Abenteuer eines Indianer Buches vertiefte Am Nachmittag des gleichen Tages kam Henke auf das Postamt und ging an den Schalter für postlagernde Briefe Ist etwas unter XC17 da? Der Beamte sah ihn einen Augenblick an XC17 Sie haben ihre Briefe doch schon heute früh abgeholt oder abholen lassen wird wohl kaum etwas Neues da sein Während der Postbeamte in dem Briefstapel blätterte wandte Henke sich ab Röte und Blässe wechselten in seinen Zügen Er musste erst Fassung gewinnen bevor er dem Beamten sein Gesicht wieder zeigen konnte Jemand anders war hier gewesen und hatte die unter XC17 lagernden Briefe abgeholt Wer zum Satan konnte das gewesen sein Der Bengel er atmete kurz auf Der war Gott sei Dank erledigt Der verdammte Doktor ausgeschlossen Der war nach Genf abgereist Wer aber wer konnte seine Briefe hier abgeholt haben Er hörte die Stimme des Beamten und wandte sich wieder dem Schalter zu Es ist doch noch etwas gekommen Hier ein Brief XC17 aus London Henke griff nach dem Brief Einen Augenblick zögerte er wenn er den Beamten nur fragen wenn er in Erfahrung bringen könnte wie der aussah der hier seine Briefe abgeholt hatte doch doch er sah keine Möglichkeit jede Frage seinerseits musste Verdacht erwecken musste die Sache die schon schlimm genug war noch schlimmer machen mit kurzem Dank ging er vom Schalter fort und trat an eines der Schreibpulte hastig riss er den Brief auf und erblickte die krausen Buchstaben Gruppen der Schiffreschrift ein höhnischer Zug spielte um seine Lippen mochte die anderen Briefe abgeholt haben wer da wollte ohne den Schlüssel würde der doch nicht klug werden ohne den Schlüssel den nur die Wissenden besaßen aus der Brusttasche zog er ein winziges Heftchen und begann mit dessen Hilfe den Brief Wort für Wort zu entziffern der übliche Anfang er runzelte die Stirn wieder einmal hatte die Londoner Zentrale allerlei an seiner Arbeit auszusetzen sollten's doch selber machen die schlauen Herren in England wenn sie alles besser wussten er las weiter und merkte kaum dass der Federhalter in seiner gekrampften Rechten wie ein Streichholz zerbrach was war das was schrieb die Londoner Zentrale da Push Arbeit falscher Bericht der famale deite Lümmel der Wagner gesund und munter in Genf angekommen die Knie wankten ihm schwer stützte sich sein Körper auf das Pult Wagner lebendig in Genf hatte ihn die Hölle genarrt damals als er den Dampf in den Kessel ließ als er den Todesschrei hörte wenn der noch am Leben war dann wurde es am Ende Zeit von hier zu verschwinden nur allmählich gewann Henke so viel Fassung dass er weiterlesen konnte der Junge und der Doktor jetzt in Genf werden dort durch die Organisation erledigt Luft rein laufendes Geschäft in Gorla mit Nachdruck weiter betreiben starker Bedarf an Ware er suchte sich mit Gewalt zur Ruhe zu zwingen sein Anschlag war misslungen rätselhaft vollkommen rätselhaft wie dies möglich war doch es war so aber die Organisation war hinter den beiden her würde hoffentlich sicherlich verbesserte er sich in Gedanken Mittel und Wege finden sie unschädlich zu machen während er den Brief und den Schiffreschlüssel in seine Brusttasche schob fasste er den Entschluss wenigstens vorläufig auf seinem Posten auszuharren jenen Brief der für Van Holsten bestimmt war und Granzfeld in die Hände fiel hatte Megastopolus selbst auf dem Genfer Bahnhof in den Postzug gesteckt er war dann in das Hotel des Etrangères zurückgekehrt bei einer Tasse Tee die er sich in den Leseraum bringen ließ zog er das Ergebnis der letzten Tage dumm war die Sache in Ivoire es würde einige Mühe und Bestechungsgelder kosten um da wieder alles in Ordnung zu bringen noch unangenehmer war aber die Geschichte mit Bouton es war wirklich unverantwortlich von Morten sich derart hinreißen zu lassen es würde schwer halten auch diese Angelegenheit mit Geld wieder glatt zu machen jedenfalls musste es versucht werden und zwar möglichst schnell er beschloss Bouton noch im Laufe des Tages aufzusuchen und die Sache wieder einzurenken Morten durfte jedenfalls Bouton nicht wieder vor die Augen kommen Megastopoulos kannte die Rachsucht dieser Romanen gut genug um das vollkommen zu begreifen der Schotte musste aus Genf verschwinden sobald er das jetzige Unternehmen zu Ende gebracht hatte Megastopoulos warf einen Blick auf die Wanduhr 2 Uhr wenn alles gut ging war Morten jetzt schon auf dem Gletscher und wenn es diesmal endlich klappte unwillkürlich musste er jenes Tages in Syrth gedenken an dem er George Grantsfield zum letzten Male gesehen hatte die Statuette viel einfacher und gefahrloser würde sich der Verkauf tätigen lassen wenn die verdammten Spürhunde endlich erledigt waren der Hotelportier kam mit zwei Herren in den Lesesaal prüfend blickten die beiden sich um sprachen leise ein paar Worte mit dem Portier und gingen dann geradewegs auf den Griechen zu Passkontrolle mein Herr dürfen wir ihren Pass sehen während Megastopoulos in die Brieftasche griff überschlich ihn ein unangenehmes Gefühl gewiss Passkontrollen wurden bisweilen vorgenommen doch weshalb kamen die Polizeibeamten zuerst zu ihm bitte sehr meine Herren er hielt ihnen seinen Pass hin nach kurzer Prüfung gaben die Beamten ihn zurück danke sehr ihre Papiere sind in Ordnung wieder sprachen die Beamten mit dem Portier Megastopoulos strengte seine Ohren auf das Äußerste an und hörte Bruchstücke der Unterhaltung Mr. Morten ist mit dem Frühzug nach Clues gefahren kann vor morgen Abend kaum hier sein ja sein Gepäck ist noch hier Megastopoulos rührte mechanisch mit dem Löffel in seiner Tasse in der kein Tee mehr war die Polizei hier im Hotel und an Morten interessiert dieser musste sofort gewarnt werden durfte am besten gar nicht mehr ins Hotel zurück kommen doch wie sollte er ihn erreichen ob er ihm gleich nachfuhr Megastopoulos verwarf den Gedanken fand keine andere Möglichkeit sah unschlüssig hin und her ein Telegramm für Monsieur Megastopoulos der Ruf des Hotel Pagen riss ihn aus seinen Gedanken ja geben sie her das ist für mich während er nach der Depesche griff bemerkte er eine zweite in der Hand des Pagen und sah die Adresse an Mr. Morten die können sie auch hier lassen ich gehe gleich nach oben und werde sie Mr. Morten selber geben die beiden Depeschen in der Hand eilte Megastopoulos auf sein Zimmer er riss die erste auf und las Dienstagabend 8 Uhr Piccadilly Street erst jetzt sah er dass es die für Morten bestimmte Depesche war und öffnete nun auch die andere sie enthielt den gleichen Text die Organisation rief sie beide nach London noch am Abend musste er reisen wenn er die Frist innehalten wollte was sollte aus Morten werden fuhr er allein fort dann rannte dieser hier blind links der Polizei in die Hände was sollte er tun während die Stunden träge dahinschlichen machte Megastopoulos sein Gepäck fertig und ließ es zum Bahnhof bringen er sah keinen Weg Morten sofort zu erreichen nur eine Möglichkeit blieb einen Brief für ihn beim Portier zu hinterlegen wenn Morten morgen Abend bei der Rückkunft dieses Schreiben gleich erhielt und wenn er sofort danach handelte dann konnte die Sache vielleicht noch glimpflich ablaufen megastopoulos setzte sich an den Tisch und schrieb den Brief ein ausführliches schreiben wurde es das Morten vor der drohenden Gefahr warnte und ihm riet unverzüglich unter Zurücklassung seines Gepäckes Genf zu verlassen und schnellstens nach London zu kommen doch während der Grieche den Klartext Wort um Wort verschlüsselte kamen ihm wieder Zweifel ob das Schreiben seinen Zweck erfüllen würde in Gedanken malte er sich aus wie Morten morgen vielleicht auch erst übermorgen zurückkommen würde je nach dem Ausgang des Unternehmens verdrossen oder in guter Laune er würde den Brief erhalten und natürlich gar nicht daran denken ihn sofort zu lesen er würde auf sein Zimmer gehen und sich erst einmal den unvermeidlichen Whisky mit Soda bestellen ungenutzt würde er kostbare Viertelstunden verstreichen lassen und inzwischen musste das Verhängnis sich erfüllen als Megastopolus das Hotel verließ um zum Bahnhof zu gehen hatte er wenig Hoffnung dass seine Warnung Morten rechtzeitig erreichte da bis zum Abgang des Zuges noch reichlich Zeit war schlenderte er langsam durch die Straßen plötzlich stutzte er an der nächsten Straßenecke erblickte er einen langen Touristen der die genagelten Bergschuhe klirrend auf das Pflaster setzte schnell lief er auf ihn zu Gott sei Dank dass ich sie noch treffe Morten der andere knurrte ihn zornig an seit Stunden hatte er sich in den Gedanken verrannt dass der Grieche ihn wegen seines Misserfolges verspotten würde und war entschlossen ihm sofort gehörig über den Mund zu fahren weg sind die Hunde wie vom Erdboden verschwunden waren sie in Klüs knirschte er wütend und wollte weitergehen halt keinen Schritt weiter Morten Nonsens lassen sie mich Mr. Morten die Polizei wartet im Hotel des Tranché auf sie der Schotte stutzte fragte und erhielt Antwort in wenigen Sekunden wandelte sich sein Wesen aus einem blindwütigen zu jeder Gewalttat bereiten Manne wurde im Augenblick ein klar denkender und überlegender Mensch Well Megastopolus wir haben noch eine Stunde bis zum Abgang des Zuges ich werde zum Bahnhof vorausgehen und die Karten lösen sie müssen wohl oder übel noch einmal ins Hotel mein Gepäck fertig machen und die Rechnung bezahlen so geschah es dass Mr. Morten in der Ausrüstung eines Alpinisten von Genf nach Calais fahren musste und dass die schweizerische Polizei vergebens auf seine Rückkunft vom Arwe-Gletscher wartete sie kam nur in den Besitz eines schiffrierten Briefes dessen Entzifferung auch den geübtesten der Schiffrören dieser erfahrenen Behörde unmöglich war einstweilen wurde das Schriftstück zu den Akten genommen Erst auf dem Kanalboot nach Dover kam Mr. Morten in die Lage sich wieder einigermaßen standesgemäß anzuziehen Am Vormittag traf er in seiner Wohnung in der Piccadilly Street ein und als es Abend wurde begannen die Mitglieder des Bundes sich dort zu versammeln Viele waren es die diesmal kamen Etwas Bedeutendes musste vorliegen das den Chef veranlasst hatte seine wichtigsten Leute soweit sie in Kürze erreichbar waren zusammen zu rufen Mit dem achten Glockenschlag eröffnete McAndrew die Besprechung Viel häufiger als jemals in früheren Versammlungen gebrauchte er dabei das Wort leider Gentlemen ich Porzait Verhaftungen vorgekommen sind die ägyptische Polizei hat unseren Agenten Tarantula geraume Zeit beobachtet sie hat fünf Unteragenten die wegen der Ware zu ihm kamen festgenommen und zuletzt ihn selbst verhaftet Stimmengewirr unterbrach den Chef die ägyptische Polizei hatte plötzlich zugegriffen wie war das möglich leider Gentlemen ist es so es haben sehr genaue Nachrichten vorgelegen man hat auch die Vorräte Tarantulas beschlagnahmt unmöglich unerhört verrat scholl es dem Sprecher aus der Versammlung entgegen dieser gebot Ruhe ich bin noch nicht zu Ende Gentlemen die ägyptische Polizei hat auch unseren Agenten Rasati verhaftet als er an Land war die Polizisten sind dann an Bord der USA Kammer gekommen und haben seine Vorräte ebenfalls beschlagnahmt wieder wuchs Stimmengewirr empor ägyptische Polizei an Bord eines deutschen Dampfers unerhört von wem ging das aus hatte der deutsche Konsul da seine Hand im Spiele McAndrew wartete bis der Lärm sich gelegt hatte Gentleman der deutsche Konsul in Port Said ist ein sehr korrekter Herr amtlich hat er mit der Sache nichts zu tun amtlich geht alles von dem neuen Kommandeur der ägyptischen Polizei in Port Said aus den wir leider noch nicht bearbeiten konnten aber inoffiziell wie ist das zugegangen was ist geschehen so kamen Fragen aus der Gesellschaft Ich bin in der Lage Gentleman Ihnen darüber Auskunft zu geben Unser Mittelsmann in Port Said war zwar nicht mehr im Stande Rasati und Tarantula rechtzeitig zu benachrichtigen Seine Warnung kam leider eine halbe Stunde zu spät Doch er hat mir genauen Bericht über das gegeben was wirklich geschehen ist Während der letzten Worte hatte McAndrew ein Schriftstück aus der Tasche genommen Mr. Peerbrandt der deutsche Konsul in Port Said bekam einen Brief aus Deutschland Ich habe die Kopie hier Gentlemen er deutete auf das Schriftstück In In diesem Brief werden Rasati und Tarantula als gewerbsmäßige Händler bezeichnet und es wird mitgeteilt wo sie ihre Vorräte aufbewahren Mr. Peerbrandt hat den Brief mit einem kurzen Anschreiben dem neuen Polizeikommandeur zugeschickt und dieser ich sagte ja bereits dass wir noch nicht an ihn herankonnten hat kurzerhand zugegriffen So ist das geschehen Gentlemen Sieben von unseren Leuten sind verhaftet und ihre Vorräte beschlagnahmt worden Wieder erhob sich Lärm Der Schuft der Lump Wer ist der verräterische Hund An den Galgen mit ihm McAndrew sprach weiter Sie wollen wissen Gentlemen wer den Brief geschrieben hat Das kann ich Ihnen sagen Der Brief ist unterzeichnet Dr. Granzfeld Ein kurzes Aufbrausen in der Gesellschaft dann tiefe Stille Alle die hier versammelt waren kannten den Namen Sie hatten auch gehört dass es ein gefährlicher Spion war dessen Beseitigung die Organisation mit allen Mitteln betrieb McAndrew steckte den Brief wieder ein Gentlemen wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen die dieser Mensch für unsere Organisation bedeutet Der Schuft muss beseitigt werden er und der verdammte Bengel unterbrach Morton McAndrew blickte ihn scharf an Ruhe Mr. Morton Gentlemen zu der vorliegenden Sache möchte ich sagen dass unsere Mittelsleute mit allen Kräften an der Arbeit sind um die Verhafteten wieder loszubekommen Leider ich darf das nicht verschweigen wird uns die Angelegenheit viel Geld kosten wir werden deshalb gezwungen sein die Preise für unsere Ware zu erhöhen McAndrew machte eine Pause um das Stimmengewirr das seine letzten Worte wieder erweckt hatten abflauen zu lassen erst nach geraumer Zeit konnte er fortfahren Gentlemen ich verstehe und teile ihre Entrüstung es ist in der Tat unerhört dass das Auftreten dieses Menschen eines einzelnen Mannes den Bengel nicht zu vergessen rief Morton dazwischen unsere Geschäftsführung derart stören konnte in den letzten Jahren haben wir bei einem Aufschlag von 3000 Prozent auf die Ware gut verdient aber die Spesen für die Zwischenfälle der letzten Zeit fangen an den Nutzen aufzufressen wir werden in Zukunft dreieinhalb tausend Prozent nehmen müssen wieder hielt er inne und gab der Versammlung Gelegenheit sich zu dem Vorschlag zu äußern ein erregtes hin und her reden entstand im Zimmer dreieinhalb tausend Prozent viel Geld das ist gleich wenn es sein muss muss es eben sein unsere Kundschaft zahlt schließlich jeden Preis aber wir haben nichts davon es geht alles für die Unkosten drauf warum weil der Hund uns in die Quere kommt der Schuft muss weg Gentlemen die Lage ist außerordentlich ernst für den Augenblick ist es diesem Dr. Gransfeld gelungen unser ganzes Geschäft nach Ägypten lahmzulegen unsere Mittelsleute auf den Schiffen weigern sich für uns zu arbeiten solange diese Gefahr nicht beseitigt ist Fäuste ballten sich Worte flogen durch den Raum dem Schuft ein Messer in die Rippen brüllte Morten wütend McAndrew unterbrach ihn Gentlemen Sie wissen dass ich die Beseitigung dieses Menschen und seines Helfers schon bei unserer letzten Zusammenkunft angeordnet habe die Ausführung dieses Planes ist bisher nicht möglich gewesen im Augenblick ich bedauere außerordentlich das sagen zu müssen hat unsere Organisation jede Spur der beiden verloren wir wissen wir nur dass ihr Gepäck noch in Genf lagert und dass sie das Hotel du Lac zu einem Ausflug in das Arvetal verlassen haben genarrt haben sie uns schrie Morten ich habe im selben Zug mit ihnen gesessen spurlos sind sie zwischen Genf und Klüs verschwunden also Gentlemen müssen wir sie zurzeit an jedem Punkt Europas vermuten und uns dementsprechend einrichten Mr. Megastopolus hat in Genf Gelegenheit gefunden sie zu fotografieren ich habe sofort Kopien der Bilder an unsere Agenten verschickt wo die beiden jetzt auch auftauchen unsere Leute werden sie kennen und das Urteil vollstrecken vollendete Morten den Satz ich hoffe es Gentlemen trotzdem dürfen wir den Ernst der Lage durchaus nicht unterschätzen es besteht sicherer Verdacht dass Dr. Gransfeld mehrere unserer Mitglieder genau kennt bis zu einer Erledigung müssen wir gewisse Umgruppierungen vornehmen es muss vermieden werden dass diese Mitglieder womöglich den beiden nochmals über den Weg laufen seine letzten Worte gingen im Stimmengewirr unter war es doch das erste Mal seit dem Bestehen der Organisation dass ein einzelner Gegner die Gesellschaft zu so weitgehenden Maßregeln zu zwingen vermochte McAndrew ließ den Sturm vorübergehen und sprach dann weiter Mistress Dimitriscu wird bis auf weiteres bei unserer Vertretung in Paris tätig sein Oh Mr. McAndrew warum soll ich nach Paris gehen fragte die Rumänin weil Dr. Kranzfeld sie kennt war die kurze Antwort des Chefs Mr. Megastopolus wird auf deutschen und englischen Linien den Dienst nach New York übernehmen Der Grieche widersprach nicht Er empfand ein Gefühl der Erleichterung bei dem Gedanken dass die neuen Anordnungen des Chefs ihn der gefährlichen Nähe dieses Doktors entrückten McAndrew fuhr in seinen Anweisungen fort Die Organisation braucht einen geschickten Mann für Ägypten Es ist unbedingt notwendig den neuen Polizeikommandeur in Port Said auf unsere Seite zu bringen Freilich ist Ägypten ein gefährlicher Boden Sie kennen die ägyptischen Verhältnisse genau Mr. Van Holsten Würden Sie den Auftrag übernehmen Nur einen Augenblick zögerte der Holländer dann bejahte er die Frage Gut Mr. Van Holsten doch ich wiederhole es der Auftrag ist gefährlich Sie werden alle ihre Künste nötig haben Ich werde sie zu gebrauchen wissen Mr. McAndrew entgegnete Van Holsten und lehnte sich gleichmütig in seinen Clubsessel zurück Aber Geld wird die Sache kosten Ich fürchte so billig wie Megastopolus den alten Kommandeur gekauft hat werden wir den neuen nicht bekommen Das Geld ist da Van Holsten Die Hauptsache ist dass der Mann Ich habe ihnen endlich noch mitzuteilen dass unser Mitglied Rasmussen mich gebeten hat auf seine Mitarbeit im laufenden Geschäft zu verzichten Ich habe zuverlässige Nachrichten dass er in der Tat krank ist und habe deshalb seiner Bitte entsprochen Wir werden nur noch in dringenden Fällen auf ihn zurückgreifen Sie Morten werden morgen mit mir für einige Zeit nach Schottland gehen Mit diesen Mitteilungen war die Raum nach ihm brachen die anderen auf Morten blieb allein zurück Er klingelte dem Butler ließ sich Whisky Soda und die Abendpost bringen Ein Brief war darunter mit deutscher Marke Post Stempel Gorla Es war eine Meldung von XC17 dass ein Unbekannter dessen Briefe am Schalter abgeholt hatte weiter die Bitte die post lagernden Briefe künftig unter der anderen beigegebenen Schiffre zu senden Morten ließ den Brief sinken und stürzte ein Glas Whisky herunter Ein anderer hatte die Korrespondenz für XC17 in Gorla abgehoben War dieser verteufelte Doktor wieder in Gorla War der es gewesen Seine Faust schlug auf den Tisch dass die Gläser und Flaschen tanzten Siebtens Der Kampf geht hart auf hart Mach's gut Rudi und halte schön Haus Rübesam sagte es und verließ das Zimmer um zu seinem Dienst ins Werk zu gehen Rudi blieb allein zurück mit einem Buch machte er es sich in dem alten braunen Lehnstuhl am Fenster bequem jetzt hatte er die Stelle bei der er gestern stehen geblieben war und las weiter langsam schlug er eine Seite nach der anderen um doch die Lektüre vermochte ihn nicht so wie früher zu fesseln immer wieder flogen seine Gedanken zwischen dem was er auf den Blättern las und der Wirklichkeit hin und her schließlich hielt er es nicht länger aus mit einem Ruck sprang er aus dem Sessel und warf das Buch auf den Tisch er reckte und dehnte sich ah das waren noch Kerle da in dem Buch der braune Winnetou und Old Shatterhand die alte Schmetterhand der unscheinbare alte Trapper der so gigantische märchenhaft wirkende Backpfeifen auszuteilen verstand was waren alle Kinnhaken und Uppercuts der Neuzeit im Vergleich mit diesen pyramidalen Maulschellen während Rudi seine gesunden Fäuste betrachtete kam ihm die zuletzt gelesene Szene in Erinnerung wie der hagere kleine Trapper da blitzschnell ausholte wie es auch ohne Revolver knallte und der baumlange Gegner für viertelstunden betäubt war ach wenn man doch er reckte die Arme in die Höhe und führte probeweise einen Hieb wenn man doch dem ekelhaften langen Schotten dem Morden so eine knallschote wie Shatterhand es tat verpassen könnte und dem nichts nutzigen Holländer auch eine und besonders dem schuftigen Griechen dem natürlich gleich zwei damit der Kerl nicht schief würde für für eine kurze weile träumte Rudi sich in eine Heldenrolle hinein er war Old Shatterhand und die Mitglieder der Bande hatten dabei nichts zu lachen aber er fuhr sich über die Stirn und kam in die Wirklichkeit zurück das war ja alles Unsinn die Bande trieb ihr Wesen ungestört weiter und er musste hier untätig in der Bude sitzen unmöglich das noch länger auszuhalten jetzt war Dr. Gransfeld schon seit zwei Tagen in Paris hatte den schuftigen Griechen hoffentlich bereits gefasst und er sollte hier im Lehnstuhl sitzen und sich die Zeit mit Schmökern vertreiben sollte brav gesittet und artig sein brav gesittet und artig hatte Rübesam wörtlich gesagt bei seinem hin und her laufen war Rudi vor dem Spiegel angelangt nun fing er an mit seinem Ebenbild zu sprechen sei brav Rudi sei gesittet und artig Herr Rübesam hat es dir befohlen er lachte und sein Spiegelbild lachte ihn wieder an was Bengel du lachst du willst nicht artig sein unwillkürlich schüttelte er den Kopf und das Spiegelbild tat das gleiche pui Rudi nimm dich zusammen ein großer erwachsener Mensch von 18 Jahren darf nicht mehr so kindisch sein er warf einen ernst verweisenden Blick in den Spiegel und drehte sich kurz um da stand der Tisch aufgeschlagen lag das Buch darauf ein Sonnenstrahl der breit durch das Fenster fiel spielte um die leicht vergilbten Seiten er griff nach dem Buch und ließ es wieder fallen es war unmöglich bei dem schönen Frühlingswetter hier still zu sitzen und zu lesen unwiderstehlich groß war der Drang hinaus zu stürmen in die sonnige Natur aber Rübesam hatte es verboten Dr. Kranzfeld hatte es verboten und Rudi sah es ein sie hatten recht mit diesem Verbot er musste im Hause bleiben doch irgendwie und anders als mit lesen musste er sich die Zeit vertreiben unruhig lief er durch die Wohnung hier war das Herrenzimmer mit den Bücherregalen dort das Esszimmer da die Schlafzimmer längst kannte er alle Räume bis in die letzten Winkel dort am Ende des Flurs lag noch ein Raum die Spindenstube in der war er noch nicht gewesen die Langeweile trieb ihn hinein es war ein mittelgroßes Zimmer an den Wänden standen mehrere geräumige Schränke einer davon in der Fensterecke alt ehrwürdig und schon ein wenig wackelig erinnerte ihn an das Möbel von Tarantula in Port Said was mochte Herr Rübesam in diesem Schrank Ungetüm aufbewahren der Schlüssel steckte also war es wohl nicht verboten einmal nachzusehen er öffnete die Schranktür ein scharfes Aroma schlug ihm entgegen offenbar benutzte der Chemiker besondere Mittel um seine Kleider vor Motten zu schützen ein paar mal musste Rudi kräftig niesen dann hatte er sich daran gewöhnt wollen doch mal sehen was Onkel Rübesam hier eigentlich hat alte Röcke und Hosen da muss er aber noch jung und schlank gewesen sein als er die getragen hat heute würde ihm das Zeug nicht mehr passen alle Wetter das ist Schrank hinein in der Ecke ist nichts mehr wollen mal in der anderen nachsehen ein Jagdanzug aha deswegen der Büchsenschrank im Herrenzimmer der Anzug ist auch viel zu eng für ihn der müsste mir ja ungefähr passen wollen es doch mal versuchen schon während des Selbstgespräches begann er sich seiner Kleider zu entledigen und zog sich dafür die grau grüne Montur an großartig sitzt er wie jetzt noch den richtigen Hut dazu da hängt er ja so Rudi jetzt wollen wir uns einmal im Spiegel begucken er ging in das Herrenzimmer zurück und stellte sich vor den Spiegel gratuliere Herr Forst Elefe sie sehen ja vorzüglich aus andere Stiefel müssten eigentlich auch dazu da sein hohe gelbe Schaft Stiefel dann wäre die Sache erst richtig in Butter wollen noch mal nachsehen Herr Oberförster mit militärischem Gruß verabschiedete er sich von dem Spiegel und ging zu dem Schrank zurück doch vergeblich suchte er nach Stiefeln von der Art wie sie ihm vorschwebten dafür stieß er auf etwas anderes das ihn sofort sehr interessierte oh oh Rudi was musst du hier sehen Onkel Rübesam scheint ja früher mächtig auf Maskenbälle gegangen zu sein er zog einen seidenen Domino und ein Türken Kostüm aus dem unerschöpflichen Schrank betrachtete sie eine Weile und legte sie dann über eine Stuhllehne das müssen wir mal später probieren wie uns das zu Gesicht steht aber hier was hat er hier noch Masken Schnurr und andere Bärte Bartwachs Kämme alle Wetter das muss doch gleich mal vor dem Spiegel ausprobiert werden mit einem Frisierbeutel unter dem Arm der sich unter Brüdern sehen lassen konnte kehrte er in das Herrenzimmer zurück mit Wachs und Kamm und Schere begann er wie ein Barbier von Beruf zu 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 arbeiten die Suppe in der Schüssel wurde kalt das Mundtuch in der Hand lief rübesam in größter Unruhe in der Wohnung hin und her Besorgnis und Ärger zugleich malten sich in seinen Zügen unbegreiflich unerklärlich wo der Junge geblieben war vergeblich hatte er in jedem Zimmer in jedem Winkel nach ihm gesucht als er aus dem Werk zurückkam in der Wohnung war Rudi jedenfalls nicht das stand nun einmal fest die einzig mögliche Erklärung war nur die dass er das Haus trotzdem strengen Verbot verlassen hatte dagegen sprach aber wieder etwas anderes Rudis ganze Garderobe war in der Wohnung auch der Anzug den er heute früh getragen hatte lag im Schlafzimmer auf seinem Bett verzweifelt fuhr sich rübesam an den Kopf in des Kuckucks Namen was war denn geschehen im Hemd konnte der Bengel doch unmöglich ins Werk gelaufen sein erschöpft von der Aufregung warf sich der Chemiker in den Lehnstuhl am Fenster da lag noch aufgeschlagen ein Buch auf dem Tisch in dem Rudi wohl gelesen hatte rübesam nahm es in die Hand während er die Blätter durch die Finger gleiten ließ begann seine Einbildungskraft zu arbeiten und malte ihm die dunkelsten Möglichkeiten aus waren vielleicht in seiner Abwesenheit Mitglieder der Bande in das Haus eingedrungen hatten sie den Jungen überfallen und weggeschleppt denkbar war das immerhin die alte halbtaube Wirtschafterin die den lieben langen Tag über in ihrer Küche herum hantierte war gewiss kein hinreichender Schutz In diesem Augenblick bedauerte es rübesam dass er keinen scharfen Hund in seinem Haushalt hatte aber wenn sie den Jungen weggeschleppt hatten warum hatten sie ihm dann vorher seine Kleider ausgezogen er sprang auf und lief er wusste nicht zum wievielten Male schon in Rudis Schlafzimmer Da lag der Anzug von heute früh in Unordnung und wie es schien in Eile auf das Bett geworfen Er öffnete den Kleiderschrank und fing an die Garderobe noch einmal nachzuzählen Ein Geräusch ließ ihn seine Beschäftigung unterbrechen Er horchte auf Unten wurde die Haustür geschlossen Wer konnte das sein Außer ihm besaß nur die Wirtschafterin einen Schlüssel aber die hatte er ja eben noch in der Küche poltern hören Ein dritter hing an dem Schlüsselbrett neben dem Buffet im Esszimmer Ja hing er noch da Darauf hatte er vorhin gar nicht geachtet Er eilte die Treppe hinab um sich davon zu überzeugen Auf dem letzten Absatz stutzte er und hielt plötzlich inne starrte wie versteinert auf den Flur Wie war es möglich dass ein wildfremder Mensch sich in sein Haus schloss gemütlich die Treppe heraufkam und ganz so tat als ob er hier daheim wäre Jetzt stand der Fremde vor ihm Der Kleidung nach schien es irgendein Forstmann zu sein Ein dunkelblonder Vollbart bedeckte Kinn und Wangen Zusammen mit der großen Hornbrille gab er dem Gesicht einen professoralen Anstrich der zu der Försterkleidung nicht recht passen wollte Unwillkürlich musste Rübesam einen Augenblick an seinen alten Mathematik Professor aus der Obersekunda denken aber nein sie hatten doch vor kurzem einen Feldmesser im Werk gehabt der fast genauso aussah war es am Ende der doch zum Kuckuck wie kam der zu seinem Schlüssel und in seine Wohnung er raffte sich auf und schrie den Fremdling an Herr was wollen sie hier wer sind sie überhaupt auch der Fremde war beim Anblick Rübesams stehen geblieben und schien fast noch erschrockener als dieser zu sein ach bitte entschuldigen sie Herr Rübesam ich wusste nicht dass sie schon so früh zum essen kommen würden der Chemiker sperrte Mund und Nase auf für kurze Zeit erinnerte an einen Karpfen der auf dem trockenen nach Luft schnappt Rudi Junge Bengel du bist es trotz allen Anstrengungen gelang es ihm nicht ernst zu bleiben er musste lachen lachte dass es ihn schüttelte dass er sich schließlich am Geländer festhalten musste um nicht die Treppe hinunter zu fallen erst nach Minuten konnte er wieder einigermaßen ansprechen Rudi Menschens Kind bist ja doch aus dem Hause gewesen trotzdem ich's dir verboten hatte Junge darüber werden wir noch einen ernsten Ton zusammen reden aber gut ist die Maske er musste wieder lachen erkannt wird dich darin keiner haben du hast eine fabelhafte Ähnlichkeit mit unserem verflossenen Feldmesser nun mal raus mit der Sprache wo du dich rumgetrieben hast doch halt erst muss ich die Wirtschafterin rufen dass sie die Suppe noch einmal aufwärmt aber ich kann ja selbst hingehen Herr Rübesam nein mein Junge damit die Alte einen Mordschreck kriegt und mir das Geschirr zerschmeißt das geht nicht die Alte kam herauf warf einen erstaunten Blick auf den fremden Herrn mit dem Rübesam am Fenster saß und verschwand mit der Suppenschüssel so Junge jetzt berichte was hast du da wieder ausgefressen ach Herr Rübesam sie dürfen mir nicht böse sein die Sonne schien so schön da hielt ich mit dem Buch nicht länger aus und da ging ich an ihren Schrank aha mein Sohn darum kam mir doch der Anzug so bekannt vor man hat in meinen Schränken nachgeforscht und allerhand gefunden daher diese fabelhafte Verwandlung Junge nimm doch bloß mal die Brille ab man denkt ja wiedererkennen man hat also eine kleine Maskerade gemacht und dann was dann ja Herr Rübesam als ich mich dann im Spiegel sah da habe ich mir gedacht so könnte ich doch am Ende wagen und bin in das Werk gegangen was streng verboten war du Stromer sind dir die Leute begegnet die dich von früher her kannten das wäre trotz der Maske gefährlich gewesen nein Herr Rübesam eigentliche bekannte nicht doch uneigentliche wer war's denn wen oder was hast du gesehen etwas ganz merkwürdiges Herr Rübesam ich hielt mich da in dem Gang neben dem Heroin Saal auf bei dem Heroin Saal Junge bist du den ganz und gar des Teufels hast du von dieser Gegend die Nase noch nicht voll die Herren Henke und Altmüller sind jedoch wahrhaftig nicht grün ach Herr Rübesam in der Maske fühlte ich mich ganz sicher da stand ich nun und sah wie der Fritz der kleine Junge von dem Altmüller kam um seinem Vater das Essen zu bringen er hatte das Geschirr in einem Henkelkorb und Sie müssen wissen Herr Rübesam es ist ein schwächlicher Junge noch so ein richtiger Knirps er trug ziemlich schwer an dem Korb kann ich mir vorstellen Rudi die Leute schlagen sich je zu jeder Mahlzeit einen halben Scheffel Kartoffeln in den Leib ja aber nun kommt das merkwürdige als der Fritz Altmüller nach einer halben Stunde wieder aus dem Saal kam da schien er mir immer noch so schwer zu schleppen und das Geschirr hätte doch jetzt leer sein müssen die Sache ist mir aufgefallen Rübesam pfiff durch die Zähne und dachte eine Weile nach Junge die Geschichte ist in der Tat wert dass man ihr weiter nach geht bringt der Junge dem Alten das Essen alle Tage ins Werk so viel ich mich erinnern kann ja Herr Rübesam ich habe ihn jedenfalls früher schon öfter mit dem Esskorb kommen sehen nur das was ich da heute sah ist mir früher nicht aufgefallen um zwei Uhr mittags ist die Frühschicht zu Ende um zwölf lässt sich Altmüller noch einmal warmes Essen von seinem Jungen bringen ist ja eigentümlich welchen Weg nimmt denn dieser Fritz wenn er aus dem Heroin Saal kommt ich meine da müsste er doch über den zweiten Gang an meinem Zimmer vorbeikommen stimmt Herr Rübesam den Weg ist er auch heute gegangen das ist ganz richtig an ihrem Zimmer vorbei bis zum dritten Treppenhaus und dann den Weg zum Hauptportal ich bin ihm bis dahin nachgegangen der Pörtner hat ihn natürlich ohne weiteres durchgelassen ja selbstverständlich Herr Rübesam der hatte ihn ja mit dem S-Korb hineingehen sehen und sah ihn jetzt wieder herauskommen er hat kaum hingeguckt setz die Brille auf unterbrach ihn Rübesam kaum hatte Rudi die Hornbrille auf der Nase als die Wirtschafterin mit der heißen Suppenschüssel ins Zimmer kam wo bleibt denn der junge Herr heute Herr Rübesam fragte sie verwundert der kommt heute später Frau Schmidt die alte machte sich daran das zweite Gedeck abzuräumen lassen sie nur Frau Schmidt der Herr hier wird heute mit mir speisen kopfschüttelnd ging die alte aus der Tür kaum war sie draußen als Rudi los platzte sehen sie Herr Rübesam nicht einmal Frau Schmidt hat mich wieder erkannt Rübesam winkte ab nicht zu voreilig mein Junckchen während des Mittagessens musst du die Maske nun schon beibehalten die alte würde sich wundern wenn der fremde Herr plötzlich verschwunden wäre und dafür ein gewisser Rudi hier am Tisch säße binde dir ordentlich das Mundtuch um damit Frau Schmidt nachher möglichst wenig von dem Anzug sieht den kennt sie nämlich sehr genau er schob Rudi den gefüllten Suppenteller hin guten Appetit jetzt kannst du ja mal versuchen wie man mit so einem alten Germanen Bart Suppe isst am nächsten Morgen blieb Rübesam länger in seinem Arbeitszimmer im Werk in seiner Gesellschaft befand sich ein Herr mit Brille und dunkelblondem Vollbart das Interesse der beiden erstreckte sich ausschließlich auf die große Wanduhr deren Minutenzeiger sie nicht aus den Augen ließen 25 Minuten nach 12 Herr Rübesam um die Zeit ist der Fritz gestern aus dem Saal gekommen Rübesam stand auf einen adressierten und frankierten Brief in der Hand trat er auf den Flur hinaus und blickte sich suchend im Gang um vom anderen Ende her kam irgendwer das Klappern von Blech Geschirr klang durch den hohen leeren Gang ein schmächtiger schwächlicher Kasten vorn beim Pförtner in drei nein in zwei Minuten ist schon Abholung lauf schnell hin damit der Brief noch zur rechten Zeit in den Kasten kommt hier er drückte ihm den Brief und ein zehn Pfennig Stück in die freie Hand deinen Korb kannst du so lange hier lassen er nahm den Korb den der Junge nur widerstrebend losließ schnell schnell tummle dich damit du noch zurecht kommst nix mach den Korb stelle ich so lange bei mir hin während der Junge davon sprang ging Rübesam mit dem Korb ins Zimmer zurück hast recht Rudi das Zeug ist verdächtig schwer schon hatte er eine große Thermos Flasche herausgenommen und den Verschluss aufgeschraubt natürlich da haben wir ja die Bescherung bis an den Rand mit Heroinpulver vollgestopft er schraubte den Verschluss wieder fest auf die Flasche Freund Rudi der hier die Rolle des blondbärtigen Herrn spielte hatte inzwischen mit größter Fixigkeit das Geschirr aus dem Korb genommen und die Wachstuch Decke die auf seinem Boden lag gelüftet zwei große Leinenbeutel Herr Rübesam irgendetwas pulverartiges darin gut ich habe schon genug gesehen schnell bringe alles wieder in Ordnung das Geschirr muss genauso wie vorher liegen du hast jedoch gemerkt wie es war fix fix der Junge kann gleich zurückkommen wenige Sekunden später stand der Korb wieder friedlich und harmlos als ob ihn niemand berührt hätte in der Zimmerecke neben der Tür kurz darauf kam der Junge zurück na hast du es noch geschafft jawohl Herr Direktor jawohl Herr Herr Doktor Rübesam schüttelte den Kopf nicht Doktor einfach Herr Rübesam und du du bist doch der Fritz der Junge von unserem Altmüller jawohl Herr Rübesam das mit dem Brief hat noch fein geklappt ich sah den Postboten auf seinem gelben Dreirad da hinten an der Kirchenstraße erst ankommen das ist ja schön Fritz da will ich dir zur Aufmunterung noch einen Groschen schenken da hier nimm vergnügt steckte der Junge das Geld ein griff nach seinem Korb und sprang davon nachdenklich ging Rübesam im Zimmer hin und her erwartungsvoll schaute Rudi ihn an ja Junge Zeit wärs eigentlich die Wissenschaften einsperren zu lassen die Herren Henke und Altmüller sind nach gerade fürs Kittchen reif aber die Kerle müssen noch irgendwelche Helfershelfer hier am Platze haben lasse ich die beiden ins Loch stecken dann ist die ganze Bande sofort gewarnt wahrscheinlich würden wir die Pläne unseres Freundes Granzfeld in Paris dadurch stören er ließ sich in seinen Stuhl nieder ein paar Glieder in der Kette Augenblick würden wir damit mehr verderben als gewinnen in Altmüllers Küche war Henke beschäftigt das gestohlene Heroin aus der Thermosflasche in Leinenbeutel überzufüllen feiner Gedanke das mit dem Fresskorb ein dickes Kilo geht jedes Mal in die Flasche das schafft tut aber auch Not unsere Abnehmer schreien nach Ware er pfiff vergnügt vor sich hin während er den letzten Beutel zuband und zu den übrigen in den Rucksack tat dann blickte er auf Altmüller na du altes Tränentier sitzt mal wieder so bedeppt da als wenn dir alle Fälle weggeschwommen wären Mensch sei doch fidel unser Geschäft blüht ja lässt mich hier alles machen und sagst keinen Ton so die Flasche ist leer da bitte willst du nicht na dann werde ich das auch noch machen er ging an die mal kräftig aus das könnte uns gerade noch fehlen dass ihr hier in eurer verbummelten Wirtschaft den schwarzen Kaffee einfach wieder in die ungespülte Flasche gießt könntest dir dabei am Ende noch allerlei angewöhnen Altmüller fuhr fort sprich nicht so über unsere Wirtschaft Henke du weißt dass meine Frau schon so lange krank ist wenn es nicht darum wäre hätte ich schon längst Schluss ausgemacht mit einem seufzer ließ er sich auf den küchenstuhl fallen und stützte den kopf in beide fäuste von schritt zu schritt hast du mich weitergetrieben henke erst mich jetzt muss auch noch der fritz mitmachen ich will es aber nicht mehr ich sage dir henke ich mache nicht mehr mit der fritz wenigstens der soll nicht mehr mit dem korb in das Werk kommen quatsch alt müller deine redensarten hängen mir zum halse heraus wir sitzen an der quelle mensch erzdumm wären wir wenn wir das nicht ausnutzen wollten solange es geht solange es geht henke siehst du da sagst du es schon selber ewig wird's nicht gehen einmal kommen uns die anderen doch auf die schliche der meister hat mich heute wieder so angesehen als ob als ob er etwas wüsste wenn die Sache raus kommt wenn sie mich einsperren meine arme Frau meine Kinder henke schlug dem zusammengesunkenen auf die schulter dummheiten alt müller bist ja verrückt hast doch gesehen wie ich dem einen besorgt habe der uns nachschnüffeln wollte brauchst wirklich keine angst zu haben wenn es mal brenzlig werden sollte werde ich es dir schon bei Zeiten stecken da verduften wir einfach vorher und lassen den klugen herrn hier das nachsehen durch unsere freunde steht uns die ganze welt offen die sorgen schon dafür dass keiner von ihren leuten verschütt geht klappt hier nicht mehr dann machen wir unseren laden irgendwo anders auf du vielleicht henke du hast nicht kind und kegel ich aber meine familie ich kann ja doch überhaupt nicht fort von den meinen unsinn alt müller wenn du er sprang zur tür und schob den riegel zurück so jetzt können die gören wieder herein die brauchen gar nicht erst zu merken dass wir hier zugeriegelt hatten bald darauf wurde die tür geöffnet und fritz altmüller kam herein grüß gott vater grüß gott herr henke vater ich habe hunger altmüller wies auf den brotkasten und den marmeladetopf darf ich vater schleunigst machte der junge sich über das brot her mit beiden backen kauend setzte er sich auf das fenster brett henke wechselte noch ein paar belanglose worte mit altmüller und hängte sich den rucksack um er wollte sich verabschieden als fritz auf die straße zeigte sieh mal vater da geht der herr der heute bei rübesam war henke dreht sich um und sah ihn erstaunt an woher weißt du denn das junge ja herr henke ich war doch bei rübesam im zimmer was wie du bist bei rübesam im zimmer gewesen wie bist du denn dazu gekommen heute mittag als ich gerade aus dem werk gehen wollte da hielt mich rübesam an ich sollte ihm einen brief zum kasten bringen ich musste springen damit kerl mit dem voll bad der hier eben vorbeikommt gesehen ja herr henke ich musste ja nachher wieder in sein zimmer kommen und meinen korb holen deinen korb holen wieso denn den hattest du doch am arm nein weil ich so schnell gehen musste hat rübesam mir den korb abgenommen und so lange bei sich ins zimmer gestellt erklärte fritz ganz harmlos lömmel verdammter dir einschlagen doch ebenso schnell war altmüller aufgesprungen und fiel dem kollegen erregt in den arm lass das henke fass meinen jungen nicht an oder er griff nach dem küchenbeil auf dem herd zurück henke oder henke wich vor dem wütenden zurück ist schon gut altmüller brauchst dich nicht weiter aufzuregen ich tue deinem bengel nichts ohne gruß verließ er den raum er warf die Tür hinter sich entschloss dass die scheiben klirrten und pfiff durch die zähne die sache kam ihm höchst verdächtig vor war der fremde bei rübesam vielleicht wieder ein neuer detektiv den die herren da oben ins werk gesetzt hatten vielleicht einer der es schlauer anfing als die anderen hatte der am ende seine briefe abgeholt er beschleunigte seine Schritte wenn irgend möglich wollte er diesen verdächtigen fremden einholen und ihn sich etwas genauer besehen wir könnten die pläne unseres freundes gransfeld in paris stören hatte rübesam gesagt als er sich entschloss henke und altmüller vorläufig auf freiem fuße zu belassen doch leider ließ die ausführung dieser pläne noch sehr viel zu wünschen übrig gleich am morgen nach seiner ankunft in paris war gransfeld in das ritz-carlton hotel gegangen um john hawkins aufzusuchen jenen amerikanischen finanzmagnaten den megastopolus in seinem brief an van holsten genannt hatte mr evans der privatsekretär empfing ihn sie wünschen mr hawkins zu sprechen in welcher angelegenheit bitte das möchte ich mr hawkins selber sagen das wollen viele herr doktor mr hawkins zeit ist außerordentlich besetzt wenn sie mir ihr anliegen mitteilen und wenn sich mr hawkins entschließen sollte sie zu empfangen so würde er der sekretär griff nach einem terminkalender und blätterte darin so würde er frühestens sonnabend also heute in fünf tagen von 11 uhr 25 bis 11 uhr 35 für sie zeit haben ich setze dabei voraus herr doktor dass es eine wichtige angelegenheit ist die mr hawkins wirklich interessiert gestatten sie mir eine frage mr evans bitte sehr herr doktor steht in ihrem kalender auch der name megastopolos evans zuckte die achseln ich bedauere herr doktor darüber kann ich keine auskunft geben während der sekretär die antwort gab behielt gransfeld ihn scharf im auge er sah wie dessen blicke über die seiten des kalenders glitten und an einer stelle haften blieben das tut mir außerordentlich leid mr evans ich hätte ihren herrn gern davor bewahrt von einem dieb gestohlene sachen zu kaufen mr evans fuhr auf ich verstehe nicht der doktor was ihre worte bedeuten sollen dann will ich mich noch deutlicher ausdrücken mr evans dieser megastopolos hat mir ein wertvolles ägyptisches kunstwerk eine statuete des setos gestohlen und will sie jetzt an mr hawkins verkaufen ich bin nach paris gekommen um den dieb zu fassen und mein eigentum zurück zu bekommen ich glaube mr hawkins wird nicht sehr erfreut sein wenn die pariser polizei sich in den handel ein mischt ich begreife nicht her doktor wie sie solche behauptungen aufstellen können monsieur megastopolos ist ein angesehener kunsthändler er ist genauso ein gauner mr evans wie der mühenherr van holsten oder van der meeren der ihn an mr hawkins empfohlen hat die beiden sind seit langem für das zuchthaus reif gransfelds worte verfehlten ihren eindruck nicht eine kurze weile überlegte der sekretär dann sprach er sie bringen ihre behauptungen mit großer bestimmtheit vor herr doktor es ist nicht meine aufgabe die herren megastopolos und van der meeren gegen ihre angriffe zu verteidigen haben sie irgendeinen beweis dafür dass sie der eigentümer des kunstwerkes sind das uns angeboten wurde gransfeld zog ein paar fotos aus der brusttasche und schob sie dem sekretär hin diese bilder mr evans wurden im hause meines verstorbenen oheims aufgenommen er war der vorbesitzer der statuette der sekretär griff nach den fotografien und betrachtete sie dann zog er eine schublade auf nahm andere bilder heraus und legte sie daneben kopf schüttelnd blickte er bald auf die einen bald auf die anderen das ist in der tat merkwürdig her doktor es scheint sich in beiden fällen um das gleiche werk zu handeln trotzdem ich bin sicher dass monsieur megastopolus sich über den rechtmäßigen erwerb des kunstwerkes ausweisen kann nach ihren mitteilungen werden wir doppelten wert auf einen solchen nachweis legen das wird er niemals können mr evans hier gransfeld legte ein schriftstück auf den tisch ist der kaufvertrag zwischen meinem oheim und dem ägyptischen händler von dem dieser die statuette vor jahren erworben hat mit diesem schriftstück in der hand beabsichtige ich megastopolus verhaften zu lassen sobald er mit der statuette zu ihnen kommt längere zeit schwieg der sekretär er schien mit zweifeln zu kämpfen dann raffte er sich zu einem entschluss auf well herr doktor ich will ganz offen sprechen monsieur megastopolus steht für heute von 10 uhr 30 bis 10 uhr 45 auf der liste er warf einen blick auf die uhr es ist bereits 10 uhr 36 es ist mir unverständlich dass er nicht längst hier ist mr hawkins ist nicht gewohnt auch nur eine minute auf jemand zu warten einen augenblick bitte ich muss sofort nach monsieur megastopolus fragen lassen er klingelte und bat nachzusehen ob monsieur megastopolus etwa im empfangsraum des hotels sei ganz unbegreiflich ist das wandte er sich wieder an gransfeld ein geschäftsmann wie monsieur megastopolus sollte doch bescheid wissen wie er ich fürchte mr evans er weiß nur zu gut bescheid schon einmal in genf war ich ihm auf den auch da hat er die verhandlungen abgebrochen und ist unter nichtigen vorwänden weggeblieben es wäre schade wenn er mir auch diesmal entschlüpfte aber leider ich muss befürchten dass er auch jetzt wieder irgendwie gewarnt wurde der sekretär warf einen blick auf die uhr 10 uhr 45 seine zeit ist vorbei nach solcher unpünktlichkeit wird ihn mr hawkins nicht mehr empfangen allenfalls könnte er noch mit erhoben ich glaube mr Evans dass damit die angelegenheit im augenblick erledigt ist für alle fälle will ich noch einige tage in paris bleiben würden sie mich vertraulich benachrichtigen wenn megastopolus ein lebenszeichen von sich gibt well herr doktor unter den obwaltenden umständen will ich das tun dann darf ich ihnen meine adresse hier lassen gransfeld empfahl sich missmutig schritt er in sein hotel zurück wieder dieselbe geschichte wie in genf hatte der grieche verdacht geschöpft hatte er andere gründe um nicht zu kommen warum ließ er den reichen amerikaner zu dem er sich die verbindung mit so viel umständen geschaffen hatte warten warum verscherzte er sich die gute gelegenheit all das waren fragen auf die gransfeld keine antwort fand hatte es überhaupt noch zweck länger hier war es schließlich immer noch dass der grieche kam jetzt im einverständnis mit mr evans würde er ihn dann sicher fassen können so entschloss er sich für die nächsten tage noch in paris zu bleiben zufällig sah gransfeld am folgenden abend in der empfangshalle des walldorf astoria hotels die ankündigung dass in der großen opa margarete von gono gegeben wurde er fragte den portier ob noch karten zu haben seien karten für die große opa oh gewiss monsieur hier habe ich noch einen vorzüglichen platz in der sechsten loge so kam es das gransfeld an diesem abend in die oper fuhr hervorragend waren gesang und spiel der darsteller berückend schön die bühnenbilder beinahe interessanter noch war das erlesene publikum das parterre und logen des großen theater raums füllte die herren fast ausnahmslos im frack fast unbehaglich fühlte sich gransfeld hier im einfachen smoking die damen in großer gesellschaft toilette überall ein funkeln und blitzen von reichem schmuck nach dem ersten fallen des vorhanges musterte gransfeld die gegenüberliegenden logen durch das opernglas greifbar nahe brachte das starke glas ihm die einzelnen personen typen der verschiedensten nationen glitten an seinen augen vorüber neben lebhaften dunkelhaarigen romanen saßen auch viel amerikanisches und englisches publikum in den logen der reichtum dreier weltteile fand sich hier an der see zusammen plötzlich stutzte gransfeld und hielt das glas länger auf einen punkt gerichtet da drüben saß ja mr evans der sekretär von mr hawkins neben ihm stand eine dame und sprach mit ihm jetzt hob sie den kopf gransfeld presste das glas dichter an die augen war das nicht die rumänin seine alte bekannte aus hamburg und genf nur einen augenblick konnte er sie betrachten schon hatte sie sich umgewandt und die loge verlassen zu kurz war die Zeit um volle Sicherheit zu gewinnen doch gransfeld glaubte sich nicht getäuscht zu haben die dimitrisku bei mr evans was hatte das zu bedeuten zog es mrs vor vor und zu bleiben und schickte er seine bundesgenossen ins feuer da war es am ende doch zeit dem amerikaner auch über diese fragwürdige dame die augen zu öffnen wenn ja wenn sie es wirklich war davon musste er sich freilich erst überzeugen er verließ seinen platz und ging durch den breiten wandelgang in das foyer ein großer teil des publikums benutzte die pause um sich hier zu ergehen nur langsam kam er in dem gedränge voran plötzlich stutzte er wieder und verhielt den schritt fräulein susanne verzeihung fräulein rasmussen sie hier in paris gnädiges fräulein ah herr doktor sie auch in paris freude über das unvermutete wiedersehen sprach aus ihren augen das nenne ich einen dass wir uns hier in der großen oper treffen ich glaubte sie seien von genf geradewegs nach deutschland zurückgefahren das bin ich auch fräulein rasmussen doch gleich nach meiner ankunft riefen mich dringende geschäfte nach paris susanne lachte mir scheint herr doktor sie entwickeln sich zu einem richtigen globetrotter ägypten hamburg andre deutsche städte die schweiz wieder deutschland jetzt paris vielleicht sieht man sie nächstens auch noch in london oder moskau wäre nicht ausgeschlossen fräulein susanne man kann nicht wissen wohin die geschäfte einen noch führen vorläufig gedenke ich einige tage hier zu bleiben es würde mich aufrichtig freuen wenn ich gelegenheit hätte sie noch einmal zu sehen einen kurzen augenblick überlegte susanne rasmussen dann nickte sie ich denke das wird möglich sein herr doktor wir wollen auch noch einige zeit in paris bleiben mein vater ist ja hier in der behandlung von professor morell professor morell der berühmte herzspezialist oh fräulein susanne ist ihr herr vater krank ein schatten flog bei gransfelds frage über ihre züge leider ja herr doktor ich fürchte mein armer vater ist viel kränker als er selber glaubt ich bin neulich bei dem professor gewesen er hat mir natürlich nichts bestimmtes gesagt aber sie müssen es ja am besten wissen herr doktor wie derartige auskünfte beschaffen sind wer sich ein bisschen auf die sprache der ärzte versteht der kann auch aus einer unbestimmten mitteilung mancherlei heraushören auch gransfeld war ernst geworden fräulein susanne wenn sie es wünschen will ich gern einmal selbst zu professor morell gehen und den fall als arzt mit ihm besprechen jedenfalls das möchte ich ihnen zu ihrem trost schon heute sagen ist ihr herr vater dort in den besten händen morell hat kuren vollbracht die an das wunderbare grenzen ach ja herr doktor ich wäre ihnen so dankbar wenn sie das tun wollten wenn ich wieder hoffen könnte dass mein armes väterchen doch noch gesund wird ein klingel zeichen kündete den wiederbeginn der vorstellung an susanne konnte gransfeld nur noch mitteilen dass sie mit ihrem vater im savoy hotel wohne morgen vormittag um elf uhr wollte sie dort in der empfangshalle sein ein händedruck zum abschied und sie trennten sich über dem zusammentreffen mit susanne rasmussen hatte gransfeld die dimitrisco vergessen die rumänin aber hatte ihn im foyer mit susanne zusammen gesehen und sehr genau beobachtet dann hatte sie noch während der pause die opa verlassen der letzte akt war vorüber der beifall verhall gransfeld warf sich den mantel über und trat auf die straße hinaus es war eine herrliche frühlingsnacht zu schade um sofort in das hotel zurück zu kehren auch viel zu schade um sich in einen dumpfen geschlossenen wagen zu setzen er beschloss zu fuß in sein hotel zurück zu gehen und einen kleinen um weg am seen ufer entlang zu machen wie wundervoll dies wandern in der lauen nacht durch straßen und plätze wo auf schritt und tritt geschichtliche erinnerungen wach wurden hier der vondom platz mit der napoleon säule die hatte 1871 die kommune umgestürzt dann war die kommune gestürzt und die säule wieder aufgerichtet worden jetzt lag weiter vor ihm die place de la concorde da hatte in der großen revolution fünf jahre lang die guillotine gestanden welche hekatomben waren hier unter dem fallmesser einer idee zum opfer gebracht worden welche leiden hatten diese steine gesehen welche ströme von blut getrunken doch wer dachte wohl heute beim lichterglanz der elektrischen lampen beim getümmel und lärm über den platz jagenden automobile noch an jene düsteren zeiten gransfeld bog von der place de la concorde zur seine ab hier zwischen dem tuilerien garten und dem fluss war die straße dunkler und fast unbelebt langsam schlenderte er am rande des gartens entlang wo das licht der laternen in die parkanlagen fiel hoben sich reich blühende gruppen von rhododendren und atalien leuchtend der immergrünen bosskette ab bewundernd blickte er auf den blütenflor und bemerkte es kaum dass hinter ihm ein kraftwagen in langsamer fahrt die straße entlang kam jetzt hatte der wagen ihn erreicht im nächsten augenblick musste er ihn überholen als er plötzlich hielt die tür sprang auf zwei fäuste ergriffen gransfeld und rissen ihn bevor er noch recht begriff was geschah bevor er einen schrei ausstoßen konnte in den wagen hinein die tür fiel ins schloss das auto fuhr weiter am palais der justiz musste der wagen kurze zeit halten bis das verkehrslicht ihm freie fahrt zum bul michee gab dann kam er ohne weiteren aufenthalt schnell weiter und erreichte gegen halb zwei Uhr morgens den vorort palaisu dort bog er auf einen feldweg ab und fuhr auf ein abgelegenes gehöft zu vor einem alten wohnhaus machte er halt die tür des gebäudes wurde geöffnet das licht einer elektrischen lampe leuchtete auf zwei männer und eine frau traten ins freie hallo schack habt ihr ihn es war die rumänin die die frage an den chauffeur stellte je suis so madame pierre hat ihn drin ah pierre das ist eine gute wahl rief die mit riscu befriedigt pierre mit dem beinamen le mur rouge war ein hühnenhafter apache als raufbold und totschläger war die rote mauer in ihren kreisen berüchtigt und gefürchtet wer dem in die hände fiel der machte am besten vorher sein testament der chauffeur sprang vom wagen und ging zur tür die beiden anderen männer eilten ebenfalls hinzu pierre wird frikassee aus ihm gemacht haben rief der eine und riss die dem haus zugewandte wagentür auf hallo pierre das licht fiel voll in das wageninnere da lag halb am boden halb noch auf den kissen regungslos eine menschliche gestalt jetzt öffnete der chauffeur auch die andere wagentür hallo 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 pierre rief er ungeduldig hinein nur ein dumpfes stöhnen kam als antwort aus dem wagen erschrocken wich er einen schritt zurück fasste sich dann und trat wieder heran oh la la oh la la was ist das mon dieu sie trugen den bewusstlosen in das haus übel sah er aus verquollen blutig mit blauen flecken bedeckt das gesicht vorsichtig legten sie ihn auf ein bett wusch ihm das blut aus dem gesicht und flößten ihm stärkungsmittel ein nur langsam kam er wieder zu sich jedes wort schien ihm schmerzen zu bereiten mon dieu son tilde bett für es stöhnend versuchte er sich aufzurichten hallo Pierre was hat's gegeben der chauffeur beugte sich über ihn da trink erst noch mal er goss ihm ein wasserglas voll konjak durch die aufgeschwollenen lippen und fragte ihn dabei ich denke du hattest ihn Pierre no Jacques er hatte mich ja erst hatte ich ihn hatte ihn bei den schultern gepackt und riss ihn in den Wagen seine Arme waren frei sacre nom d'agent ehe ich's mich versah ehe ich was tun konnte fuhr er mir mit der flachen hand von unten nach oben durchs gesicht riss mir die lippe nach oben die nase ich sah und hörte nichts mehr er brauchte es kaum zu erklären man konnte es ihm am gesicht ablesen was geschehen war mit einem höchst wirksamen jiu-jitsu Griff war der Doktor ihm durch das gesicht gefahren die oberlippe war aufgerissen zweimal gespalten die nase nach oben gestoßen seine genossen musterten ihn mit kenner blicken kannst froh sein pierre dass er dir seine finger nicht noch in die augen gestoßen hat das pflegt sonst das ende von dem griff zu sein sacre blö der kerl versteht sein handwerk wirst ein paar wochen brauchen ehe du dich wieder unter deinen leuten sehen lassen kannst während sie hier versuchten den zerschundenen Apachen mit viel Cognak und gutem Zuspruch wieder auf die Beine zu bringen lag Gransfeld längst in seinem Bett im Waldorf Astoria Hotel er hatte das Auto bereits am Palais de Justiz verlassen am nächsten Vormittag war Gransfeld im Savoy Hotel er hatte sich einen Sessel gewählt von dem aus er den ganzen Empfangsraum gut überblicken konnte zerstreut blätterte er in der Morgen Zeitung die er sich auf dem Wege hierher von einem Straßenhändler gekauft hatte häufig ließ er sie sinken und schaute bald nach der Uhr bald nach der Treppe die zu den oberen Stockwerken führte auf dem ersten Treppen Absatz hing ein breiter Wandspiegel in dem er auch den höheren Teil der Treppe überblicken konnte jetzt kam Susanne er sah es im Spiegel doch sie kam nicht allein sondern mit einer anderen Dame einen kurzen Blick nur warf er auf diese dann hob er die Zeitung empor und verbarg sein Gesicht dahinter Susanne Rasmussen in Begleitung der Dimitriscu war das junge Mädchen gleichfalls in das dunkle Treiben der Bande eingeweiht wusste sie um die üblen Machenschaften der Rumänin er konnte wollte es nicht glauben und doch wie war dieses Zusammensein anders zu deuten wie anders war die Tatsache zu erklären dass Susanne allem Anschein nach sogar in ein freundschaftliches Gespräch mit der Dimitriscu verwickelt war verstohlen beobachtete er sie während er sich selbst so gut wie möglich durch die Zeitung deckte jetzt hatten die beiden Frauen den Empfangsraum erreicht wie suchend sah sich Susanne um und schien nicht zu finden was sie erwartete umso besser dachte Gransfeld wenn Susanne mich nicht sieht dann wird mich die andere hoffentlich auch nicht entdecken die Rumänin hatte sich inzwischen von Susanne verabschiedet und trat auf die Straße hinaus jetzt ließ Gransfeld die Zeitung sinken guten morgen fräulein Susanne wie freue ich mich sie wieder zu sehen guten morgen herr doktor in die opinion haben sie sich eingewickelt da kann ich freilich lange nach ihnen suchen entschuldigen sie fräulein Susanne das versteckspiel hatte seine gründe gestatten sie mir eine frage verwundert sah Susanne ihn an sie reden in geheimnissen herr doktor gransfeld ein versteckspiel haben sie sich etwa vor frau dimitrisko versteckt bitte was wollten sie fragen gerade nach ihrer begleiterin wollte ich sie einmal fragen fräulein Susanne sie nannten sie ja wohl frau dimitrisko kennen sie diese dame eigentlich schon längere zeit sind sie gut bekannt mit ihr seine frage schien susanne zu verstimmen gemessen kam ihre antwort ich kenne frau dimitrisko erst seit kurzem und nur oberflächlich wenn ich es ihnen offen sagen soll sie ist mir wenig angenehm schon vom ersten tage unserer bekanntschaft an habe ich sie nicht recht leiden können obwohl sie mir ja eigentlich nie etwas getan hat oh fräulein susanne so etwas gibt es oft im leben ein mensch ist einem vom ersten augenblick an angenehm oder unangenehm ohne dass man die gründe für diese gefühle angeben könnte warum lassen sie sich aber die gesellschaft der dame gefallen wenn sie ihnen unwillkommen ist ja herr doktor die antwort susannes kam in einem halb ärgerlichen halb weinerlichen tone die dame ist die witwe eines früheren geschäftsfreundes meines vaters mein vater ist ihr jetzt bei ihrer vermögensverwaltung behilflich und deswegen ist sie in letzter zeit häufig in unser haus gekommen ich habe mich ihr gegenüber lange ablehnen verhalten habe mich auch geweigert einladungen von ihr anzunehmen aber man kann leider nicht immer so wie man möchte armes kind dachte gransfeld ein glück für dich dass du die geschäfte dieser dame nicht kennst ich danke ihnen für die freundliche bereitwilligkeit fräulein rasmussen mit der sie meine frage beantwortet haben jetzt habe ich aber auch etwas zu fragen herr doktor warum haben sie sich denn vorhin versteckt ihre frage brachte gransfeld in verlegenheit mein liebes fräulein susanne nehmen wir einmal an dass ich den begründeten wunsch hatte von ihrer begleiterin nicht gesehen zu werden aber ich verstehe nicht herr doktor welchen grund könnten sie haben sich zu verstecken sie haben doch nichts zu verbergen ich nicht fräulein susanne eher andere leute ich bitte sie lassen sie sich für heute daran genügen wenn ich ihnen sage dass ihre abneigung gegen diese rumänin nur allzu berechtigt ist der ernste ton in dem er die letzten worte sprach stimmte auch susanne ernst herr doktor ihre worte erschrecken mich seit ich diese frau kenne habe ich ein dumpfes gefühl dass sie einmal unglück über unser haus bringen könnte hoffen wir dass ihre ahnung sie täuscht fräulein susanne doch gehen wir zu etwas erfreulicherem über ich bin heute früh bei professor morell gewesen ah herr doktor wie lieb von ihnen sie waren bei ihm und sie sagen es ist etwas erfreuliches gransfeld nickte gewiss so weit man es unter den obwaltenden umständen verlangen kann ihr vater hat allerdings ein ziemlich weit fortgeschrittenes organisches herzleiden darüber dürfen wir uns keiner täuschung hingeben aber professor morell glaubt bestimmt das leiden zum stillstand bringen zu können und dann kann ihr vater steinalt damit werden susanne vermochte einen leichten freudenschrei nichts zu unterdrücken oh mein gott wie danke ich dir dank auch ihnen mein lieber Herr Doktor dass sie mir diese hoffnung bringen gransfeld sprach weiter doch eins ist dabei notwendig jede heftige gemütsbewegung ist gift für ihren vater und muss ihm ferngehalten werden wenn ihnen das gelingt fräulein susanne dürfen sie hoffen ihn noch lange zu haben während susanne mit gransfeld plauderte war die dimitrisco durch einen zweiten eingang wieder in das hotel zurückgekommen cf rasmussen saß in seinem zimmer am schreibtisch mit der erledigung von briefen beschäftigt als es klopfte herein er wandte sich zur tür sie frau dimitrisco ich ich glaubte sie längst in bon marsch was führt sie noch einmal zurück eine sache die sie rasmussen interessieren dürfte wissen sie mit wem ihre tochter susanne seit einer viertelstunde unten in der eingangshalle zusammensitzt und ich behaupte nicht zu viel wenn ich sage sich recht angeregt unterhält rasmussen schüttelte den kopf keine ahnung frau dimitrisco woher sollte ich das wissen sie können es in der tat nicht ahnen aber eine nette überraschung ist es das kann man wohl sagen rasmussen war ungeduldig aufgestanden so sprechen sie doch warum die lange vorrede weil es sie möglicherweise aufregen könnte mit rücksicht auf ihre gesundheit habe ich es ihnen bisher verschwiegen dass Susanne bereits gestern abend im foyer der großen mit diesem dr gransfeld zusammen war mit gransfeld sie scherzen wohl frau dimitrisco gransfeld steckt irgendwo in der schweiz er atmete schwer und ließ sich wieder in den stuhl fallen leider nicht rasmussen er ist hier er war gestern auch in der oper und hat dort Susanne getroffen augenblicklich sitzt er unten in der empfangshalle mit ihr zusammen himmel rasmussen war blass geworden ergriff nach dem taschentuch und tupfte sich die stirn ab es war meine pflicht ihnen das zu sagen rasmussen sie müssen ein machtwort sprechen susanne rasmussen und dr gransfeld das wäre eine unmögliche zusammenstellung reden sie ernsthaft mit susanne nötigen nötigenfalls müssen sie paris schnell verlassen sie war gegangen ehe rasmussen antworten konnte dieser presste die hände gegen das wild schlagende herz sollen meine qualen nie ein ende haben sollen sich die sünden der väter an den kindern rächen himmel was bin ich vor den augen der welt ein ehrbarer kaufmann und in wirklichkeit das mitglied einer verbrecher stöhnend schlug er die hände vor das gesicht herr gott im himmel gibt es denn keinen ausweg aus dieser not mein kind könnte vielleicht glücklich werden mein einziges liebes kind ob der doktor es ehrlich meint ein anständiger mensch scheint er zu sein susanne mein armes kind ich ahne es ich weiß es dass er dir nicht gleichgültig ist und ich meine Lage es ist zum die erregung übermannte ihn er spürte einen neuen anfall seines leidens mit letzter kraft griff er zu dem fläschchen mit der heilkräftigen arznei achtens der knoten schürzt sich während gransfeld in paris abenteuer erlebte die ihm keinen zweifel über ein recht gefährliches interesse der organisation an seiner person ließen verbrachte Rudi seine tage unbehelligt bei rübesam in gorla die gründe für dieses spurlose und der organisation ganz unerklärliche verschwinden des jungen waren in rübesams unerschöpflichem kleiderschrank zu suchen wenn Rudi das haus des chemikers verließ so geschah es in stets wechselnden verkleidungen in denen ihn auch seine nächsten freunde nicht wiedererkannt hätten pflichtgemäß hatte Henke nach jenem vorkommnis in altmüllers wohnung sofort über das auftreten eines verdächtigen menschen möglicherweise eines neuen detektivs an die piccadilly street berichtet umgehend umgehend hatte mcandrew auf diese meldung hin seine geheimverbindungen in den gorla werken in anspruch genommen doch keinem von all denen die es wissen mussten war etwas von der einstellung eines detektivs bekannt in der tat war der verdächtige herr mit dem blonden vollbart ebenso schnell wie er auftauchte wieder verschwunden rübesams frisierbeutel enthielt ja berücken und bärte aller formen und farben und rudy wäre nicht rudy gewesen wenn er von diesen möglichkeiten nicht den ausgiebigsten gebrauch gemacht hätte der arbeiter zum beispiel der sich da in der neunten abendstunde auf einem werkhof mit besen und karre zu schaffen machte konnte auch dem scharfsinnigsten späher der bande nicht verdächtig sein mit der gemächlichkeit eines mannes der nach stundenlohn bezahlt wird fegte dieser arbeiter den schmutz zu häufchen zusammen und schien vollständig in seine tätigkeit vertieft zu sein bis ein anderer mann mit einem straff gefüllten rucksack auf dem buckel an ihm vorbeikam der arbeiter ließ den besen ruhen und blickte ihm forschend nach während er allerlei in seinen bart murmelte nach nordosten was hat man denn da zu suchen merkwürdig er hänke sehr merkwürdig an der nordost ecke des werkes lag innerhalb der fabrik mauern ein ausgedehntes unbebautes gelände nur ein großer gasbehälter reckte hier seine wuchtigen formen gegen den dunklen nachthimmel dieser teil der werkanlage verdankte seine entstehung einem besonderen umstande in dem chemischen betriebe der gorler werke fielen bedeutende mengen von wasserstoff ab man hätte ihn ohne weiteres in die atmosphäre entweichen lassen können aber wasserstoff ist ja bekanntlich ein ideales füllgas für luftschiffe und ballone und die besitzer von freiballonen waren gern bereit einen angemessenen preis dafür zu zahlen deshalb hatte man hier den gasbehälter hingebaut in ihm wurden die abfallenden wasserstoff mengen gespeichert und nach möglichkeit durch verkauf an freiballon fahrer verwertet auch jetzt schien wieder eine solche füllung und fahrt in aussicht zu stehen auf einer großen leinwand plane war neben dem gaskessel auf der wiese bereits eine ballon hülle ausgebreitet gondelkorb tauwerk und sonstiges zubehör lagen daneben es hatte den anschein als ob die füllung in der frühe des nächsten morgens von statten gehen sollte der mann mit dem rucksack trat an diese stelle heran prüfend schaute er sich nach allen seiten um dann entledigte er sich des rucksacks und legte ihn hinter einen stapel von eisenschrott der in der nähe lagerte nun ging er zu der plane und machte sich dort zu schaffen vorsichtig immer im schatten bleibend jede deckung benutzend war inzwischen auch der hofarbeiter näher herangekommen ein haufen alter eisenbleche bot ihm ein geeignetes versteck geräuschlos schlüpfte er in den schlag schatten und wurde unsichtbar aufmerksam folgten seine blicke jeder bewegung des anderen während seine lippen sich fast lautlos bewegten oh oh herr henke man holt das ventil man schraubt das ventil an der ballon hülle fest was müssen meine augen sehen herr henke man holt das netz und breitet es über die hülle aus wie geschickt man das macht ganz allein wo doch sonst drei bis vier leute dazu nötig sind wahrhaftig er schafft es ganz allein alle achtung jetzt wo steckt er denn aha er ist unter die hülle gekrochen da kommt er ja schon wieder vor alle wetter den füllschlauch zieht er hinter sich her jetzt macht er den an der gasleitung fest herr henke mir ahnt etwas mir schwant etwas herr henke sollte man die absicht haben auf eigene faust eine kleine freiballon fahrt zu unternehmen wahrhaftig jetzt bringt er doch die sandsäcke heran hängt schon welche in die äußeren netzmaschen alle wetter die sache wird ernst er wird doch nicht während der beobachter so vor sich hin philosophierte hatte henke ununterbrochen gearbeitet und zuletzt noch unermüdlich sandsack auf sandsack herangeschleppt jetzt richtete er sich auf und wischte sich den schweiß von der stirn verdammte schweinerei warm wird man dabei niederträchtige beleuchtung hier das heißt wenn's hell wäre wär's auch verkehrt so vorläufig langt das er zog die uhr ein glück dass die zeiger leuchten man könnte sonst nicht einmal die zeit erkennen alle wetter in zehn minuten zehn höchste zeit dass ich zu meiner schicht komme er verschwand in der richtung auf die werkbauten hin in der dunkelheit der arbeiter kroch aus seinem versteck heraus und ging zu dem schrotthaufen erst einmal sehen was der hier in dem sack hat er band den rucksack auf und fasste hinein alle wetter beutel an beutel er hob den sack an der hat sich eingedeckt das ding wiegt ja einen runden zentner muss der kerl gestohlen haben aber die sache wird brenzlig höchste zeit dass hier etwas geschieht zu dumm dass Herr Rübesham weggefahren sonst könnte er ja erst morgen kommen wenn ich auf den bahnhof ginge und er käme mit dem zug und wir gingen zusammen dann gleich hierher dann könnte noch alles klappen ja ich muss es versuchen der arbeiter ging über den platz und verschwand hinter dem gas behälter mit einer verblüffenden gewandtheit schwang sich der mann an der fabrik mauer in die höhe saß einen Augenblick nach der anderen seite ins dunkle das rattern und stampfen der tablettierpressen und packmaschinen wurde von der polternden stimme des werkführers moser übertönt leute ich rate euch nehmt euch zusammen der generaldirektor ist fuchsteufelswild er hat den betriebsingenieuren schweren krach gemacht wenn die schweinerei nicht aufhören hat er gesagt dann schmeißt er die halbe belegschaft hinaus denkt ihr etwa ich hätte lust meine stellung zu verlieren weil hier klaubrüder unter euch sind nee meine herrschaften wenn's dazu kommt dann sollen erst andere fliegen da sollt ihr mich erst mal kennenlernen je länger der meister sprach in umso größere wut redete er sich hinein es stinkt leute ich sage euch es stinkt was in der bude unverschämt muss hier gestohlen werden aber ich will euch schon hinter die schliche kommen wehe dem den ich erwische der wut ausbruch des werkmeisters wirkte auf die beiden zuhörer verschieden altmüller stand blass und schlotternd da wie das mensch gewordene schuldbewusstsein henke dagegen lehnte sich lässig gegen eine presse und wartete ruhig bis dem werkmeister der atem knapp wurde dann versuchte er ihn zu unterbrechen und die Anschuldigungen zurückzuweisen ein paar mal misslangs noch weil die zwischenreden den erbosten immer wieder zu neuen ausbrüchen reizten doch schließlich kam henke zu wort wir verstehen nicht herr werkmeister wie sie dazu kommen anständige ehrliche arbeiter so zu beschimpfen wenn der alte den koller hat wollen wir nicht darunter leiden wenn sie Lust haben können sie uns ja jeden Tag unsere Papiere geben solche Redensarten von wegen klaubrüder und so weiter und von wegen rausschmeißen die brauchen wir uns aber nicht gefallen zu lassen die herren da oben denken wohl dass sie schindluder mit unsere einem treiben können wenn denen mal die mütze schief sitzt sollen wir uns hier alles mögliche sagen lassen ich lasse mir das aber nicht bieten Herr Werkmeister ich gehe morgen früh zum Betriebsrat und werde dem die Sache melden je weiter Henke in seiner Rede kam desto lauter war er geworden jetzt stand er vor dem Werkmeister jeder zoll ein Ehrenmann die gekränkte Unschuld in Person dem Werkmeister war die Geschichte mit dem Betriebsrat unbehaglich er lenkte ein ziehen sie sich doch die Jacke nicht an wenn sie ihnen nicht passt Henke sie habe ich ja gar nicht gemeint so Herr Werkmeister na wen denn wir sind ja bloß sechs Leute im Heroin Saal drei Schichten zu je zwei Mann einen davon müssen sie doch gemeint haben das wird sich ja morgen herausstellen der Werkmeister versuchte zu beschwichtigen bleiben sie doch ruhig Henke regen sie sich nicht auf ich habe nur allgemein gesprochen glauben sie etwas ist angenehm für mich wenn der Betriebsingenieur mir auf den Kopf zusagt dass in meiner Abteilung gestohlen wird gewiss nicht Herr Werkmeister aber der Betriebsingenieur soll seine Beschuldigung beweisen oder den Mund halten na das werden wir ja morgen alles zur Sprache bringen der Werkmeister klopfte ihm beruhigend auf die Schulter naja Henke bis morgen beschlafen sie sich die Sache nochmal machen sie keinen unnötigen Skandal wäre für uns alle nicht gut immer ruhig Blut behalten na macht eure Sache gut er verließ den Saal Henke schnitt eine Grimasse hinter ihm her dann wandte er sich zu Altmüller Altmüller altes Tränentier du hast ja wieder mal dagestanden wie ein Häufchen Unglück als der alte hier loslegte hast du gemerkt wie der klein wurde als ich ihm die Meinung sagte Altmüller guckte seinen Kumpan wie ein Wundertier an Mensch Henke ich verstehe deine Frechheit nicht eine Mordsangst habe ich ausgestanden ich dachte der würde jeden Augenblick die Polizei holen und uns festnehmen lassen ich sage dir Henke der weiß was der weiß mehr als er gesagt hat sonst wäre er nicht so ausfallend geworden Henke zuckte die Achseln kann sein Altmüller dass sie plötzlich die Schichten getauscht und uns in die Nachtschicht gelegt haben kommt mir auch verdächtig vor was hat er gesagt es stinkt hat er gesagt scheint mir allmählich auch so höre mal Altmüller ich habe die Nase voll ich werde verduften was Henke du willst weg du willst ausrücken mich hier allein lassen ich soll die ganze Geschichte hier ausbaden hast du nicht nötig Altmüller ich habe es dir ja öfter als einmal gesagt komm doch mit die Organisation muss für uns sorgen und wird es bestimmt auch tun Altmüller sah grau und verfallen aus in die Fremde soll ich gehen Frau und Kinder hier lassen nie wieder zurückkommen dürfen das kann ich nicht Henke ich bring's nicht fertig meine arme kranke Frau hier allein zu lassen Henke sah ihn eine Weile kopfschüttelnd an na überlegst dir Altmüller wenn sie dich hier einkapseln hat deine Frau auch nichts von dir jedenfalls viel weniger als wenn du in England dein gutes Brot verdienst er warf einen Blick auf die Saaluhr hallo bald halb elf Zeit dass wir an unser Geschäft kommen aus dem Versteck unter der lockeren Fliese holte er den Steckschlüssel und eine Anzahl von Beuteln heraus und ging damit an die Verbindungsleitung zur Tabletiermaschine Altmüller starrte ihn entgeistert an doch nicht jetzt heute wo eben erst der Meister hier war Dummkopf desto sicherer sind wir dass er nicht gleich wieder kommt er begann die verborgene Schraube heraus zu drehen da willst du nicht gefälligst herkommen und die Beutel drunter halten nein Henke nein ich tue es nicht mehr unter keinen Umständen mach du was du willst schimpfend machte sich Henke daran selbst das ausströmende Pulver aufzufangen es war ein reichliches Dutzend größerer Beutel das er an der verborgenen Quelle füllte dann drehte er die Schraube wieder fest band die Beutel zu und beseitigte sorgfältig alle Spuren an der Zapfstelle so Altmüller das hat gewirkt sind mindestens zwölf Kilo aber die dürfen nicht hier bleiben die muss ich gleich woanders unterbringen er brachte abwesend sah ihm Altmüller dabei zu Henke gab ihm einen kräftigen Stoß in die Rippen nimm dich mal endlich zusammen du schlapper Hund du wenn der Deibel den Meister doch hierher karrt oder wenn sonst irgendwer hier reinkommt dann sagst du verstehst du Altmüller merk dir's dann sagst du ich sei eben mal für einen Augenblick hinaus gegangen hast du das begriffen ja ja Henke ich hab schon verstanden aber komm bald wieder lass mich nicht so lange hier allein ach was Altmüller eine Weile wird's dauern ich habe mein Versteck ein ziemliches Ende weit ab lass dir die Zeit nicht lang werden und sei vernünftig er verließ den Saal und ging durch die weiten Gänge zu einer Hintertreppe nachdem er sich überzeugt hatte dass dort niemand war schlüpfte er schnell ins Freie und verschwand in der Richtung des Gasometers nur der Sternenhimmel gab hier Licht eben gerade genug um die Dinge in groben Umrissen erkennen zu können nach kurzem Hin und Her Tasten hatte er das Ventil gefunden die Ventilspindel drehte sich unter seinen Fäusten rauschend strömte das Gas in die Ballonhülle die Sache wäre in Schuss kannst lange warten bis ich wieder komme Altmüller er sah auf seine Uhr es war in zehn Minuten elf der Ballon fasst 2000 Kubikmeter drei Viertelstunden wird die Füllung dauern na Henke wenn's richtig klappt fliegst du schon um zwölf aus dem Werk aber ganz anders als der dumme Esel der Moser es sich gedacht hat knatternd und flatternd begann sich die Ballonhülle unter der Wirkung des einströmenden Gases empor zu blähen er musste fleißig hin und her springen um die Sandsäcke in immer entferntere Maschen des Netzes einzuhaken während die bauchige Hülle von Minute zu Minute höher empor wuchs in den kurzen Pausen die die Arbeit ihm ließ beobachtete er den Wind steifer Südost um zwölf komme ich weg von hier wenn der Wind so bleibt kann ich lange vor Helligkeit in Sicherheit sein vielleicht geht's in die Lüneburger Heide na das muss ich finden die dummen Gesichter möchte ich sehen wenn die hier morgen früh zu ihrem Ballon kommen nein schon besser ich sehe sie nicht weit davon ist gut für den Schuss er musste sich wieder um den Ballon kümmern die Sandsäcke weiter abhängen und neue hinzufügen die Hülle war jetzt mehr als zur Hälfte gefüllt und stand nur von den Sandsäcken am Netzrand gehalten frei in der Luft bedenklich sah Henke sie an dumme Geschichte Wind ist gut beim fliegen aber schlecht beim füllen gut dass der Ballon hier im Windschatten von dem Gasometer steht sonst könnte die Sache am Ende noch schief gehen wieder warf er einen Blick auf die Uhr es war in 20 Minuten 12 alle Wetter wie die Zeit vergeht ob mich der altmüller schon vermisst hoffentlich macht der Schafskopf keine Dummheiten und rennt nicht etwa zum Meister zuzutrauen ist dem alles na hoffentlich sind wir bald so weit unter der fortschreitenden Gasfüllung begann sich jetzt auch die untere Hälfte des Ballons zu blähen wurde straff und immer straffer prüfend schlug er ein paar Mal mit der Kante der flachen Hand dagegen genug jetzt er lief zum Ventil und drehte es zu dann trennte er den Gasschlauch vom Füllansatz des Ballons und band den Ansatz mit einer Schnurschlaufe zu so jetzt den Ring er holte den leichten Korbring herbei verknebelte ihn nach unten mit den vier starken Tragseilen des Gondelkorbes und nach oben mit den 16 schwächeren Leinen in die die Maschen des Ballonnetzes zusammen liefen grässliche Schufterei erwischte sich den Schweiß aus dem Gesicht rannte weiter schleppte neue Sandsäcke heran und hing sie an den Rand des Gondelkorbes dann fing er an die letzten Säcke vom Netz abzuhaken Schweinerei Elende ein Dutzend Leute haben sie sonst dazu und ich muss alles allein machen es war in der Tat keine leichte und auch keine ungefähr liche Arbeit er musste vom Ring aus an den einzelnen Seilen bis zum Netzrand empor klettern um die Sandsäcke abzuhaken die er dann zur Erde warf doch endlich war auch das geschafft frei und prall stand der Ballon hoch über dem Korb der durch einen starken Überballast auf dem Erdboden festgehalten wurde aus dem Füllansatz hingen die weiße runde Ventilschnur und die breite rote Reißleine frei in den Korb hinunter das ist geschafft jetzt noch den Rucksack 120 Pfund Heroin eine feine Visitenkarte wenn ich damit zu meinen Leuten komme er ging zu dem Schrottstapel um den Rucksack zu holen eine Weile musste er im Dunkeln danach tasten jetzt fühlte er ihn und wollte eben danach greifen als ein metallischer Klang ihn zusammenschrecken ließ aus nächster Nähe war der Ton gekommen von dem Blechhaufen her der dicht bei dem Schrottstapel lag zum Teufel was war das wollte ihm da einer noch im letzten Augenblick einen Strich durch die Rechnung machen er sprang zu dem Haufen hin entschlossen jeden niederzuschlagen der ihm hier in die Quere kommen wollte da war nichts zu sehen und da auch nicht da aber in dem Schatten hatte sich da nicht irgendetwas unbestimmtes Undeutliches bewegt wie ein Tiger stürzte er darauf los bekam ein menschliches Wesen bei den Schultern zu packen und zerrte es mit brutaler Gewalt aus dem tiefen Schatten in die unsichere Beleuchtung des freien Platzes Ein Fabrikarbeiter schien es zu sein Ein alter Mann mit grauem schütterem Bart den er gegriffen hatte Doch der Kerl wehrte sich mit unglaublicher Kraft und Gelenkigkeit Um ein Haar hätte er sich losgerissen und wäre entschlüpft Erst im letzten Augenblick vermochte Henke ihn noch zu packen und riss ihn nieder dass er stolperte Mit aller Wucht versetzte er dem Fallenden einen Faustschlag gegen die Schläfe der ihn betäubte So da bleib liegen und guck dir die Sterne an Na alter wirst doch nicht gleich in die Binsen gehen Hey du lebst du noch Er griff dem alten in den Bart wollte ihn daran zausen und stand einen Augenblick wie gelähmt Der Bart war ihm in der Hand geblieben Ein junges glattes Kinn kam darunter zum Vorschein Wie blitzartig durchzuckte Henke ein Verdacht Mit einem Sprung war er bei dem Korb eilte mit ein paar Seilenden zurück Sorgfältig fesselte er den bewusstlosen Füße und Hände Besser ist besser Man kann nicht wissen So jetzt wollen wir uns den Vogel mal genauer besehen Er griff in das Haar Ein kurzer Ruck die graue Perücke blieb in seiner Hand Kräftiges volles Haar fühlte er darunter Mit einer elektrischen Taschenlampe leuchtete er dem Bewusstlosen ins Gesicht Eine maßlose Wut packte Henke Das also war's Mit einer Verkleidung hatte der niederträchtige Lümmel ihn gefoppt Wahrscheinlich hatte der auch den anderen mit dem blonden Vollbart gespielt und hatte der Schurke am Ende auch seine Briefe abgeholt Ein leises Stöhnen wurde vernehmbar Kam der Gefangene wieder zum Bewusstsein Du Lump du Luder warte du Schuft mit dir bin ich noch nicht fertig Er trug den Rucksack in den Ballonkorb schleppte auch den gefesselten Jungen dorthin und warf ihn in den Korb Dann stieg er selbst hinein Vorsichtig begann er Sandsäcke vom Korbrand abzuhaken und beiseite zu werfen Sandsack um Sandsack fiel zu Boden ein leises Schüttern ging durch den Korb als wenn sein Boden auf dem Rasen schürfe schnell warf Henke noch zwei Ballast Zecke fort Der Korb kam von der Erde frei Der Ballon stieg empor In wenigen Sekunden hatte er die Höhe des Gasometers erreicht und kam aus dem Windschatten heraus Ein strammer Südost fasste ihn und führte ihn in schneller Fahrt nach Nordwesten davon Tief unter ihm schon zogen die Häuser und die Straßen Lichter von Gorla dahin Während Henke seine Aufmerksamkeit den drangen Glockentöne an sein Ohr Die Uhren in Gorla schlugen Mitternacht Sorgsam beobachtete Henke den Höhenzeiger Um sicher über den Gasometer hinweg zu kommen hatte er beim Abflug etwas reichlich Ballast ausgeworfen Noch immer war der Ballon im Steigen 600 Meter 800 Nun wurde der Aufstieg allmählich langsamer In 1000 Meter Höhe kam der Ballon ins Gleichgewicht und trieb mit beträchtlicher Schnelligkeit in nordwestlicher Richtung dahin Zu merken war freilich hier im Korb nichts von dieser Fahrt denn der Ballon hatte ja genau die gleiche Geschwindigkeit wie die ihn umgebende Luft Hätte man ein Licht in der Gondel angezündet es würde so ruhig und unbewegt gebrannt haben wie in einem geschlossenen Zimmer Nur die tief unten auftauchenden und nach Südosten zurückbleibenden Flug an Jetzt folgte der Ballon längere Zeit einem Stromlauf Henke breitete eine Karte aus und versuchte sich auf ihr mit Hilfe seiner elektrischen Taschenlampe zu orientieren Der kleinere Ort da gerade unter ihm konnte nur Schönebeck an der Elbe sein Dann musste der helle Schein am Horizont gerade voraus von den Lichtern Magdeburgs kommen Er überschlug die Entfernung und sah auf die Uhr Er hatte gute Fahrt Kaum eine Stunde würde er von Gorla bis Magdeburg brauchen Wenn es so weiter ging konnte er gegen drei Uhr morgens schon weit in der Lüneburger Heide sein Hallo was war das Die langen Papierstreifen die vom Gondelrand hinaus hingen standen plötzlich hoch oben Ein Zeichen dafür dass der Ballon nicht mehr im Gleichgewicht war sondern stark fiel Er schnitt die Verschnürung an einem Ballastsack auf und begann den Sack händeweise über Bord zu schütten viermal fünfmal sechsmal dann wirkte es der Fall hörte auf die Streifen sanken wieder langsam in die Tiefe immer näher waren inzwischen die starken Lichter im Nordwesten gekommen kein Zweifel es war Magdeburg über das der Ballon eben hinweg trieb doch nun stockte die Fahrt es schien als ob der Ballon trotz des guten Windes hier kleben bleiben wolle Ballon und Gondel begannen sich um ihre Vertikal Achse zu drehen zwei verschiedene Kräfte schienen auf dem Ballon einzuwirken eine die ihn in der Windrichtung nach Nordwesten weiter treiben wollte und eine andere die ihn in der Richtung des Flusslaufes festhielt der hier in scharfem Knick nach Nordosten abbog fünf Minuten zehn Minuten schon dauerte das Windspiel der Kräfte der Ballon kam kaum vom Fleck und drehte sich ständig verdammt tobte Henke der Fluss lässt uns nicht los versuchen wir es anders wieder griff er in den Sandsack Staub Wolken fiel nach unten der Ballon stieg am Zeiger des Höhenmessers war es deutlich zu lesen 1400 Meter 1500 Meter dann war es als ob es plötzlich einen Ruck gäbe die hemmende Kraft des Elbstromes war gebrochen der Ballon kam frei und trieb in schnellem Flug weiter nach Nordwesten so das wäre geschafft noch einmal sah Henke nach dem Höhenzeiger der stand unbeweglich bei 1500 Meter hatte der Ballon nach der zweiten Ballastabgabe eine neue Gleichgewichtslage gefunden die er vorläufig wenigstens unverändert beibehillt bisher war Henke vollständig von der Führung des Ballons in Anspruch genommen worden jetzt endlich konnte er sich ein wenig Ruhe gönnen er klappte den Sitz in der Korbecke herunter und ließ sich darauf nieder nun erst als er zur Ruhe kam spürte er wie sehr ihn die letzten Stunden doch mitgenommen hatten die Auseinandersetzung mit dem Werkmeister und mit Altmüller zuletzt noch das Abenteuer mit dem Lümmel dem Wagner er zog die Taschenlaterne und leuchtete diesem ins Gesicht so schnell Rudi auch die Augen schloss Henke hatte doch gesehen dass sie vorher offen waren na mein Börschchen hast wohl nicht gedacht dass du heute noch mit deinem lieben Freund Henke eine Luftreise machen würdest noch einmal ließ er die Lampe aufblitzen und überzeugte sich dass sein unfreiwilliger Fluggast zuverlässig gefesselt war hey du Lümmel hast es nicht nötig dich totzustellen ich ich weiß ja doch dass du alles hörst was ich sage Rudi zog es vor weiter zu schweigen Henke griff nach seiner Brusttasche ob er sich eine Zigarre anstecken könnte einen Augenblick liebäugelte er mit dem Gedanken dann schob er die Zigarrentasche wieder zurück lieber nicht sicher war bei dem letzten steigen wieder eine beträchtliche Menge Wasserstoff aus dem Ballon getreten man konnte nicht wissen wie viel von dem völlig geruchlosen Gas hier noch in nächster Nähe in der Atmosphäre war sollte er etwa eine Knallgas explosion in 1500 meter höhe herauf beschwören nein dazu hatte er doch schließlich den Flug nicht unternommen zur Not tat es auch Kautabak während er sich ein Stück davon zwischen die Lippen schob sah er noch einmal auf den Höhenzeiger und die Landschaft unter dem Korb alles in Ordnung na Herr Wagner da haben wir ja Zeit können uns mal etwas gebildet unterhalten man hat sich also unter einer Verkleidung wieder in das Werk geschlichen man ist auf das Postamt gegangen und hat fremde Briefe abgeholt man bildet sich ein dass das bis in die Puppen so weiter geht aber da hat man sich geirrt Herr Wagner Herr na lose junge Elender wirst du endlich antworten er stieß mit dem Fuß nach der Ecke hin in der Rudi lag sobald Rudi wieder zu Bewusstsein gekommen war hatte er sich den Kopf zermartert wie er aus dieser Klemme herauskommen könne da seine Lage mehr als bedenklich war darüber gab er sich keiner Täuschung hin zu gut wusste er ja dass Henke zu allem fähig war und er selbst war gefesselt jedem Angriff dieses Verbrechers wehrlos ausgesetzt erst einmal frei werden sich der Banden entledigen das musste das nächste sein doch allzu fest hatte Henke ihm die Hände auf dem Rücken zusammengeschnürt vergeblich blieb jeder Versuch mit den Fingern zu dem Knoten zu gelangen und ihn zu lösen während der ersten Stunde des Fluges als Henke noch ganz durch die Führung des Ballons in Anspruch genommen war hatte Rudi sich bereits vorsichtig herum gewälzt hatte so gut es ging herum getastet ob sich nicht vielleicht irgendwo und wie etwas fände an dem er die Handfesseln unbemerkt zerreiben könnte doch alles suchen war vergeblich gewesen oh wenn es ihm doch gelänge die Hände frei zu bekommen dann war das Schlimmste überwunden dann sollte dieser Verbrecher ihn erst richtig kennenlernen antworte elender Lümmel oder Henke stürzte sich auf den Liegenden und packte ihn er riss ihn empor dass er in eine Korbecke zu sitzen kam lump soll ich dich über Bord schmeißen willst du endlich antworten Rudi fühlte zweierlei erstens dass er Henke jetzt antworten musste wenn es ihm nicht sofort ans Leben gehen sollte er füllte zweitens in der Korbecke hinter sich einen verhältnismäßig scharfkantigen Blechbeschlag Zeit gewonnen alles gewonnen wenn es ihm gelang dabei seine Handfesseln durchzureiben dann konnte noch alles gut ausgehen willst du antworten schuft Henke stürzte sich wieder auf ihn und versuchte ihn empor zu reißen ja ist schon Zeit zum Aufstehen Rudi spielte den eben erst zum Bewusstsein kommenden ja Mutter Feddersen gleich ja ich komme gleich Henke schüttelte den Kopf hatte er sich geirrt war der Bengel doch bis jetzt bewusstlos gewesen möglich war es immerhin er hatte nicht schlecht zugeschlagen als ihm der so unerwartet in die Quere gekommen war quatsch nicht Bengel hier ist keine Mutter Feddersen hier ist dein lieber Freund Herr Henke Rudi spielte den erschrockenen Herr Henke was ist mit Henke Mutter Feddersen ah er bewegte die Schultern als ob er sich mit den Händen ins Gesicht fahren wollte meine Hände was ist denn ich kann mich ja gar nicht rühren es schien als ob er es immer wieder versuchte die Hände frei zu bekommen unaufhörlich rieb er dabei die Fesseln an der scharfen Kante nee Herr Wagner dafür hat Henke gesorgt dass du deine Arme nicht mehr bewegen kannst mal raus mit der Sprache hast du meine Briefe abgeholt Rudi sah ihn verständnislos an und spielte seine Rolle weiter ihre Briefe Herr Doktor ich weiß von keinen Briefen Lümmel Elender nimm dich zusammen Henke stieß ihn kräftig vor die Brust bist hier nicht bei deinem Doktor dem verdammten Schnüffler sprichst mit mir dem Henke hast du verstanden ein Rippenstoß begleitete die Frage au sie tun mir weh was ist denn wo bin ich erst jetzt schien Rudi vollständig zum Bewusstsein zu kommen hier bin ich in einem Korb ein Ballon wir fliegen wohl richtig geraten Herr Wagner scheinst ein kluges Köpfchen zu haben schade dass du es zu verkehrten Dingen benutzt hätte sonst vielleicht was brauchbares aus dir werden können na ist noch nicht aller Tage Abend vielleicht überlegst du es dir noch wirst wohl von dem Doktor für deine Schnüffelei gut bezahlt Rudi merkte dass die Blechkante schon eine merkliche Narbe in seine Handfessel gerieben hatte eine Stunde eine gute Stunde vielleicht noch dachte er bei sich dann ist der Strick durch dann wollen wir anders zusammen reden laut fuhr er fort ich werde von dem Herrn Doktor gar nicht gut bezahlt bloß freie Station selten mal ein Taschengeld als Stuart habe ich viel mehr verdient esel warum bist du nicht dabei geblieben hättest als Stuart noch viel besser verdienen können wenn du dich ein bisschen unter die Leute geschickt hättest kenne mehr als einen der als Stuart gefahren ist konnten sich nachher zur Ruhe setzen und sich ein Haus kaufen Rudi spielte den Erstaunten Ach Engelder gibt's doch gar nicht frag nicht so dämlich Lümmel willst mich wohl wieder dumm machen du weißt doch genau Bescheid wie man als Stuart nebenbei verdienen kann kannst dir's ja noch ein Weilchen überlegen er warf einen Blick auf die Instrumente und stutzte nur noch 100 Meter wies der Höhenzeiger nahe unter dem Korbe zogen die Kronen einer ausgedehnten Kiefernwaldung mit beträchtlicher Schnelligkeit dahin der Horizont im Nordosten war inzwischen viel lichter geworden die Umrisse der Landschaft ließen sich schon ziemlich deutlich erkennen die Morgendämmerung stand dicht bevor mit Uhr und Plan versuchte Henke sich zu orientieren der Wald da unten konnte nach der Karte nur der letzte Ausläufer der Lüneburger Heide sein über den musste er noch hinweg dann war er in der Nähe von Haburg konnte landen und Unterschlupf bei seinen Freunden suchen langsam war der Ballon inzwischen weitergefallen ganz nahe rauschten die Kiefern Kronen unter dem Korb während das Ende der Waldung noch nicht abzusehen war jetzt erregte eine merkwürdige Erscheinung Henkes Aufmerksamkeit obwohl der Ballon immer noch in flotter Fahrt nach Nordwesten trieb spürte er aus dieser Richtung her einen merklichen Gegenwind vergeben suchte er sich dies zu erklären nach allem was er wusste musste über dem Korb eines freifliegenden Ballons stets vollkommene Windstille herrschen aber je näher der Korb den Baumkronen kam desto stärker wurde der unerklärliche Gegenwind er er überlegte angestrengt der Ballon flog zweifellos mit Südostwind nach Nordwesten hier unten im Korb kam ihm von Nordwesten her Wind entgegen also musste der Südostwind hier unten nicht so stark sein wie oben am Ballon ah jetzt glaubte er es zu haben natürlich das musste des Rätsels Lösung sein dicht über den Baumkronen wurde der Wind stark abgebremst während der Ballon mit der Geschwindigkeit der höheren schnelleren Luftströmung trieb musste hier unten schon ein scheinbarer Gegenwind auftreten über seine Entdeckung befriedigt öffnete er einen Sandsack und gab ein paar Hände heraus so das würde wohl genügen um über den Wald weg zu kommen und dann er wandte sich wieder zu seinem Gefangenen na Bengel hast du dir überlegt was ich vorhin sagte vielleicht ist es noch Zeit für dich umzusatteln ich verstehe nicht Herr Henke wie meinen sie das sehr einfach dummer Junge musst deinen lieben Doktor schießen lassen und zu uns kommen eine unvorsichtige Bewegung Rudis ließ ihn aufmerken mit einem Satz war er über ihm und riss ihn zur Seite im Halblicht der Dämmerung sah er dass die Fessel schon über die Hälfte durchgerieben war lump elender ich will dich lehren mit mit einem frischen Seil Ende fesselte er ihm die Hände aufs Neue so jetzt ist verspielt hast dir dein Schicksal selbst zuzuschreiben hättest zu uns kommen können na wer nicht will der hat schon der Ballon hatte sich inzwischen dem Rande der Waldung genähert Henke griff nach der weißen Leine und zog daran ein leichtes Klinken der Ventilfedern klang vom Oberteil des Ballons Gas strömte aus zusehends fiel der Ballon hinter den letzten großen Randbäumen setzte der Korb auf den Boden auf so stark war der Windschatten hier noch dass der Korb ruhig stehen blieb und der Ballon sich nur schwach neigte wie eine Katze kletterte Henke im Tauwerk empor und griff nach dem Füllansatz ein Messer blinkte in seiner Hand dann glitt er wieder in den Korb zurück und schnallte sich den Rucksack an glückliche Fahrt Herr Wagner viel Vergnügen grüßen sie mir den Doktor recht schön wenn sie ihn treffen den Rest hörte Rudi nicht mehr mit einem Schwung war Henke über den Korbrand auf den Boden gesprungen der Ballon doppelt entlastet um Henkes Gewicht und das des schweren Rucksacks erleichtert schoss mit großer Geschwindigkeit in die Höhe Minuten vergingen Rudi fühlte ein unangenehmes Klingen und Knacken in den Ohren mühsam wälzte er sich in eine andere Lage in der er den Höhenzeiger sehen konnte 3000 Meter wies das Instrument und langsam stieg der Zeiger immer noch weiter mit großer Anstrengung gelang es ihm sich so weit aufzurichten dass er einen Blick über den Korbrand werfen konnte tief tief unter ihm lag das Land rechts voraus schimmerte am fernen Horizont ein breiter Flusslauf Schrecken ergriff ihn hilflos war er hier der Gewalt der Elemente ausgeliefert wenn nicht ein Wunder geschah würde der Wind den Ballon in kurzer Zeit in das offene Meer hinaus treiben nur eine Möglichkeit der Rettung gab's noch er musste landen bevor der Ballon auf seinem verhängnisvollen Flug die See erreichte so schnell wie möglich musste er sich freimachen kostbar war jetzt jede Minute beinahe hatte er es ja schon einmal geschafft als der andere dies entdeckte und ihn von neuem band jetzt war er allein jetzt brauchte er seine Bewegungen nicht zu verbergen wenn nur etwas besseres etwas schärferes da gewesen wäre mit dem es schneller ging sein Blick fiel auf einen kleinen Blechkanister vorher hatte er ihn nicht gesehen wo kam der her hatte Henke ihn verloren als er mit seinem Rucksack aus dem Korb sprang die Kanten dieses Gefäßes scharfe Lötnähte waren jedenfalls viel geeigneter viel geeigneter als das Korb Blech er wälzte sich bis seine Handgelenke den Kanister erreichten begann dagegen zu scheuern und zu reiben und merkte bald dass die scharfe kannte wie eine Säge in die Fesselschnitt angestrengt arbeitete er doch wertvolle Minuten vergingen darüber ein Ruck jetzt und die eine Fessel fiel ab noch einmal ein scheuern reiben arbeiten und auch jene erste schon vorher geschwächte gab nach er konnte die Arme und Hände wieder bewegen doch nun spürte er auch wie sehr die lange Fesselung sein Blut zum Stocken gebracht hat und ihm die Kraft und Beweglichkeit aus den Armen genommen hatte nur mit Mühe konnte er die Hände zu den Füßen bringen und auch dort die Fessel lösen endlich war auch das geschehen er versuchte aufzustehen und sich zu bewegen doch es dauerte graume Zeit bis er die volle Gewalt über seine Glieder zurück gewann jetzt endlich war es soweit mit Gewalt riss er sich zusammen wohin war die Fahrt inzwischen gegangen immer noch zeigte der Höhenmesser auf 3000 Meter im rosigen Schein der Morgendämmerung glänzte nahe voraus das Meer hinunter mit allen Mitteln sofort fallen sofort landen das war die einzige Rettung er wollte nach der Ventilleine greifen und griff ins Leere erst jetzt sah er dass Ventil und Reißleine fehlten hoch oben im Füllansatz hatte Henke sie abgeschnitten ehe er aus dem Korb sprang er griff in die Tasche und fühlte nach seinem Messer dann begann er an den Tragseilen in die Höhe zu klimmen jetzt stand er auf dem Verbindungsring jetzt hatte er die Ausläufer des Netzes erreicht von Masche zu Masche klomm er in der schwindelnden Höhe weiter empor die einzige Möglichkeit die ihm blieb bestand ja darin dass er den oberen Teil der Ballonhülle erreichte und eine Öffnung in den Seidenstoff schnitt dann würde das Gas dort ausströmen der Ballon musste fallen und vielleicht würde es ihm gelingen die rettende Erde noch vor der breiten weißen Brandungslinie zu erreichen die nah und immer näher heranrückte er schloss die Augen um durch den Anblick der schauerlichen Tiefe nicht schwindelig Masche in die Höhe nun hatte er wohl den mittleren breitesten Teil der Ballonkugel erreicht und hoffte dass das weiter klimmen auf der obern mehr geneigten Fläche leichter von statten gehen würde da fühlte er eine Bewegung es war als ob der Ballon sich wieder irgendwie drehte unwillkürlich öffnete er die Augen und sah mit Schrecken dass die Ballonkugel sich unter der Last seines Gewichtes stark auf die Seite legte er merkte dass die Schrieglage stärker wurde sobald er noch weiter nach oben zu klettern versuchte war ihm der Weg verbaut der ihm allein Rettung bringen konnte durfte er es wagen noch weiter zu klimmen er versuchte es und ließ sich sofort wieder zurück gleiten schien es doch als ob der Ballon jeden Augenblick kentern könnte und dann er sah mit ahnungsvoller Deutlichkeit was dann eintreten musste dann rutschte vielleicht das ganze Netz von der Hülle ab stürzte mit Ring und Korb in die Tiefe und riss ihn mit in einen sicheren Tod so ging es nicht das sah er ein wie eine Fliege klebte er in halber Höhe an der gelben Ballon Hülle während die Netzschnüre immer tiefer in seine Hände Schnitten unmöglich war es die obere Ballon Hülle zu erreichen auf der allein ein Schnitt das Gas zum Ausströmen bringen konnte noch während er das dachte sah er die Brandung senkrecht unter sich zu spät schon lag das rettende Land ihm im Rücken sollte er den Sprung in die ungeheure Tiefe wagen um die See noch in der Nähe der Küste zu erreichen ein Sturz aus 3000 Meter Höhe wäre es geworden zehnfache Eisenbahngeschwindigkeit würde sein Körper dabei erreichen wie Granit würde das Wasser im Augenblick des Aufpralles wirken und ihn zerschmettern unmöglich auch das nur der Ballon selbst und die Gondel boten jetzt noch Sicherheit Sicherheit für wie lange ging es ihm durch den Sinn als er aus dem Netz zurück kletterte und sich an den Seilen wieder gleiten ließ wie ein Feuerball kam im Osten die Sonne empor in rosigen Tinten spielte die weite stahlblaue Fläche schon lag die Küste weit hinter ihm stärker war die Brise geworden schwere Schaumkronen trug die See so weit das Auge reichte war kein Schiff kein Segel zu erspähen nach Nordwest rollten die Wogen nach Nordwest blies der Wind nach Nordwest jagte der Ballon über die endlose See dahin schon verschwamm das letzte Land am Horizont wurde unsichtbar sank unter die Kimme hinab der Thüringer Frühzug lief in Gorla ein einem Abteil zweiter Klasse entstieg Rübesam und verließ in Begleitung zweier Herren dem Bahnhof vergnügt schaute er in den taufrischen Morgen einen schönen Tag haben die Herren sich für ihren Flug ausgesucht wandte er sich an einen seiner Begleiter klarer Himmel strammer Südost erzog die frische Morgenluft in tiefen Atemzügen ein man bekommt wahrhaftig Lust das Laboratorium sich selber zu überlassen und mit zu fliegen der angeredete wechselte einen Blick mit dem dritten der kleinen Gesellschaft wenn sie ernstlich Lust haben herrübesam ließe sich das am Ende machen unser Greif hat 2000 Kubikmeter bei Wasserstoff Füllung können wir ohne weiteres auch zu dritt fliegen ich scherze nur Herr Baumeister erwiderte rübesam ja wenn das Dienst des ewig gleichgestellte Uhr nicht wäre die uns Fabrik Menschen tag aus tag ein zur Arbeit ruft immerhin bis 8 Uhr sind es noch fast drei Stunden die Füllung des Ballons und ihren Abflug will ich mir doch mit ansehen wir können uns übrigens den Weg abkürzen mein Herrn ich habe die Schlüssel zum Nordtor bei mir wir wollen hier den Wiesenpfad neben der Bahn entlang gehen da sparen wir eine gute Viertelstunde sie wanderten über die Wiesen neben dem Bahndamm und kamen schnell zum Tor unter Führung des Chemikers mussten sie im Werk erst einige Höfe durchschreiten dann folgte noch ein kurzer Weg über freies Gelände und der Gaskessel lag vor ihnen schon von weitem sahen sie eine Gruppe von Werk Arbeitern die aufgeregt beisammen standen und gestikulierten na nun was halten die denn für der Füllung angefangen sagte der vorher als Baumeister von Rübesam angeredete merkwürdig Rübesam schüttelte den Kopf da scheint irgendetwas nicht zu stimmen meine Herren sie waren inzwischen näher gekommen und einer aus der Gruppe lief ihnen entgegen was ist denn los Meisterschuld rief ihm Rübesam schon von weitem zu warum füllt ihr noch nicht der Mann vom Laufen noch außer Atemstand vor dem Chemiker Herr Rübesam der Ballon ist weg was wie was soll das heißen ist doch unmöglich von allen Seiten prasselten Fragen und Ausrufe auf den Meister Rübesam fasste ihn am Ärmel erstmal ruhig Blutmeister Schulz der Ballon kann doch nicht spurlos weg sein er ist aber weg Herr Rübesam alles weg Hülle Netz Korb und Ballast Säcke wie ich vor zehn Minuten mit den Leuten hierher kam um mit Erfüllung anzufangen da fanden wir nur die Plane na und die liegt ja auch noch hier Ruhig Blutmeister schuld Rübesam suchte den Aufgeregten zu beschwichtigen die Sachen sind vielleicht noch im Schuppen eingeschlossen nein Herr Rübesam wir haben ja schon gestern Abend alles hierher gebracht damit es heute früh schneller gehen sollte wir hatten die Hülle schon auf die Plane gelegt trotzdem wir haben auch im Schuppen noch einmal nachgesehen aber da ist natürlich nichts mehr drin Rübesam fasste sich an die Stirn schockschwere Not Leute nehmt doch Vernunft an wer soll denn den ganzen Kram hier weggeschleppt haben das weiß ich nicht Herr Rübesam aber der Erhard er wies auf einen der Werkarbeiter der meint der Gaskessel sei gestern Abend viel höher gewesen höher gewesen Unsinn Heda Sie Erhard kommen Sie doch mal her was wollen Sie an dem Gaskessel beobachtet Angerufene trat heran Ja Herr Rübesam gestern Abend stand der Gaskessel bis oben an den vierten Ring und jetzt ist er herunter bis zum zweiten Rübesam schaute nach dem Gaskessel Stimmt was der Mann sagt meine Herren Der Mann muss Recht haben Vor einem Ballon Aufstieg wird der Gaskessel stets bis zum obersten Ring gefüllt Es muss eine sehr bedeutende Gasmenge aus ihm entnommen worden sein Eine Weile schwieg er nachdenklich Dann sprach er weiter Ich glaube meine Herren ich sehe die Spur die zur Lösung des Rätsels führt Ihr Ballon muss während der Nachtstunden von unbefugter Hand gefüllt und entführt worden sein Unmöglich kaum denkbar Dazu gehören doch Hilfsmannschaften Wie konnte das unbemerkt geschehen Kaum glaublich dass ein Unkundiger bei dem kräftigen Wind mit dem großen Ballon klar abgekommen ist Ja meine Herren ob glaublich oder unglaublich die Tatsache steht fest dass der Ballon und eine bedeutende Menge Gas fehlen Im Werk ist jetzt um halb sechs noch keiner von den maßgebenden Herren anwesend Es ist wichtig dass sie sofort zur Polizei gehen und dort Meldung machen Von Polizei wegen müssen telegrafisch benachrichtigt werden Dringen sie darauf dass das geschieht und besonders auch die Landratsämter mobil gemacht werden Dann besteht die Wahrscheinlichkeit dass man den Ballon und die Unbekannten die ihn weggeholt haben bei der Landung abfasst Ich selber werde die Angelegenheit unserem Generaldirektor Geheimrat Schäffer melden so wie er ins Werk kommt Etwas anderes können wir im Augenblick nicht tun Der Chemiker brachte die beiden Herren durch das Hauptportal aus dem Werk und ging in seine Wohnung Seine Wirtschafterin war schon auf und empfing ihn auf dem Flur Ach Gott Herr Rübesam da kommen sie ja endlich Sie weg und der junge Herr weg gruselig war es die ganze Nacht so allein Der Wind hat an meinem Fenster geklappert und geschüttelt dass ich es im Bett nicht mehr aushalten konnte da bin ich schon der junge Herr ist nicht da ja wo steckt denn der ja Herr Rübesam das weiß ich auch nicht er ist gestern Abend noch mal zu dem 11 Uhr Zug auf den Bahnhof gegangen mir hat er nur gesagt er müsse sie dringend sprechen und wolle sie auf dem Bahnhof abholen weiter habe ich dann nichts mehr zur schlafstube des jungen herrn auch aber der rudi war nicht da und ist seitdem auch nicht gekommen unterbrach sie der chemiker nein herr rübesam außer ihnen ist niemand gekommen während rübesam noch überlegte was er unternehmen könnte ging die hausklingel vielleicht kommt er jetzt frau schmidt er drehte sich um und öffnete die haustür meister schuld stand vor ihm was gibt's rübesam als sie mit den herren weggegangen waren da haben wir den ganzen platz noch mal genau abgesucht und hinter dem einen blechstapel da ganz nahe bei der plane haben wir das hier gefunden die anderen wollten es wegwerfen aber ich habe mir gedacht das musst du Herrn rübesam zeigen während er die letzten Worte sprach zog er eine graue Perücke und eine handvoll grauen Flachs aus der Jacke und hielt sie dem Chemiker hin mit hastigem Griff nahm dieser sie an sich mit einem Blick hatte er erkannt dass es Dinge aus seinem Maskenbeutel waren aus jenem Beutel den Rudi in letzter Zeit so oft für seine Verkleidungskünste in Anspruch genommen hatte dicht bei der Plane haben sie das gefunden ja rübesam so das ist sehr wichtig ich Sollten sie noch irgendetwas anderes entdecken so melden sie es mir hier bitte langen sie zu er reichte ihm eine Zigarrentasche hin nehmen sie nur Meister die Sorte kann der ärmste Mann rauchen mit vielem Dank und einer etwas linkischen Verbeugung nahm Meister Schuld eine Zigarre aus dem Etui er kam sich sehr wichtig vor als er damit abzog kaum war er fort als Rübesam an sein Telefon eilte und ein längeres Gespräch führte dann griff er nach Stock und Hut und ging in das Werk vorbei an seinem Zimmer den Korridor weiter der zu dem Heroinsaal führte eine Gestalt schrag zusammen als er die schwere Eisentür hinter sich ins Schloss warf es war Altmüller der gerade bei den Tabletiermaschinen stand Rübesam sah sich um und ging auf ihn zu wo ist ihr Kollege Altmüller wo steckt der Henke stotternd brachte Altmüller die Antwort heraus Herr Herr Rübesam der Henke ist eben mal raus gegangen eben mal raus gegangen so Altmüller eben mal raus gegangen was heißt eben wann ist er raus gegangen das möchte ich genau wissen während er die Frage stellte sah er Altmüller scharf an dieser hielt den Blick nicht aus schlug die Augen nieder und wurde immer verwirrter reden sie Altmüller versuchen sie nicht mich zu belügen ich weiß mehr als sie denken vor einiger Zeit ist er rausgegangen Herr Rübesam er sagte er wolle gleich gleich wieder wieder kommen keine umschweife Altmüller genau auf Stunde und Minute will ich von ihnen wissen wann Henke hier fortgegangen ist ich warne sie nochmals lügen sie nicht Altmüllers Stimme klang weinerlich als er antwortete Herr Rübesam ich kann doch nichts dafür dass er nicht wieder gekommen ist er hat mir doch fest versprochen dass er wiederkommen wollte zum Kuckuck Altmüller verstehen sie kein Deutsch um wie viel Uhr und wie viele Minuten ist Henke hier raus gegangen wollen sie endlich reden ach Herr Rübesam das ist so gegen elf Uhr rum gewesen so mein Freund um elf Uhr drückt sich der Halunke jetzt ist gleich sechs sie sind die ganze Schicht über allein im Saal und machen keine Meldung über das Verschwinden scheinen ja nett mit dem unter einer Decke zu stecken Flur ein kurzes hastiges Flüstern dort nach wenigen Minuten kam er mit einem anderen etwas stämmigen untersetzten Herrn zurück bitte Herr Wachtmeister das ist Altmüller der Kollege und zweifellos Helfershelfer des entflohenen Henke dringend verdächtig des Diebstahls von Heroin nein nein Herr Rübesam ich habe nicht gestohlen Henke ist der Dieb der allein Altmüller bot ein Bild des Jammers Aschgrau und verfallen sah er jetzt aus kaum vermochten die zitternden Knie noch den Leib zu tragen Rübesams Begleiter trat dicht an ihn heran griff in die Tasche und hielt ihm eine metallene Marke hin Kriminalpolizei Sie sind verhaftet ziehen Sie sich an und kommen Sie mit Nicht einsperren lassen Herr Rübesam nicht einsperren Meine arme Frau meine Kinder ich bin's doch nicht gewesen Henke war's der hat hier immer die Schraube an der Leitung losgedreht und das Heroin gestohlen Der Kriminal Wachtmeister griff ihn am Arm und zog ihn in die Höhe Kommen Sie mit Mann Das können Sie mir alles in meinem Büro erzählen Noch sträubte sich Altmüller als er eine feine kräftige Fessel an seinem Handgelenk fühlte Ganz plötzlich war sein rechter Arm mit dem Kommen Sie mit Altmüller Er ging und zwang den Gefangenen neben ihm zu gehen ihm zu folgen Rübesam kehrte in sein Zimmer zurück Seine Sorge um Rudi war durch das was er in der letzten Stunde erlebt und erfahren hatte nicht geringer geworden Da fliegt der Vogel feiner Luft sprung lass dies gut bekommen du Henke sprach die Worte während er dem enteilenden Ballon nachschaute immer kleiner war die gelbe Kugel in den wenigen Minuten geworden seitdem er sie verlassen hatte eben noch ein Apfel jetzt nur noch so groß wie eine Kirsche erschien der Ballon am fernen Horizont glückliche Fahrt in die Nordsee gut gemacht Henke diesmal ist kein leerer Kessel den sind wir los er setzte sich die Mütze fester und wandte sich zum gehen nach wenigen Schritten erreichte er einen Fußpfad und folgte ihm in nördlicher Richtung rüstig wanderte er dahin doch viertelstunde um viertelstunde verging und und drückender wurde die last von 120 Pfund die er auf dem rücken trug an einem grenzstein blieb er stehen legte den schweren sack ab und trocknete sich die stirn verdammte geschichte wenn er sich hier in der wenig besiedelten gegend etwa verlaufen hatte er zog die karte zu rate und verglich versuchte die verwaschenen Buchstaben an dem Stein zu entziffern doch nach langem überlegen kam er zu keinem anderen entschluss als dem eingeschlagenen Pfad auch weiter zu folgen sollte er sich seiner last entledigen wenigstens etwas aus dem schweren sack ausschütten leichter würde das vorwärtskommen danach sicher sein doch nur einen augenblick überlegte er nein mit viel zu viel gefahr und mühe war der stoff erworben um ihn fort zu werfen murrend und schimpfend schnallte er sich den schweren sack wieder an noch oft musste er rasten und neue kräfte sammeln erst gegen mittag erreichte er eine landstraße und für geld und gute worte nahm ein bauer ihn und seinen rucksack auf seinem wagen bis nach harburg mit in seinem hause in hamburg saß rasmussen zusammen mit susanne am teetisch wie gut Väterchen dass wir bei professor morell waren mich dünkt als habe er ein wunder an dir getan rasmussen nickte ihr zu du hast recht mein kind ich kann es ohne übertreibung sagen ich fühle mich nach der behandlung durch den professor wie neu geboren selbst die lange fahrt heute nacht hat mich nicht angegriffen wir wollen hoffen dass es so bleibt aber gewiss doch Väterchen der professor hat dir ja selbst gesagt dass du so alt wie Methus erleben werden kannst rasmussen lachte da hat er wohl etwas übertrieben ich bin auch mit weniger zufrieden Susanne griff nach einer Abendzeitung neben dem Tegedeck und durchblätterte sie dabei sprach sie weiter es ist doch schön dass wir wieder in unserem lieben alten Hamburg sind ich hatte schon fast vergessen wie eine Nummer des hamburgischen Korrespondenten aussieht es ist aber noch immer dasselbe wie früher Schiffsbewegungen auf der Elbe die Turingia ist Amerikahafen angekommen die Kolumbia ist mit der Mittagsflut nach Cuxhaven gegangen Hamburger Börse Kurse von Chemikalien das interessiert dich wohl mehr als mich letzte Nachrichten was gibt's denn da noch ah das ist ja merkwürdig hör mal Väterchen was hier fettgedruckt steht Freiballon auf rätselhafte Weise verschwunden Telegram unseres Sonderbericht erstatters aus Gorla der Ballon greift des Aeronautischen Vereins Erfurt der heute früh in den Gorla Werken aufsteigen sollte ist über Nacht spurlos verschwunden als die Werkarbeiter heute früh um 5 Uhr auf den Platz kamen um ihn zu füllen lag nur noch die Plane da Hülle Netz Korb und alles andere fehlten man steht vor einem Rätsel die Polizei arbeitet fieberhaft und verfolgt eine bestimmte Spur kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat ein ganzer Ballon ist einfach weg Rasmussen schüttelte den Kopf keine Ahnung mein Kind heutzutage wird ja alles mögliche und unmögliche gestohlen wer weiß vielleicht ist es irgendein Seidenliebhaber gewesen Ballonseide pflegt erster Güte zu sein sie ist allerdings gefirnist aber vorzügliche Regenmäntel lassen sich immer daraus machen ja aber Väterchen du vergisst doch das Netz und Korb auch weg sind ja Susanne das hatte ich im Augenblick übersehen dann sieht es ja doch beinahe so aus als ob irgendein dunkler Anhänger des Luftsports den Ballon heimlich gefüllt habe und kurzerhand damit fortgeflogen sei in der Tat eine merkwürdige Geschichte weit dürfte er kaum kommen bei der Landung wird man ihn doch sicher erwischen er wandte sich zur Tür durch die ein Diener hereinkam was gibt's John Herr Rasmussen es ist ein Herr ein Mann draußen der sie sprechen möchte Rasmussen machte eine unwillige Bewegung sie wissen schon dass ich um diese Zeit nicht zu sprechen bin schicken 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 den Menschen fort das wollte ich auch tun Herr Rasmussen da hat er mir diesen Brief gegeben und gesagt den soll ich dem Herrn geben Rasmussen schüttelte ärgerlich den Kopf unglaublich John ich habe sie als Diener und nicht als Briefträger verpflichtet Der Diener wurde verlegen Verzeihung Herr Rasmussen der Mann sagte es sei eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit und sie würden später sehr böse sein wenn ich ihnen den Brief nicht gleich brächte Unsinn John irgendein Bettelbrief würde es sein sieh doch einfach nach Väterchen dann weißt du ja gleich was es ist mischte sich Susanne ein meinetwegen Rasmussen griff nach einem Messer und öffnete das Schreiben ein einfacher Zettel mit ein paar Worten steckten in dem Umschlag er überflog den Inhalt und sank schwer atmend in seinen Sessel zurück Zeichen der geheimen Chiffre waren es die auf dem Papier standen eine Buchstaben Gruppe darunter die äußerste Dringlichkeit bedeutete es ist gut John Rasmussens Stimme klang heiser führen sie den Mann in mein Arbeitszimmer Väterchen ich fürchte der Besuch regt dich auf schicke den Menschen doch fort lass ihm sagen dass er ein andermal kommen soll Rasmussen war schon aufgestanden lass 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 nur mein Kind Geschäft ist Geschäft ich will sehen dass ich schnell mit ihm fertig werde er verließ den Raum und ging in das Arbeitszimmer hinüber dort saß ein Mann auf einem Stuhl ein schwerer Rucksack stand neben ihm auf dem Smyrna Teppich übernächtig verstaubt und angegriffen sah der Mensch aus beim Eintritt Rasmussens erhob er sich was wünschen sie von mir fragte Rasmussen während er den Mann anblickte schien ihm eine Erinnerung zu kommen ich glaube ich kenne sie sie sind sie sind doch ich bin Henke Herr Rasmussen der Henke dem sie mal die Stellung in Gorla besorgt haben ach ja Henke ich erinnere mich bitte behalten sie Platz und sagen sie mir was sie wünschen Rasmussen ließ sich in einen Sessel nieder Henke drehte seine Mütze in den Händen und suchte nach einer Einleitung für seine Rede ja also Herr Rasmussen um es kurz zu sagen die Sache in Gorla fliegt auf Rasmussen wurde blass was soll das heißen Herr Henke erklären sie sich deutlicher Henke hatte inzwischen seine Sicherheit wieder gewonnen da ist nicht viel zu erklären Herr Rasmussen die Leute in Gorla sind uns hinter die Schliche gekommen ich fürchte dass man meinen Kollegen Altmüller schon eingesperrt hat ich selbst bin eben noch so gerade im letzten Augenblick davon gekommen so so das sind ja erbauliche Neuigkeiten reden sie doch weiter man erzählen sie was eigentlich geschehen ist was soll ich da erzählen unser einer hat ja auch einen riecher für solche Sachen die ganze letzte Zeit saß man schon wie auf dem Pulver Fass die Geschichte wurde von Tag zu Tag fauler schließlich sagte ich mir wenn die immer noch nicht zugegriffen haben so geschieht es nur darum weil sie noch mehr heraus kriegen wollen rasmussen rasmussen unterbrach ihn das sind doch allgemeine redens arten herr henke sagen sie mir doch klipp und klar warum sie ihre stellung in gorla verlassen haben triftige gründe möchte ich hören triftige gründe na ich danke herr rasmussen da kann ich ihnen drei tage lang welche erzählen verkleidete spione im werk meine briefe von einem anderen abgeholt zuletzt gestern abend noch der krach mit unserem meister da sagte ich mir jetzt wird's allerhöchste zeit henke jetzt verdufte mal so schnell wie möglich na und da bin ich denn noch gleich in der nachtschicht losgegangen in der nachtschicht und da sind sie jetzt schon hier in hamburg wie war denn das so schnell möglich wenn ich ihnen nicht sage herr rasmussen dann werden sie das kaum raten wissen sie es blies ein so schöner südost und da blitzartig durchzuckte es rasmussen er fiel dem anderen ins wort mensch sind sie etwa mit dem freiballon weggeflogen henke sah ihn erstaunt an woher woher wissen sie herr weil schon in der abend zeitung steht man dass der ballon greif aus dem gorlerwerk spurlos verschwunden ist viel dümmer konnten sie kaum anfangen wenn sie aber rasmussen ich denke dass ich gerade fein gemacht habe auf der eisenbahn hätten sie mich vielleicht schon gekriegt aber mit dem ballon hat mich keiner wegfliegen und hier keiner landen sehen woher sollen die wissen dass ich gewesen bin sind sie sicher dass sie niemand bei der landung gesehen hat todsicher rasmussen ich bin da einige 20 kilometer südlich von harburg in einer gottverlassenen gegend niedergegangen kiefern heide wiese weit und breit keine menschenseele aber der ballon den wird man doch finden hat ihn vielleicht schon gefunden dann hat man auch ihre spur henke verzog den mund zu einem grinsen so dumm ist henke doch nicht rasmussen der rucksack da und ich wir wiegen zusammen drei zentner was meinen sie wie der ballon wieder losgegangen ist so wie ich draußen war der ist jetzt bestimmt schon weit über der nordsee rasmussen überlegte eine weile das ändert das bild da wird man am ende annehmen dass sie mit dem ballon auf das meer abgetrieben sind henke nickte so ist herasmussen man wird jetzt glauben dass der arme brave henke in der nordsee ertronken ist das habe ich ja gerade gewollt herasmussen als ich den leeren ballon wieder hoch gehen ließ sonst hätte ich ihn bei der landung ja einfach aufreißen können auf die art habe ich vorläufig ruhe vor der polizei das heißt ich muss natürlich irgendwo untertauchen ja und deswegen bin ich jetzt zu ihnen gekommen zu mir rasmussen 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 schüttelte abweisend den kopf wieder wieder axel rasmussen 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 besitzers erworben von hier aus leitete er die geschäfte seiner gesellschaft wenn ihn nicht besondere umstände dazu zwangen persönlich in den einzelnen ländern des festlandes nach dem rechten zu sehen hierher wurden von ihm auch mitglieder der gesellschaft bestellt die grund hatten für einige zeit zu verschwinden in der tat war duncan castle ein idealer zufluchtsort für alle die irgendwie veranlassung hatten sich zu verbergen fast unbewohnt war die aus waldungen und hochmooren bestehende umgebung nur wenige fischer und farmer die kaum des englischen mächtig noch ihre alte keltische mundart sprachen und nach urväterweise in torfhütten dahin lebten in einem turmzimmer das weiten ausblick über den see gewährte saßen mcandrew und morten zusammen well morten ich kann ihnen nicht helfen sie müssen noch hier bleiben die sache in genf hat zu viel staub aufgewirbelt sie meinen den kerl den buton mcandrew tut mir heute noch leid dass ich den nicht gleich totgeschlagen habe wäre vielleicht besser gewesen morten wenn sie's getan hätten so müssen wir uns vielleicht noch diese mühe nehmen buton so lange jahre unser treues mit glied steht im einvernehmen mit der polizei seine wut auf sie morten ist unbeschreiblich er hat sie in einer weise bloß gestellt dass sie an der schweizerischen grenze sofort verhaftet würden morten knurrte vor sich hin gibt noch andere gegenden als das schweizer ländchen habe es satt bis an den hals hier untätig herum zu sitzen sie vergessen morten dass dieses ländchen engste fühlung mit der internationalen polizei hält es könnten ihnen auch anderswo unannehmlichkeiten begegnen morten schlug auf den tisch man kann hier vor langweile umkommen wenn sie nicht hier sind ist es überhaupt nicht zum aushalten kaum ein mensch der ein vernünftiges wort englisch versteht keiner mit dem man golf oder cricket spielen kann schauderhaft langweilig sage ich ihnen mcandrew hilft nichts morten die geschichte haben sie sich selber eingebrockt sie können aber doch mit jefferson spielen der ist früher ein vorzüglicher golfspieler gewesen früher vielleicht mcandrew ein halb verblödetes wrack ist der kerl heute haut dreimal daneben bis er einmal den ball trifft der versucht einmal und nicht wieder gefährlich ist der idiot dabei wie er da neulich mal mit dem schläger zu hieb an dem ball natürlich vorbei aber mir um ein haar an den schädel schien mir förmlich absicht von dem verrückten büffel zu sein wenn ich mich nicht blitzartig geduckt hätte wärs aus mit mir gewesen na der hat ein ding wieder gekriegt an das er trotz da gehe ich schon lieber mit ihren fischern auf den loch killberg salme fangen mcandrew konnte ein lächeln nicht unterdrücken kommt alles von ihrer unbesonnenheit morden welcher teufel trieb sie den bouton knock out zu schlagen er wurde wieder ernst denken sie etwa dass ich sie gern im geschäft entbehre bei jove nicht schlechte nachrichten von überall fehlen uns jetzt tüchtige Leute an und enden wissen sie schon dass xc-17 aus gorla fliehen musste morten sah ihn erstaunt an keine ahnung mcandrew was ist da vorgekommen habe selbst noch keine einzelheiten morten weiß nur dass er bei rasmussen untergekochen ist und dringend um neue papiere geschrieben hat er deutete auf einige schriftstücke ist schon alles besorgt neuer pass auf den namen müller habe mir sagen lassen dass müller ein sehr guter deutscher name sein soll ähnlich wie unser englischer miller man sagt ja dass es ein volk gibt das miller heißt xc-17 hat außerdem noch einen automobil führerschein verlangt merkwürdige leute in germany schreiben vor dass jeder einen schein besitzt der einen wagen fahren will geht bei uns in schottland auch ohne solche umstände ist jedenfalls alles bereit das flugzeug wird die papiere gleich bis london mitnehmen ein flugzeug wie kommen sie auf diesen gedanken mcandrew wie soll in diese verlassene gegend ein flugzeug kommen mcandrew blickte auf die uhr ich wundere mich dass es noch nicht da ist ich erwarte van holsten er soll auf dem flugplatz in händersen ein privat flugzeug chartern und ohne aufenthalt nach duncan castle weiterfliegen morten zuckte die achseln ein flugzeug nach hier hat doch gar keine landungsmöglichkeit der pilot wird sich hüten sie vergessen unseren loch kill break morten einen besseren platz für wasserflugzeuge wenn ich mich nicht täusche er trat an das südfenster und blickte hinaus das klingt nach propeller geräusch ah sehen sie morten da hinten über der mevis kuppe kommt es schnell wurde das flugzeug größer nun stand es über dem loch kill break beschrieb einen kreis und ging im spiralförmigen gleitflug auf die wasserfläche nieder wie eine gondel trieb es auf der wasserfläche weiter und machte am bootsteg von duncan castle fest nur ein einziger fluggast kam an land van holsten der heute brünett und verhältnismäßig schlank aussah mehr durch gebärden als durch worte wies ihm einer der keltischen bediensteten den weg zum turmzimmer ein kräftiger händedruck eine kurze begrüßung er warf sich in einen der altersgrauen sessel und verschwand beinahe darin soll ich ihnen eine erfrischung kommen lassen van holsten nicht nötig mcandrew war alles im flugzeug vorhanden well dann sprechen sie wie war's in port saeed van van holsten dass ihre aufgabe nicht einfach ist die hauptsache wie weit sind sie gekommen bis an die dritte instanz mcandrew die habe ich sicher ein schriftstück das uns interessiert kommt jetzt nicht mehr aus den büros heraus ohne dass wir es erfahren die zweite instanz habe ich in arbeit hoffe sie bald zu haben aber aber was für ein aber unterbrach ihn der chef die erste instanz mcandrew die oberste der kommandeur selber unmenschlich schwer ist es an den ranzukommen der ist wie ein glasberg aus der sage man gleitet an ihm ab und kann sich unter umständen das genick brechen nicht gerade erfreulich van holsten glauben sie dass sie schaffen werden ich hoffe ja denke immer noch dass es nur das alte spiel ist um den preis möglichst hoch zu treiben man tut so lange unnahbar bis genug geboten wird und dann schlägt man zu wenn es gut geht kann ich ihn bei meinem nächsten besuch in port said in der tasche haben dann gehe ich nach ägypten fuhr morden dazwischen mcandrew sah den holländer prüfend an sie sehen so aus von holsten als ob sie noch andere neuigkeiten auf lager haben täusche ich mich oder ist so sie haben recht mcandrew van holsten warf sich in den sessel zurück gentleman ich sehe neue große möglichkeiten für unser geschäft die wir bisher unbegreiflicherweise übersehen jedenfalls noch nicht ausgenutzt haben gespannt blickten ihn seine beiden partner an eine weile ließ er sie warten dann fuhr er fort gentlemen haben sie jemals die tatsache in ihre rechnung einbezogen dass das diplomatische gepäck darunter versteht man das gepäck aller diplomatischen vertreter vom gesandten bis zum letzten konsulatsbeamten exterritorial ist haben sie jemals den umstand benutzt dass dieses gepäck jede zollschranke unkontrolliert und ungeöffnet überschreitet wenn sie es bisher nicht getan haben gentleman dann haben sie sich viel entgehen lassen morten lachte spöttisch auf feiner gedanke von ihnen van holsten der deutsche botschafter in paris wird großen wert darauf legen für uns heroin aus gorla in seinem gepäck nach frankreich mitzunehmen mcandrew zuckte die achseln eine möglichkeit wärs vielleicht aber ich fürchte die sache wird viel zu teuer als unsere bisherigen verfahren falsch mcandrew ganz falsch fiel ihm van holsten ins wort natürlich an den deutschen botschafter den morden hier nannte dürfen wir dabei nicht denken aber die exotischen herrschaften diese konsulen und gesandten von china und afghanistan und beluchistan und congaragua und was weiß ich sonst noch die sitzen da in den hauptstädten und bekommen ihr gehalt teils gar nicht und teils nur sehr bruchstücksweise die sind auf nebengeschäfte angewiesen und zu billigen preisen zu haben besonders jetzt wo der verkauf von allerlei exotischen würden an titelsüchtige narren anfängt schlechter zu gehen mcandrew unterbrach ihn das ist nicht uninteressant was sie uns erzählen von holsten sie haben in der tat recht darauf lässt sich vielleicht ein neues großes geschäft begründen haben sie in der angelegenheit schon etwas unternommen yes sir ich habe mit dem vertreter von belutschistan in alexandria fühlung genommen der mann ist mit vergnügen auf meine vorschläge eingegangen seine kuriere können auf ihren reisen durch deutschland jedes mal bequem einen zentner mitnehmen wie oft unterbrach ihn der chef gegenwärtig kommt nur jeden monat ein kurier wenn es sich lohnt kann auch jede woche einer reisen mcandru griff nach einem blatt papier und warf zahlen darauf vier zentner im monat ein posten der nicht zu verachten ist besonders deshalb nicht mcandru weil dieser mann aus belutschistan nur einer von vielen ist es gibt dutzende von der sorte mit denen wir das gleiche geschäft machen können mcandru rechnete auf dem blatt weiter es käme auf die kosten an von holsten was verlangt der mann aus belutschistan dafür es ist bescheiden mcandru für das was mit dem jetzigen kurierdienst geht nur zehn prozent des verkaufswertes wenn er den dienst unsere twegen verstärkt müssen wir allerdings noch etwas zu den kosten beitragen wie viel von holsten ich habe ihm 15 prozent vorgeschlagen dann ist für uns eine glatte rechnung und er kann uns nicht mit allerhand sonderspießen kommen wieder raschelte der bleistift in mcandru's hand über das papier well von holsten das geschäft können wir machen bringen sie mit dem man alles ins reine sobald sie wieder in ägypten sind versuchen sie bei der gelegenheit noch andere werde ihr konto in kairo noch heute auf 3000 pfund aufschütten lassen well sir van holsten erhob sich und ging wenige minuten später dröhnten vom see her die motoren in schnellem fluge entführte ihn der schimmernde vogel wieder nach süden die funk depesche von der saravia veranlasste gransfeld zur sofortigen abreise mit dem nachtzug verließ er paris und erreichte bei anbrechender morgendämmerung cherbourg unmittelbar nach der ankunft begab er sich zum hafen hier war das dröhnende leben des werktages noch nicht erwacht verlassen und menschenleer dehnten sich die weiten kai anlagen im bleigrauen morgenlicht ein leichter nebel lag über dem wasser und behinderte die fernsicht er blieb einen augenblick stehen und blickte sich suchend um als das aufheulen einer dampfpfeife ihm den weiteren weg wies noch eine strecke von wenigen hundert metern und er gelangte an einen zollschuppen unmittelbar davor hatte der tender festgemacht auf dem sich schon ein halbes hundert personen befanden fragend wandte er sich an einen matrosen der am pier stand la viso pour la saravia oui monsieur pour la saravia et pour la moravia über den laufsteg ging er an bord und machte es sich auf dem vorderdeck bequem es war noch reichlich Zeit bis zum abgang des tenders und während eine viertelstunde nach der anderen verstrich kamen immer noch mehr leute auf das schiff endlich heulte die pfeife zum dritten male das boot machte los und dampfte durch den hafen hinaus auf die offene rede fast eine stunde wehrte die fahrt dann setzten die maschinen aus in der wogenden dünung auf und abschaukelnd blieb der tender auf einer stelle liegen leicht fröstelnd zog sich kranzfeld den mantel dichter um die schultern reichlich viel zeit lassen sich die leute hier murmelte er vor sich hin und zündete sich eine neue zigarette an wieder und wieder schrie die dampfpfeife des tenders in immer kürzeren pausen heiser und grell auf und dann klang es plötzlich wie ein gewaltiges dunkles echo aus der nebligen ferne von irgendwoher antwortete die mächtige sirene eines großen seedampfers im tiefen bass auf das heisere kläffen der tender pfeife mit ruf und gegenruf ging das spiel hin und her während die maschine wieder zu arbeiten begann aus nächster nähe brüllte jetzt der riesen bass und dann tauchten ganz plötzlich die gewaltigen formen eines ozeanriesen aus dem nebel auf der tender kam längs seit an die saravia heran leinen wurden geworfen und schwere taue daran nachgezogen wie durch zauberhand öffnete sich eine breite pforte am riesen leib der saravia in deck höhe des kleinen tenders und eine laufbrücke wurde von schiff zu schiff geschoben unter den ersten die die saravia betraten war gransfeld eine gestalt sprang ihm entgegen her doktor rudy mein lieber junge im nächsten augenblick warf dieser die arme um ihn und herzhaft erwiderte gransfeld die umarmung er wollte sprechen wollte fragen doch rudy ließ ihn nicht zu worte kommen schnell zum kapitän her doktor es ist viel geschehen oh wenn sie das alles wüssten sie werden sich nicht schlecht wundern während gransfeld ihm folgte hörte er mit fragen nicht auf was ist junge was ist geschehen sprich doch rudy verhielt den schritt her doktor megastopolus ist an bord was wie unmöglich doch doch her doktor kommen sie nur gleich zum kapitän er zog den zauderten mit sich da werden sie alles erfahren über die große treppe eilten sie auf das oberdeck und dann stand gransfeld vor lorenzen her kapitän wie soll ich ihnen danken sie ihr schiff ihre mannschaft den jungen haben sie mir aus höchster not gerettet seine worte brachten den alten seebären in verlegenheit der versuchte ihn zu unterbrechen und den dank abzuwehren schon gut her doktor keine ursache unsere pflicht seemannspflicht war allerdings hohe zeit dass wir ihn fanden war schon so ziemlich matthai am letzten mit dem jungen noch einmal setzte gransfeld an um seinen dank in zusammenhängenden worten auszudrücken da ging kapitän lorenzen zu einem regal wieder fiel er gransfeld in die rede kennen sie das her doktor dabei zog er den vorhang vor dem regal zur seite eine statuette stand da ein bildwerk aus grün geedertem nefridstein ägyptisch war der stil irgendeinen alten gott oder herrscher mochte sie wohl darstellen einen augenblick hatte gransfeld das gefühl als wanke der boden unter ihm die statuette des setos meine statuette mein eigentum wie kommt sie hierher lorenzen bot ihm einen stuhl an setzten sie sich er doktor die geschichte ist zu lang um im stehen erzählt und angehört zu werden auch der kapitän setzte sich und begann zu berichten als wir ihren jungen wieder einigermaßen flott hatten da erzählte er tolle geschichten erst hielt ich's immer noch für fieber fantasien und wollte es nicht glauben aber endlich musste ich's glauben braver kerl ein mords kerl er schlug rudy anerkennend auf die schulter alle wetter was hat der junge alles erlebt und mitgemacht erzählte von morden und von holsten von altmüller und der ganzen verbrecher bande als er aber den namen megastopolos nannte da fiel mir ein dass der ja in unserer schiffsliste stand halt dachte ich mir hier kannst du die probe aufs Exempel machen ob der junge die Wahrheit sagt auf der Nordsee ging allerdings das was ich mir vorgenommen hatte nicht weil der grieche die ganze zeit seekrank in seiner koje lag aber im kanal wurde das wetter besser da kam er rausgekrochen und ich habe die erste gelegenheit benutzt um seine kabine mal sehr gründlich zu durchsuchen nette sachen musste ich da entdecken und dabei haben sie die Stadt heute gefunden fiel ihm Granzfeld ins schüttelte den kopf nein aber rauschgifte pfundweise kiloweise morphium kokain heroin alles war da was man sich nur wünschen konnte aufgrund dieses fundes habe ich mich dann für berechtigt gehalten im laderaum das große gepäck dieses bedenklichen fahrgastes einer sehr ausgiebigen untersuchung zu unterziehen da fanden sich auch noch rauschgifte über rauschgifte und außerdem entdeckte ich die Statuette da von der ihr Junge mir erzählt hatte es wäre vorteilhaft wenn sie sich als der rechtmäßige besitzer ausweisen könnten das kann gleich geschehen Herr Kapitän ich trage die Beweise stets bei mir hier er legte ein Schriftstück auf den Tisch ist der Kaufvertrag meines verstorbenen Ohheims mit einem ägyptischen Händler von dem er die Statuette erworben fügte einige Fotos hinzu sind die Aufnahmen die die Echtheit des Bildwerkes datun Lorenzen las den Vertrag und gab ihn Kranzfeld zurück wenn ich sie recht verstanden habe Herr Doktor beschuldigen sie diesen Monsieur Megastopolos des Diebstahls so ist es ich beschuldige ihn des Diebstahls dieser Statuette ich beschuldige ihn außerdem des Mordversuches und ich beschuldige ihn des Mordes Das vereinfacht die Angelegenheit ich könnte den Kerl in New York den amerikanischen Behörden übergeben als verdächtig des Rauschgifthandels mit Samthandschuhen würden die ihn sicher nicht anfassen aber ich habe keine Lust den Menschen erst noch bis New York mit zu schleppen nachdem sie als Ankläger bei mir aufgetreten sind geht die Sache einfacher und bequemer wollen sie ihn hier den französischen Behörden ausliefern Herr Kapitän fragte Gransfeld dann müsste ich wohl für die Dauer des Prozesses in Frankreich bleiben Lawson schüttelte den Kopf ich denke nicht daran Herr Doktor auf ihre Anklage hin werde ich ihn mit dem nächsten deutschen Schiff nach Hamburg zurückschicken unser Schwesterschiff die Moravia von New York kommend soll sich planmäßig hier auf der Rede mit uns treffen und unsere Post für Deutschland übernehmen die kann den Kerl auch mitnehmen dann werden auch wir mit der Moravia nach Hamburg fahren Rudi Kranzfeld ließ sich noch einmal nieder und zog Scheckbuch und Füllfederhalter aus der Tasche die Feder flog über das Papier eine anständige Summe war es die da in Ziffern und Buchstaben geschrieben wurde gestatten sie mir Herr Kapitän als Zeichen meiner Dankbarkeit bitte dies für ihre Leute die mir den Jungen gerettet haben nicht für die Herr Doktor die werden ihre Belohnung von dem Erfurter Verein für die Bergung des Ballons bekommen für das Seemannshaus in Hamburg nehme ich ihren Scheck gern wie sie wünschen Herr Kapitän Lorenzen nahm den Scheck und verschloss ihn in einem Safe ein Händedruck Granzfeld und Rudi verließen die Kapitäns Kabine als sie auf Deck kamen brummte eine andere tiefe Sirene durch den lichter werdenden Nebel die Moravia kam heran und legte nur wenige hundert Meter von der Saravia entfernt still Monsieur Megastopolos war kein Frühaufsteher er lag noch im Bett als es dauernd und kräftig an seiner Kabinentür klopfte rief schlaft schlaftrunken in der Meinung dass irgendein ungeschickter Stuart ihn in seiner Morgenruhe störte öffnen sie die Tür Herr Megastopolos tönte es von draußen zurück ich denke gar nicht daran ich verbitte mir die Störung antwortete er inzwischen völlig munter geworden was ist das für eine gemeine Art die Fahrgäste aus dem besten Schlaf zu holen im Namen des Gesetzes öffnen sie oder ich lasse die Tür aufbrechen dem Griechen stockte der Herzschlag im Namen des Gesetzes was war das war französische Polizei an Bord verlangte diese etwas eine Auslieferung fieberhaft überschlug er sein Sünden Register das war wahrhaftig nicht kurz aber Frankreich kam kaum darin vor unmöglich dass die französische Polizei etwas von ihm wollte ein Irrtum musste das sein der sich gewiss schnell aufklären würde etwas beruhigt sprang er auf und begann sich anzukleiden wollen sie öffnen oder noch ehe er antworten konnte gab es einen kurzen scharfen Stoß der den Riegel sprengte die Tür ging auf der erste Offizier trat in die Kabine mein Herr ich protestiere das grenzt an Vergewaltigung ich werde mich beschweren schrie Megastopolus den eintretenden wütend an ziehen sie sich man erst die Buchsen an Herr Megastopolus nachher können sie weiter protestieren unterbrach ihn Jensen gleichmütig während der Grieche in seine Beinkleider schlüpfte fuhr er fort zu schimpfen unerhört ist das wie kommen sie dazu gewaltsam bei mir einzudringen das wird ihnen unser Käpten gleich selber sägen Herr Megastopolus ziehen sie sich man ein bisschen fix weiter an da sie ihn anständig empfangen können mit zitternden Fingern knüpfte der Grieche sich den Schlips und warf den Rock über so nun geitert ja Herr Megastopolus nun kommen sie mal ein bisschen mit der Grieche hatte inzwischen mit Erleichterung festgestellt dass nirgends französische Polizei Uniformen sichtbar waren ich denke gar nicht daran Herr Herr Jensen ist mein Name Herr Megastopolus Herr Jensen wenn jemand von mir etwas will so soll er gefälligst zu mir kommen dat möten sie schon uns n Käpten überladen wie heit dat magen will der lässt sie recht herzlich in seine Kabine einladen ich glöw de het alle hand zu vertellen Monsieur Megastopolus machte keine Miene dieser so treuherzig vorgebrachten Einladung zu folgen sondern fuhr fort seinem Herzen kräftig Luft zu machen da winkte Jensen den Gang entlang hallo hein hallo tetje kommt mal ein bisschen hierher im nächsten Augenblick tauchten zwei recht handfest gebaute Matrosen neben ihm auf na Herr Megastopolus geitert geitert nur bald gut gut will oder der Grieche sah ein dass Widerstand vergeblich war einen Matrosen an jeder Seite folgte er dem ersten Offizier durch den Gang zu der Kapitäns Kabine Jensen ließ ihn eintreten und ging mit den Matrosen gleich wieder hinaus der Grieche blieb mit dem Kapitän allein im Raum Guten Morgen Herr Megastopolus Ich danke für Ihren guten Morgen Ein schöner Morgengruß wenn man so rücksichtslos aus dem Schlaf geholt wird Ich verlange Aufklärung Was soll das bedeuten unerhört Ich werde mich bei der Rederei beschweren Herr Kapitän Freiheitsberaubung Vergewaltigung Lorenzen ließ ihn ruhig reden bis es klopfte Jensen in den Händen ein Tablett auf dem sich eine Anzahl von Blechdosen und Beuteln befanden kam herein und stellte sich hinter Megastopolus Jetzt unterbrach der Kapitän den Griechen Herr Megastopolus wenn Sie mit Ihrem Verzähl fertig sind dann können Sie mir vielleicht sagen was das dazu bedeuten hat Dem weisenden Finger Lorenzens folgend drehte der Grieche sich um wie auf den Mund geschlagen verstummte er alles was er an Rauschgiften in seinem großen Gepäck sowohl wie in seinem kleinen Koffer mit auf das Schiff genommen hatte lag da auf dem Tablett fein säuberlich ausgebreitet vor seinen Augen Ich erwarte eine Aufklärung von Ihnen Herr Megastopolus Der gefragte schwieg Es dürfte Ihnen bekannt sein Herr Megastopolus dass die Mitnahme derartiger Rauschgiftmengen gegen die Beförderungsbestimmungen verstößt Wie haben Sie sich das eigentlich in New York gedacht Sie wollen mir doch nicht vorreden dass Sie das Zeug da auf rechtmäßigem Wege durch die Zollsperre bringen können Wollen Sie sich nicht rechtfertigen Ein drückendes Schweigen herrschte in der Kabine Es ist höchste Zeit Herr Megastopolus Wenn Sie etwas zu Ihrer Entschuldigung zu sagen haben müssen Sie es jetzt sagen Sonst müsste ich Sie als überführten Rauschgiftschmuggler behandeln Der Grieche versuchte zu sprechen Stammelte brachte endlich Worte heraus Und er hört Herr Kapitän Ich bin kein Schmuggler Ich bin Kunsthändler wie es in der Passagierliste steht So so Herr Megastopolus gehört das auch zum Kunsthandel Lorenzen zeigte auf das Tablett das Jensen dem Griechen schmunzelnd vor die Nase hielt Das das sind meine Privat Angelegenheiten unglaublich die Sachen hinter meinem Rücken aus dem Gepäck zu nehmen Sie wissen ja gar nicht was ich damit vor habe ob ich nicht die Absicht habe die Sachen mitten im Atlantik über Bord zu werfen unerhört mich des Schmuggels zu verdächtigen merkwürdiger Einfall einen halben Zentner Rauschgift mitzunehmen bloß um die Fische damit zu füttern na das wird ja Sache der Polizei sein ob sie ihnen das glauben will oder nicht Sie haben kein Recht Herr Kapitän die Polizei mit dieser Sache zu befassen bis jetzt habe ich keinenfalls etwas getan was strafbar wäre Lornson zog den Vorhang vor dem Regal zurück Kennen Sie das da Herr Megastopolos Meine Stadt heute das Setos Bild Unglaublich Wie kommen Sie dazu mein Herr die Stück aus meinem Gepäck zu nehmen Weil gut begründete Anklage gegen Sie vorgebracht worden ist Herr Megastopolos dass Sie die Stadt heute gestohlen haben Gestohlen lächerlich Ich soll mein Eigentum gestohlen haben Wer wagt es diese läppische Behauptung vorzubringen Lornson öffnete die Tür zum Nebenraum Bitte Herr Doktor Kranzfeld trat in die Kabine Ich weiß nicht ob sich die Herren bereits persönlich kennen fragte Lornson Oh ja Herr Kapitän wir sind in letzter Zeit häufiger miteinander in Berührung gekommen Leichenblass war der Grieche beim Anblick Kranzfelds geworden Er wankte musste sich an dem Tisch festhalten und ließ sich kraftlos in einen Sessel sinken Der da ist Konstantinos Megastopolus der meinen verstorbenen Oheim in Syud bestohlen wie gebannt hingen die Blicke des Griechen am Munde des Arztes und wie ich fürchte auch ermordet hat Megastopolus begann zu zittern hörbar schlugen seine Zähne zusammen als die schwere Anklage von Kranzfelds Lippen kam dieser sprach weiter Der da ist Konstantinos Megastopolus der in Genf einen Mordversuch gegen mich und den Jungen unternommen hat Komm herein Rudi Mit verglasten Augen stierte Megastopolus auf die Tür durch die Rudi hereinkam Kennst du den Mann da wieder aus dem Boot damals das uns rammte Nur einen Blick hatte Rudi auf den Griechen geworfen Er ist Herr Doktor er ist genau erkenne ich ihn wieder Lornzen trat dicht an den halb bewusstlosen heran Herr Megastopolus Kraft der Polizeigewalt die ich als Kapitän dieses Schiffes über Mannschaft und Fahrgäste habe verhafte ich sie als dringend verdächtig des Diebstahls des Rauschgiftschmuggels des Mordversuches und des Mordes Der Grieche versuchte zu sprechen nur undeutliche Worte vermochten die bebenden Lippen zu leilen Lornzen fuhr fort Es ist alles vorbereitet Herr Megastopolus ich lasse sie auf die Moravia bringen sie gehen als Polizeigefangener nach Hamburg zurück Zehn Minuten später schwangen die Davids auf Deck der Saravia ein Rettungsboot aus und ließen es zu Wasser Man vermied es den Gefangenen auf den französischen Tender zu bringen Das deutsche Boot setzte ihn von der Saravia zur Moravia über die ihn nach Hamburg vor seine Richter bringen sollte Mit dem Tender fuhren Gransfeld und Rudi zur Moravia um ebenfalls nach Hamburg zurück zu kehren Sie Quid Fechisti Neger Wenn du etwas ausgefressen hast gibt's nicht zu Nach diesem alten Grundsatz richtete Monsieur Megastopolos in Hamburg seine Verteidigung vor dem Untersuchungsrichter ein Mit Nachdruck beteuerte er trotz der erdrückenden Beweise bei jeder neuen Vernehmung seine vollkommene Unschuld Die Statue des Setos Mon Dieu was wollte dieser deutsche Richter von ihm Er war Kunsthändler und hatte sie ehrlich erworben Der Kaufvertrag darüber bedauerlich er war ihm auf seinen vielen Reisen abhandengekommen die Rauschgiftmengen in seinem Gepäck unerklärlich ihm selber unerklärlich irgendein Feind musste sie ihm heimlich hineingeschmuggelt haben von nichts wusste Monsieur Megastopolos auf nichts konnte er sich besinnen als einziges blieb dass er zugab Konstantinos Megastopolos zu heißen also dachte sich der Untersuchungsrichter Landesgerichtsrat Bergmann der in langjähriger Praxis hinreichende Erfahrungen mit Leuten vom Schlage des Monsieur Megastopolos gesammelt hatte also wird dieser Name höchst wahrscheinlich falsch sein wer weiß unter welchem anderen Namen der Mann schon was auf dem Kerbholz hat er ließ Fingerabdrücke von dem verstockten Griechen nehmen und schickte sie an die Polizeibehörden aller europäischen Großstädte aber auch diese Maßnahme half ihm nicht weiter man kannte Monsieur Megastopolos nirgends es war in der Tat das erste Mal dass er trotz seines mehr als bewegten Lebenswandels in die Netze der Justiz geraten war und er war entschlossen diesen Umstand bis zum äußersten zu seinem Vorteil auszunutzen so kam es dass Gransfeld und Rudi wieder und immer wieder zu Vernehmungen und zu Gegenüberstellungen mit dem Gefangenen auf das Gericht mussten und dass das Ende ihres Hamburger Aufenthaltes vorläufig nicht abzusehen war nicht nur die Sache Kontra Megastopolos hielt sie hier fest sondern auch die andere Kontra Henke wahrheitsgetreu hatte Rudi auf der Hamburger Polizei sein Ballon Abenteuer geschildert und ein neues Aktenstück mit dem Titel Strafsache gegen den unverehlichten Fabrikarbeiter Gustav Henke Aufenthalt zur Zeit unbekannt war darauf entstanden das wanderte vom Büro der Kriminalpolizei in das des Untersuchungsrichters und wurde ständig dicker denn von Tag zu Tag kamen neue Schriftstücke aus Gorla hinzu über die Verhöre die Altmüller dort zu bestehen hatte und über die Geständnisse die der völlig zusammengebrochene ablegte und die den flüchtigen Henke auf das schwerste belasteten schon hatte der Staatsanwalt ein gewisses rotes Formular ausgefüllt und an tausend Stellen in Deutschland klebten Plakate mit der verhängnisvollen Überschrift Steckbrief in denen für jedermann der den P.P. Henke in das nächste Untersuchungsgefängnis ablieferte eine Belohnung von tausend Mark in Aussicht gestellt wurde tausend Mark sind eine schöne Summe und gar mancher hätte sie sich wohl gerne verdient aber Herr Gustav Henke schien durchaus keinen Wert auf eine Bekanntschaft mit der Polizei zu legen er war spurlos verschwunden als ob ihn wirklich wie man ja zuerst annahm die Nordsee verschluckt hätte Gransfeld und Rudi saßen im Zimmer des Untersuchungsrichters zwecks Vernehmung in der Strafsache Henke ausführlich hatte Rudi den eigenartigen Vorfall mit dem Kessel im Gorla Werk erzählen müssen während die Feder des Gerichtsschreibers über das Papier lief und Wort für Wort mitschrieb Landesgerichtsrat Bergmann blickte von seinem Aktenstück auf Ihr Bericht deckt sich vollkommen mit den Aussagen des Altmüller von Gorla das sieht auch stark nach einem Mordversuch aus aber trotzdem es wird schwer halten dem Angeklagten diesen Fall zu beweisen wenn wir ihn endlich einmal haben er lehnte sich zurück und legte die Hand auf das Aktenbündel Der Bursche macht's unserer Polizei in der Tat schwer das ist ein Verbrecher von Format fast fürchte ich dass er schon längst irgendwo hin über die Grenze entwischt ist und dass wir das Nachsehen haben Ich glaube doch nicht Herr Landgerichtsrat sagte Gransfeld Ich habe triftige Gründe für die Annahme dass Henke noch in Deutschland ist Ihre Meinung in Ehren Herr Doktor aber damit bekommen wir ihn auch nicht zur Stelle Vielleicht doch Herr Landgerichtsrat Ich bat Sie heute früh am Telefon um einige Feststellungen Darf ich fragen was ermittelt worden ist Der Untersuchungsrichter griff nach einem Notizblock Ich habe Ihren Wunsch erfüllt Herr Doktor obwohl mir nicht ganz klar ist was das mit der vorliegenden Sache zu tun hat Die Nummer die sie mir am Apparat angaben gehört zum Kraftwagen eines der sich des besten Leumundes erfreut Der Chauffeur der den Wagen regelmäßig wert ist ein gewisser Andreas Müller erst seit zehn Tagen in seiner Stellung Etwas Nachteiliges ist der Polizei über ihn nicht bekannt geworden Ich danke Ihnen für Ihre Mühewaltung Herr Landgerichtsrat Der erste Teil Ihrer Mitteilung dürfte wohl stimmen Fast möchte ich sagen leider stimmen Der Untersuchungsrichter sah ihn erstaunt an Gransfeld fuhr langsam und jedes Wort betonend fort Der zweite Teil Ihrer Auskunft stimmt nicht Ich verstehe Sie nicht Herr Doktor Der Chauffeur heißt Andreas Müller Hier steht die polizeiliche Auskunft Sie ist falsch Herr Landgerichtsrat Der Chauffeur heißt Gustav Henke Wie Herr Doktor Der Richter war aufgesprungen Sprechen Sie im Ernst Ich habe keinen Grund zum scherzen Verhaften Sie den Chauffeur dieses Wagens und Sie haben den Henke den Sie seit 14 Tagen vergeben suchen Bergmann ließ sich wieder in seinen Sessel nieder Das ist eine schwerwiegende Mitteilung Herr Doktor Für für die sie die Verantwortung übernehmen müssen Es wäre äußerst bedauerlich wenn wir vielleicht einen Unbeteiligten verhaften Ich übernehme die Verantwortung Übrigens ich nicht allein Bitte Rudi sage dem Herrn Untersuchungsrichter was du gesehen hast Es war Henke Herr Richter der am Steuer des Wagens saß Gestern und vorgestern habe ich ihn gesehen Der Richter wandte sich zu Rudi Sind Sie ihrer Sache unbedingt sicher Vollkommen Herr Amtsgerichtsrat Den Henke kenne ich doch schon von Gorla her ganz genau Todsicher war er es der den Wagen gefahren hat Der Untersuchungsrichter wechselte einen Blick mit dem Gerichtsschreiber Ein kaum merkliches Nicken von beiden Seiten Der Sekretär griff nach einem Formular und füllte es aus Bergmann setzte seinen Namen darunter Meine Herren die heutige Vernehmung ist beendet Ich ersuche sie sich auch weiterhin zur Verfügung des Gerichtes zu halten Gransfeld und Rudi gingen aus dem Zimmer Ein Hupensignal erklang Der Pörtner der Rasmuschen Villa in Uhlenhorst riss die schmiedeeisernen Flügel des Gartentores auf Ein Kraftwagen rollte von der Straße her herein und hielt vor der Hauspforte Rasmussen entstieg ihm und verschwand auf Susannes Arm gestützt in der Villa Der Wagen fuhr etwas weiter auf das Grundstück herauf zum Schuppen Der Pörtner schickte sich eben an die Torflügel wieder zu schließen als von der anderen Straßenseite her zwei Herren über den Damm kamen und an ihn herantraten Ein paar kurze Worte Der eine der beiden Fremden lüftete für einen Augenblick seinen Rock Aufschlag Dann gingen sie weiter auf den Autoschuppen zu Der Pörtner vergaß vor Staunen die Torflügel zu schließen und starrte ihnen unverwandt nach Der Chauffeur hatte den Wagen in den Schuppen gebracht und machte sich einen Schraubenschlüssel in der Hand am Werktisch zu schaffen als die beiden Fremden eintraten Misstrauisch blickte er sie an Sie sind der neue Chauffeur von Herrn Rasmussen Andreas Möller Der bin ich Was wollen Sie hier Wie kommen Sie überhaupt herein Wieder hob der eine den Rock Aufschlag Etwas Blankes Metallisches blitzte da auf der Innenseite Kriminalpol Er brachte das Wort nicht zu Ende Mit einem Satz sprang der Chauffeur ihn an und wollte ihm den schweren Schraubenschlüssel auf den Schädel schmettern Kaum eine Zehntel Sekunde dauerte das Ganze Schnell wie der Blitz fuhr die Faust des Dritten dazwischen Ein krachender Schlag traf die Kinnspitze des Angreifers von unten und warf ihn betäubt in die Ecke Der zugeschlagen hatte besaß sich seine Handknöchel Ein schwerer Junge Herr Kommissar wollen ihm gleich die Armbänder anlegen Er beugte sich über den Liegenden Dann klang es wie wenn Stahl gegen Stahl schnappt starke Handschellen umschlossen dessen Gelenke Der Kommissar nickte Besser ist besser Maschke Jedenfalls sind wir jetzt sicher dass wir keinen falschen gefasst haben Verdammt scharfer Junge Selbst wenn's nicht der gesuchte ist Auf dem Kerbholz hat der bestimmt allerhand In der Ecke regte es sich Der Niedergeschlagene machte Bewegungen stierte verständnislos um sich und kam dann allmählich wieder zum Bewusstsein Der Kommissar sprach mit seinem Begleiter Hätte es Herrn Rasmussen gern erspart und die Sache lieber unauffällig gemacht Aber jetzt hilft nichts Lassen Sie den Wagen hierher kommen Der Wachtmeister verließ den Schuppen und ging auf die Straße zurück Zwei Minuten später musste der Pförtner die Flügel noch einmal öffnen Ein geschlossener Kraftwagen fuhr hinein Er war schön grün lackiert und hatte vergitterte Fenster Egitt Egitt der grüne August der grüne August auf unserem Grundstück stöhnte der fassungslose Pförtner Was wird bloß Herr Rasmussen dazu sagen Vorläufig sagte nur der Kommissar etwas Na Herr Andreas Müller alias Herr Gustav Henke Wenn Sie sich ein bisschen ermuntert haben möchte ich Ihnen einen Platz in meinem Auto anbieten Vier kräftige Arme griffen zu Ein Schlüssel schnappte in einem Schloss In Begleitung zweier Kriminalbeamten unternahm Gustav Henke eine Autofahrt die nach mehreren Haltestellen schließlich in Fuhlsbüttel Hamburger Zuchthaus enden sollte Alright Münher van Meeren Ihre Propositionen tun uns konvenieren Wir werden machen zusammen eine schöne große Geschäft wir werden organisieren den Transport für die ganze große Amerik Meridional Während der erste Gesandtschaftsrat der Konkaraguanischen Vertretung in Port Said die sagte blinzelte er von Holsten listig durch die Gläser seiner großen Hornbrille an Alright Don Alfonso Freut mich dass unsere Bedingungen Ihnen passen Ihre Kuriere erhalten die Ware von uns in Deutschland und Holland Sie übernehmen den Transport nach Ägypten und Südamerika gegen eine Tantieme von 10 vom 100 zahlbar dort bei Ablieferung der Ware quite 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 right sir das ist der sense von unserer treaty wir werden können machen keine geschriebene treaty wieder spielte es verschmitzt um seine Minen well werden wir machen ein gentleman's agreement well sir notiz notizbuch aus der tasche und überflog die eintragungen der letzten tage befriedigt ließ er das buch wieder in der brusttasche verschwinden alles in allem konnte er mit seinen erfolgen in port said ganz zufrieden sein noch einmal zog er die summe vertreter von zwei exotischen gesandtschaften waren für den vertrieb der ware fest gewonnen aussichtsvolle verhandlungen mit drei anderen angeknüpft die sache konnte werden nur die vorschüsse die diese herrschaften sich auszahlen ließen beunruhigten und ärgerten ihn grundsätzlich zog der holländer geschäfte vor bei denen er die anderen von anfang an in der hand hatte dass es hier umgekehrt war ging ihm gegen den strich aber es war halt nicht anders zu machen gewesen und schließlich würden die gauner schon im eigenen interesse ehrlich sein müssen ehrlichkeit unter spitzbuben nannte man das wohl in der sogenannten bürgerlichen welt sie würden ehrlich sein müssen weil sie nur dann auf große dauernde einnahmen aus dem dunklen geschäft rechnen konnten aber die sache mit den vorschüssen war nicht so schlimm selbst wenn jeder von diesen fünf exoten tausend Pfund verlangte was bedeuteten hunderttausend mark in dem großen unternehmen mc andrews das täglich ganz andere beträge umsetzte ärgerlich blieb die sache mit dem neuen polizeikommandeur die die zweite instanz zögerte machte ausflüchte schien nicht recht farbe bekennen zu wollen nun diesem efendi oder bimbashi oder was sonst für einen titel der mann hatte dem hatte er gestern deutlich zu verstehen gegeben dass die sache jetzt zu einem ende gebracht werden müsste er hatte ihn für heute hierher gebeten würde er kommen würde es endlich klappen van holsten holte sein checkbuch aus der inneren tasche und überflog die letzten zahlungen ein unverschämtes geld hatte der schuft ihn bereits gekostet wenn es so weiter ging würde die organisation ein kleines vermögen anwenden müssen um überhaupt nur in die Nähe des Kommandeurs zu kommen das Geräusch nah in der Schritte unterbrach seine Gedanken ah da kam der Effendi ja doch dieser zeigte schon von weitem ein Gesicht das von holsten vom gelingen des unternehmens überzeugte der ägypter kam heran und ließ sich mit der geste eines mannes nieder dem eine schwere arbeit endlich geglückt ist im flüsterton wurde die unterhaltung zwischen den beiden geführt es ist gelungen mühen her endlich in einer schwachen minute hat er endlich eingewilligt wir müssen das eisen schmieden solange es warm ist sie müssen ihm gleich ein angemessenes honorar zukommen lassen ich denke von holsten unterbrach ihn well mr effendi soll geschehen ich werde zu ihm gehen und ihm einen anständigen scheck bringen abwehrend hob der ägypter die hände no sir impossible auf keinen fall dürfen sie das tun sie würden alles verderben das muss ganz vorsichtig geschehen und das geld muss vorläufig durch meine hände gehen er flüsterte dem holländer eine summe ins ohr dieser zuckte zusammen das ist aber viel sir außerordentlich viel im gegenteil mühn her je mehr er gleich das erste mal nimmt desto sicherer haben sie ihn was heißt hier viel wenn sie ihn auf ihrer seite haben kann ihre gesellschaft ohne jede gefahr das zehnfache der summe in einer woche verdienen nur wenige sekunden überlegte van holsten die worte die mcandrew zuletzt in duncan castle zu ihm gesagt hatte kamen ihm in die erinnerung das geld ist da benutzen sie es zweckmäßig er zog das viel geprüfte scheckbuch und schrieb den gewünschten betrag ein der ägypter nahm das papier in empfang im augenblick war es zwischen seinen gewandten fingern verschwunden well münherr sie werden weiter von mir hören morgen um dieselbe zeit wieder hier er verneigte sich nach orientalischer sitte vor von holsten und verließ den raum in der empfangshalle standen zwei herren in europäischer kleidung im vorbeigehen blickte der ägypter sie kurz an und nickte leicht mit dem kopf all right sir kam eine leise frage von dem einen all right sir antwortete der ägypter ebenso leise und trat aus dem hotel auf die straße nach dessen fortgang hatte von holsten seine brieftasche herausgenommen und mehrere papiere vor sich ausgebreitet was für ein erfolg dass dieser glasberg endlich erklommen das störende hindernis aus dem wege geräumt war nun musste hier im lande ein riesengeschäft in gang kommen hunderte von agenten und unteragenten schrien ja schon ja schon seit wochen nach frischer ware er zog den bleistift und warf zahlen rein auf das papier auf der einen seite verzeichnete er die mengen von rausch giften mit denen die gesellschaft das land jetzt wieder überschwemmen konnte auf der anderen die gewinne die ihr hieraus erwachsen mussten was bedeuteten dagegen die paar hunderttausende mark die auf nimmerwiedersehen in das geschäft gesteckt worden waren so sehr vertiefte er sich in seine aufzeichnungen und berechnungen dass er seine umgebung darüber vollkommen vergaß die rechnung ging gut aus und schloss mit einem riesen saldo zugunsten der organisation befriedigt wollte er die papiere wieder zusammenfalten als er eine berührung auf seiner linken schulter spürte noch ehe er sich aufrichten und umdrehen konnte lag die hand eines mannes schwer auf seiner schulter dies war die alte formel mit der die englische polizei verhaftungen vornimmt drang an sein ohr endlich war es ihm gelungen sich umzudrehen er blickte in das gesicht eines geheimpolizisten das er aus früherer zeit her kannte eine andere stimme erklang in seinem rücken folgen sie uns unauffällig mr van holsten er fuhr zurück der zweite geheimpolizist stand hinter ihm in ihrer begleitung verließ er das hotel und stieg in den wartenden kraftwagen von von holsten hat 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 geirrt als er glaubte den glasberg erklommen zu haben führen sie den henke vor befahl landgerichtsrat bergmann dem justizwachtmeister zu befehl zu überführen. Aber zähe Vögel waren es, die er da gegriffen hatte. Kaum einen Schritt war er mit diesem Griechen weitergekommen, der nun schon seit drei Wochen in Untersuchungshaft saß, und fast noch halsstarriger war der andere, der Henke, der in unverschämtester Weise alles leugnete. Der Justizwachtmeister brachte den Gefangenen in das Zimmer und blieb auf einen Wink des Richters in dessen Nähe. Sie würden ihre Lage durch ein Geständnis wesentlich verbessern, Henke. Sie wissen, welcher Verfehlungen sie verdächtigt werden. Wollen sie sich nicht endlich offen dazu äußern? Henke warf dem Untersuchungsrichter einen tückischen Blick zu und schwieg. Ihr Schweigen ist zwecklos, Henke. Die Aussagen ihres mitschuldigen Altmüller belasten sie auf das Schwerste. Er schlug das vor ihm liegende Aktenstück auf. Nach der Aussage Altmüllers haben sie vor zwei Jahren in der Nacht vom 15. zum 16. Juni unter Benutzung von mitgebrachtem Werkzeug die Zapfstelle in der Heroinleitung zur Tabletiermaschine angelegt. Ja oder nein? Henke zuckte die Achseln. Altmüller gehört in eine Irrenanstalt, stieß er halblaut heraus. Was wollen Sie damit sagen? Was ich damit sagen will? Dass der Altmüller völlig verrückt ist. Der bildet sich Sachen ein, die es gar nicht gibt. Die Zapfstelle ist aber gefunden worden, Henke. Wollen Sie behaupten, dass sie von selbst entstanden ist? Gar nichts behaupte ich. Ich weiß von keiner Zapfstelle. Altmüller behauptet etwas anderes. Nach seiner Aussage haben sie, sie allein, Henke, jede Nacht ein bis zwei Kilogramm Heroin aus dieser Stelle entwendet. Das lügt, erschuft. Er hat auch. Henke biss sich auf die Lippen. Was hat Altmüller auch? Nichts. Ich weiß von nichts. Nach der Aussage Altmüllers haben sie die Diebstähle noch bis in die Nacht vom 20. zum 21. Mai dieses Jahres fortgesetzt. In der letzten Nacht haben sie eine besonders bedeutende Menge Heroin gestohlen. Gestohlen, Henke. Dann sind sie mit dem Ballon Greif aus dem Werk flüchtig geworden. Übrigens eine Leistung, auf die sie sich etwas einbilden können. Die Herren vom Erfurter Luftschifferverein wundern sich heute noch darüber, wie sie allein mit dem Ballon fertig geworden sind. Nun, was sagen sie dazu? Dass Altmüller völlig verrückt ist, wenn er so etwas behauptet. Ich habe den Ballon Greif nie zu Gesicht bekommen. Sie haben mich missverstanden. Dass sie mit dem Ballon weggeflogen sind, behauptet nicht Altmüller. Das behaupten andere. Was? Andere? Ich wäre neugierig, die kennenzulernen. Ist ja Unsinn, das zu behaupten. Vielleicht werde ich ihre Neugierde später befriedigen. Hören Sie den weiteren Tatbestand. Sie sind mit gutem Südostwind in drei Stunden von Gorla bis in die Nähe von Harburg gekommen. Dort sind sie gelandet. Mit Gewalt suchte Henke den Schreck zu verbergen, der ihn bei dieser Mitteilung überkam. Mit gut gespielter Gleichgültigkeit antwortete er. Ist ja eine interessante Geschichte. Wenn da wirklich einer gelandet wäre, dann müsste der Ballon doch auch gefunden worden sein. Nein, Henke, der Ballon ist wieder in die Höhe gegangen und vom Wind in die Nordsee abgetrieben worden. So, so, in die Nordsee. Die Sache wird ja immer schöner. Da ist der Ballon natürlich irgendwo versackt und nachher wird mir die Sache in die Schuhe geschoben. Der Ballon ist nicht versackt, Henke. Auf einen Wink des Richters nahm der Justizwachtmeister ein Tuch fort, das im Hintergrund des Zimmers über einen Tisch ähnlichen Gegenstand gebreitet war. Drehen Sie sich einmal um, Henke. Sehen Sie sich das da mal an? Henke tat es und fühlte, wie er erblasste. Da stand der Korb des Greif dicht vor ihm. Nun, Henke, wollen Sie sich immer noch nicht zu einem Geständnis bequemen? Dieser hatte sich inzwischen zu der alten Frechheit durchgerungen. Ich weiß nicht, was ich gestehen soll. Ist ja sehr schön, dass der Korb wieder da ist. Die Erfurter werden sich darüber freuen. Mir kann's gleich sein, mich geht's nichts an. Sie sind ja Fachmann auf dem Gebiet, Henke. Sehen Sie mal die Korbleinen an. Der Korb ist über der Nordsee vom Netzring abgeknibelt worden, also muss noch eine zweite Person in dem Korb gewesen sein. Kann sein, ich weiß nichts davon. Henke, in der Nacht vom 20. zum 21. Mai ist auch ein gewisser Wagner aus dem Gorlauer Werk verschwunden. Davon wissen sie wohl auch nichts. Henke schüttelte den Kopf. So Henke, dann haben sie bei ihrem schlechten Gedächtnis natürlich auch vergessen, dass sie den jungen Menschen gefesselt und hilflos im Ballonkorb zurückgelassen haben. Henke griff nach seinem Taschentuch und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. Er hatte das Gefühl, als ob er unrettbar einem Abgrund entgegentreibe. Schwer atmend sank er in seinem Stuhl zusammen. Im Wirbel jagten sich seine Gedanken. Wie war es möglich, dass der Richter um sein Verbrechen gegen Rudi wusste? Hatte man auch durch Zufall dessen Leichnam gefunden? Es konnte nicht sein, war unmöglich. Das Ganze war sicherlich nur ein Versuch des Richters, ihn zu überlisten. Mühsam raffte er sich zusammen, setzte an und stockte wieder, sprach endlich mit heiserer Stimme. Ich kenne keinen, der Wagner hieß. Von Henke unbemerkt hatte der Richter dem Wachtmeister einen Wink gegeben. Ganz plötzlich, unvermittelt, unvermutet, stand Rudi vor Henke. Mit einem Schrei brach dieser zusammen und presste die Hände vor die Augen. Mein Gott, mein Gott, werden die Toten wieder lebendig, tot, ertrunken, weit draußen in der Nordsee. Er war vornüber auf den Tisch gesunken und verbarg den Kopf zwischen den Armen. Auf eine Handbewegung des Richters ging Rudi leise aus dem Zimmer. Minuten verstrichen, bis Henke wieder Fassung gewann. Stockend begann er. Ist es noch da, das Gespenst? Ein Gespenst war es doch. Kein Lebender mehr. Er hatte die letzten Worte herausgeschrien, blickte wild wie ein gehetztes Tier um sich. Der Richter erkannte, dass der entscheidende psychologische Augenblick gekommen war. Erleichtern Sie Ihr Herz, Henke. Ein offenes Geständnis kann Ihnen milde Richter schaffen. Henkes Verstocktheit war gebrochen. Zögernd zuerst, dann immer leichter und fließender, begann er die Fragen des Richters zu beantworten. Glied an Glied fügten sich seine Aussagen zu einer wohlgeschlossenen Kette. Mit seiner Einführung in das Gorlerwerk durch Rasmussen begann sein Geständnis. Mit seiner Flucht zu Rasmussen schloss es. Wachtmeister, bringen Sie Henke in seine Zelle zurück. Der Richter ließ Gransfeld und Rudi hereinrufen. Endlich ist es gelungen, Herr Doktor. Er hat alles eingestanden. Es wird nicht mehr notwendig sein, ihn Wagner gegenüber zu stellen, aber, wie meinen Sie, Herr Landgerichtsrat, ist noch ein Aber dabei? Leider, Herr Doktor, ein recht unangenehmes Aber. Seine Aussagen belasten den hiesigen Großkaufmann C.F. Rasmussen in einer derartigen Weise, dass ich pflichtgemäß, Himmel, das habe ich gefürchtet, unterbrach ihn Gransfeld. Schon seit langem habe ich es gefürchtet. Dabei habe ich den Eindruck, dass Rasmussen mehr ein Opfer der Bande als ein tätiges Mitglied ist. Überdies ist er leidend. Jede Aufregung kann ihm den Tod bringen. Professor Morell in Paris, den ich auf Wunsch seiner Tochter aufsuchte, hat es mir selber gesagt. Sie kennen die Familie, Herr Doktor? Ich lernte sie in Genf kennen. Der Vater ist irgendwie gegen seinen Willen, wie es mir scheint, mit der Bande verstrickt. Die Tochter, Fräulein Susanne Rasmussen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, hat mit allen diesen Dingen nicht das Geringste zu tun. Der Richter blickte unschlüssig in die Akten. Eine unangenehme Geschichte, Herr Doktor. Pflichtgemäß muss ich Herrn Rasmussen vernehmen und Haussuchung bei ihm halten lassen. Oh, eine Haussuchung? Das könnte ihn töten. Ist das unbedingt notwendig? Der Richter zuckte die Achseln. Herr Doktor, bei den Akten liegen mehrere schiffrierte Briefe, deren Entzifferung für eine weitere Untersuchung von größter Wichtigkeit ist. Es besteht die Möglichkeit, dass Rasmussen den Schiffreschlüssel besitzt. Selbstverständlich beabsichtige ich mit der größten Schonung vorzugehen. Herr Landgerichtsrat, wollen wir zusammen hingehen? Vielleicht ließe sich das Ganze dann so unauffällig bewerkstelligen, dass Herr Rasmussen wenig davon merkt. Wollen wir es nicht versuchen? Es hieße, Menschenfreundlichkeit mit dem strengen Amt des Richters verbinden. Bergmann überlegte kurze Zeit. Ihr Vorschlag erscheint mir annehmbar, Herr Doktor. Einen meiner Beamten müsste ich allerdings für die Haussuchung mitnehmen. Wenn es Ihnen recht ist, wollen wir gleich zusammen hinfahren. Je schneller wir die Sache hinter uns haben, umso besser. Rasmussens Diener John geleitete Gransfeld in den Empfangssalon. Ich werde Ihre Karte dem gnädigen Fräulein bringen, Herr Doktor. Wollen Sie sich bitte kurze Zeit gedulden? Verwundert blickte ihm Gransfeld nach. Der Mann trug ein verstörtes Wesen zur Schau, das für einen herrschaftlichen Diener zumindest auffallend war. Wenige Minuten später trat Susanne in den Salon. Gransfeld eilte ihr entgegen. Mein liebes gnädiges Fräulein. Er stutzte. Susanne sah bleich und verweint aus. Hatte sie irgendwie schon etwas von der schlimmen Botschaft erfahren, die er bringen musste? Er ergriff ihre beiden Hände. Mein liebes Fräulein Susanne, es ist schrecklich, das. Schrecklich, Herr Doktor. Schluchzend brach sie die Worte hervor und griff nach dem Taschentuch, um die strömenden Tränen zu trocknen. Mein armer Vater, wer hätte das gedacht, dass... Sie drückte das Tuch wieder vor die Augen. Liebes Fräulein, liebe Susanne, niemand bedauert es mehr als ich. Ich bitte Sie, fassen Sie sich. Versuchen Sie stark zu sein. Ich hoffe, es kann noch alles gut werden. Niemals, niemals wieder. Schluchzen erstickte ihre Stimme. Mein guter Vater, er ist mir genommen, für immer entrissen, tot. Von Neuem flossen ihre Tränen. Oh Gott, ihr Vater ist tot, liebe arme Susanne. Er fasste die Schluchzende und führte sie zu einem Sessel. Wie einem kranken Kinde strich er ihr über das Haar und streichelte ihre Hände, während er weiter tröstend auf sie einsprach. Nur allmählich gewann sie ihre Fassung zurück, vermochte ihn anzublicken und seinen Fragen zu antworten. Die entsetzliche Aufregung der letzten Tage, Herr Doktor. Sie werden nichts davon wissen. Man hat unseren neuen Chauffeur verhaftet. Ich weiß nicht, warum. Furchtbar hat es meinen Vater mitgenommen. Sein armes Herz war der Erregung nicht mehr gewachsen. Ein letzter schwerer Anfall heute früh, dann ist er sanft eingeschlafen. Wieder ergriff Gransfeld ihre Hände. Schweigend ließ sie es geschehen. Vorsichtig sprach er weiter. Mein liebes Fräulein Susanne, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen in diesen schweren Stunden zur Seite stehe. Ihr armer Vater. Er hat wohl nicht gewusst, dass dieser neue Chauffeur ein von der Polizei gesuchter Verbrecher war. Ich kam hierher, um sie schonend darauf vorzubereiten, dass die Polizei eine Durchsuchung seiner Sachen vornehmen muss. Grauenhaft, entsetzlich, wenn mein armer Vater das noch erlebt hätte. Polizei in unserem Hause. Undenkbar. Er ließ ihre Hände. Ich lasse sie für kurze Zeit allein, liebe Susanne. Ich muss die Beamten von der veränderten Lage in Kenntnis setzen und will dafür sorgen, dass sie ihre Pflicht so schnell und unauffällig wie möglich tun. Dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. Längst hatten die Beamten das Haus wieder verlassen, doch noch lange blieb Gransfeld. Als ergebener Freund stand er der Verwaisten in den kommenden schweren Tagen zur Seite. Nicht viel brachte der Landgerichtsrat Bergmann von seinem Besuch in Rasmussens Haus mit. Nur ein schmales Büchlein war es. Aber dieses unscheinbare Bändchen enthielt den so lange gesuchten Schiffreschlüssel. Jetzt konnten die Briefe gelesen werden, die immer noch unentziffert bei den Akten lagen. Alle jene Briefe, die man in Henkes Wohnung in Gorla beschlagnahmt hatte. Die Briefe, die dort noch nach seiner Flucht auf dem Postamt angekommen waren. Und zuletzt auch den Brief, den Megastopolos in Genf für Morden schrieb und indem er ihm den Befehl des Chefs mitteilte, sofort nach Duncan Castle zu kommen. Kopien der entschlüsselten Briefe wurden verschickt und die Polizei aller Länder bekam neue Arbeit. Der Teufel soll sie holen, Jefferson, wenn mir das noch einmal vorkommt. Während McAndrew das sagte, hielt er in der Rechten eine gläserne Tube mit weißen Tabletten, die er eben zwischen Sitz und Lehne eines Clubsessels herausgezogen hatte. Der Teufel soll sie holen, Jefferson, wenn ich so etwas noch einmal entdecke. Ärgerlich schüttelte er die Faust gegen ein menschliches Wrack. Bloße schlotterten die Kleider um den Körper des abgescholtenen. An einen Totenkopf erinnerte das bleigraue, skelettartig abgemagerte Gesicht. »Mondieu, McAndrew, haben Sie Nachsicht?« fiel ihm die Dimitrisco ins Wort. »Der arme Jefferson leidet sehr unter der Entziehung der Betäubungsmittel.« »Schöne Entziehung, wenn er überall seine Pölferchen hat«, knurrte Morden dazwischen. Jefferson war von der drohenden Bewegung McAndrews zurückgewichen und hatte sich hinter einen anderen Sessel geflüchtet. Da stand er, ließ den Unterkiefer blöde hängen und schielte McAndrew halb furchtsam, halb tückisch an. »Wird wohl nicht das einzige Versteck sein, was Sie da durch Zufall entdeckt haben, McAndrew«, fuhr Morden fort. »Vermutet, er hat sich noch mehr auf Vorrat gelegt.« Während Morden sprach, beugte Jefferson sich über die Sessellehne und umklammerte sie mit beiden Armen. »Oho, McAndrew, sieht ganz so aus, als hätte er da noch mehr. Meinen Sie, Morden, wäre doch toll.« Mit schnellen Schritten ging McAndrew auf den Sessel zu. Ohne sich weiter um Jefferson zu kümmern, griff er in die Fugen zwischen Sitz und Lehne. »Verdammt, Sie haben recht, da ist noch was.« Er beugte sich hinab, um noch tiefer in die Fuge hineingreifen zu können. Gespannt folgten die Dimitriscu und Morten seinen Bewegungen. »Ha, Räuber, Dieb!« Mit undeutlichen Schreien durchmischt kam's aus Jeffersons Munde. Im Augenblick war er über McAndrew. Sein Arm fuhr durch die Luft, etwas Blankes blitzte in seiner Hand. Zu spät sprang Morten dazwischen. Zu spät schleuderte sein Faustschlag den tobenden Jefferson in einen Winkel. Denn schneller, als die anderen es begreifen konnten, war's schon geschehen. Ein Messer stak bis zum Griff zwischen den Schultern McAndrews. Schwerfällig sank er hinten über auf den Teppich. Ein paar krampfartige Zuckungen noch. Dann lag sein Körper regungslos. Die Dimitriscu schrie gellend auf und wandte sich ab. Morten kniete neben dem Liegenden nieder und rief ihn an. »Hallo, McAndrew, wie steht's?« Er schob seinen Arm unter dessen Nacken und hob den Rumpf an. Kraftlos fiel der Kopf McAndrews zur Seite. »Demmy, Demmy, böse getroffen!« Er griff nach McAndrews Hand, versuchte den Puls zu fühlen. Der Puls stand still. »Kommen Sie, Miss Dimitriscu! Helfen Sie mir! Wir müssen ihn auf irgendein Lager bringen! Was war das? Hat jemand geklopft?« Schon öfter als einmal hatte es an der Tür geklopft. In der Aufregung der letzten Minute hatten sie es alle überhört. Noch einmal und stärker wurde jetzt an die Tür gepocht. »Come in!« rief Morten. Die Tür sprang auf. Fünf Polizisten den Gummiknüppel an der Seite drangen durch die einzige Tür in den Raum. Mit einem Sprung wollte Morten sie überrennen, ihre Reihe durchbrechen, den Weg ins Freie gewinnen. »Hands up!« Im selben Augenblick sah er in drohende Revolvermündungen. Ein kurzes Klicken und Schnappen und Handschellen saßen an seinen Gelenken. »Well, Mr. Morten, Scotland Yard braucht Sie. In der Piccadilly Street ist mancherlei ins Reine zu bringen. Und Sie auch, Miss Dimitriscu. Ich denke, Sie ersparen uns die Notwendigkeit, Ihnen ebenfalls die Handschellen anzulegen.« Der Polizeioffizier trat an den Liegenden heran. Auf einen Wink von ihm hoben zwei seiner Leute McAndrew auf ein Ruhebett. »Vom Rücken her ins Herz getroffen, Sir«, meldete einer der Polizisten. »Er muss sofort tot gewesen sein.« »Erstochen? Von wem? Von seinem Genossen?« Der Offizier sagte es mit einem Blick auf Morten. »Nonsens«, knurrte der. »Da drüben in der Ecke liegt der Schuft, der es getan hat.« Erst jetzt sahen die Polizisten Jefferson, der wie ein regungsloses Bündel in einer dunklen Ecke zwischen einem Schrank und dem Kamin lag. Als sie ihn aufhoben und zu einem Sessel trugen, gab er Lebenszeichen von sich. »Wer ist das?«, fragte der Offizier. »A damned crazy fool«, knirschte Morten. »Ein armer Kranker, der hier eine Entziehungskur durchmachen sollte«, sagte die Dimitriscu. Ein Flüstern zwischen dem Offizier und seinen Leuten. Eine Entziehungskur? In Duncan Castle? Im Hause des Mannes, der ganz Europa, ja die halbe Welt mit Rauschgiften überschwemmt hatte. Der Mann tot, gefällt von der Hand jenes Anderen, dem Rauschgift Verfallenen. Ein langes, drückendes Schweigen trat ein. Sie fühlten das Walten einer höheren, rächenden Macht, die hier ein Urteil gefällt und vollzogen hatte. Der Vorsitzende des Gerichtshofes erhob sich und setzte das Barrett auf. Erkannt und verkündet, der Angeklagte Heinrich Altmüller wird wegen fortgesetzten Diebstahls und Vergehens gegen das Rauschgiftgesetz zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt, von der zwei Monate als verbüßt durch die Untersuchungshaft gelten. Für zwei weitere Monate hat das Gericht ihm eine dreijährige Bewährungsfrist zugebilligt. Nehmen Sie das Urteil an, Angeklagter. Altmüller stierte den Richter verständnislos an. Haben Sie verstanden, Angeklagter? Sie sollen noch acht Wochen sitzen. Sind Sie damit einverstanden? Noch acht Wochen? Ein Schein des Verständnisses glitt über Altmüllers Gesicht. Bloß noch acht Wochen? Dann kann ich wieder raus. Ja, aber Sie dürfen sich während der nächsten drei Jahre nichts zu Schulden kommen lassen. Sonst müssen Sie wieder rein. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ja, Herr Rath. Gerichtsschreiber, schreiben Sie, der Angeklagte nimmt das Urteil an. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Publikum verließ das Gorlaer Gerichtsgebäude und verlief sich auf der Straße. Nur drei Menschen standen noch auf der großen Freitreppe. Na, Gransfeld, bist du mit dem Urteil zufrieden? Ich finde, der Mann ist eigentlich zu billig weggekommen. Lass es gut sein, Rübesam. Er ist aus Schwäche gestrauchelt. Die Strafe trifft ihn immer noch schwer genug. Du kannst sicher sein, die anderen, die wirklich schuldigen, wird man nicht so leichten Kaufes davon kommen lassen. Unserem Freunde Henke dürfte eine recht unangenehme Dauersitzung bevorstehen. Und den Monsieur Megastopolos wird man auch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ganz zu schweigen von denen, die man in England und Port Said gefasst hat. Die Verhandlung in Hamburg ist für die nächste Woche angesetzt. Rudi und ich werden hin müssen, denn wir sind als Zeugen geladen. Viel Glück auf der Reise und überhaupt viel Glück in Hamburg. Eine Frage, Gransfeld. Darf man dir schon gratulieren? Du darfst es, Rübesam. Susanne und ich sind verlobt. Wegen der Trauer um ihren Vater haben wir von einer Veröffentlichung abgesehen. Rübesam ergriff seine Rechte und drückte sie. Nimm meine herzlichsten Glückwünsche, mein lieber alter Freund. Und alles Gute auf eurem Lebensweg. Ich danke dir, Rübesam. Ein wenig hast du auch zu dieser Verlobung mitgeholfen. Übers Jahr bei der Hochzeit in Hamburg darfst du mir nicht fehlen. Werde ich auch nicht, Gransfeld. Habt übrigens verdammt dicht mit der Sache gehalten. Brauchst dir aber nicht einzubilden, dass ich nicht auch ein Geheimnis bewahren könnte. Gransfeld sah ihn fragend an. Ein Geheimnis, das uns angeht? Rübesam lachte verschmitzt. Das sollte ich wohl meinen. Dann raus damit, Rübesam. Was ist's denn? Seit wann weißt du's denn? Oh, mein lieber Gransfeld. Ich weiß es schon seit acht Tagen. Und angehen tut's hauptsächlich unseren Freund Rudi. Mich, Herr Rübesam? Was kann denn das sein? Sagen Sie es doch bitte. Ja, Rudi, mein lieber Junge. Es hängt mit unserem Geheimrat Schäffer zusammen. Dem haben deine Verkleidungskünste so gewaltigen Eindruck gemacht, dass er dich auf jeden Fall für das Werk behalten will. Rudi machte einen Freudensprung, dass er beinahe die Stufen der Freitreppe heruntergefallen wäre. Dauernd im Werk. Eine Stellung hier. Fein. Ich bin großartig, Herr Rübesam. Aber als was soll ich denn eintreten? Junge, versprich mir erst, dass du nicht größenwahnsinnig wirst, wenn ich dir das sage. Der Geheimrat meint nämlich, dass du viel schlauer bist als alle Detektive, die er sich früher von Berlin verschrieben hat. Darum will er dir eine Stellung geben, in der du dich einerseits zu einem brauchbaren Kaufmann entwickeln kannst, andererseits aber, nebenamtlich sozusagen, deine Augen im Werke offen halten sollst, denn es könnte ja am Ende mal wieder Henkes und Altmüllers bei uns geben. Ein neuer Freudensprung von Rudi war die Antwort. Und diesmal wäre der würdige Chefchemiker der Gorla-Werke beinahe mit ins Rollen geraten. Als er sein Gleichgewicht wiedergewonnen hatte, drohte er schmunzelnd mit dem Finger. Aber das bitte ich mir aus, Rudi. Mein Kleiderschrank und mein Frisierbeutel müssen künftig Ruhe vor dir haben. Lachend gab ihm Rudi das Versprechen, mit der festen Absicht, es nicht zu halten. ein bisschen mehr Erinnützungen ist es nicht zu halten. Die Drogen haben ihn wieder erinnützt, aber das ist ein Teil der Verbrecherung, aber es war sehr, sehr gut. Aber da steht, dass das mit dem Fisierbeutel an dem Rest der Gaptке verlassen wird, an dem einen hierher ich, hat es aber auch immer noch Vielen Dank.